Ich habe einen Plan. Liv sah fragend über die Schulter. Was? Ich habe einen Plan. Ihre beste Freundin Claire blickte trübsinnig auf den mit Apfelsaftflecken verzierten Küchentisch, an dem sie saß, und drückte der kleinen Brianna auf ihrem Schoß einen Kuss aufs Köpfchen. Ich werde mir Sperma kaufen. Da Liv gerade die Tomatensauce für Briannas Abendessen probieren wollte, verschluckte sie sich prompt und hustete. Ihre kleine Tochter fand das wahnsinnig komisch und kreischte auf. Mami! Liv jedoch ignorierte das fröhliche Kreischen ihrer Tochter und fixierte ihre beste Freundin, die ein unglückliches Gesicht machte. Du willst was tun? Claire lehnte sich seufzend zurück und beachtete das fassungslose Entsetzen ihrer Freundin nicht weiter, sondern kämmte mit ihren Fingern durch die braunen Locken der zweijährigen Brianna, die sich fröhlich an sie schmiegte. Ja, die halbe Nacht lang saß ich vor meinem Laptop und hab mir Samenspender angeschaut. Drei Kandidaten sind in der engeren Auswahl und du willst mich wohl auf den Arm nehmen, Claire! Claire schüttelte ernst den Kopf. Zwar gibt's keine aktuellen Fotos von den möglichen Spendern, aber man kann sich deren Kinderfotos anschauen. Sogar Stimmproben und Schriftproben werden veröffentlicht. Ist das nicht klasse? Liv runzelte die Stirn und stellte den Topf mit der Soße beiseite. Kinderfotos? Stimmproben? Claire, was ist los mit dir? Zögernd fuhr sich Claire durch ihr rotes Haar und blickte melancholisch nach oben. Ich will ein Baby, Liv. So einfach ist das. Ja, dann suchte er einen netten Mann und mit einem wütenden Schnauben unterbrach sie Liv. Einen netten Mann? Verdammte Scho... Ihr Blick glitt zu Brianna, die lachend mit einem Plastiklöffel auf den Tisch schlug und der Unterhaltung ihrer Mutter und ihrer Patentante nicht folgte. Ich wette 34 Jahre alt, habe eine verkorkste Beziehung hinter mir und mein letztes Date eröffnete mir, während des Abendessens, dass er zur Entspannung gerne Gruppensex-Videos schaue. Ein Blick auf Liv zeigte ihr, dass ihre beste Freundin nur mühsam ein Lachen unterdrücken konnte. Claire liebte ihre Freundin und wünschte ihr alles Glück auf Erden. Aber der tolle Ehemann, der sie vergötterte, das süße Kleinkind mit dem engelsgleichen Gesicht und ein zauberhaftes Baby, das selig in seiner Wiege nebenan schlief, versetzten Claire ab und zu einen eifersüchtigen Stich. Sie sagte sich, dass sie unfair war, wenn man bedachte, was Liv in ihrem Leben bereits mitgemacht hatte. Aber dennoch blieb dieses neidische Gefühl, wenn Brianna ihrer Mom einen Kuss gab oder sich der kleine Levi vertrauensvoll in Livs Arme kuschelte. War sie ein schlechter Mensch, weil sie sich auch so etwas wünschte? Was stimmt nicht mit mir? Oh, mit dir stimmt alles. Du hast einfach noch nicht den richtigen Mann gefunden. Sei mir nicht böse, Claire verzog grimmig den Mund, aber diese klischeehaften Aufmunterungsversuche können mir gestohlen bleiben. Ein Vogel flog vor dem Küchenfenster herum und zog Briannas Aufmerksamkeit auf sich. Die Kleine starrte mit entzückten Augen auf den hellbraunen Spatz und wollte vom Schoß ihrer Patentante gleiten. Claire hielt sie sanft davon ab und erklärte an Liv gewandt, ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein. Aber ein Baby würde dich glücklich machen? Ja. Unschlüssig rührte Liv im Saucentopf und kaute nachdenklich auf ihrer Unterlippe herum. Versteh mich nicht falsch, Claire. Ich will dich nicht davon abhalten, aber hast du dir das Ganze gut überlegt? Wie meinst du das? Nun, Liv stellte die Herdplatte aus, rückte einen Stuhl beiseite und setzte sich darauf. Ein Baby bedeutet viel Verantwortung. Hey Liv, ich bin kein unreifer Teenager. Ich weiß, aber als Alleinerziehende... Mit einem Schnaubensack, Claire an die Decke. Meine Mom war auch alleinerziehend und hat sowohl meine Schwester als auch mich mit einem Job als Sekretärin durchs College gebracht, nachdem mein Dad gestorben war. Mein Job dagegen ist sicher und sehr gut bezahlt. Noch immer runzelte Liv die Stirn. Ja, eigentlich dachte ich eher daran, dass du dich völlig allein um das Baby kümmern müsstest. Finanzielle Unabhängigkeit ist wichtig, aber es ist nicht alles. Das weiß ich doch, seufzte Claire schwer. Glaub mir, es wäre mir hundertmal lieber, wenn ich einen wunderbaren Ehemann an meiner Seite hätte, der mich liebt und sich Kinder von mir wünscht. Aber den habe ich nun einmal nicht. Länger will ich nicht warten und eventuell meine Chance verpassen, ein Kind zu bekommen. Anstatt darauf zu antworten, murmelte Liv verdrossen. Oh, ich verstehe die Männerwelt einfach nicht. Haha, frag mich einmal, gluckste Claire, auch wenn ihr gar nicht danach war. Vermutlich war es der Galgenhumor, der sie lachen ließ, denn besonders amüsant fand sie das Ganze wirklich nicht. Nein, ich meine, dass ich nicht verstehen kann, dass du nicht längst glücklich verheiratet bist. Alle Männer, denen du begegnest, sappern den Boden voll. Liv. Ein wenig verlegen, verdrehte sie die dunkelblauen Augen. Das stimmt nicht. Oh, und ob das stimmt. Schau dir doch nur mal die Partys in unserem Haus an, wenn das Team dabei ist. Kaum kommst du zur Tür rein, fallen den Jungs die Augen aus dem Kopf. Ich dachte, dass Blake einen Herzinfarkt bekäme, als du dieses dunkelblaue Kleid und die Mörder-Stilettos zu Levi's Taufe getragen hast. Zu deiner hammermäßigen Figur und deinem hübschen Gesicht hast du zudem ein sehr kluges Köpfchen und einen geradezu perversen Sinn für Humor. Wenn Männer darauf nicht stehen, worauf denn dann? Claire zuckte mit der Schulter und schmiegte ihr Kinn auf Briannas Köpfchen. Anscheinend auf irgendetwas anderes. Ach, Claire. Liv war ihre beste Freundin. Also konnte sie ihr problemlos gestehen, woran sie wirklich dachte. Ich bin noch nie geliebt worden. Nein, niemand zuvor hat mich wirklich geliebt. Ich komme mir wie ein Sexobjekt vor. Ständig wollen Männer mit mir schlafen, aber mit mir alt werden will niemand. Das ist verdammt demütigend, Liv. Du bist eine schöne Frau, Claire. Den Blick ihrer Freundin beantwortete sie mit einem verzerrten Lächeln. Weißt du, wie ich mich fühle, wenn ich merke, dass ein Mann nur mit mir schlafen will, aber keinerlei Interesse daran hat, mich kennenzulernen? Ich fühle mich absolut wertlos. Unwichtig und minderwertig. Wie eine Frau zweiter Klasse. Oh, das ist Unsinn und das weißt du auch. Livs Mund verzog sich nach unten. Ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass du, Brian, etwas bedeutet hast. Auch Caleb hing an deinen Lippen, wenn du über deinen Job gesprochen hast. Claire seufzte schwer. Claire, du musst das nicht beschönigen. Keiner der Männer, mit denen ich jemals zusammen war, würde mich als die Liebe seines Lebens bezeichnen. Ja, und das tut weh. Seufzend beobachtete sie, wie Liv sich über den Küchentisch beugte und nach ihrer Hand griff. Sofort schossen ihr die Tränen in die Augen. Ach, Schätzchen, woran soll es denn liegen, wenn nicht an mir? Sie schluckte die nächsten Tränen hinunter und klagte leise. Ich war gut genug für Caleb, um eine saloppe Beziehung zu ihm zu führen. Aber sobald es ernster wurde, hat er sich von mir getrennt. Caleb war ein Mistkerl, schnaubte Liv aufgebracht. Du solltest froh sein, dass du ihn los bist. Ja, das bin ich auch. Und dennoch muss ich daran denken, dass ich für ihn so lange nützlich war, bis ich begonnen habe, Ansprüche zu stellen. Augenblicklich hat er mich von sich gestoßen. Ja, bei Brian und mir kriselte es auch, als ich gerne eine festere Beziehung eingehen wollte. Naja, schränkte Liv ein, Brian war einfach nicht bereit für etwas Festes. Ja, ein halbes Jahr nach unserer Trennung war er komischerweise dafür bereit. Bei mir hatte er kein Interesse an einer ernsthaften Beziehung mit Familienplanung. Doch kaum lernt er eine andere Frau kennen, heiratet er sie und wird bald Vater. Es muss an mir gelegen haben, Liv. Warte, willst du mir damit sagen, dass du Brian immer noch liebst? Angesichts der geradezu erschrockenen Frage ihrer Freundin hob Claire den Kopf und schüttelte diesen vehementen Nein, das will ich nicht. Außerdem bezweifle ich, dass ich überhaupt richtig in ihn verliebt war. Er ist mit Teddy glücklich, was mich freut, Liv. Ja, die beiden passen gut zueinander. Es geht mir nur ums Prinzip. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, Claire, aber es gibt auch nette Männer. Du musst sie nur finden. Ja, und warum soll ich sie finden wollen? Vielleicht möchte ich ja gefunden werden. Wieder schüttelte sie resolut den Kopf. Nein, 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 nein. Ich will mich lieber um ein Kind kümmern, anstatt meine Zeit mit sinnlosen Verabredungen zu verschwenden, die zu nichts führen. Julian hat mir von einem netten Kerl erzählt, der in der Marketingabteilung der Titans arbeitet. Ach, der letzte nette Mann, den ich kennengelernt habe, bat mich bei unserem zweiten Date um Nacktfotos. Claire deutete den Blick ihrer Freundin richtig. Ja, da siehst du, was für Freaks ich kennenlerne. Ist es denn zu viel verlangt, einen wirklich netten Mann treffen zu wollen, der weder perverse Neigungen noch eine Ehefrau oder Persönlichkeitsstörungen hat? Geht es dir um einen Mann oder um ein Kind? Es geht mir darum, dass ich heutzutage das eine nicht brauche, um das andere zu bekommen. Eine Beziehung macht mich nicht zwangsläufig glücklich. Aber ich weiß, dass mich ein Kind glücklich machen wird. Na ja, wenn das deine Entscheidung ist, Claire, dann stehe ich natürlich hinter dir. Lächelnd sah sie in die Augen ihrer Freundin. Das ist lieb von dir. Ja, ich spiele gerne die Babysitterin, Claire, aber ich habe eine Bitte. Die da wäre? Skeptisch schaute sie in die grünen Augen ihrer Freundin. Triff dich mit dem netten Typen, den Julian kennt. Och Liv, protestierte Claire genervt. Sie fand es wirklich lieb, dass ich Liv um sie sorgte, aber eigentlich stand ihr Entschluss längst fest. In den vergangenen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, hatte sie einige Männer kennengelernt, von denen manche sogar richtig nett gewesen waren. Sie hatte einige Beziehungen geführt, die manchmal länger und manchmal kürzer gedauert hatten. Doch niemals war der richtige Mann für sie dabei gewesen. Nie war der Mann dabei gewesen, mit dem sie hätte alt werden können. Bisher hatte sie keinen Mann getroffen, der ein heißes Glücksgefühl oder ein atemloses Sehnen in ihr ausgelöst hatte. Wie es schien, hatte es noch keinen Mann in ihrem Leben gegeben, der sie aus tiefstem Herzen geliebt hatte. Andererseits hatte auch sie noch keinen Mann wirklich geliebt. Zwar hatte sie in ihrem Leben schon mehrere Beziehungen geführt, sechs, um genau zu sein, und in all ihre Freunde war sie verknallt gewesen. Aber noch keinen dieser Männer hatte sie richtig geliebt. Das war weder bei Caleb noch bei Brian so gewesen. Manchmal fragte sie sich, ob mit ihr wirklich etwas nicht stimmte. Sie war immerhin 33 Jahre alt und hatte noch keine tiefe, alles umwälzende Liebe erfahren. Oft hatte sie sich eingeredet, dass sie ihren Freund liebte, doch immer hatte sie einsehen müssen, dass sie sich nur etwas vormachte. Auch bei Brian hatte sie sich eingeredet, dass er vielleicht der richtige Mann für sie sei. Immerhin war er ein toller Mann, mit dem sie viel Spaß hatte, doch tief im Inneren hatte sie gewusst, dass beide einfach nicht zueinander passten. Ihre kurzzeitige Beziehung, wenn man sie überhaupt so nennen wollte, war ein Strohfeuer gewesen, das ziemlich schneller losch als der Alltag Einzug hielt. Für ihren Geschmack war Brian zu wenig ernsthaft und zu sehr auf seinen Spaß bedacht gewesen. Claire hatte sich nicht vorstellen können, mit ihm eine Familie zu gründen, und Brian hatte sich überhaupt nicht vorstellen wollen, sich ernsthaft an eine Frau zu binden. Das Ende vom Lied war eine freundschaftliche Trennung gewesen, die sie positiv überrascht hatte. Brian war bis heute ihr Freund geblieben und hatte sich als verlässlicher Kumpel herausgestellt, auf den sie sich bedenkenlos verlassen konnte. Als ihr letzter Freund Caleb, dieses Arschloch, eine Woche vor ihrem gemeinsamen Umzug befunden hatte, dass er sich von ihr trennen wollte, war Brian zur Stelle gewesen, um ihr eine neue Wohnung zu suchen und ihr beim Umzug zu helfen. Außenstehenden erschien es manchmal befremdlich, dass Claire und Brian noch immer miteinander befreundet waren, aber für beide war es das Normalste der Welt. Sie waren nicht nur die Paten der kleinen Brianna, sondern verstanden sich gut, vielleicht sogar besser als während ihrer Beziehung. Dazu kam, dass Claire, Brians Frau, sehr mochte. Sie hatte sich über die Hochzeit der beiden gefreut und war nicht zu eitel gewesen, ihnen zu gratulieren, als Teddy schwanger geworden war. Claire war Teddy gegenüber nicht eifersüchtig. Wieso sollte sie auch? Beide Frauen verstanden sich sehr gut und waren zu so etwas wie Freundinnen geworden. Es freute sie wirklich, dass Teddy und Brian bald Eltern wurden. Claire war auch nicht eifersüchtig, dass Teddy bald ein Baby bekäme, sondern eher unglücklich über den Zustand, dass sie selbst kein Baby bekam. Denn sie war an einen Punkt gelangt, an den sie sich nichts sehnlicher wünschte als ein eigenes Kind. Immer wenn sie Frauen mit kleinen Babys sah und ein unbeschreibliches Sehnen in ihrem Herzen spürte, sagte sie sich optimistisch, dass sie dies auch noch erleben würde. Doch mittlerweile verschwand ihr Optimismus hinter purer Einsamkeit. Sie befürchtete, dass sie bald keine Chance mehr bekommen könnte, Mutter zu werden und ein Baby zu haben. Leider war kein Freund in Sicht, der sich eine gemeinsame Zukunft und eine Familie mit ihr vorstellen könnte, was Claire sich niedergeschlagen eingestand. Sie fühlte sich manchmal so unglaublich allein. Früher hatte sie keinen Gedanken daran verschwendet, dass sie später einmal allein sein könnte. Für sie hatte Emma festgestanden, dass sie irgendwann einmal Ehefrau und Mutter sein würde. Ihre eigene Kindheit war zwar nicht immer einfach gewesen, da ihre Eltern kaum Geld zur Verfügung hatten und viel sparen mussten, doch die liebevolle Atmosphäre war allgegenwärtig gewesen. Claire war mit einem Elternpaar aufgewachsen, das sich wahnsinnig geliebt hatte. Bis zu dem Zeitpunkt, als ihr Vater bei einem Autounfall umgekommen war und Claire mit zwölf Jahren zur Halbweise wurde, hatte sie gesehen, wie eine glückliche Ehe aussah. Genau das, was ihre Eltern gehabt hatten, hatte sie sich auch für ihr eigenes Leben gewünscht. Natürlich hatte sie sich vorgenommen, dass ihre eigenen Kinder im Gegensatz zu ihr nicht wissen sollten, was finanzielle Sorgen waren und dass sie nicht zusehen müssten, wie ihre eigene Mutter abends mit dem Haushaltsbuch in der Küche säße und verzweifelt rechnete, wie viel Geld ihr für den restlichen Monat noch bliebe. Doch für sie war eine glückliche Ehe mit Kindern eine absolute Selbstverständlichkeit gewesen. Heute sah es ganz anders aus. Heute waren ein Mann und eine glückliche Ehe alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Auch nachdem sich ihr Freund Lance, den sie auf dem College kennengelernt hatte und mit dem sie anderthalb Jahre zusammen gewesen war, von heute auf morgen von ihr getrennt hatte, war Claire immer noch davon ausgegangen, dass der richtige Mann noch käme. Einige Zeit hatte sie sich zwar eingebildet, dass sie in Lance verliebt war und dass er womöglich derjenige wäre, den sie heiraten könnte, doch sie hatte sich lediglich etwas vorgemacht. Zwar hatte Lance sie unglaublich verletzt, doch im Nachhinein war ihr klar, dass er nicht der richtige Mann für sie gewesen war. Genau wie Caleb war er ein egoistischer Mistkerl gewesen, der sie nur benutzt hatte. Seit ihrer Trennung hatte sie nämlich ständig die Befürchtung, nicht gut genug für einen Mann zu sein. Lance hatte ihren bündesten Punkt getroffen und ihr diesen gnadenlos vor Augen gehalten. Die Trennung von Lance war eine schreckliche Zeit gewesen. Nicht, weil sie unter einem gebrochenen Herzen gelitten hätte, sondern weil er ihr eingeredet hatte, nicht gut genug für ihn zu sein. Abgesehen vom Tod ihres Vaters war dies die mit Abstand schlimmste Zeit ihres Lebens gewesen. Sie hatte sich wie ein Lückenbüßer gefühlt und war sich richtig schlecht vorgekommen. Wie jemand, der weniger wert als andere besaß. Vielleicht war diese Erfahrung auch der Kern ihres Problems. Vielleicht strahlte sie irgendetwas aus, das viele Männer dazu bewog, sie lediglich als ein Sexobjekt zu betrachten und das ihr das Gefühl gab, nicht gut genug für eine ernsthafte Partnerschaft zu sein. Wenn Claire jemanden kennenlernte, setzte sie sich selbst unter Druck, indem sie sich einredete, perfekt sein zu müssen, damit jemand sie lieben konnte. Sie wusste selbst, dass dies falsch war. Aber sie konnte die Befürchtung einfach nicht abstellen, in den Augen von Männern an Wert zu verlieren, wenn sie nicht in allen Bereichen auftrumpfen konnte. Sie musste perfekt aussehen, hübsch sowie charmant sein, andere zum Lachen bringen und von allen gemocht werden. Ihr Job war dann nur zweitrangig, da es Männer gab, die davon abgeschreckt waren, wenn sie hörten, dass sie eine erfolgreiche Architektin war und einen sehr gut bezahlten Job hatte. Leider war es trotz aller Fortschrittlichkeit noch immer so, dass Intelligenz bei Frauen auf einige Männer nicht attraktiv, sondern eher bedrohlich wirkte. Claire hatte gelernt, nicht sofort mit der Tür ins Haus zu fallen und beim ersten Treffen nicht zu erwähnen, was sie beruflich machte. Selbstverständlich war dies traurig, wenn nicht sogar erbärmlich, doch Claire war Realistin. Schließlich musste jeder Mensch Kompromisse eingehen, oder nicht? Was hast du zu verlieren, wenn du dich mit ihm triffst? Claire schüttelte ihre Gedanken ab und sah in Livs grüne Augen. Was, mit wem soll ich mich treffen? Sag mal, hörst du nicht zu? Du sollst dich mit dem netten Typen treffen, von dem Julian mir erzählt hat. Er arbeitet in der Marketingabteilung der Titans. Mm-mm, ich hasse Blind Dates. Liv verdrehte die Augen und erhob sich, um die Tomatensauce ein weiteres Mal abzuschmecken, was ein sinnloses Unterfangen war, weil sie nun wirklich nicht kochen konnte. Lächelnd rückte Claire ihrem Patenkind einen Kuss auf das Köpfchen und dachte daran, wie viele liebevoll zubereitete und absolut geschmacklose Gerichte Brianna in ihrem Leben noch über sich ergehen lassen müsste. Die Kleine war erst zwei Jahre alt, daher konnte man sich gut vorstellen, wie viele Jahre sie noch mit den Kochkünsten ihrer Mom leben musste. Mmh, mit dieser Einstellung wirst du nie den richtigen Mann kennenlernen, meine Liebe. Nicht jeder trifft seine große Liebe auf dem College, brachte Claire mühsam hervor und vergrub ihre Nase in Briannas braunem Lockenkopf. Liv konnte ihrer Meinung nach gar nicht nachvollziehen, wie sie sich fühlte. Immerhin hatte sie ihren Mann direkt in der ersten Woche des Colleges kennengelernt und konnte sich sicher sein, dass er noch immer total verrückt nach ihr war. Ja, das vielleicht nicht, seufzte Liv leise. Aber ganz bestimmt ist es einen Versuch wert, einen netten Mann kennenzulernen. Was hast du denn zu verlieren? Trefft euch doch einfach auf einen Drink und ja, ist okay. Claire rümpfte die Nase und verdrehte die Augen. Wenn es dich beruhigter schlafen lässt, treffe ich mich mit ihm. Wunderbar. Zufrieden zinkerte sie ihr zu. Ich werde Julian sagen, dass er seine Telefonnummer besorgen soll. Gott ergeben, nickte Claire. Auch wenn sie kaum meinen Gedanken an dieses Date verschwendete. Sie wusste, dass Liv keine Ruhe geben würde, bis sie nicht eingewilligt hätte, diesen angeblich netten Mann kennenzulernen. Daher sagte sie lieber zu, anstatt sich stundenlanges Palava anhören zu müssen. Wenig später zog sie ihre gefütterte Winterjacke an und verabschiedete sich von ihrer Freundin, sowie von der kleinen Brianna, die Nudeln in den Haaren kleben hatte und ihr einen pustenden Kuss gab, bevor sie unter lauten Indianerschreien ins Wohnzimmer stürmte und den schlafenden Levi weckte. Auch wenn das Chaos im Hause Scott herrschte, wünschte sich Claire doch auch ein solches Familienleben und zog mit einem beklemmenden Gefühl im Magen in ihre eigene Wohnung ab. Das dichte Schneetreiben auf den Straßen New Yorks, die Eiseskälte durch den unbarmherzigen Wind und die winterliche Dunkelheit passten wirklich wunderbar zu ihrer momentanen Stimmung. Normalerweise war sie nicht der Typ für Winterdepressionen oder für irgendwelche anderen depressiven Verstimmungen, aber seit einiger Zeit fühlte sie sich absolut leer und ständig einsam. Da half es nicht einmal, dass sie viele Freunde und einen tollen Job hatte, in dem sie aufging. In ihrer Wohnung angekommen, wurde sie von ihrer getigerten Katze Mia begrüßt, die sich um ihre Beine schlängelte, während sich Claire die mit Schnee bedeckten Schuhe und ihre Jacke auszog. »Hallo, meine Süße«, vorsichtig nahm sie Mia hoch und kuschelte die Katze an sich, bevor sie mit ihr auf dem Arm durch den Flur lief und das gemütliche Wohnzimmer ansteuerte. Sie liebte ihre Wohnung und war Brian von Herzen dankbar, dass er ihr dieses Schmuckstück besorgt hatte, nachdem sie von heute auf morgen ohne Wohnung dagestanden hatte. Es war ihr Glück gewesen, dass er die richtigen Leute kannte, die ihr innerhalb von wenigen Stunden eine traumhafte Wohnung in Soho mit drei Zimmern, einem Kamin und einem Balkon besorgt hatten. Außerdem war die Wohnung auch noch bezahlbar und befand sich in einem ruhigen Haus, das in einer hübschen Seitenstraße lag. Mehr konnte man sich doch gar nicht wünschen. »Hast du mich vermisst?« Sie rieb ihre Nase an Mias seidenweichem Fell und erfreute sich an dem leisen Maunzen, das gleich darauf ertönte. Manchmal brauchte sie ein paar Kuscheleinheiten ihrer Katze und war froh, dass sie Mia hatte. Tatsächlich schien die Katze einen sechsten Sinn dafür zu haben, wann ihr Frauchen ein wenig Aufmunterung gebrauchen konnte. Wenn es Claire nicht besonders gut ging, schlich sich die Katze in ihr Bett und blieb die ganze Nacht. Dass Mia dann bei ihr war, empfand Claire als wunderbar tröstlich und störte sich nicht einmal an den gelegentlichen Blähungen des Fellknäuels, auch wenn sie sich in solchen Momenten eine Gasmaske wünschte. Gerade als sie auf die gepolsterte Fensterbank in ihrem Wohnzimmer zuging, klingelte das Telefon, das Claire mit der linken Hand ergriff und an ihr Ohr hielt, bevor sie sich auf das gemütliche Polster setzte, die Beine hochlegte und sich gegen die kalte Fensterscheibe lehnte. »Hallo?« »Hallo, Schwesterherz!« Claire schnitt eine Grimasse und streichelte das weiche Fell ihrer Katze, die es sich schnurrend auf ihrem Schoß gemütlich machte. »Sabrina, wie geht's?« »Oh, mir geht's super!« »Und wie läuft das Studium?« »Oh, um...« »Das Studium läuft ganz gut!« »Ja, und wie geht es dir?« Mit einem trockenen Lachen schaute Claire auf die nächtliche Straße unter sich und hätte am liebsten den Kopf geschüttelt. Ihre kleine Schwester log, da ihr Studium alles andere als gut lief. Das wusste Claire aus erster Hand. Schließlich stand sie mit Sabrinas Tutor in Kontakt, der erst vor ein paar Tagen ziemlich besorgt geklungen hatte, nachdem sie schon wieder einen Abgabetermin für eine Hausarbeit verpasst hatte. Leider ließ ihre kleine Schwester das Studium schleifen, aus ihrer Mutter das Herz brechen würde. Schließlich steckte sie neben hohen Erwartungen auch alle ihre Ersparnisse in Sabrinas Ausbildung. Eigentlich hatte Claire schon seit ein paar Tagen mit ihrer zwölf Jahre jüngeren Schwester reden wollen, damit sie zur Vernunft kam, und war einerseits froh, dass Sabrina nun von selbst angerufen hatte, da die 22-Jährige alle Klischees von feierwütigen Studenten erfüllte und so gut wie nie in ihrem Studentenheim zu finden war. Andererseits war Claire gerade nicht in der Verfassung, ihrer kleinen Schwester den Kopf zu waschen, da sie sich lieber ein bisschen länger selbst bemitleidet hätte. Sie war gerade in der richtigen Stimmung, um ihr Cello auszupacken und sich mit ein paar komplizierten Musikstücken abzulenken. Jedoch dachte sie an ihre Mom, die nicht in der Lage war, sich mit Sabrinas übersprudelndem und unbesonnenem Wesen auseinandersetzen zu können, weswegen sie schließlich in den sauren Apfel beißen musste. Mir würde es wesentlich besser gehen, wenn mich dein Tutor nicht ständig anrufen würde, weil du deine Prüfungen schmeißt. Seufzte sie und kraulte Mias Nacken. Oh Mann, Claire, beschwerte sich Sabrina sofort. Der Mann übertreibt. Du weißt doch, wie es auf dem College ist. Das Semester ist bald vorbei und dann sehe ich alle meine Freunde eine ganze Zeit nicht mehr. Die wenigen Partys, entschuldige, Sabrina. Aber du bist nie in deinem Wohnheim, wenn ich dich anrufen will, weil du mal wieder auf irgendwelchen Partys bist. Ja, wofür habe ich dann ein Handy? Claire ignorierte die belustigte Frage ihrer Schwester und musste sich zusammennehmen, um nicht sofort auszurasten. Sabrina. Du bist auf dem College, damit du einen guten Abschluss machst und einen guten Job bekommst. Du bist nicht dort, um jeden Tag Partys zu feiern. Du stellst mich als total verantwortungslos und blöd da, Claire. Das ist nicht fair. Das tue ich überhaupt nicht, Schatz, widersprach sie weich. Auch wenn Sabrina es schaffte, sie auf die Palme zu bringen, liebte sie ihre kleine Schwester sehr. Manchmal kam es ihr so vor, als wäre Sabrina nicht ihre Schwester, sondern ihr eigenes Kind. Schließlich war sie mit zwölf Jahren große Schwester geworden und hatte die Kleine gefüttert, gewickelt und im Kinderwagen durch die Gegend geschoben. Sabrina war das absolute Nesthäkchen der Familie und nach dem Tod ihres Vaters von Claire und ihrer Mutter übermäßig umsorgt worden. Da war es eigentlich kein Wunder, dass Sabrina so unbesonnen und manchmal auch gedankenlos handelte. Ja, und warum hackst du dann ständig auf mir herum? Ich möchte doch gar nicht auf dir herumhacken. Immer redest du über dieses Thema, Claire. Ja, weil ich mir Sorgen um dich mache. Farig strich sie sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Ich möchte doch nur das Beste für dich. Du klingst schon wie Mom. Du warst doch auch auf dem College und hattest deinen Spaß. Natürlich. Sie legte den Kopf zurück und unterdrückte ein kleines Lächeln. Selbstverständlich hatte auch sie viele Partys besucht, während sie studiert hatte. Aber im Gegensatz zu Sabrina war sie sich immer bewusst gewesen, dass sie ohne einen Abschluss nicht den Job bekommen würde, den sie sich erträumt hatte, und dass sie ihre Mom enttäuschen würde, die hart gearbeitet hatte, um ihrer Tochter das Studium der Architektur zu ermöglichen. Sabrina dagegen nahm es leider als selbstverständlich an, dass sie studieren durfte. Auch wenn das Geld dafür hart erarbeitet worden war. Von ihrer Mom. Deshalb kapiere ich nicht, weshalb du mich nicht verstehst. Du bist kein Freshman mehr, der das erste Mal von zu Hause weg ist, sondern du bist schon 22 Jahre alt und solltest langsam wissen, was du machen möchtest. Undauernde Partys werden dir sicherlich nicht helfen. Es passte zu Sabrinas naturell, dass sie sich weiterhin sorglos gab. Mach dir keinen Kopf um mich. Ich finde, man sollte das College nicht so ernst nehmen. Bald weiß ich bestimmt, welchen Job ich einmal machen werde. Und du musst dir dann keine Sorgen mehr machen, dass ich dich um Geld anpumpen könnte. Sabrina, seufzte Claire schwer und verdrehte die Augen. Ja, wenn wir schon beim Thema sind, plapperte sie fröhlich weiter. Ich hab dich schon so lange nicht mehr gesehen und würde dich gerne besuchen kommen. Da sie sich erst vor wenigen Wochen zu Weihnachten gesehen hatten, konnte Claire nur raten, dass Sabrina mehr daran interessiert war, das New Yorker Nachtleben unsicher zu machen, als dass sie darauf aus war, ihre ältere Schwester zu besuchen. Natürlich war es für sie praktisch, dass ihre ältere Schwester mitten in New York wohnte und sogar ein Gästezimmer hatte. Normalerweise wäre Claire Feuer und Flamme gewesen, ihre kleine Schwester bei sich zu haben, aber momentan war sie selbst nicht besonders gut gelaunt, weshalb sie darauf verzichten konnte, Sabrina bei sich zu haben, die Claires Alltag sicherlich auf den Kopf stellen würde. Abgesehen davon, dass die Studentin einen Besuch vermutlich nur vorschob, um nicht lernen zu müssen. Das Ende vom Lied war, dass Claire sich mit angeblichen Geschäftsreisen aus der Affäre zog, Sabrina auf ein anderes Mal vertröstete und sich dazu breitschlagen ließ, ihrer kleinen Schwester 300 Dollar für eine neue Snowboardjacke zu überweisen. Nachdem sie die Online-Überweisung getätigt hatte, schlug sie die Beine unter und besuchte die Homepage der Samenbank, von der sie Liv erzählt hatte. Auch wenn sie sich noch völlig euphorisch gegeben hatte, als sie ihrer besten Freundin davon berichtete, musste sie sich doch jetzt eingestehen, dass es verdammt deprimierend war, auf diese Weise nach dem Vater ihres Babys zu suchen. Stimmproben, Haarfarben, Berufsbezeichnungen oder Schriftproben sagten nun einmal nichts über den Charakter eines Menschen aus. Im Grunde wollte sie sich hier nicht umschauen müssen. Sie wollte einen Mann, mit dem sie eine liebevolle Beziehung führen und Kinder bekommen könnte. Niedergeschlagen klappte Claire den Laptop zu und ging zu ihrem Cello-Koffer, der neben dem Wohnzimmerfenster stand. Während sie den Koffer öffnete und den Bogen in die Hand nahm, dachte sie kurz über ihr Gespräch mit Liv nach. Vielleicht war das Date, das sie vorgeschlagen hatte, ja doch ein Volltreffer. Teddy McLaughlin Palmer war immer eine zierliche, beinahe jungenhafte Erscheinung gewesen, die mit einer gärtenschlanken Figur hatte auffahren können, was man momentan nicht von ihr behaupten konnte. Momentan watschelte sie eher durch die Gegend, falls sie es überhaupt schaffte aufzustehen, und ihre Füße konnte sie schon seit Monaten nicht mehr sehen. Die körperlichen Veränderungen setzten ihr jedoch wenig zu. Viel schlimmer empfand sie die Tatenlosigkeiten während der letzten Schwangerschaftswochen, da sie bereits im Mutterschutz war und zu Hause Däumchen drehte. Anders ausgedrückt, ihr war sterbenslangweilig. Heimlich ließ sie sich Quartalsberichte, Geschäftsdaten oder andere Unterlagen zuschicken, damit Brian dies nicht bemerkte. Er fühlte sich ziemlich autoritär auf, seitdem er sie dabei erwischt hatte, wie sie vor lauter Langeweile die Wohnung auf Vordermann hatte bringen wollen, und auf eine Leiter gestiegen war, um das Bücherregal abzustauben. Er war völlig ausgerastet und im Gesicht rot angelaufen, was Teddy faszinierend gefunden hatte, da Brian normalerweise nie die Geduld verlor und dermaßen wütend wurde. Ihr war nichts übrig geblieben, als ihm zu versprechen, solche Aktionen in Zukunft zu unterlassen und sich in der restlichen Schwangerschaft ganz brav zu verhalten. Für ihn hieß dies, dass sie zu Hause auf der Couch liegen, stundenlang fernsehen oder schlafen sollte. Für sie jedoch hieß es, dass sie ihren Stellvertreter in der Geschäftsführung der Titans nervte, ihn ständig anrief, auf der Couch alle Berichte durchging und von zu Hause aus Telefonate mit Geschäftskunden führte, sobald Brian die Wohnung verließ. Teddy fand, dass er es mit seinen Sorgen ziemlich übertrieb. Schließlich war sie eine junge, aktive Frau mit einer geradezu mustergültigen Schwangerschaft, die noch lange nicht in den Mutterschutz, sondern an ihren Schreibtisch gehörte. Die Babys sollten erst in vier Wochen geboren werden und in der noch verbleibenden Zeit hatte sie viel Arbeit erledigen können, die jetzt ihr Stellvertreter übernehmen musste. Auch wenn es peinlich war, dies eingestehen zu müssen, war sich Teddy klar, dass sie ein Kontrollfreak war. Es war ihr entsetzlich schwergefallen, das Zepter aus der Hand zu geben, aber Brian hatte nicht nur sie, sondern die komplette Verwaltungsebene der Titans durch seine ständige Sorge wahnsinnig gemacht. Daher hatte sie es für besser gehalten, ihren Mutterschutz anzutreten, bevor ihre Mitarbeiter in den Streik traten, weil der übernervöse Quarterback und Kapitän des Teams ihnen das Leben erschwerte. Glücklicherweise hatte sich ein perfekter Stellvertreter gefunden, dem sie bedingungslos vertrauen konnte. Immerhin lag ihm der Verein nicht weniger am Herzen als ihr. Mitch Cahill war der perfekte Kandidat für den Posten des General Managers gewesen. Er hatte nicht nur selbst viele Jahre bei den Titans gespielt und war vor Brian, der Quarterback und Kapitän gewesen, sondern besaß das Vertrauen des gesamten Vereins. Teddy wusste, dass sie sich zu 100% auf ihn verlassen konnte. Das Betriebswirtschaftsstudium und die Branchenerfahrung innerhalb der NFL hatten ihr die Entscheidung nicht schwer gemacht. Sogar ihre Mutter, die manchmal zu kritisch war, was Teddys Entscheidungen betraf, war von Anfang an begeistert von dieser Idee gewesen. Zwar schienen alle total begeistert darüber zu sein, dass Mitch wieder im Verein arbeitete, auch wenn es außerhalb des Feldes war, Teddy musste jedoch eingestehen, dass das Nichtstun verdammt frustrierend war. Die Langeweile der letzten Zeit ließ sie mittlerweile ziemlich zickig werden, weswegen Brian heute nicht protestiert hatte, als sie entschieden hatte, den Super Bowl zusammen mit Liv, Julian und einigen anderen Spielern bei den Scots zu schauen. In ihrer Wohnung wäre sie sonst noch die Wände hochgegangen. Und dank Brians Gesundheitswahn, den er während ihrer Schwangerschaft entwickelt hatte, war sie die Befürchtung nicht losgeworden, ihren liebsten Tag des Jahres mit Karotten und Selleriesnacks fristen zu müssen. Oh, sie brauchte Fleisch. Frittiertes Fleisch. Am liebsten mit scharfen Dips und salzigen Crackern. Glücklicherweise konnte man sich bei Liv darauf verlassen, dass sie zu solch besonderen Anlässen das Essen irgendwo besorgen und nicht selbst kochen würde. Daher saß Teddy relativ vergnügt auf der Couch im Hause Scott, hatte einen Teller auf ihrem riesigen Bauch abgestellt und futterte herrliche Chicken Wings, die mit würziger Soße bedeckt waren. Die Blicke ihres Mannes, die zwischen Sorge, Missbilligung und Belustigung schwankten, ignorierte sie und starrte entzückt in den Fernseher, wo gerade eine Berichterstattung des letzten Super Bowls lief, den die Titans gewonnen hatten. Leider hatten sie es in dieser Saison nicht in die Playoffs geschafft. Trotz allem sportlichen Ehrgeiz sagte sich Teddy, dass sie insgeheim froh darüber war. Denn ein Finale in ihrem jetzigen Zustand zu ertragen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Der Stress hätte sie vermutlich ins Irrenhaus gebracht. Da ihr Rücken wie verrückt schmerzte, zog sie sich unter Mühen in eine halbwegs aufrechte Position und drückte dem Running Back Blake, der neben ihr auf der Couch saß, den leeren Teller in die Hand. Hier, hol mir mal bitte ein paar frittierte Bruststücke und Chicken Wings. Oh, und vergiss den Coleslaw nicht, ja? Meinst du nicht, dass du genug hattest? Sie würdigte ihn keines Blickes, sondern erklärte mit überraschend geduldiger Stimme, während sie die Sportsendung verfolgte, Ich unterschreibe deine Gehaltschecks, also beweg deinen vollen Hintern in die Küche. Wie du siehst, fällt es mir etwas schwer, mir mein Essen selbst zu besorgen. Teddy, Schatz. Brian kam mit einer Flasche Bier in der Hand aus der Küche und schaute sie besorgt an. Willst du nicht deine Pause einlegen? Wie wäre es mit einem Glas Tee? Sie kniff ihre Augen zusammen und musterte ihn grantig. Er hatte gut reden. Schließlich sah er nicht wie ein wandelndes Walross aus und konnte sich auch problemlos die Schuhe zubinden, was sie schon seit geraumer Zeit nicht mehr konnte. Natürlich liebte sie ihre Babys, aber ihre eigene Unförmigkeit, ihre Unbeholfenheit und ihre Unberechenbarkeit liebte sie ganz und gar nicht. Beim letzten Wiegen hatte sie 30 Kilogramm zugenommen, obwohl es sich für sie anfühlte, als wären es mindestens 100, während Brian noch immer wie ein strahlender Gott aussah und sich kein bisschen verändert hatte. Das war einfach nicht fair. Es war auch nicht fair, dass er ihr nun das Essen verbieten wollte. Nicht, nachdem sie wegen seines Gesundheitsfimmels monatelang grüne Smoothies und Quinoa als Frittenersatz hatte runterbürgen müssen. Sie war Chefin eines super erfolgreichen Football-Teams und hatte ihre eigenen Spieler bestechen müssen, damit sie ihr ein Stück Pizza abgaben, wenn Brian nicht zugesehen hatte. Nein, irgendwann platzte auch ihr Geduldsfaden. Verdammt! Es war der Superbowl. Sie wollte Chicken Wings. Gerade als sie ihn böse anfunkelte, kam Claire mit Brianna auf der Hüfte ins Wohnzimmer geschlendert, verdrehte mit einem tiefen Seufzer ihre dunkelblauen Augen und schaute Brian kritisch an. Wie immer sah sie wie aus dem Ei gepellt aus, trug ihr wundervolles, rotes Haar zu einem welligen Bob und hatte sich, trotz des zwanglosen Treffens, für ein tailliertes Blusenkleid entschieden, das ihre bombastische Figur hervorhob. Teddy hatte Claire noch nie mit strähnigen Haaren, einem Pickel oder gar mit Augenringen erlebt. Die Ex-Freundin ihres Mannes war immer top gepflegt, modisch gekleidet und kann dennoch nicht auf die Idee, sich wie eine Zicke zu benehmen. Tatsächlich mochte Teddy die rothaarige Schönheit, auch wenn sie zugeben musste, dass sie anfangs kritisch beobachtet hatte, wie Brian auf Claire reagierte, wenn die beiden aufeinandertrafen. Es hatte weniger mit Eifersucht zu tun gehabt, weil sie wusste, dass Brian sie liebte. Aber da Claire nun einmal wie der wandelnde Traum eines jeden Mannes aussah und Teddy eher durch ihre Exzentrik sowie einen flachen Busen auffiel, war sie nervös gewesen. Erleichtert hatte sie sehr schnell festgestellt, dass ihre Sorgen völlig überflüssig gewesen waren. Die beiden waren befreundet und mochten sich. Mehr steckte nicht dahinter. Mittlerweile konnte Teddy entspannt zusehen, wie Brian und Claire plauderten oder sich mit Claire auf einen Kaffee treffen. Hey, wozu soll sie einen Tee trinken, ha? Du trinkst doch auch keinen, Brian. Danke, Claire. Teddy lächelte ihr dankbar zu und erntete ein Zwinkern der rothaarigen Sirene, die Brianna hinunterließ und Blake einen auffordernden Blick schenkte. Jetzt besorg ihr endlich die Chicken Wings, Blake. Dieser Murte zwar, nahm Teddy jedoch den Teller ab und verschwand in der Küche. Ich will doch nur nicht, dass sie sich mit so viel fettigem Zeug vollstopft, protestierte Brian aufgebracht. Du wirst deiner Frau wohl genügend Intelligenz zugestehen müssen, dass sie das selbst entscheiden kann, schnaubte Claire und setzte sich neben Teddy. Ja, das meine ich auch. Sie sah ihn böse an. Du musst nicht über mich sprechen, als wäre ich gar nicht da. Wie du vielleicht bemerkt haben solltest, sitze ich direkt hier. Wie soll ich das bitte schön nicht bemerken? Immerhin schmatzt du wie eine Horde Ferkel. Eine was? Teddy hatte das Gefühl, jeden Moment vor Wut zu explodieren. Doch ihr Göttergatte grinste einfach breit und nahm einen Schluck Bier, während er sie lässig musterte. Da sie wusste, dass Liv rote Soßenflecken auf ihrer strahlend-weißen Wand nicht tolerieren würde, beherrschte sie sich und warf ihm das kleine Schälchen nicht hochkant an den Kopf. Stattdessen rückte sie den zeltartigen Pulli über ihrem Bauch zurecht. Charmant wie immer, urteilte auch Claire neben ihr. Ja, unglaublich charmant, ächzte Teddy und funkelte ihn wütend an. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden, Brian? In den ersten Monaten wolltest du, dass ich so viel wie möglich esse. Und jetzt beschwerst du dich, wenn ich Hunger habe. Okay, okay, ich halte ja schon die Klappe. Stöhnen stellte er seine Flasche beiseite, bevor er aus seinem Pulli schlüpfte und diesen über die Sofalehne legte. Da es draußen verdammt kalt war, hatte Julian den Kamin angeworfen und auch die Heizung hochgestellt. Immerhin lebte ein Säugling im Haus, der gerade von seiner Mom gefüttert wurde, doch für alle anderen war es übermäßig heiß in den unteren Räumen. Auch Teddy merkte, wie warm ihr in dem überdimensionalen Pulli und der riesigen Latzhose geworden war. Sie beneidete Brian um die Mühelosigkeit, mit der er aus dem Pulli geschlüpft war, während sie Hilfe brauchen würde, aus den Klamotten zu kommen. Teddy nagte auf ihrer Unterlippe herum und betrachtete ihren Mann, der in seinen engen Jeans und dem verwaschenen T-Shirt absolut hinreißend aussah. Sie schluckte kurz und verfluchte ihn innerlich, weil er sie so unglaublich scharf machte. Es war ja schon peinlich, da sie eigentlich gedacht hätte, dass eine hochschwangere Frau mit dem Umfang eines Nilpferdes, die in wenigen Wochen zwei Babys bekommen würde, andere Gedanken hegen würde, als den ständigen Wunsch ihrem Mann, die Klamotten vom Leib zu reißen und sich nackt auf ihn zu werfen. Doch leider drehten sich Teddys Gedanken nur noch ums Essen und ums Sex mit Brian. Seit einiger Zeit besuchten sie einen Geburtsvorbereitungskurs, bei dem sich Teddy mit anderen werdenden Müttern austauschte. Die meisten Frauen erzählten, dass sie sich wegen ihrer Schwangerschaft nicht mehr vor ihren Männern auszogen und auch keinen Sex mit ihnen haben wollten, weil sie sich für ihre Körper schämten. Das konnte Teddy wirklich nicht von sich behaupten. Sie hatte sich nie für ihren Körper geschämt und tat es auch jetzt nicht. Ganz im Gegenteil. Auch hätte sie nicht behaupten können, dass sie Brian mit ihrem schwangeren Körper abstieß, schließlich konnte er kaum seine Finger von ihr lassen und war noch schlimmer als sie, was seine ständige Lust auf Sex betraf. Da sie ihn unentwegt anstarrte, drehte er den Kopf in ihre Richtung und schaute sie fragend aus seinen blauen Augen an. Angesichts ihrer roten Wangen schien er sofort ihre Gedanken lesen zu können und schenkte ihr ein schmutziges Lächeln, das ihr ein übermäßiges Kribbeln im Magen verursachte. Er wusste allzu gut, wie heiß sie ihn fand, wenn er sie mit funkelnden Augen ansah und ihr ein solches Grinsen schenkte. Glücklicherweise unterbrach Claire ihre wortlose Kommunikation, bevor Teddy noch auf die Idee kommen könnte, sich tierisch zu blamieren, indem sie sich einfach auf ihren Mann warf. Nichts war schlimmer als unberechenbare Schwangerschaftshormone. Außerdem isst sie für drei, wies Claire ihn auf das Offensichtliche hin. Das ist Schwachsinn, schnaubte Brian und fuhr sich aufgebracht durch sein schwarzes Haar. Unser Arzt hat gesagt, dass das ein Ammenmärchen ist. Sie soll ganz normal essen und ich dachte, du wolltest die Klappe halten, fuhr Teddy ihn an. Claire neben ihr glückster amüsiert und schlug ihre schlanken Beine übereinander. Was Blake, der gerade aus der Küche kam, dazu bewog, Stielaugen zu bekommen und prompt über Livs neuen Teppich zu stolpern. Glücklicherweise verfügte er als Football-Spieler über grandiose Reflexe und fing sich sofort wieder. Es war auch besser für ihn, entschied Teddy. Da sie ihn sicherlich geboxt hätte, wenn er ihre Chicken Wings auf den Boden hätte fallen lassen, Teppich hin oder her. Für jemanden, der sich regelmäßig mit dem widerlichsten Junkfood vollgestopft hat, verteilst du ja geradezu mustergültige Ernährungstipps, mein Lieber. Das nenne ich mal Doppelmoral. Claire schenkte Brian einen amüsierten Blick. Teddy schnappte sich den Teller aus Blakes Händen und griff nach einem Chicken Wing, in den sie herzhaft hineinbiss. Brian gebildet sich mittlerweile fanatisch, empörte sie sich schmatzend. Er macht sogar Saft aus roter Bete und zwingt mich dazu, dieses Zeug zu trinken. Außerdem verbietet er mir Gummibärchen und hat sich ungefähr 20 Bücher über gesunde Ernährung gekauft, mit denen er mir auf den Geist geht. Ihr Göttergatte knirschte mit den Zähnen und beobachtete gereizt, wie sie sich die Finger ableckte. Entschuldige, wenn ich deiner Schwangerschaft etwas Beachtung schenke, mein Schatz. Also ich finde das total süß. Liv kam mit Levi im Arm ins Wohnzimmer und reichte dem bärbeißigen Quarterback das zufriedene Bündel, das er mit professioneller Ruhe an seine Brust schmiegte. Wenn ich bedenke, wie er sich angestellt hat, als Brianna geboren wurde, ist es eine 180-Grad-Wendung. Natürlich findest du das süß, du musst dir ja auch nicht den ganzen Tag anhören, dass du weniger essen sollst, seufzte Teddy und bekam trotz allem Ärger weiche Knie, als sie sah, wie ihr Mann seinen Mund auf Levi's Köpfchen drückte und über den Rücken des Babys streichelte. Der Vollidiot Blake platzte natürlich sofort mit einem wenig schmeichelhaften Kommentar in die Runde und zerstörte ihre gerade aufkommende Zufriedenheit. Naja, Teddy, der arme Rabbit steht halt unter Sexenzug. Wie bitte? Blake zuckte ungelenkt mit der Schulter und setzte sich auf einen freien Stuhl. Ja, er braucht mal wieder Sex. Wenn Frauen so dick sind wie du und keinen Sex mehr haben können... Bevor sie ausrasten konnte, passierten zwei Dinge gleichzeitig. Liv boxte Blake mit voller Wucht gegen den Oberarm und Brian lachte schallend auf. Aua! Benimm dich! schallte Liv ihren Gast. Was denn nicht? Sag doch nur, wie es ist! beschwerte er sich. Glucksend schüttelte Brian seinen Kopf und verriet amüsiert, Blake, ich zerstöre nur ungern deine Vorstellungen von schwangeren Frauen. Aber momentan habe ich mehr Sex als jemals zuvor. Mit Teddy? Bohrte dieser Armleuchter nach und starrte prompt mit riesigen Augen auf ihren Bauch. Mit wem denn sonst? Finster runzelte sie die Stirn und wusste nicht, wem sie lieber eine scheuern würde. Ihrem Mann oder ihrem Running Back? Beide hätten es ganz sicher verdient. Aber wie soll das denn gehen? Mit gespielter Ernsthaftigkeit erklärte Brian seinem Kumpel, ja, Teddy ist ziemlich fantasievoll geworden. Erst gestern hat sie Brian, warnend richtete sie ihre Augen auf ihn. Was denn? Unschuldig hob er seine Schultern in die Höhe, während ein schmutziges Lachen sein Getue Lügen strafte. Wie du weißt, war ich ganz begeistert über so viel Engagement von deiner Seite, mein Schatz. Am liebsten hätte sie Feuer gespuckt und merkte, wie sie knallrot wurde. So, wie wäre es, wenn wir das Thema wechseln? Claire drehte sich zu Teddy und wollte amüsiert wissen, habt ihr euch schon auf Namen geeinigt? Claire hatte das Gefühl, gleich in Tränen auszubrechen und wäre am liebsten aus dem Haus getürmt. Doch die Blöße wollte sie sich nicht geben. Außerdem schämte sie sich für sich selbst. Sie schämte sich, weil sie so furchtbar neidisch war und dieses Gefühl nicht einfach abstellen konnte. Natürlich freute sie sich, dass um sie herum neue Babys geboren wurden. Aber wenn sie Teddy ansah, die diesen riesigen, schwangeren Bauch vor sich hertrug, von ihrem Mann verhätschelt wurde und über Babynamen redete, bekam Claire einen Kloß im Hals und wünschte sich verzweifelt, mit ihr tauschen zu können. Boah, nein, Blake, wir werden unsere Kinder sicher nicht Rocky und Rambo nennen, beschwerte sich Teddy gerade. Welchen Namen habt ihr euch denn ausgesucht? Wollte Liv wissen. Julian und mir gefielen immer biblische Namen. Claire beobachtete, wie Teddy ihre Hände auf den hochschwangeren Bauch legte und kämpfte gegen das überwältigende Gefühl der Sehnsucht an, das sie wieder einmal überkam. Zwar hielt sie sich geflissentlich aus dem Gespräch um die Babynamen heraus, dennoch hieß dies nicht, dass sie nicht selbst schon oft darüber nachgedacht hatte, wie sie ihre Kinder nennen würde. In ihrem Kopf existierte eine ellenlange Liste mit Namen, die sie sich ausgesucht hatte, als sie von Babys geträumt hatte. Mir gefallen Ryan und Riley. Brian legte lächelnd den Kopf schief. Ryan und Riley Palmer. Ryan und Riley McLaughlin Palmer. korrigierte Teddy scharf. Wenn wir sie Ryan und Riley nennen, können sie meinetwegen auch einen Doppelnamen bekommen. Das ist keine Verhandlungsbasis, Brian. Teddy warf ihm einen frostigen Blick zu, den er mit einem breiten Grinsen beantwortete. Blake runzelte die Stirn. Na, dann könnt ihr sie gleich Rocky und Rambo nennen. Nein, erwiderte Teddy mörderisch. Aber wenigstens als Zweitnamen. Die beiden wären die coolsten Kids in der Schule. Das werden sie sowieso sein, behauptete Brian stolz. Und wartet erst einmal ab, wie die Mädchen auf dem College auf die beiden fliegen werden. Oh Mann. Teddy schnitt eine Grimasse, bevor sie Claire und Liv geradezu entsetzt anvertraute. Er hat allen Ernstes meinen Gynäkologen gefragt, ob mit der Penisgröße unserer Babys alles in Ordnung wäre. Haha, hattest du etwa Bedenken, Brian? lachte Liv. Dieser wurde rot und verteidigte sich unwirsch. Was denn, ein Vater will sowas nun mal wissen? Auf dem Monitor sahen sie so klein aus. Dir ist schon klar, dass sie noch wachsen, oder? Haha, Liv. Ich lache mich tot, schnaubte er sarkastisch. Vielleicht hat sich euer Arzt auch geirrt, mutmaßte Blake und streckte seine langen Beine von sich. Vielleicht bekommt er ja doch zwei Mädchen, wenn die beiden Pimmel so klein waren. Wutschnaubend verteidigte Brian seine ungeborenen Söhne. Meine Söhne haben keine kleinen Pimmel, du Arsch! Die kleine Brianna, die friedlich vor dem Fernseher saß und mit ihrer Puppe spielte, hob den Kopf und begann glückselig zu singen Pimmel, Arsch, Pimmel, Arsch, Pimmel, Pimmel, Arsch. Na, wunderbar. Liv erhob sich mit einem frustrierten Seufzer. Brianna wird sicherlich nicht das coolste Kind der Schule, sondern das Kind mit dem schlimmsten Vokabular sein. Danke, Brian! Hey! protestierte er aufgebracht und wurde prompt von seiner Frau unterbrochen. Wenn unsere beiden von dir solche Wörter hören, setzt du dich gefälligst mit meiner Mutter auseinander. Claire lehnte sich zurück und hätte über Briannas Sing-Sang gelacht, wenn sie nicht so furchtbar deprimiert gewesen wäre. Immer wieder musste sie die schwangere Teddy ansehen, die neben ihr auf dem Sofa saß, Chicken Wings futterte und über ihre ungeborenen Babys plauderte. Als sich Brian auf die Sofalehne setzte und eine Hand unter dem Pulli seiner Frau schob, um ihren Bauch zu streicheln, hielt es Claire einfach nicht mehr aus und verschwand in der Küche, in der Julian stand und Gläser spülte. Hey, du spülst? Frohe über die Ablenkung schnappte sie sich ein Handtuch und stellte sich zu ihm. Julian war nicht nur der Mann ihrer besten Freundin, sondern auch ein absolut umgänglicher Typ, mit dem man Pferde stehlen konnte. Also genau der richtige Mensch, um sie von ihrem momentanen Unglück abzulenken. Ja, Liv ist die ganze Woche zu Hause und kümmert sich um den Haushalt, erklärte der blondhaarige Footballspieler mit einem freundlichen Lächeln, als er ihr ein Glas reichte. Deshalb übernehme ich die Hausarbeit an den Wochenenden und an meinen freien Tagen. Perfekte Arbeitsteilung, kommentierte Claire. Liv freut sich sicherlich darüber, hm? Na, warum auch nicht? Er zuckte mit der Schulter. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwann die Wände hochgeht, weil ihr langweilig ist. Auf Dauer würde sie ausrasten, wenn sie sich nur noch um den Haushalt kümmern müsste. Sie hat mir gesagt, dass sie in ein paar Monaten wieder arbeiten möchte. Zum Glück. Verschwörerisch beugte er sich zu ihr hinunter. Dann hat sie wenigstens keine Zeit mehr, ständig zu kochen. Und ich kann das wieder übernehmen. Brianna und ich verzweifeln schon, wenn wir zur Tür hereinkommen und bemerken, dass Liv gekocht hat. Lachend stellte sie das trockene Glas beiseite und nahm sich das nächste. Sag das nicht zu laut, sonst reißt sie dir noch den Kopf ab. Naja, so blöd bin ich nicht. Claire zuckte mit der Schulter. Ich hatte nichts dagegen, wenn sie zurück ins Büro käme. Damit sie die Arbeit abnehmen kann, feikste Julian. Ja, das auch, erwiderte sie. In den letzten Monaten sind so viele Aufträge dazu gekommen, dass wir sie kaum bewältigen können. Ihr Architekten habt vielleicht einen Stress. Sehr komisch. Sie verzog das Gesicht. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du derjenige, der mit einem Schweinslederball über einen Rasen rennt und Millionen dafür kassiert? Lachend nickte er. Ja, glaub mal, wie stressig das ist. Anstatt ihm zu antworten, gluckste Claire lediglich als Antwort. Julian deutete hinter sich. Und was hat dich aus dem Wohnzimmer vertrieben? Gehen dir Blakes Sprüche auf den Keks? Da sie ihm schlecht sagen konnte, dass der Anblick seines besten Kumpels und dessen hochschwangeren Frau zu viel für ihre Nerven war, erwiderte sie schlicht, ach, Football-Experten unter sich. Ich weiß zwar mittlerweile, was der Unterschied zwischen der Offense und der Defense ist, aber wenn es ums Eingemachte geht, muss ich passen. Ha, dabei hat das Spiel nicht einmal angefangen. Kommen die anderen Jungs auch noch? Er schüttelte den Kopf. Nö, sind alle unterwegs oder schauen sich das Spiel im Stadion an. Eigentlich dachte ich, dass Dupree vorbeikommen würde, aber er hat heute Morgen abgesagt. Na, woher kommt's? Sie lehnte sich gegen den Unterschrank und sah ihn interessiert an. Grinsend warf er ihr einen eindeutigen Blick zu. Sarahs Eltern sind zu Besuch in New York, weshalb Dupree ihnen seine ganze Aufmerksamkeit widmet. Dass seine Schwiegereltern in Spee hier sind, macht ihn ziemlich nervös. Wie ich erfahren habe, hat er heute für sie gekocht. Oha. Claire zog beide Augenbrauen in die Höhe. Schwiegereltern in Spee, ja? Ist das schon so ernst zwischen Dupree und Sarah? Oder sie doch ein Blinder mit dem Kröckstock. Es würde mich sehr wundern, wenn er ihr nicht spätestens in einem halben Jahr einen Antrag gemacht hat. Lächelnd schaute Claire auf das Glas in ihren Händen. Das freut mich für Dupree. Das freut uns alle. Ja, sogar Blake gefällt es, dass Dupree eine Freundin hat, auch wenn er es natürlich niemals zugeben würde. Er deutete hinter sich apropos Blake. Ich hoffe wirklich, dass er dich nicht aus dem Wohnzimmer vertrieben hat. Ach, Unsinn. Du kennst mich doch. Was ist überhaupt mit ihm los? Er macht ja ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter, wenn er nicht blöde Kommentare ablässt. Julian gluckste. Blake hat die kühne Hoffnung gehegt, dass meine neue Sportagentin Bobby auch vorbeischauen würde. Ach, warum? Ratlos legte sie den Kopf schief und strich sich eine Haarsträhne hinter das Ohr. Blake ist total verknallt in Bobby. Blake? Verknallt? Ungläubig betrachtete sie Julian und schüttelte verwirrt den Kopf. Ehrlich gesagt kannte sie Blake nur als Elefant im Porzellanladen, der alle Frauen anmachte, die nicht schnell genug das Weite suchten. Zweifellos hatte er einigen Erfolg bei der Frauenwelt, auch wenn er für sie selbst zu stiernackig und gorillahaft war. Sein berühmtes Gesicht, das ein wenig an den jungen Mel Gibson erinnerte, bescherte ihm nach allem, was Claire so hörte, viele wechselnde Bettgefährtenen. Sie selbst behandelte Blake eher wie einen leicht zurückgebliebenen Bruder und ignorierte seine Blicke, die sich regelmäßig an ihren Brüsten, Beinen oder ihrem Po festsaugten. Eine Beziehung mit einem Footballspieler hatte ihr gereicht. Nee, er ist schon seit dem Sommer extrem verknallt in sie, aber sie will nichts von ihm wissen. Ich glaube, er hat ziemlichen Liebeskummer. Da Claire gesehen hatte, wie Blake auf Levi's Taufe vor ein paar Wochen mit Julien's und Liv's Nachbarin geflirtet hatte, bezweifelte sie die Tiefe seiner Gefühle doch ein wenig. Liebeskummer, willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, ich meine es ganz ernst. Zwar überspielt er die Sprüche der Jungs über ihn und Bobby mit irgendwelchen sexuellen Anspielungen, aber du hättest mal sein zerknirschtes Gesicht sehen sollen, als er erfahren hat, dass sie einen neuen Freund hat. Irgendwie fällt es mir schwer, Mitleid mit ihm zu haben. Du weißt doch, wie das ist. Raue Schale und ein weicher Kern. Ptsch, er das mit der rauen Schale kann nicht bestätigen, aber ein weicher Kern? Skeptisch splinzelte sie ihm zu. Zwinkernd nahm er ihr das Handtuch ab und legte es über seine Schulter. Als sein Gesichtsausdruck wieder ernster wurde und sich betroffen verzog, wusste sie schon, was nun folgte. Ach, Julian, Liv hat mir von deinem Date erzählt. Es tut mir leid, dass sich Tony als Niete herausgestellt hat. Dafür kannst du doch nichts, seufzte sie und versuchte sich an einer aufmunternden Miene. Schon vergessen. Resolut schüttelte er den Kopf. Nein, das tut mir wirklich leid. Im Verein schien er ein echt cooler Typ zu sein. Zu cool, vermute ich, wenn ich daran denke, wie er der Kellnerin im Restaurant seine Nummer zugesteckt hat. Oh Mann. Soll ich ihn verprügeln, wenn er mir das nächste Mal über den Weg läuft? Bloß nicht, Claire zuckte mit der Schulter. Es war keine große Sache. Trotzdem habe ich ein schlechtes Gewissen. Wenn du willst, kann ich mich ja weiter umhören. Nein, sei mir nicht böse, aber das Date mit Tony hat mir gereicht, seufzte sie und fand Julians Bemühungen trotz der für sie beschämenden Erinnerung an das katastrophale Date irgendwie süß. Dennoch hatte sie sich vorgenommen, sich nicht ein einziges weiteres Mal verkuppeln zu lassen. Äußerlich war Tony vielleicht ein attraktiver Kerl gewesen, der ihr formvoll Ende aus dem Mantel geholfen hatte, auch wenn sein Blick keine Spur zu lang auf ihren Brüsten verharrt hatte. Aber charakterlich hatte er sich als richtiges Schwein entpuppt. Während des Abendessens hatte er ihr durch die Blume mitgeteilt, dass er keine Beziehung eingehen wolle. Beim Verlassen des Restaurants war ein Zettel mit seiner Telefonnummer heimlich in der Hand der jungen Kellnerin verschwunden und vor der Tür hatte er durchblicken lassen, dass er als Gegenleistung für die Einladung ein bisschen Sex erwartete. Tja, nach diesem Desaster wollte Claire die Finger von allen weiteren Verkupplungsversuchen ihrer Freunde lassen. Du musst mir zugutehalten, dass ich Tony nur oberflächlich kannte. Ich dachte wirklich, dass er ein sympathischer Kerl wäre. Wie gesagt, seufzte sie, kein Problem. Ich hab das Ganze schon vergessen. Hat dir Teddy schon von unserem General Manager erzählt? Gott ergeben hielt sie beide Hände hoch. Nein! Na, Mitch ist klasse, du würdest ihn mögen. Julian! protestierte sie. Nein! Eine amüsierte Stimme erklang hinter ihnen. Was habt ihr beide denn zu bequatschen? Zu allem Überfluss betrat Brian die Küche und legte ihr freundschaftlich einen Arm um die Schulter. Muss ich ihn verkloppen, weil er dich nervt? Musst du nicht. Sie schüttelte den Kopf und wäre dankbar gewesen, wenn Julian einfach die Klappe gehalten hätte, was er natürlich nicht tat. Ich erzähle ihr gerade von Mitch. Oh, Mitch ist super. Brian runzelte fragend die Stirn. Warum erzählst du ihr von Mitch? Der blonde Wide Receiver lehnte sich gegen die Arbeitsplatte seiner Küche und verschränkte die Arme vor der Brust. Eingekeilt zwischen zwei riesigen Football-Spielern kam sich Claire trotz ihrer hohen Schuhe winzig vor. Mitch würde sicherlich gerne mit Claire ausgehen. Meinst du nicht? Suchst du ein Date? fragte Brian beiläufig. Boah, nein, das tue ich nicht, erwiderte sie genervt und schob seinen Arm beiseite. Julian hat sich in den Kopf gesetzt, mich verkuppeln zu wollen, das ist alles. Brian schnappte sich eine Banane von der Anrichte und schielte Mitch ausgehen solltest. Willst du mich verschachern oder was? Sie rückte von ihm ab und beobachtete, wie er ein Stück Banane abbiss und dabei die Nase rümpfte. Brian kennt Mitch schon länger, mischte sich Julian ein. Mitch war vor ihm der Quarterback der Titans und ist vor vier Jahren in Rente gegangen. Jetzt ist er zurück und hat fürs Erste Teddys Posten übernommen. Ja, Solo. Claire zog beide Augenbrauen beinahe bis zum Anschlag nach oben. Noch ein Quarterback? Ohne mich. Hey, Cowen deutete Brian auf sich, was soll das denn heißen? Ich war ja wohl ein Quell der Freude für dich, als wir zusammen waren. Die einen sagen so, die anderen so, schnaubte sie mit einem ironischen Gesichtsausdruck. Claire, du brichst mir erwiderte er grinsend und drückte ihr trotz einiger Proteste einen fetten Schmatzer auf die Wange. Geh, geh und nerv deine Frau, angewidert wischte sie sich über die Wange. Lieber nicht, sonst verweigert sie mir später den Sex. Lass deine arme Frau mal zu Atem kommen. Julian klopfte ihm auf die Schulter, sie bekommt ja bei dir keine Pause. Eigentlich verhält es sich genau anders herum, erwiderte der werdende Vater mit einem anzüglichen Lachen und warf die Bananenschale in den Abfall, bevor er wieder Claire ansah. Ich ruf Mitch an. Hast du etwas an den Ohren? Ich habe Nein gesagt. Habt ich nicht so, entschied er resolut, also nichts ungut, aber Caleb war ein absoluter Waschlappen, das habe ich dir von Anfang an gesagt, du brauchst einen richtigen Mann. Mitch als ehemaliger Football Spieler passt perfekt. Brians jungenhafte Gedankenlosigkeit und das Fehlen jeder Feinfühligkeit waren zwei der Gründe gewesen, weshalb eine Trennung die richtige Entscheidung gewesen war, rief sich Claire zornig ins Gedächtnis, als sie sein großspuriges Lächeln betrachtete. Der arrogante Mistkerl hatte wirklich einen Tritt in den Allerwertesten verdient. Mann, Teddy konnte ja manchmal richtig leid tun. Wenn ich einen richtigen Mann brauche, zischte sie ihm zu, suche ich den Football-Spielern wie dir, Rabbit. Nichts für Ungut, Julian. Der gluckste kein Problem. Wutschnaubend ließ sie ihren Ex-Freund stehen und verließ die Küche. Claire fragte sich allen Ernstes, was sie sich dabei gedacht hatte, sich auf ein weiteres Blind Date einzulassen. Nach der Katastrophe mit Tony aus der Marketing Abteilung der Titans hatte sie sich nämlich geschworen, von Blind Dates die Finger zu lassen. Vermutlich hatte ihr Meinungsumschwung mit ihrer Verzweiflung zu tun, keinen festen Partner an ihrer Seite zu haben. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie vorgestern die Hochzeitseinladung einer verschrobenen Arbeitskollegin bekommen hatte, die es trotz ihrer langweiligen Art, ihrer Gewichtsprobleme und ihres verkniffenen Gesichts geschafft hatte, einen Mann zu finden. Eventuell hatte es damit zu tun, dass sie sich ein Baby wünschte und momentan nur auf eine Samenspende sowie auf eine künstliche Befruchtung zurückgreifen konnte, um sich diesen Traum zu erfüllen. Möglicherweise hat es mit ihrem 34. Geburtstag zu tun, der in sechs Monaten anstand. Und sehr wahrscheinlich hatte es sogar damit zu tun, dass heute Valentinstag war und sie nicht allein zuhause sitzen wollte, um mit Mia eine Quiz-Sendung im Fernsehen zu schauen und dazu Nachos mit Käsedip zu essen. Also hatte sie Julian angerufen, weil sie sich vor Brian keine Blöße geben wollte, indem sie ihn nach der Nummer seines Freundes fragte und weil er zudem gerade mächtig unter Strom stand, da Teddy mit Wehen ins Krankenhaus gekommen war und jederzeit die Babys bekommen könnte. Laut Liv war er so nervös gewesen, als bei Teddy die Wehen einsetzten, dass er hektisch durch die Wohnung gerannt war und sich prompt den Kopf an einem Schrank aufgeschlagen hatte. Julian hatte ihr kommentarlos die Nummer von Mitch Cahill gegeben, woraufhin sie den bereits vorgewarnten Mitch angerufen und sich mit ihm in einer angesagten Bar verabredet hatte, in der sie schon seit einer halben Stunde auf ihn wartete und von Minute zu Minute nervöser wurde. Am Telefon hatte er total sympathisch geklungen, doch nun schien er sie versetzt zu haben. Claire schwankte zwischen Nervosität und Ärger, als ihr Handy aus der kleinen schwarzen Abendtasche hervorzog, die sie passend zu ihrem Outfit ausgesucht hatte. Extra für diesen Anlass hatte sie sich ein neues Kleid gekauft, einfach weil sie das Bedürfnis gehabt hatte, sich besonders attraktiv zu fühlen. Es gab ihr das Gefühl von Selbstsicherheit, wenn sie wusste, dass sie gut aussah. Sie schminkte sich gerne, liebte passende Schuhe zu ihrer Kleidung und hatte einen Haufen Taschen, auch wenn sie manche noch nie benutzt hatte. Es mochte oberflächlich klingen, aber sie legte einigen Wert auf ihr Aussehen. Claire war in bescheidenen Verhältnissen groß geworden und hatte öfter, als ihr lieb gewesen war, Kleidung tragen müssen, die ihre Mutter aus der Kleiderkammer der Kirche besorgt hatte, was natürlich alle Kinder der Schule bemerkt und sie damit aufgezogen hatten. Am schlimmsten war es während der Highschool gewesen. Vor allem die Mädchen mit wohlhabenden Eltern hatten ihr das Leben schwer gemacht, wenn Claire mit deren ausrangierten Klamotten zur Schule gegangen war, die ihre Mutter von der kirchlichen Wohlfahrt als Spende entgegengenommen hatte. Damals hatte sie sich furchtbar geschämt und sich eine moderne und vor allem neue Garderobe gewünscht. Auch die Familie ihres Exfreundes hatte mehr als nur einmal die Nase gerümpft, weil sich Claire keine ordentliche Kleidung hatte leisten können. Den Satz Kleider machen Leute hatte erste Eindruck auch von einer makellosen Erscheinung abhängen. Um einen guten Eindruck auf Mitch Cahill zu machen, hatte sie sich daher ein eng anliegendes, trägerloses Kleid mit einem tiefen, herzförmigen Ausschnitt gekauft, das ihre Brüste eindrucksvoll nach oben schob. Das knappe Cocktailkleid schimmerte in einem dezenten Goldton und passte wunderbar zu ihrem dunkelroten Haar, das sie leicht gewellt trug. Zu dem Kleid hatte sie sich schwarze Highheels angezogen, sich die Fingernägel in einem goldenen Metallikton lackiert und eine schwarze Abendtasche ausgesucht, in der sie lediglich Handy, etwas Geld, einen Lippenstift und ihren Hausschlüssel verstaut hatte. Zwar mochte ihr Outfit grandios aussehen, nichts desto trotz fror sie und saß ein wenig unbequem auf ihrem Barhocker, während sie darauf wartete, dass ihre Verabredung endlich erschien. Sie schaltete ihr Handy an und hätte am liebsten auf ihren rot geschminkten Lippen herumgenagt, als sie sah, dass er sich nicht gemeldet hatte. Mittlerweile wartete sie beinahe seit 40 Minuten auf ihn und war mehr und mehr frustriert. Natürlich hätte sie ihn anrufen können, aber sie wollte auch nicht verzweifelt wirken. Wieso hatte ausgerechnet sie immer ein solches Pech mit Männern? Seufzend lehnte sie den Kopf zurück und sah sich in der exklusiven Bar um, in der glücklicherweise auf jegliche Dekoration zum Valentinstag verzichtet worden war, die man ansonsten überall in der Stadt sah. Junge Paare saßen beisammen, tranken miteinander Cocktails und genossen den Freitagabend, der ganz im Zeichen der Liebe stand. Claire rümpfte genervt die Nase. Das hatte sie nun davon, dass sie sich in den Kopf gesetzt hatte, den Valentinstag nicht ohne Date zu verbringen. Anstatt gemütlich auf der Couch zu sitzen, hatte sie viel Geld und Zeit für ihr Outfit verschwendet und wartete nun wie ein Häufchen Elend in einer Bar auf einen Mann, der vermutlich vergessen hatte, dass er sich mit ihr verabredet hatte. Nichts war erbärmlicher, als am Valentinstag versetzt zu werden und allein in einer Bar zu sitzen. Nicht einmal ein Abend im Pyjama mit einer Portion Nachos und einer Katze auf dem Schoß. Gerade als sie das Handy zurück in ihre Tasche steckte und sich dazu entschied, nach Hause zu fahren, bemerkte sie den dunkelhaarigen Mann, der neben sie an die Bar trat. Claire stockte der Atem, als ihre Augen über seine hochgewachsene Gestalt wanderten, die in einem perfekt sitzenden schwarzen Anzug steckte und an seinem Gesicht hängen blieb, das sich ihr interessiert zugewandt hatte. Schon lange hatte sie keinen derart intensiven und offenen Blick bemerkt. Er schien sie ganz genau zu mustern, ohne die Augen gleich zu ihrem Ausschnitt zu senken und löste damit eine wunderbare Zufriedenheit in ihr aus. Mit trockener Kehle, rasendem Herzen und einer Gänsehaut fragte sie Mitch? Einen winzigen Augenblick hatte sie die Hoffnung, dass er nicken und ihren Valentinstag retten würde. Leider verflog diese Hoffnung wieder, als er den Kopf schüttelte, sich der Bar zuwandte und ein Glas Scotch bestellte. Niedergeschlagen wollte sie nach ihrer Tasche greifen, doch der Unbekannte mit den hellbraunen Augen und den markanten Gesichtszügen drehte sich ihr mit seinem ganzen Körper zu, während er sich gegen die Bar lehnte. Täter ist auch ein Grant? Bitte? Verwirrt sah sie ihm ins Gesicht. Grant. Er hielt ihr eine Hand hin, die Claire ergriff, nachdem sie einen Wimpernschlag lang gezögert hatte. Claire. Er nickte und ließ nach einer kurzen Weile ihre Hand wieder los. Schweigend starrte er sie an und nahm anschließend dem bestellten Scotch entgegen, den der Barkeeper ihm reichte. Claire saß zügerlich auf ihrem Hocker und hatte keine Ahnung, was sie nun tun sollte. Normalerweise war sie nicht derart unentschlossen, was Flirts betraf und bemerkte ziemlich schnell, ob ein Mann an ihr interessiert war oder nicht. Was Grant betraf, war sie sich absolut unsicher. Schließlich schien er nicht der gesprächige Typ zu sein. Vielleicht hatte er auch nur höflich sein wollen und wartete auf seine Frau. Ein kurzer Blick auf seiner Hand sagte er, dass er zumindest keinen Ehering trug. Wann hatte sie eigentlich begonnen, die Hände der Männer nach Eheringen abzusuchen? Sie kam sich immer erbärmlicher vor und wollte nur noch nach Hause gehen. Und wer ist Mitch? Grant hatte sich ihr wieder zugedreht und betrachtete sie fragend. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr Lippenstift verschmierte, fuhr sie sich unwillkürlich über die Lippen, als sie ihm seufzend erklärte, ein Date. Ich nehme an, Sie meinen ein Blind Date? Sonst hätten Sie mich nicht extra nach meinem Namen fragen müssen. Ja, so in etwa, erwiderte sie und fasste nervös nach ihrem Cocktail, den sie in einem Zug lehrte. Wollen Sie noch einen? Er deutete auf ihren mittlerweile leeren Manhattan. Eigentlich hätte sie verneinen müssen, aber die Frustration über den Ausgang ihres Abends siegte, also nickte sie lächelnd. Danke. Nichts zu danken, er gab dem Kellner ein Zeichen. Warten Sie hier auch auf ein Date? Claire starrte auf sein Profil und rutschte nervös auf ihrem Barhocker hin und her. Sie hatte ein Fable für dunkelhaarige Männer und musste zugeben, dass dieses Exemplar ganz besonders gut aussehend war. Im Profil konnte sie seine kantigen Gesichtszüge, den dunklen Teint und die klassische Nase erkennen, die ihm einen sehr männlichen Eindruck verliehen. Sein Gesicht wirkte absolut ebenmäßig und bestach durch ein paar außergewöhnliche Augen, die unter dunklen Brauen lagen und von dichten Wimpern umgeben waren. Nein, erwiderte er schlicht und hob das Glas an die Lippen, die sich in seinem Mundwinkel leicht kräuselten. Da er weiterhin nach vorne starrte und währenddessen aus seinem Scotch Glas trank, wusste Claire wirklich nicht, woran sie war. Sie schluckte und schüttelte über sich selbst den Kopf. Ein paar schöne Augen und ein beeindruckendes Männergesicht ließen sie zu einem schmachtenden Teenie mutieren. Über diese Phase war sie schon längst hinweg. Wenn sie etwas konnte, dann war es das Flirten mit Männern. Also reckte sie ihre Brüste wie zufällig nach vorne und schlug die Beine elegant übereinander. Das höre ich doch gerne, Grant, erklärte sie mit leicht rauchiger Stimme. Damit sicherte sie sich sofort seine Aufmerksamkeit, da er den Kopf langsam in ihre Richtung drehte und sie eingehend musterte. Seine hellbraunen Augen wanderten über ihren ganzen Körper, bevor sie sich auf ihren Mund senkten. Claire blieb ruhig auf ihrem Hocker sitzen, ließ sich von ihm in aller Ruhe anschauen und senkte die Augenlider auf Halbmast, während sie den Kopf ein wenig schief legte und ihn ihrerseits betrachtete. Oh ja, ihr gefiel sehr, was sie sah. Neben einem attraktiven Gesicht konnte Grant mit einem großgewachsenen athletischen Körper auffahren, der in einem geschmackvollen Anzug steckte. Ich dachte, sie hätten ein Date. Seine raue Stimme klang belustigt und interessiert zugleich. Mit einem gespielt gleichgültigen Schulterzucken erwiderte sie lässig. und scheinend wurde versetzt. Hm, Mitch muss ein Idiot sein, murmelte Grant und stellte sein Glas ab. Ja, das denke ich auch, erwiderte sie ruhig und leckte sich unweigerlich über ihre trockenen Lippen. Prompt saugte sich sein Blick an ihren Lippen fest, während sein Gesicht aus Druck härter wurde und er tief einatmete. Claire dagegen hatte Mühe, ein zittriges Ausatmen zu kontrollieren. Seine tiefliegenden Augen wurden dunkler. Was fangen sie mit dem angebrochenen Abend an? Angesichts der dunklen Stimme und dem deutlich erkennbaren sexuellen Interesse merkte Claire, wie ihr Mund trocken wurde und ihr Magen krabbelte. Seit Ewigkeiten hatte sie keinen One-Night-Stand gehabt, da es nun einmal billig war, mit einem Fremden ins Bett zu gehen. Schon lange war sie über ihre leichtlebige Phase hinweg, in der es okay gewesen war, nachts feiern zu gehen und sich auch abschleppen zu lassen, wenn man einen Typen richtig klasse fand. Zwanzigjährige taten 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 Doch Claire war 33 Jahre alt und sehnte sich nach einer festen Beziehung. Frauen, die sich einen gesetzten Ehemann und Babys wünschten, rissen keine fremden Männer in Bars auf, warfen sich ihnen auch nicht wie die schlimmsten Schlampen während des Mardi Gras an den Hals und hielten ihnen ganz sicher nicht ihre Brüste unter die Nase. Warum Claire es dennoch tat, wusste sie nicht. Vielleicht lag es daran, dass Grant verdammt heiß war und von der Sorte Mann zu sein schien, mit der man eine tolle Nacht verbringen konnte, vor allem, wenn man versetzt worden war und generell eine kleine Existenzkrise hatte. Obwohl Claire keine leichtlebige Frau sein wollte, die sich auf einen One-Night-Stand einließ, lehnte sie sich in seine Richtung und lächelte Ich überlege schon die ganze Zeit, was ich mit dem Abend anstellen kann. Haben Sie eine Idee, Grant? Möglich, erwiderte er mit tiefer Stimme und starrte ihr unentwegt ins Gesicht. Sie ließ sie nicht aus den Augen, als sie an ihrem Cocktail nippte, den der Barkeeper soeben vor ihr abgestellt hatte. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen und ein nervöses Flattern machte sich in ihrer Magengegend bemerkbar, als sie möglichst unbefangen fragte, die da wäre? Grant ließ sie einige Momente zappeln, in denen er sie unergründlich anstarrte und sich Claire fragte, ob sie sich nur eingebildet hatte, dass seine Augen mit einem Mal heiß und sinnlich geflackert hätten. Während er zu überlegen schien, schimpfte sich Claire eine absolute Idiotin, da sie damit rechnete, die zweite Abfuhr an diesem Abend zu erhalten. Was hatte sie sich überhaupt dabei gedacht? Einem Wildfremden ein solch eindeutiges Angebot zu machen. Kam sie etwa schon in eine Midlife-Crisis, in der sie sich etwas beweisen musste? Ich hätte tatsächlich eine Idee. Grant legte den Kopf schief und trat dichter an sie heran. Der Duft nach sauberer, männlicher Haut und schwerer Lust stieg ihr in die Nase, als er dicht vor ihr stand und eine Hand auf ihre Hüfte legte. Automatisch spannte Claire ihren Körper an und spürte ein Prickeln, das ihr geradewegs in den Bauch fuhr, während der Puls hektisch in ihrem Hals schlug. Plötzlich mit dieser erotisch aufgeladenen Atmosphäre konfrontiert zu sein, fühlte sich beinahe bedrohlich an. Ach ja? Nur mühsam schaffte sie es, das Zittern ihrer Stimme zu unterdrücken. Grants dunkles Gesicht befand sich genau vor ihrem, als er mit tiefer Stimme vorschlug, warum trinkst du nicht aus? Mach es dir bequem. Grant schloss hinter ihr die Tür zu seinem Hotelzimmer und zog sich seinen Kaschmiermantel aus, den er über einen Ohrensessel legte, der dekorativ im breiten Flur der weitläufigen Suite stand. Claire starrte auf seine ausgestreckte Hand und schälte sich aus ihrem schwarzen Mantel, den sie ihm überreichte, bevor sie zögerlich seine Suite betrat und sich ausgiebig umsah. Glücklicherweise wärmte der Alkohol der beiden Cocktails sie von innen und hatte auch ihre Nerven ein wenig beruhigt, da sie nun doch leichtes Gruppel verspürte, immerhin war sie mit einem wildfremden Mann in seinem Hotelzimmer verschwunden. Da Grant ein wortkarger Mann zu sein schien und nur wenige Sätze von sich gegeben hatte, hatte sich Claires Nervosität auf dem Weg in sein Hotel von Minute zu Minute gesteigert. Merkwürdigerweise verflog diese, als sie die exklusive Suite eines vornehmen Hotels mitten im Manhattan betrat und Grants formvollendete Manieren bemerkte. Darf ich dir etwas anbieten? Er lief zu einer kleinen Bar, die am linken Ende der modern eingerichteten Suite stand und öffnete währenddessen den obersten Knopf seines Hemdes. Bevor er hinter die Bar trat, schlüpfte er aus seinem Sakko und warf dieses über die Lehne einer schwarzen Leder Couch, die gleich neben der Bar stand. Sie hielt ihre kleine Tasche vor ihren Bauch den riesigen Raum, der von Stahl, Glas und den Farben Schwarz und Grau dominiert wurde. Als Architektin maß ihr Blick den dunklen Holzfußboden, die minimalistisch eingehaltene Struktur des Raumes, die breite Fensterfront, die einen spektakulären Blick auf die Lichter der New Yorker Skyline bot, sowie die edlen Möbel und die dezente Beleuchtung an den grau getönten Wänden. Als Frau, mit durchsichtiger Unterwäsche und einem aufgeregten Pochen im Magen, maß sie lediglich das riesige Bett gegenüber der Fensterfront, das den kompletten Raum zu dominieren schien. Jedenfalls wurden ihre Augen wie magisch davon angezogen, so dass sie Mühe hatte, mit ihren hohen Schuhen über den flauschigen Teppich zu laufen, der am linken Ende der Suite ausgelegt war. Ja, ich nehme das, was du trinkst. Er griff nach zwei Scotchgläsern. Ich habe einen Single Malt da. Claire nickte und stellte sich an die Bar. Schön hast es hier. Mir ist die Einrichtung etwas zu modern, aber es passt schon, erwiderte er schlicht und goss jeweils zwei Finger breit ins Glas, bevor er ihr eines reichte. Sie bedankte sich mit geröteten Wangen und beobachtete ihn, wie er einen Schluck nahm und sich dabei sein Adams Apfel bewegte. Er hatte einen kräftigen Hals und eine breite Schulter. Außerdem konnte sie sehen, dass sich unter seinem weißen Hemd ein flacher Bauch befand. Ja, äußerlich gefiel er ihr sehr, wie sie gestehen musste. Der Alkohol brannte ihr angenehm in der Kehle. Gerne hätte sie ihn weiter über die Frist oder auf Geschäftsreise war. Doch ein Blick in seine Augen, die sich verdunkelt hatten und sie über sein Glas beobachteten, hielt sie davon ab. Etwas Smalltalk hätte sie vielleicht lockerer gemacht, überlegte sie, als sie ihre Tasche auf die Bar legte und hektisch nach irgendeinem Spruch suchte, mit dem sie ihre Anspannung hätte niederkämpfen können. Die wenigen One-Night-Stands, die sie während ihrer wilden Studienzeit erlebt hatte, waren nach einem speziellen Schema abgelaufen. Sie war ziemlich angetrunken, in Feierlaune und meistens überdreht gewesen, als sie einen anderen feierwütigen abgeschleppt hatte. Dies konnte sie beim besten Willen jetzt nicht von sich behaupten. Da sie nichts sagte, sondern Grant lediglich anstarrte, übernahm er die angespannte Situation, indem um die Bar herumkam, ihr das Glas wegnahm und sie an sich zog. Claire keuchte leise auf, als er ihr Kinn umfasste und nach oben zog, um sie zu küssen. Mit flatternden Lidern schloss sie die Augen, spürte seinen harten Körper in ihren weichen Kurven und erwiderte seinen Kuss, während ihr Körper plötzlich in Flammen zu stehen schien. Seine starken Hände fuhren über ihren Rücken und legten sich schließlich tief auf ihre Hüften, um diese an sich zu ziehen, während er ihre Zunge in seinen Mund zog und nacheinander an ihren Lippen knabberte. Der Kuss wurde von Sekunde zu Sekunde fordernder und entflammte eine wahre Hitzewelle in ihrem Innern, die alle klaren Gedanken vertrieb. Claire wusste nicht mehr, wo unten und oben war, während die gesamte Luft aus einem Überfall gleich kommen. Nichtsdestotrotz schmolz sie in seinen Armen dahin. Seufzend schmiegte sie sich an seinen Körper, schlang beide Arme um seinen Nacken und küsste ihn leidenschaftlich. Sein Mund schmeckte köstlich nach Mann und seinem erlesenen Scotch, sein herber Geruch nebelte sie beinahe ein, und der harte Körper, in den sie sich presste, verursachte ihr ein gewaltiges Zittern. Mit bebenden Fingern krallte sie sich in seine Schultern. Seine Hände packten fordernd ihre Hüften und rieben über den zarten Stoff ihres enger liegenden Kleides. Prickelnde Hitze breitete sich in ihrem Bauch aus und strömte in jede Nervenzelle ihres Körpers, während ihr Herz rasend schnell schlug. Als er seinen Mund von ihrem löste, um ihr sanft in die Kehle zu beißen, wollten ihr die Knie einknicken. Sein Mund saugte an der zarten Haut ihrer Kehle und biss behutsam in die Stelle zwischen Schlüsselbein und Hals. Claire sah ein paar Sterne vor ihren geschlossenen Augen explodieren und griff automatisch nach hinten, um den Reißverschluss ihres Kleides zu öffnen. Grant schien jedoch etwas dagegen zu haben, da er ihre Hände ergriff und den Reißverschluss selbst nach unten zog. Benommen bemerkte sie, wie er ihr vorsichtig das Kleid abstreifte und anschließend mit seinen Händen ihren beinahe nackten Körper abtastete. Da sie unter dem Kleid keinen BH hatte tragen können, stand sie nur noch in einem winzigen, durchsichtigen Höschen und ihren Schuhen vor ihm. Als er ihre Brüste in beide Hände nahm und gleichzeitig über ihren Mund herfiel, wäre sie beinahe gekommen. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals derart schnell erregt gewesen zu sein. Zitternd knöpfte sie sein Hemd auf und erwiderte gleichzeitig seine heftigen Zungenküsse. Es bedurfte einiger Mühe, ihm das Hemd aus der Hose zu ziehen, doch er half ihr eilig dabei, den weißen Stoff loszuwerden und presste seine nackte Brust anschließend gegen ihre prallen Brüste. Ihre harten Brustwarzen rieben gegen sein dunkles Brusthaar, als sie seine Schulter umfasste und sich leidenschaftlich an ihn klammerte. Seine Haut fühlte sich unter ihren Fingern unglaublich heiß und glatt an. Außerdem ertastete sie feste Muskeln, die ihr den Mund trocken machten. Alle Zurückhaltung und jedes Zögern waren vergessen, als er sie mit einem Mal umfasste und die wenigen Meter zum Bett zurücklegte, auf das er sie legte und sich auf das Bettende kniete, um sich über sie zu beugen und über ihre Brüste herzufallen. Claire klammerte sich mit beiden Händen an der Bettdecke fest, während Grant abwechselnd ihre Brustwarzen in seinen heißen Mund zog. Erstickt strieß sie einen kleinen Schrei aus und wand sich erregt auf dem Bett hin und her. Als seine Hand gleichzeitig zwischen ihre Beine fuhr und sie durch den hauchdünnen Stoff berührte, keuchte Claire auf und presste ihren Kopf in die weiche Bettdecke. Ihr Mund war staubtrocken, als seine Finger unter den Stoff glitten und ihr feuchtes Fleisch fanden. Er berührte mit dem Daumen ihre Klitoris, umkreiste sie langsam und biss gleichzeitig vorsichtig in ihre rechte Brustwarze. Claire ging los wie eine Rakete und hob sich ihm entgegen. Sie stand kurz vor einem Orgasmus und stöhnte frustriert auf, als er von ihr abließ, um ihr Höschen abzustreifen. Am Rande nahm sie wahr, dass sie nun völlig nackt vor ihm lag, da sie auf dem Weg zum Bett ihre Schuhe verloren hatte, während Grant bis auf sein Hemd noch vollständig ihn von sich. Was? Psst, erwiderte sie und verschlang seinen muskulösen Oberkörper mit den Augen. Er besaß seine breite Schulter, einen kräftigen Hals, eine muskulöse Brust und einen flachen Bauch, auf dem sich gut ausgebildete Muskeln befanden. Doch seine Arme wirkten stark und trainiert. Zusammen mit dem dunklen Haar, das auf seiner Brust wuchs und sich über seinen Bauch hinweg verdünnte, wies er alle nur denkbaren männlichen Attribute auf. Claire lief das Wasser im Mund zusammen, während sie sich an seiner Anzughose zu schaffen machte. Sie öffnete den Gürtel sowie den Hosenknopf und zog den Reißverschluss nach unten, bevor sie in seine Augen schaute und etwas Dunkles darin schimmern sah. Ohne ihn aus den Augen zu lassen, zog sie ihm die Hose samt Boxershorts hinunter und wartete einen kurzen Augenblick, bis er seine restliche Kleidung weggetreten hatte. Beide waren nun nackt und starrten sich eingehend an. Claire streckte die Hand nach seiner Erektion aus und nahm die beeindruckende Länge in die Hand, um sie prüfend zu umfassen. Sein Stöhnen klang wie Musik in ihren Ohren. Schließlich wollte sie ihn ebenso erregen, wie er es bei ihr getan hatte. Sie kniete sich auf das Bett, presste ihren Mund auf seinen kräftigen Hals und schmiegte ihren nackten Körper gegen seine heiße Haut, während sie seinen Penis massierte, über seine gesamte Länge pumpte und die seidenweiche Spitze mit ihren Daumen streichelte. Als seine Hände ihren nackten Po umfassten und sie gegen seinen harten Körper zogen, geriet seine Erektion zwischen ihre beiden Körper und presste sich gegen die weiche Haut ihres Bauches. Angesichts der Hitze, die er verströmte, zuckte Claire über die empfindliche Stelle seiner Kehle. An seinem heiseren Atmen, der stahlharten Erektion in ihrer Hand und seinem rasenden Herzschlag an ihrer Brust bemerkte sie, dass er ebenso erregt war wie sie. Seine Hände glitten über ihre nackte Haut und schoben sich zwischen ihre Körper, um ihre Brüste, ihren Bauch und ihr feuchtes Fleisch zu berühren. Gleichzeitig fanden sich ihre Münder zu einem heißen Kuss, der Claire völlig verwirrte, weil sie nicht verstand, wie nah sie sich jemandem fühlen konnte, den sie gar nicht kannte. Vor zittriger Erregung merkte sie kaum, wie er sie auf den Rücken legte und sich zwischen ihre Beine schob. Auch wusste sie nicht, wo er das Kondom her hatte, das er über seine große Erektion zog. Doch als er sich über sie lehnte und mit seinem steinharten Penis in sie eindrang, konzentrierte sich ihr ganzes Sein auf die Stelle in ihrem Innern, die bei jedem seiner harten Stöße elektrisierend prickelte und sie stöhnen ließ. Immer wieder versank er tief in ihr, massierte ihr weiches Fleisch, dehnte sie und fand einen erregenden Rhythmus, der ihr den Atem nahm. Sie klammerte sich an ihn, schlang ihre Beine und seine schmalen Hüften und spürte seinen heißen Atem auf ihrem Gesicht. Als sie ihm den Mund entgegen streckte, gehorchte er und gab ihr einen tiefen Kuss, der sie keuchen ließ. Claire grub ihre Finger an seine kräftige Schultermuskulatur und spürte, wie seine Hände ihren Po umfassten. Augenblicklich durchfuhr sie ein heißer Schauer, da er noch tiefer und fester in sie eindrang. Jeden Stoß spürte sie bis in ihre Zehen und erbebte vor lauter Lust, die sie wimmern ließ. Stöhnen zuckte sie und biss ihm beinahe in die Lippen, während er hart in sie eindrang und ein prickelndes Ziehen in ihrem Unterleib verursachte, das sich in ihrem ganzen Körper ausbreitete. Er stieß ein lautes Stöhnen aus und grub seine Zähne in ihre Schulter. Claire schnappte heftig nach Luft, während sich ihr feuchtes Fleisch explosionsartig um seinen harten Penis schloss. Ein heißes Gefühl der Lust schoss ihr so schnell durch die Adern, dass sie keinen Gedanken mehr fassen konnte, sondern ihn zuckend umfasst hielt, während er hart und schnell in sie stieß. Sie schrie auf und hörte, dass er tief aufstöhnte und spürte sein heftiges Pulsieren in ihrem Körper, kurz bevor er sich auf die Seite fallen ließ und heftig atmend neben ihr lag. Claire ging es nicht anders. Sie zuckte und zitterte, keuchte vor Erschöpfung und rang nach Atem, während ihr die Ohren klingelten. Das war mit Abstand der intensivste Orgasmus ihres Lebens gewesen, überlegte sie erschöpft und bebend. Und von dem Mann, der ihn ihr beschert hatte, kannte sie lediglich den Vornamen und die Kondunkengröße. Alles okay. Langsam drehte sie den Kopf nach links und starrte in Grants Gesicht, das mit geröteten Wangen und leicht verschwitzt absolut jungenhaft wirkte. Seine harten Gesichtszüge waren gemildert, während seine hellbraunen Augen einen satten Schimmer aufwiesen. Angestringt nickte sie und merkte erst jetzt, dass ihre Beine noch immer miteinander verschlungen waren. Stöhnend legte Grant den Kopf zurück und schob ihr einen Arm unter den Nacken. Gut. Claire war eine exzessive postcoitale Kuschlerin und hätte sich nur zu gerne an ihn geschmiegt, aber dies hätte sicherlich den Rahmen eines zwanglosen One-Night-Stands gesprengt. Daher blieb sie einfach neben ihm liegen und überlegte erschöpft, was er nun von ihr erwartete. Wollte er, dass sie sofort ging? Sie hatte wirklich keine Ahnung von dem Mann, der nackt neben ihr lag. Okay, er küsste gut, sah nackt einfach göttlich aus und hatte einen exzellenten Scotch-Geschmack. Ihre Liste konnte sie unbesehen erweitern. Als sie sich zögerlich erheben wollte, lernte sie eine weitere Seite an ihm kennen. Er verfügte anscheinend über ungeahnte Reserven, da sich Claire schneller als gedacht auf ihm befand und einen zweiten grandiosen Orgasmus erlebte. Es wurde sogar noch intimer, als sie mitten in der Nacht zusammen duschten und sich unter dem prasselnden Wasser gegenseitig berührten. Ein dritter Orgasmus folgte, der Claire an den Rand des Wahnsinns trieb. Grant blieb die ganze Zeit ziemlich wortkarg, auch wenn seine Berührungen und seine Küsse alles andere als gefühllos waren. Aus ihm wurde sie einfach nicht schlau und gab es auf, sich Gedanken über ihn zu machen. Dass er sie nicht einmal aus seinem Zimmer warf, als sie schließlich zu erschöpft für eine weitere Runde Sex waren, rechnete sie ihm hoch an. Doch als sie um sechs Uhr morgens wach wurde und auf den nackten Mann neben sich schaute, der auf dem Bauch lag und ihr das im Schlaf unschuldig wirkende Gesicht zugewandt hatte, wollte sie nicht wissen, wie er sich verhielt, wenn er aufwachte und sie in seinem Bett vorfand. Für beide war es nur ein unbedeutender One-Night-Stunt gewesen. Also schlich sie aus seinem Bett, zog sich leise wieder an und verschwand auf nackten Sohlen aus seiner Suite. Ein klein wenig schiebig kam sie sich schon vor, als sie nur halb angezogen und mit ihren Schuhen in der Hand einem Zimmermädchen begegnete. Aber Claire wäre nicht Claire gewesen, wenn sie nicht würdevoll die Nase in die Luft gereckt und mit aufrechtem Gang im Fahrstuhl verschwunden wäre. April Och, Brianna, Mami hat dir gesagt, dass du Mia nicht ärgern sollst. Liv schüttelte frustriert den Kopf und beobachtete ihre kleine Tochter misstrauisch, die auf dem Wohnzimmerteppich ihrer Tante Claire saß und ein unschuldiges Gesicht aufgesetzt hatte, während sie die Hand nach Mias Schwanz ausstreckte. Brianna! Mia verschwindet, wenn es ihr zu bunt wird, erklärte Claire erschöpft und legte die Wärmflasche, die Liv ihr netterweise gemacht hatte, zurück auf ihren revoltierenden Magen. Gleichzeitig griff sie nach den kalten Tüchern auf ihrer Stirn und schloss gequält die Augen. Nachdem sie sich heute schon zum zweiten Mal übergeben hatte, spielte auch ihr Kreislauf nicht mehr mit. Sobald sie sich aufsetzte, drehte sich der Raum um sie herum und sie sackte zusammen. Auf der Couch zu liegen und die Beine über die Lehne hängen zu lassen, erschien ihr um einiges sicherer. Seit drei Tagen war sie krank geschrieben, nachdem sie mitten in einer Präsentation vor einem Kunden ohnmächtig geworden war. Um sich abzulenken, fragte sie Liv mit trockenem Mund, wo hast du Levi gelassen? Liv setzte sich auf den Rand der Couch und griff ungefragt nach Claire's Tüchern, die sie mütterlich neu faltete und ihr auf die Stirn legte. Joey entstattet Brian und den beiden Jungs einen Besuch ab. Er hat Levi mitgenommen, um eine Männerrunde zu veranstalten, wie er großspurig erklärte. Teddy musste in den Verein fahren, weil bald der Draft ansteht und neue Spieler gescoutet werden müssen. Daher ist Brian mit George und Scott allein zu Hause. Wieso wollte Brianna nicht mit Julian gehen? fragte Claire leise und unterdrückte einen Würgereiz. Sie folgt ihm doch sonst überall hin. Ich glaube, sie hat die Nase voll von schreienden Babys, erwiderte Liv amüsiert und tätschelte Claire die Hand. Levi hat eine anstrengende Trotzphase und bröt ständig, wenn ihm etwas nicht passt. Na ja, die Zwillinge sind ebenfalls kleine Schreihälse und benehmen sich wie fordernde Diktatoren, weshalb Brianna lieber mit mir kommen wollte. Claire schluckte und fragte schwach. George und Scott waren total genügsam, als ich sie beim letzten Mal besucht habe. Die beiden haben die ganze Zeit geschlafen und sich nicht einmal an den lauten Stimmen ihrer Besucher gestört. Teddy musste sie vor ein paar Tagen abstillen, weil sie keine Milch mehr hatte. Seitdem schreien die beiden wie am Spieß, wenn man Brian glauben will. Oh je, seufzte Claire und versuchte sich auf der Couch so bequem wie möglich zu machen. Das war jedoch kaum möglich, wenn man das Gefühl hatte, sich alle fünf Minuten übergeben zu müssen und wenn sich der Kopf wie nach einer wilden Achterbahnfahrt drehte. Als Liv nichts mehr sagte, sondern ihr stumm die Hand streichelte, öffnete Claire müde ihre Augen und starrte in das besorgte Gesicht ihrer besten Freundin. Im Hintergrund konnte sie hören, wie Brianna mit lispelndem Stimmchen auf Mia einredete, während vor der Haustür ein Auto hupte. Wenn nur diese widerliche Übelkeit nicht wäre, hätte sie wenigstens schlafen können. Nicht lange, nur ungefähr einen halben Monat oder so. Warst du bei einem Arzt? Du siehst gar nicht gut aus. So blass kenne ich dich überhaupt nicht. Was so dem ist dein Gesicht total eingefallen? Wann hast du zum letzten Mal etwas gegessen? Oh, bitte red nicht vom Essen, stöhnte Claire und presste eine Hand gegen ihren Magen. Claire, ich mache mir Sorgen. Das musst du nicht, seufzte sie. Mir fehlt nichts. Dann schau mal in einen Spiegel, schnaubte Liv ruppig. Ja, vielen Dank. Claire lehnte den Kopf zurück und stieß den Atem aus. Du weißt, wie du mein Ego aufbauen kannst. Das frustrierte Seufzen ihrer Freundin zerrte an Claires Nerven. Du siehst wirklich nicht gut aus, Claire. Ich möchte, dass du zu einem Arzt gehst und dich untersuchen lässt. Sie schluckte und erklärte mit zittriger Stimme, ich glaube, ich bin schwanger, Liv. Was? Die Hand, die gerade noch ihre gestreichelt hatte, erstarrte augenblicklich. Du bist schwanger? Seit wann? Bist du dir sicher? Von wem ist es? Warst du bei dieser Samenbank? Claire, du hast doch nicht... Moment mal. Vorsichtig schob sie Livs Hand beiseite und nahm die feuchten Tücher von ihrer Stirn, um sie auf den Boden neben der Couch fallen zu lassen. Wie in Zeitlupe setzte sie sich vorsichtig auf und lehnte sich langsam gegen die Couchlehne. Ihr war noch immer furchtbar schlecht und schwindelig und dennoch wollte sie dieses Gespräch nicht unbedingt im Liegen führen. Sie atmete tief durch und legte ihre Hände auf die Wärmflasche, gemacht. Couch hielt sie eine Hand in die Höhe und ließ diese wieder fallen. Er war positiv. Als sie das Gesicht hob, bemerkte sie die absolute Verwirrung auf Livs Gesicht und konnte es ihr nicht einmal verübeln. Schließlich war sie selbst schockiert gewesen, als sie auf das verfärbte Pluszeichen gestarrt hatte. Die Ohnmacht vor drei Tagen hatte sie dem schwülen Frühlingswetter zugeschrieben und dem Hühnchensalat ihrer Arbeitskollegin die Schuld an ihrer ständigen Übelkeit gegeben, bis ihr eingefallen war, dass sie längst überfällig war. Anfangs hatte sie panisch gedacht, dass ihr Schwindel, ihre Müdigkeit, das Ausbleiben ihrer Periode und ihre Übelkeit Symptome einer Menopause sein könnten. Schließlich wäre sie nicht die erste 33-Jährige, die so früh in die Wechseljahre kam. Doch dann hatte sie an den Valentinstag denken müssen. Du wolltest mir doch für einen Samenspender entschieden hättest, sagte Liv sanft und tätschelte ihr aufmunternd das Knie. Ich wäre doch bei dir gewesen. Heftige Röte stieg Claire in die blassen Wangen und sie verschränkte die Finger ineinander. Ich war bei keiner Samenbank, Liv. Aber wie bist du dann schwanger geworden? Trotz ihrer akuten Übelkeit musste Claire glucksen und schaute in Livs verwirrtes Gesicht. Na ja, wie bist du denn es ja nicht? Aus Livs verwirrtem Gesichtsausdruck wurde ein fröhliches Lächeln. In der letzten Zeit war so viel los, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass du dich mit jemandem triffst? Warum hast du mir denn nichts von ihm erzählt? Mit einem tiefen Seufzer starrte Claire an ihre Wohnzimmerdecke und holte Tiefluft. Ich treffe mich mit niemandem, Liv. Meine Schwangerschaft war ein Unfall. Ein Unfall. Nervös sah Claire zur kleinen Brianna, die auf ihrem Teppich lag und fröhlich Mias Tennisball hin und her rollen ließ. Mia dagegen beobachtete aus ehrfurchtsvoller Entfernung, was der braune Lockenkopf mit ihrem Tennisball anstellte. Claire hatte Liv nichts von der Nacht im Hotelzimmer erzählt, weil es ihr im Nachhinein peinlich gewesen war, dass sie aus lauter Frust mit einem Fremden abgezogen war und einen grandiosen One-Night-Stand erlebt hatte. Auch wenn der Sex großartig gewesen war, hatte sie sich tagelang wie eine Schlampe gefühlt und jede Erinnerung an den Ausgang ihres Valentinstages ausgeblendet. Da ihr Blind Date Mitch Cahill anscheinend in einem anderen Lokal auf sie gewartet und ebenfalls gedacht hatte, dass er versetzt würde, hatte Liv natürlich gewusst, dass sie sich nicht mit ihm getroffen hatte. Claire hatte behauptet, dass sie nach einer halben Stunde Warterei wieder nach Hause gegangen wäre. Von dem dunkelhaarigen Grant oder der Nacht in der Hotelsuite hatte Claire kein Wort verloren. Bis gestern hatte auch Claire fest damit gerechnet, nie ein Wort über jene Nacht verlieren zu müssen. Ein Blick in Livs fragende Augen sagte ihr jedoch, dass sie sich dies abschminken konnte. Vorsichtig nahm sie den Becher Kamillentee, der auf dem Couchtisch gestanden hatte, in ihre Hände und nippte vorsichtig an dem mittlerweile lauwarmen Tee, der ihren Magen beruhigen sollte. Sie starrte in das klare Gebräu und presste ihre Lippen für einen Augenblick zusammen. Ich hab dir doch erzählt, dass ich am Valentinstag nach Hause gegangen wäre, nachdem ich vergeblich auf Mitch gewartet hatte. Das hast du? Erwiderte Liv schlicht und fuhr sich kurz über den Oberschenkel. Claire rümpfte die Nase, das war nicht ganz die Wahrheit. Ach, mhm, seufzend nahm sie einen weiteren kleinen Schluck. Ich hab in der Bar jemanden kennengelernt. Wir hatten Sex und jetzt bin ich schwanger. Als sie den Blick wiederhob, bemerkte sie, dass Liv sie aus einer Mischung aus Entsetzen und Faszination ansah. Willst du mir sagen, dass du mit einem fremden Mann ungeschützten Sex hattest? Claire! Müde schloss sie die Augen. Mann, denkst du ehrlich, dass ich so dämlich wäre? Das Kondom muss gerissen sein. Oh, scheiße, Claire! Zerknirsch drückte Liv ihr Knie. Es tut mir leid. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Du weißt schon, du wolltest ein Baby haben, deshalb dachte ich... Naja... Claire holte zitternd Luft und blickte ihrer besten Freundin ins Gesicht. Liv, was soll ich tun? Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ach, Schatz! Mitleidig verzog sich ihr Gesicht. Ja, du wolltest doch ein Baby bekommen, oder nicht? Doch, brachte sie hervor und brach prompt in Tränen aus. Aber nicht so. Ich hab mir selbst etwas vorgemacht. Claire! Liv rutschte neben sie und legte ihre Arme um sie. Jetzt mach dich nicht so fertig. Das renkt sich alles wieder ein. Wie denn? Ihre Schultern bebten, während sie lautlos weinte. Natürlich will ich ein Baby haben. Aber ich will es nicht allein bekommen. Und ich wollte nicht durch einen One-Night-Stand schwanger werden. Sie vergrub ihr Gesicht an Livs Schulter und war ihr ehrlich dankbar für das beruhigende Streicheln ihres Rückens, während sie sich die Augen aus dem Kopf weinte. Du bist doch nicht allein, murmelte Liv tröstlich. Wir sind alle für dich da, Claire. Das meinte ich nicht. Ich weiß. Wenigstens ihr konnte sie sagen, wie verzweifelt sie sich momentan fühlte. Auch wenn sie ihr wiederholt gesagt hatte, dass sie keinen Mann brauchte, um ein Baby zu bekommen, hatte sie gerade eine Mordsangst und fühlte sich schrecklich allein. Sie wollte dieses Baby haben und war gleichzeitig niedergeschmettert über die Art, wie es gezeugt worden war. Es würde keinen Vater haben. Daran hatte sie bisher keinen Gedanken verschwendet und konnte jetzt nicht aufhören, darüber nachzudenken. Was sollte sie ihrem Kind einmal sagen? Dass sie von seinem Vater nichts wusste, als nur den Vornamen? Und seine Vorliebe für Sex unter der Dusche? Oh Gott, sie kam sich so billig vor. Was würden ihre Freunde denken? Und was würde ihre Mom sagen? Liv drückte ihr einen Kuss auf die Schläfe. Komm bitte, hör auf zu weinen. Ich kann nicht, schluchzte sie. Von einem One-Night-Stand schwanger zu werden ist erbärmlich. Mit einem Kopfschütteln bemerkte Liv ruhig, nein, du bist weit davon entfernt, erbärmlich zu sein. So wollte ich kein Kind bekommen, Liv. Ich weiß, ich habe mich ganz lässig gegeben und behauptet, keinen Mann zu brauchen, aber das stimmt nicht. Ich möchte mein Kind nicht allein aufziehen. Dann ändere etwas daran und triff dich mit dem Mann. Du wirst es ihm sowieso sagen müssen. Liv, sie löste sich von ihr und fuhr sich über ihr verheultes Gesicht. Ich kenne ihn nicht. Liv lächelte aufmunternd, das kannst du doch ändern. Kann ich nicht, ihr Kind zitterte unaufhörlich. Ich kenne nur seinen Vornamen und weiß nicht einmal, wo er wohnt. Wir sind in sein Hotelzimmer gegangen. Sie schluchzte auf. Pragmatisch, wie Liv nun einmal war, zuckte sie mit der Schulter. Hotels haben Gästelisten. Sie werden dir seinen Namen sagen können. Oh Gott, Liv. Sie schniefte und merkte, wie ihr wieder übel wurde. Was soll ich denn sagen? Dass ich einen Gast suche, mit dem ich vor zwei Monaten dort Sex hatte? Dass sie mir seinen Namen sagen müssen, damit ich weiß, wie der Vater meines Kindes heißt? Wenn du möchtest, rufe ich dort an. Liv lächelte weich und fuhr ihr über die Tränen nasse Wange. Claire atmete zittrig ein. Was soll ich bloß meiner Mom sagen? Sie wird am Boden zerstört sein. Ach, Unsinn, widersprach Liv. Du bist nicht die erste und ganz sicher nicht die letzte Frau, die ungeplant schwanger wird, weil sie zwanglosen Sex hatte. Jetzt mach dir bitte keine Sorgen. Wie soll das gehen? Claire fasste sich an die Stirn und biss auf die Innenseite ihrer Wange. Liv drückte sie aufmunternd. Selbst unter diesen Umständen solltest du dich freuen, Claire. Du wolltest so gerne Mutter werden und wirst nun tatsächlich ein Baby bekommen. Das aufgeregte Flattern in ihrem Bauch, das sogar diese scheußliche Übelkeit vertrieb, ließ sie zittrig lächeln. Ich freue mich auch, Liv. Es ist nur, lass das nur weg. Du bekommst ein Baby, fiebte Liv aufgeregt und strahlte sie an. Das ist ein Grund zur Freude. Ja, ich kann es gar nicht fassen und freue mich so. Angesichts von Livs strahlendem Lächeln und ihrer feuchten Augen bekam Claire weiche Knie und konnte nichts gegen das ehrliche Lächeln auf ihren Lippen tun. Sie wusste nicht, was mit ihr los war. Einerseits verspürte sie ein solches Glücksgefühl, wie sie es niemals zuvor erlebt hatte. Aber andererseits schien nur der kleinste Gedanke daran, das Baby völlig allein zu bekommen, sie in tiefste Depressionen zu stürzen. Sie atmete tief durch und legte eine Hand auf ihren noch flachen Bauch. In der letzten Zeit hatte sie begonnen, sich damit abzufinden, dass sie vermutlich niemals ein Kind bekommen würde. Doch nun, völlig unverhofft, war sie schwanger und erwartete tatsächlich ein Baby. Vielleicht war es wirklich nicht besonders günstig, dass sie ledig war und keinen Kontakt zum Vater ihres Kindes hatte. Nichtsdestotrotz sollte sie sich darauf konzentrieren, was momentan wichtig war. Und das war ganz sicher ein gesundes und glückliches Baby zu bekommen. Eine Woche später hatte Claire endlich einen Termin bei einer Frauenärztin und stand nervös vor der Sprechstundenhilfe, die ihre Angaben überprüfte und in den Computer eingab. Sie hoffte sehr, dass sich die junge Blondine beeilte, da Claire das Gefühl hatte, jeden Moment umzukippen. Ihr Kreislauf machte momentan ständig schlapp und warf sie regelmäßig aus den Schuhen. Heute war es nicht anders. Allein der Weg in die noble Praxis in der Upper East Side, die Liv ihr empfohlen hatte, war ziemlich anstrengend und nervenaufreibend gewesen. Natürlich hätte sie weiterhin zu ihrer Frauenärztin gehen können, aber die gute Frau hatte ihr bereits einen religiös angehauchten Kommentar reingewirkt, als Claire vor einigen Monaten hatte durchblicken lassen, dass sie über eine Samenspende nachdachte. Claire hatte sich nicht viel dabei gedacht, als die grauhaarige Ärztin mit dem verkniffenen Mund über Jesus Ansichten zu Kindern schwadronierte, aber der Gedanke, dass sie sich womöglich vor dieser anscheinend fanatisch-religiösen verteidigen müsste, weil sie ledig war und allein ein Baby bekam, hatte Claire zu der Einsicht kommen lassen, eine andere Frauenärztin aufzusuchen. Eigentlich hatte sie schon vor zwei Jahren die Ärztin wechseln wollen, als diese sie wegen ihrer Intimrasur misstrauisch angestarrt hatte. Eigentlich sollte man doch denken, dass eine Frau, die in der modernsten Stadt der Welt lebte, nicht die Nase über eine rasierte Vagina rümpfen würde. Doch Dr. Keller hatte sie angeschaut, als hätte sie Inzucht mit dem Teufel höchstpersönlich getrieben. Da Claire einen ziemlich perversen Sinn für Humor besaß, hatte sie sich nicht weiter daran gestört. Falls Gott etwas gegen Intimrasuren haben sollte, hätte er den Rasierer vermutlich nicht erfunden. Jedenfalls war das Claires pragmatische Überlegung gewesen. Miss Harris, ich würde Ihnen gleich etwas Blut abnehmen, damit wir ein eindeutiges Testergebnis haben. Die junge Blondine warf ihr ein kleines Lächeln zu, dass Claire sofort beruhigte, auch wenn ihr Magen immer noch rummorte und ihr eine höllische Übelkeit bescherte. In den letzten Tagen hatte sie beinahe die ganze Zeit im Liegen verbracht und kaum ein Bissen bei sich behalten. Sie schluckte. Darf ich mich bei der Blutabnahme hinlegen? Momentan bin ich etwas wackelig auf den Beinen. Oh, machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich sofort um Sie. Vielen Dank. Keine Ursache. Die Sprechstundenhilfe reicht dir einen Ausfüllbogen. Hier, setzen Sie sich doch schon einmal ins Wartezimmer und füllen diesen bitte aus. Ich komme in ein paar Minuten und hole sie dann. Claire nickte, nahm den Bogen in eine Hand und betrat anschließend das klimatisierte Wartezimmer, in dem leise Musik gespielt wurde. Genau wie der Empfangsbereich war auch hier alles modern eingerichtet, ohne dass es steril wirkte, was Claire ziemlich beruhigend fand. Sie war dermaßen neben der Spur und nervös, dass sie etwas Gemütlichkeit gut gebrauchen konnte. Mit zitternden Knien ließ sie sich auf einem gepolsterten Stuhl nieder und lächelte dem jungen Paar kurz zu, das ihr schräg gegenüber saß und sich leise unterhielt. Wie es schien, erwarteten die beiden ebenfalls sein Baby, da die junge Frau bereits einen beachtlichen Bauch vor sich herschob. Claire schluckte gegen den traurigen Kloß im Hals an, als sie beobachtete, wie die andere Frau ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes schmiegte und seine Hand nahm, um sie auf ihren Bauch zu legen. Schnell sah sie wieder weg und konzentrierte sich auf das Formular, das sie ausfüllen musste. Der heutige Termin war ihr sehr wichtig, weil sie wissen wollte, ob es ihrem Baby gut ging. Immerhin gab sie mehr Essen von sich, als sie eigentlich zu sich nahm. Die Angst, dass mit ihrer Schwangerschaft etwas nicht stimmte, machte sie völlig fertig. Das Gefühlschaos, in dem sie sich zurzeit befand, war ein absolutes Grauen. Gestern hatte sie mit ihrer Mam telefoniert, aber kein Sterbenswörtchen verraten, weil sie erstens nichts sagen wollte, bis der Arzt ihr mitgeteilt hatte, dass alles gut aussah, und weil sie zweitens nicht wusste, was sie ihrer Mam sagen sollte. Noch nie hatte sie ihre Mutter angelogen und dachte gar nicht daran, jetzt damit anzufangen und ihr etwas von einer Beziehung vorzuschwindeln, die es nicht gab. Aber wie sollte sie ihrer Mutter erklären, wie ihr Baby gezeugt worden war und weshalb sie den Nachnamen des Erzeugers nicht kannte? Auch Sabrina, mit der sie vor ein paar Tagen geskypt hatte, wusste noch nicht Bescheid, obwohl ihr natürlich aufgefallen war, dass Claire gar nicht gut aussah. Ihre kleine Schwester konnte so herrlich ehrlich sein. Sie hatte ihrer Sorge mit einem flapsigen Ausdruck verliehen. Claire konnte es ihr nicht einmal verübeln. Schließlich sah sie wirklich grauenvoll aus. Sie hatte eine Grippe vorgeschoben und das Telefonat rasch abgebrochen, weil sie gemerkt hatte, dass ihr wieder übel wurde. Claire atmete kurz durch und begann anschließend den Fragebogen ausfüllen. Da sie bisher nie großartig krank gewesen war und auch keine Vorerkrankungen in ihrer Familie existierten, war sie relativ schnell fertig und legte das Klemmrett mit dem Fragebogen neben sich auf den Stuhl. Nervös öffnete sie den obersten Knopf ihrer mintgrünen Bluse und strich sich eine lose Haarsträhne hinter das Ohr, die sich aus ihrer Flechtfrisur gelöst haben musste. Trotz der Klimaanlage war ihr furchtbar heiß, weshalb sie sich etwas Luft zufächerte. Auch wenn es ihr schwer gefallen war, aus ihrem Pyjama zu steigen, hatte sie sich ins Bad gestellt, ihr Haar auf Vordermann gebracht, etwas Make-up aufgelegt und eine wunderschöne taillierte Bluse mit Plissé-Falten sowie eine elegante Leinenhose mit Buntfalten angezogen. Nur ihr Schuhwerk hatte sie in ihre momentane Verfassung angeglichen, da sie flache Ballerinas gewählt hatte, in denen nicht die Gefahr bestand, dass sie wegen ihrer weichen Knie wegknickte. Als die Sprechstundenhilfe den Raum betrat, um sie zur Blutabnahme zu bringen, merkte Claire, wie nervös und aufgeregt sie war. Glücklicherweise durfte sie sich auf eine Liege liegen, als ihr Blut abgenommen wurde, da ihr immer noch ganz zittrig und flaue Magen war. Sobald sie sich wieder aufsetzte, schwindelte ihr ein wenig, aber Claire atmete ein paar Mal tief durch und begab sich wieder ins Wartezimmer, in dem sie einige Zeit saß und in Frauenmagazinen blätterte. Von Sekunde zu Sekunde steigerte sich ihre Nervosität und sie verfluchte sich, weil sie Liv nicht gebeten hatte, sie zu begleiten. Bei einem Arzt zu sitzen und allein darauf zu warten, dass sie untersucht wurde, war gelinder ausgedrückt ein nervenaufreibendes Geduldsspiel. Sie wollte eigentlich nur hören, dass mit dem Baby alles in Ordnung war. Als die Sprechstundenhilfe wieder das Wartezimmer betrat, klopfte Claires Herz zum Zerspringen, doch sie war gar nicht an der Reihe, da das junge Ehepaar ins Sprechzimmer gebeten wurde. Claire lehnte sich wieder zurück und schluckte hart. So hatte sie sich das Ganze wirklich nicht vorgestellt. Eine halbe Stunde später wurde sie endlich in ein leeres Sprechzimmer geführt, in dem sie warten sollte. Gott ergeben setzte sie sich vor einen wunderschön geschnitzten Holzschreibtisch auf einen Sessel und legte ihre Hände in den Schoß. Ihr klopfte das Herz bis zum Hals, während Übelkeit in Wellen über sie hereinbrach. Sie hatte kaum Gelegenheit, sich in dem heimelig wirkenden Zimmer mit den beeindruckenden Diplomen an den Wänden umzusehen, als schon wieder die Tür geöffnet wurde. Guten Tag, Miss Harris, erklang eine tiefe Stimme, die Claire zusammenzucken ließ. Ich bin Dr. Montgomery. Ungläubig drehte Claire den Kopf nach hinten und erhaschte einen Blick auf einen großen Mann in einem weißen Kittel und mit einem dunkelbraunen Haarschopf, der sich über ein paar Papiere in seinen Händen beugte. Sie merkte, wie ihre Kinnlade nach unten klappte, ihr Gehirn wie leergefegt war und eine beängstigende Kurzatmigkeit sie ergriff. Er raschelte mit den Papieren und blickte auf. Sobald sein Blick auf ihr Gesicht fiel, änderte sich seine freundliche Miene und machte absoluter Ungläubigkeit Platz. Seine hellbraunen Augen drückten pure Fassungslosigkeit aus. Claire konnte es ihm sehr gut nachempfinden. Claire? Anstatt zu antworten, starrte sie ihn entsetzt an und verfolgte, wie das Verständnis in seinen Augen aufleuchtete und sich sein attraktives Gesicht verfinsterte. Ruckartig schaute er auf die Papiere in seinen Händen. Scheiße. Grant Montgomery schaute fassungslos auf die bleichgesichtige Frau in seinem Sprechzimmer und besaß die Geistesgegenwart, die Tür hinter sich ins Schloss zu werfen, bevor seine Sprechstundenhilfe Cathy auf die Idee kommen könnte, ihm zu folgen. Leider hatte Cathy die Angewohnheit, wie ein verliebtes Hündchen hinter ihm herzulaufen. Die Gedanken an Cathys Vernahrtheit lenken ihn jedoch nicht eine Sekunde von der rothaarigen Frau ab, die ihn genau so entsetzt anstarrte, wie er sie. Obwohl sie weder das enge Kleid mit dem spektakulären Ausschnitt noch den dunkelroten Lippenstift trug, an den er sich so gut erinnern konnte, erkannte er sie augenblicklich wieder. Natürlich war ihm sofort ihr rotes Haar ins Auge gestochen, dass ein Mann nicht so einfach vergessen konnte, wenn es auf die Frau sich nackt und stöhnend unter ihm wand. Aber noch mehr als ihr Haar war es ihr Gesicht gewesen, das ihn sofort an ihren One-Night-Stand hatte erinnern lassen. Eine Frau mit solch einem Gesicht vergaß man nicht schnell. Krant wusste, wovon er sprach. Immerhin war es dieses Gesicht gewesen, das er so anziehend gefunden hatte, dass er an jenem Abend seine Pläne über den Haufen geworfen und sie mit in sein Hotelzimmer genommen hatte. Das herzförmige Gesicht mit dem makellosen Teint, den elegant geschwungenen Augenbrauen, einer feingliedrigen Nase, dunkelblauen Augen und dem weichsten Mund, den er je gesehen hatte, war so anziehend gewesen, dass er es kaum geschafft hatte, sie nicht ständig anzustarren. Erst später war ihm aufgefallen, dass nicht nur ihr Gesicht verdammt schön gewesen war, sondern dass auch ihr Körper allzu verlockend zu sein schien. Grant erinnerte sich an pure Weichheit, einen weichen Mund, weiche Haut und weiche Kurven, die sich unter seinen Händen zu gut angefühlt hatten. Eigentlich hatte er nicht die Absicht gehabt, seinen Start in New York mit einem One-Night-Stand zu beginnen. Er war kein Freund von billigen Affären in fremden Hotelbetten, doch an jenem Abend hat er sich verdammt einsam gefühlt und das eindeutige Angebot einer verführerischen Frau ohne Skrupel angenommen. Anstatt den Abend allein zu verbringen und über sich selbst nachdenken zu müssen, hatte er lieber mit einer Fremden geschlafen. Da er fünf Jahre eine feste und ernsthafte Beziehung mit einer intelligenten attraktiven Frau geführt hatte, ohne dass er die in Bars herumlungerten und Männer abschleppen wollten, war ihm selbst nicht ganz klar gewesen, weshalb er eine wildfremde Frau mit auf sein Hotelzimmer genommen hatte. Natürlich war die Frau, die sich ihm in jener Bar als Claire vorgestellt und mit der er hemmungslosen Sex gehabt hatte, eine fantastisch aussehende Frau gewesen, die ihn von Anfang an fasziniert hatte. Doch One-Night-Stands waren nicht sein Stil. Er bevorzugte einen völlig anderen Typ von Frau. Eigentlich konnte er mit Frauen, die sich fremden Männern an den Hals warfen und scheinbar nichts anderen ließen, nur wenig anfangen. Nichtsdestotrotz hatte er jene Nacht nicht bereut. Bis jetzt. Wenn er darüber nachdachte, merkte er, dass es Zeiten gab, in denen er Anna vermisste. Sie war nicht nur eine schöne Frau, sondern eine verdammt kluge Person, die wusste, was sie wollte. Grant hatte dies an ihr bewundert. Sie war kein einfältiges Blondchen gewesen, das man für dumm verkaufen konnte, sondern sie vertrat ihre Meinung und wich nicht von ihr ab, egal was passierte. Leider war dies ihr Problem gewesen. Anna hatte kein Verständnis für seinen Standpunkt gehabt, sondern sich von ihm getrennt, als er ihr sagte, nachdem sie fünf Jahre ein Paar gewesen waren, sich intellektuell gesehen auf Augenhöhe begegnet waren, sich gemeinsam ein Haus gekauft und sich gegenseitig beim Aufbau ihrer Praxen unterstützt hatten, schaffte es ein Streit über ihren Kinderwunsch, dass sie sich von ihm trennte. Ihrer Trennung waren einige schwere Monate vorangegangen, in denen Anna die Psychologin herausgekehrt hatte, um mit ihm über sein gut wie möglich zu verdrängen, hatte sie einfach ignoriert und immer wieder angefangen, darüber zu reden. Grant hatte ihr nicht verständlich machen können, dass er kein Interesse hatte, mit seiner Freundin über sein Seelenleben zu sprechen. Bis heute wusste er nicht, was ihn mehr gestört hatte. Ihre klinische Studie seines Seelenlebens oder das völlige Fehlen von Gefühlen, wenn sie mit ihm über das Geschehene sprechen wollte. Erna hatte ihn wie einen Patienten, aber nicht wie ihren Partner behandelt. Als sie dann auch noch damit angefangen hatte, dass sie beide endlich ein Kind bekommen sollten, hatte er dicht gemacht und geschwiegen. Ihr folgender Streit hatte in einer Trennung und seinem Auszug aus ihrem gemeinsamen Haus geendet. Seine Eltern waren entsetzt gewesen. Ernas Eltern waren entsetzt gewesen. Alle Freunde und Bekannte waren entsetzt gewesen. Und alle hatten ihm die Schuld daran gegeben. Dass Erna so weit ging und mit seinen Eltern über seine beharrliche Weigerung Vater zu werden und über sein angebliches Trauma sprach, hatte ihn dazu bewogen, Boston den Rücken zu kehren und in New York neu anzufangen. Und dies brachte ihn wieder zu der Frau, die wie erstarrt vor ihm saß und ihn musterte, als wäre er der apokalyptische Reiter. Er betrachtete das entsetzte Gesicht und merkte, wie ein ungutes Gefühl in ihm hochstieg. Wie lange war es her, dass er sie mit auf sein Hotelzimmer genommen und wahnsinnig guten Sex mit ihr gehabt hatte? Er erinnerte sich nur daran, dass es verdammt kalt draußen gewesen war. Da er zu jener Zeit noch im Hotel gewohnt hatte, musste es der Februar gewesen sein. Ach ja, es war Valentinstag gewesen, weil überall in den Schaufenstern rote Herzen angebracht gewesen waren. Das hieß, dass es ungefähr zwei Monate her war. Laut ihrer Krankenakte befand sie sich im zweiten Schwangerschaftsmonat. Er blätterte in der Krankenakte herum, in der das ungefähre Datum ihrer Empfängnis eingetragen war. Grant schluckte hart und presste die Kiefer aufeinander. Die Frage der Verhütung erübrigte sich, da er morgen nach ihrem one-night-stand zwei Entdeckungen gemacht hatte. Erstens hatte er festgestellt, dass die rothaarige Claire nicht viel Schlaf brauchte, da sie schon verschwunden war, als er um kurz vor sieben Uhr wach wurde. Und zweitens hatte er festgestellt, dass eins der Kondome gerissen war. Schockiert wurde ihm klar, dass die Möglichkeit einer Vaterschaft bestand. Tausend Gedanken wirbelten durch seinen Kopf, die alle damit endeten, dass er kein Vater werden wollte. Er war einfach nicht in der Lage, sich um ein Kind zu kümmern. Grant? Ihre Stimme klang zittrig und schwach. Er atmete tief durch und vergrub eine Hand in seinem Kittel. Hallo, Claire. Ihre Augen glitten über seinen weißen Kittel und blieben an ihrer Krankenakte kleben. Mit riesigen Augen fragte sie, was was tust du hier? Nun, wie es aussieht, bin ich dein Arzt. Er hob die Akte kurz hoch. Unter diesen Umständen überweise ich dich lieber an eine Kollegin. Du? Bist Dr. Montgomery? Ja. Er nickte und setzte sich in Bewegung, um hinter seinem Schreibtisch Platz zu nehmen. Er hatte keine Ahnung, wie er das peinliche Schweigen brechen sollte und schaute in ihr kreidebleiches Gesicht, das trotz ihrer Blässe und der fahlen Wangen, die um einiges schmaler wirkten als vor zwei Monaten, viel zu schön für eine Frau war, die nach Aussage seiner Sprechstundenhilfe seit Tagen unter Übelkeit litt. Und deine Kollegin, kann ich mit ihr sprechen? Sie ist heute nicht da. Außerdem sollten wir lieber erst einmal unter vier Augen reden. Meinst du nicht? Sie reagierte, indem sie die Lehnen des Sessels umklammerte und schwach nickte. Das denke ich auch. Grant senkte seinen Blick und öffnete die Akte. Der Schwangerschaftstest ist positiv. Oh, das habe ich mir schon gedacht, flüsterte sie ruhig. Er räusperte sich. Anhand deines Zyklus fand am 15 Februar der Eisprung statt. Was bedeutet das zwischen dem 12. und dem 16. Februar die Empfängnis erfolgte? Ja, am 14. Februar, um genau zu sein. Angesichts ihrer schneidenden Stimme hob er wieder den Kopf. Sie sah ihn eiskalt an und reckte das Kinn in die Höhe. Grant seufzte schwer. Hör mal, Claire, ich kenne dich nicht und will dir nichts unterstellen. Zwar ist dein Kondom gerissen, aber was? Und das hast du mir nicht gesagt? Er runzelte die Stirn. Ja, ich habe es erst morgens gemerkt. Da warst du schon weg. Auf ihren gleichen Wangen bildeten sich zwei rote Flecken. Wieso hast du das denn nicht sofort gemerkt? Du hast es doch auch nicht gemerkt. Außerdem hätte ich es ganz nett gefunden, wenn du dich verabschiedet hättest. Sie antwortete nicht, sondern legte sich eine Hand ans Gesicht. Wir hatten am 14. Sex miteinander, sie unterbrach ihn grob. Och ja, und jetzt fragst du, mit welchen Männern ich bemerkte sich von Minute zu Minute. Er war kein solcher Arsch, dass er einer Frau ins Gesicht sagen konnte, dass er einen Vaterschaftstest sehen wollte, falls sie das Baby behalten sollte. Angesichts ihrer unglücklichen Miene hatte er keine Ahnung, ob sie das Kind überhaupt bekommen wollte. Grant wusste selbst nicht, was er denken sollte. Zwar hat er sich vor einiger Zeit dafür entschieden, kein Kind in die Welt zu setzen. Aber das bedeutete nicht, dass er Abtreibungen gut hieß. Als modern eingestellter Mensch war er der Meinung, dass jede Frau dies selbst entscheiden sollte. Doch als Arzt hatte er zu viele tote Babys gesehen, die gesund auf die Welt hätten kommen müssen. Er hätte der kaltherzigste Mensch auf der Welt sein müssen, um dadurch nicht berührt zu werden. Abtreibungen waren eine Sache, die er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren konnte und die er an andere Kollegen weitergab. Das habe ich nicht gefragt. Aber du hast es so gemeint. Claire schüttelte den Kopf und löste auf diese Weise eine lockige Strähne ihres roten Haares, die ihr in die Stirn fiel. Ich möchte bitte einen Termin bei deiner Kollegin Grant. Den bekommst du, nachdem wir uns unterhalten haben, auf seinen Schreibtisch. Sie schnaubte und griff nach ihrer Handtasche. Darauf kannst du lange warten. Verdammt, Claire, brauchste er auf, ich will mich doch nur mit dir verständigen. Du willst mich beleidigen und darauf kann ich verzichten. Was soll ich denn bitte denken, wir haben uns in einer Bar kennengelernt und hatten Sex, ohne dass wir den Nachnamen des Anderen kannten. Mit eiseskälte in der Stimme erwiderte sie, mach dir keine Mühe, mich an deine Kollegin zu überweisen. Ich werde eine andere Praxis aufsuchen. Grant sprang auf und beugte sich über den Tisch. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir darüber sprechen müssen, dass du schwanger bist. Claire erhob sich mit stuischer Miene. Da ich deiner Meinung nach auch mit anderen Männern geschlafen haben kann, muss es nicht zwangsläufig dein Kind sein. Jetzt sei nicht so kindisch, Grant runzelte die Stirn. Das ist ein ernstes Thema. Wenn es tatsächlich von mir ist, es ist von dir. Sie schien die Zähne zusammen zu beißen. Okay. Er atmete tief durch. Gehen wir also davon aus, dass es von mir ist. Ja, wir brauchen nicht davon aus zu gehen, das Baby ist von dir, fuhr sie ihn an. Vor dem Valentinstag hatte ich zehn Monate lang keinen Sex. Er ließ dies sacken und legte den Kopf schief. Claire, ich wollte dich wirklich nicht beleidigen. Aber dich hier zu sehen, mit einem positiven Schwangerschaftstest, hat mich ziemlich aus den Socken gehauen. Grant konnte beobachten, wie sie tief durchatmete, bevor sie relativ gefasst erklärte, sei einfach ehrlich. Du hältst mich für eine Schlampe, weil wir einen One-Night-Stand hatten. Meine Schwangerschaft hat dich nicht aus den Socken gehauen, sondern dich entsetzt. Aber weißt du was? Du musst dir keine Gedanken darum machen. Vorsichtig trat er von einem Bein auf das andere. Sein erster Impuls war gewesen, ihr zu versichern, dass sie keine Schlampe war, doch ihr letzter Satz hatte seine volle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Was willst du damit sagen? Willst du das Kind nicht bekommen? Angesichts ihres durchbohrenden Blickes stellte sich sein Nacken Haar auf. Oh, anscheinend hatte sie ihn missverstanden. Bevor er den Mund aufmachen konnte, legte sie richtig los. Nein, du Arschloch, ich werde das Baby ganz sicher nicht abtreiben. Scheiß erklär, das meinte ich auch gar nicht. Wütend hängte sie sich ihre Tasche über die Schulter. Ich wollte damit sagen, dass ich deine Unterstützung nicht brauche, aber vergiss einfach, dass ich hier war. Claire, jetzt bleib hier. Er lief um den Schreibtisch herum, als sie sich auf dem Absatz umdrehte und auf die Tür zuging. Kurzerhand packte er ihren Ellbogen und bekam augenblicklich eine schallende Ohrfeige verpasst, die ihn einen Schritt nach hinten taumeln ließ. Genau in diesem Moment ging die Tür auf und Cathy stand lächelnd vor ihnen. Dr. Montgomery, Mrs. Carter Hart. Sie verstummte erschrocken und starrte Claire mit riesigen Augen an. D. befreite sich zappelnd aus Grants Griff. Fick dich, Grant, und lass mich bloß in Ruhe. Genau eine Woche später stand Grant vor Claires Wohnungstür und starrte auf das massive Holz vor sich. Er atmete kurz durch, bevor er gegen die Tür klopfte. Nachdem sie wie eine Furie aus der Praxis gestürmt war, hatte er damit gerechnet, dass sie spätestens zwei Tage später auf seiner Matte stehen würde. Doch es waren sieben Tage vergangen, in denen er kein Sterbenswörtchen von ihr gehört hatte. Grant hatte das Gefühl, dass sie sich überhaupt nicht mehr bei ihm melden würde. Daher hatte er ihre Adresse aus dem Krankenblatt herausgesucht und war nach Feierabend nach Soho gefahren. Die gepflegte Straße sowie das schöne Haus, in dem sich ihre Wohnung befand, hatten ihn positiv überrascht. Er wusste nicht, womit er gerechnet hatte, aber ganz sicher nicht mit einer Wohnung in einem derart geschmackvollen und sicherlich nicht billigen Haus. Nun wartete er darauf, dass sie ihm die Tür eröffnete, damit er mit ihr über das verkorkste Treffen in seiner Praxis sprechen könnte. Dass sie sich nicht mehr bei ihm gemeldet hatte, bewies ihm, wie wütend sie auf ihn sein musste. Ihm gefiel die ganze Situation auch nicht wirklich. Schließlich war er zum ersten Mal mit der Situation konfrontiert, dass er eine Frau geschwängert hatte. Eine Frau, die er überhaupt nicht kannte. Er war Realist und er war Arzt. dass er höchstwahrscheinlich der Vater dieses Babys war. Auch wenn er sich dazu entschieden hatte, keine Kinder bekommen zu wollen, konnte er dieses Baby nicht ignorieren. Die Entscheidung war ihm sozusagen aus den Händen genommen worden. Da er nicht zu den Männern gehörte, die vor ihrer Verantwortung davon liefen, musste er mit Claire eine Einigung finden. Sieben Tage hatte er über diesen Schlamassel nachgedacht und war letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass er sich bei ihr entschuldigen musste, um sich halbwegs mit ihr verstehen zu können. Sicherlich hatte er nicht geplant, auf diese Weise Vater zu werden und zu der Mutter seines Kindes keinerlei Beziehung zu haben, aber daran konnte er nichts mehr ändern. Grant wusste nur, dass er Claire kennenlernen musste, bevor sie sein Baby bekam. Als sich die Wohnungstür öffnete, sah er geradewegs in das Gesicht eines der ihn fragend musterte. Er kam ihm irgendwie bekannt vor, doch Grant dachte nicht länger darüber nach, woher er den anderen Mann kannte, sondern überlegte, was es zu bedeuten hatte, dass ein Mann bei Claire in der Wohnung war. »Hi, was kann ich für Sie tun?« Grant runzelte die Stirn und vergrub beide Hände in seinen Hosentaschen. »Ich würde gerne Claire sprechen.« »Na klar, kommen Sie rein.« Er schob die Tür ganz auf und bedeutete ihm einzutreten. »Sie ist im Wohnzimmer.« Mit einem Nicken betrat er die Wohnung und sah sich mißtrauisch um. Grant kam sich ziemlich bescheuert vor, als er eine liebevoll eingerichtete Wohnung bemerkte, in der es penibel sauber war und in der unzählige Kunstdrucke an den Wänden hingen. Wie es schien, musste sich jemand sehr viel Mühe mit der Einrichtung und dem Innenausbau gegeben haben. Immerhin sah er Stuck an den Decken und einen glänzend polierten Holzfußboden. Generell wirkte die Wohnung absolut geschmackvoll. Der andere Mann schloss eilig die Haustür und erklärte auf Grants fragenden Blick, »Wenn Mia abhaut, macht mich Claire einen Kopf kürzer.« »Mia?« »Clairs Katze«, erwiderte der Mann wie selbstverständlich und streckte ihm die Hand hin. »Julian«. Grant merkte, dass er sich nicht das kleinste Lächeln abbringen konnte und schüttelte kurz die Hand seines Gegenübers. »Grant«. Claire freut sich bestimmt über ihren Besuch. Oder war sich Grant überhaupt nicht sicher? Aber er folgte dem Mann mit den lässigen Jeans und dem grauen Sweatshirt durch einen kleinen Flur in ein großes Wohnzimmer, in dem Claire auf einem Sofa saß und einem kleinen Mädchen gerade zwei Zöpfe flocht. Obwohl sie sogar bedeutend schlechter aussah als bei ihrem Zusammentreffen vor einer Woche, lächelte sie glücklich und lauschte der piepsigen Stimme des Kindes. Dieses Lächeln erlosch schlagartig, als sie den Blick hob und ihn in ihrem Wohnzimmer stehen sah. »Hey, du scheinst Besuch bekommen zu haben«, erklärte der andere Mann und schien Claires finstere Miene gar nicht zu bemerken. »Dann hauen Brianna und ich wieder ab.« »Nein, Daddy«, das Mädchen schien von der Vorstellung gar nicht begeistert zu sein, da es wild den Kopf schüttelte und sich an Claire schmiegte. »Hier bleiben!« »Mami wartet schon, Brianna«, erwiderte der Mann amüsiert und griff nach einer Kinderjacke, die auf einem geblümten Ohrensessel gelegen hatte. »Nein«, das Mädchen runzelte die Stirn und wirkte sehr entschlossen. »Aber Mami kocht heute Fischstäbchen?« lockte der Mann. »Du magst doch Mami's Fischstäbchen, Liebling.« Überrascht bemerkte Grant, wie Claire zu lachen anfing, bevor sie die Arme um das Mädchen auf ihrem Schoß legte. »Jetzt wird sie ganz sicher nicht mit dir kommen wollen, Julian. Du hättest Livs Kochkünste nicht erwähnen sollen.« Seufzend verdrehte dieser die Augen. »Okay, okay.« »Briana, sollen wir uns eine Pizza bestellen, damit Mami nicht kochen muss?« »Pizza!« Wie ein Flitzebogen kletterte die Kleine von Claires Schoß und rannte zu ihrem Vater, um sich die Jacke anziehen zu lassen. »Hey, bleib du sitzen!« kommandierte dieser, als er sah, dass Claire aufstehen wollte, bevor er sich an Grant wandte. »Passen Sie auf, dass sie keine Dummheiten macht!« »Julian!« protestierte Claire sofort ärgerlich. »Keine Widerrede, Schätzchen! Hey, und ruf endlich deine Ärztin an! Liv macht sich große Sorgen! Und Brian will morgen früh vorbeischauen!« »Ich bin nicht krank!« betonte sie und schien Grant absichtlich zu ignorieren. »Niemand muss vorbeikommen, um nach mir zu sehen!« Der andere Mann ging darauf gar nicht ein. »Liv hat gesagt, dass du diesen Tee trinken sollst, den sie mir mitgegeben hat!« Gereizt zog sie eine Decke über ihren Schoß. »Ich weiß, Julian!« Er lachte lediglich und trat zu ihr, um ihr einen Kuss auf die Wange zu drücken. »Wähl dich, wenn du was brauchst, ja?« »Mach ich«, nuschelte sie und schenkte ihm ein knappes Lächeln, als er seine Tochter bei der Hand nahm. »Machen Sie es gut, Grant, und sorgen Sie dafür, dass sie ihren Tee trinkt.« Grant nickte und sah Vater und Tochter zu, wie sie unter fröhlichem Gelächter die Wohnung verließen. Sobald sich die Wohnungstür hinter ihnen geschlossen hatte, hörte Grant Klairs eisige Stimme. »Was willst du hier?« Er verschränkte die Arme vor der Brust und runzelte die Stirn. »Du siehst nicht gut aus. Warst du bei einem Arzt? Ich wüsste nicht, was dich das anginge. Ihr blasses Gesicht verzog sich zu einer finsteren Miene, während sie sich in die Wolldecke kuschelte, doch sie konnte ihn nicht täuschen. Grant hatte sofort gesehen, dass es ihr miserabel gehen musste. Schließlich war sie unglaublich blass und schaute ihn aus Augen, die in tiefen Höhlen lagen, erschöpft an, auch wenn sie sich kämpferisch geben wollte. Selbst ihr rotes Haar, das zu einem Dutt gebunden war, erschien ziemlich glanzlos, während der Schlüsselbeinknochen am Kragen ihres Sweatshirts deutlich zu erkennen war. Grant begann sich Sorgen zu machen. »Wirst du Vitamine bekommen?« Er zog sich sein Sakko aus und warf es über die Sessellehne. »Was Gesicht und funkelte ihn gleichzeitig an. Ich habe dir nichts zu sagen und ich möchte, dass du wieder gehst. Dein Freund hat mich gebeten, auf dich aufzupassen. »Oh, ich entbinde dich sehr gerne davon,« ächzte sie. »Ausserdem ist er nicht mein Freund. Er ist der Mann meiner besten Freundin. Könntest du jetzt bitte endlich abhauen? Zwing mich doch dazu.« Er zog mit der Schulter und trat an die Couch. »Grant, ich habe wirklich keine Lust auf einen Streit.« Müde lehnte sie sich zurück und protestierte nicht einmal, als er ihre Hand nahm, um ihren Puls zu messen. Besorgt runzelte er die Stirn und setzte sich neben sie. »Claire, warst du bei einem Arzt?« »Ja«, sie seufzte auf. »Meine Ärztin meinte, dass es normal sei, wenn einem ab und zu übel wäre.« »Ja, ab und zu. Aber du siehst nicht so aus, als hättest du in letzter Zeit viel gegessen.« Vorsichtig legte er ihre Hand zurück in ihren Schoß. »Hat sie einen Ultraschall gemacht?« Ihre Hand rieb kurz über ihre Stirn. »Ja, sie meinte, dass alles in Ordnung wäre.« »Ja, und so soll es auch bleiben.« Grimmig fragte er, »Was hast du heute gegessen?« Sie schluckte. »Ich hatte keinen großen Hunger.« »Aßerdem bleibt es sowieso nie drin.« »Wie lange geht das jetzt schon?« Als er ihren skeptischen Blick sah, erwiderte er ruhig, »Ich bin Arzt.« »Ja, das weiß ich.« Sie rückte ein Stück von ihm weg. »Dennoch habe ich keine große Lust mit dir über meine Schwangerschaft zu reden.« »Abgesehen davon, dass ich mich tagtäglich um schwangere Frauen kümmere,« antwortete er mit mühsam beherrschter Stimme, »bekommst du ein Kind von mir?« »Weswegen es mir ziemlich egal ist, ob du Lust hast, mit mir über deine Schwangerschaft zu reden oder nicht. Wie lange geht das schon?« Mit sarkastischer Stimme fragte sie nach, »Oh, bist du auch wirklich sicher, dass es von dir ist?« Grant ging darauf nicht ein. »Seit wann hast du diese starke Übelkeit und das Erbrechen?« »Du bist vielleicht Arzt, Grant, aber du bist nicht mein Arzt.« »Uach, er könnte ziemlich pampig werden, wenn er das wollte. Also kniff er seine Augen zusammen. Seit wann, Claire?« »Ich hatte dich nicht so autoritär in Erinnerung. Und ich hatte dich nicht so stur in »Soll ich dir einen Tee machen?« »Grant«, erklärte sie leise. »Ich habe keine Ahnung, was du hier willst. Könnten wir es kurz machen, damit du so schnell wie möglich wieder verschwindest? Du siehst erbärmlich aus und musst mehr auf dich achten. Boah, lass mich bloß in Ruhe, zischte sie. Ich achte sehr wohl auf mich. Und warum siehst du dann wie ein Sie sah aus, als hätte sie ihm mit Vergnügen wieder eine Ohrfeige verpasst. Ihr voller Mund wurde zu einem schmalen Strich. Wenn ich verspreche, morgen noch einmal meine Ärztin anzurufen, haust du dann bitte ab? Bei welcher Ärztin bist du? Automatisch zückte er sein Handy aus seiner Hosentasche. Ich möchte, dass du zu meiner Kollegin gehst. Was tust du da? Er Adresse, damit sie vorbeikommt. Sie kann dir eine Infusion legen. Du brauchst Flüssigkeit, Elektrolyte und Vitamine. Als sie nach seinem Handy greifen wollte, warf er ihr einen warnenden Blick zu. Möchtest du lieber ins Krankenhaus eingeliefert werden? Sei nicht albern. Ich muss nicht ins Krankenhaus, weil mir übel ist. Claire, ich muss dir sicherlich nicht sagen, was passiert, wenn dieser Zustand anhält. Dein Körper baut ab, wenn er keine Flüssigkeit und keine Nahrung bekommt. Falls du dehydrierst, kann es im schlimmsten Fall zu Leberstörungen kommen. Was denkst du, was mit dem Baby dann passiert? Ihr Gesicht bekam einen erschrockenen Ausdruck. Okay, wenn du mir Angst machen wolltest, ist dir das gelungen. Grant erwiderte nichts, sondern legte sein Handy auf den Couchtisch. Hast du es mit Zwieback probiert? Natürlich, seufzte sie und wirkte mit einem Mal extrem verkrampft. Was ist mit Joghurt? Hast du den vertragen? Sie schüttelte erschrocken den Kopf. Welchen Tee hat dir deine Freundin empfohlen? Er bemühte sich um einen versöhnlichen Ton und schaute sie nachdenklich an. Irgendwas mit Ingwer? Sie sah ihn aus Tränen umflorten Augen an. Was ist, wenn das auch nicht funktioniert? In den letzten Tagen konnte ich nichts bei mir behalten. Auch keinen Tee oder Wasser. Am liebsten hätte er laut geflucht und merkte, wie seine Gesichtszüge versteinerten. Bei welcher Ärztin warst du denn verdammt nochmal? Wenn du nicht einmal Tee trinken kannst, ohne dich zu übergeben, hätte sie dir längst Antihistamine oder Behandelt wird, desto besser können schwere Folgen verhindert werden. Grant, du machst mir Angst, erwiderte sie mit zitternder Stimme und wurde noch eine Spur blasser. Ja, vielleicht ist das auch besser so. Gegen die plötzliche Wut, die in ihm aufstieg, konnte er nichts tun. Bei solchen schweren Fällen von Schwangerschaftsübelkeit ist es geradezu sträflich und verantwortungslos einfach die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun. Aber warte hier, wies er sie grob an, griff sich das Handy und erhob sich. Ohne sie weiter zu beachten, verließ er den Raum und lief in den Flur, um die Küche zu suchen, die sich am anderen Ende des Flures befand. Mit grimmiger Miene durchforstete er den Kühlschrank und das Eisfach, während er innerlich fluchte. Diese Frau benahm sich verantwortungslos, wenn sie darauf vertraute, dass die Übelkeit von allein verschwand, obwohl sie seit mindestens zwei Wochen darunter in solchen Ausmaßen leiden musste. Allein ihr eingefallenes Gesicht sprach Bände. Er wüsste zu gerne, zu welcher Ärztin sie gegangen war und warum sie nicht auf die Idee gekommen war, ihn anzurufen. Das Problem war, dass es einige Kolleginnen und Kollegen gab, die keinen Unterschied zwischen einer völlig normalen, harmlosen Schwangerschaftsübelkeit und diesem bedrohlichen Zustand machten, in dem sich Claire anscheinend befand. Sie wirkte erschöpft, ausgezehrt und viel zu schwach. Vermutlich hatte ihre Ärztin nicht einmal eine Laboruntersuchung angeordnet. Schnell telefonierte er mit seiner Kollegin, die jedoch selbst unterwegs war und nicht kommen konnte, während er Wasser mit Minze aufkochte. Als er sein Handy wieder in seiner Hosentasche verstaute, bemerkte er ein Fellknäuel, das sich zwischen seinen Füßen herumschlängelte. Bevor er sich die getigerte Katze näher anschauen konnte, verschwand sie jedoch mit einem beleidigten Miauen aus der Küche. Grant schenkte ihr keine Beachtung mehr, da er das heiße Minzwasser in einen Becher füllte, den er nach einigen Handgriffen aus einem der Oberschränke gefischt hatte. Bewaffnet mit einem Becher, einer Schale Eiswürfeln und einer aufgeschnittenen Zitrone machte er sich wieder auf den Weg ins Wohnzimmer. Er sah, dass Claire sich auf das Sofa gelegt hatte und die Augen geschlossen hielt. Zu ihren Füßen lag die getigerte Katze, die sich an die rosa bestrumpften Füße schmiegte. Leise trat er heran und setzte sich vorsichtig auf den Rand des Sofas. Ihr kompletter Körper wirkte verkrampft und er ging jede Wette ein, dass sie schon wieder übel war, da sie ihre Hände auf den Bauch gelegt hatte und die Stirn runzelte. Du bist noch da? murmelte sie und hielt die Augen geschlossen. Grant verzog den Mund. Ich hab dir Wasser mit Minze aufgesetzt. Protestierend verfinsterte sich ihr Gesicht, während sie ihre Augen weiter geschlossen hielt. Grant, wenn du dieses Baby haben möchtest, solltest du endlich meine Hilfe annehmen. Langsam schlug sie ihre Augen auf. Was schlägst du vor? Er griff nach einer halben Zitrone und träufelte ein wenig Saft über die Eiswürfel. Du nimmst dir einen Eiswürfel und lutscht vorsichtig an ihm. Der Zitronengeruch sollte deinen Magen beruhigen. Ich glaube nicht doch, doch das wird er. Anschließend versuchen wir es mit Minztee. Außerdem fahre ich gleich in die Praxis und hole eine Infusion für dich. Morgen möchte ich dich in der Praxis sehen, damit wir deinen Elektrolythaushalt überprüfen können. Obwohl sie schwieg, konnte ihr ansehen, dass sie gar nicht glücklich über seine diktatorische Ansage war. Ist das alles? Noch lange nicht. Seine Mundwinkel zogen sich nach unten. Du wirst von jetzt an zu meiner Kollegin gehen. Deiner Ärztin vertraue ich nicht. Als er die Schale mit den Eiswürfeln nehmen wollte, legte sie ihre Hand auf seine und schaute von unten zu ihm auf. Du bist nicht glücklich darüber, dass ich von dir schwanger bin. Was willst du also hier? Er versucht es mit einer Gegenfrage. Bist du glücklich darüber, dass du schwanger bist? Ja, das bin Grant zuckte mit der Schulter und erklärte mit gleichgültiger Stimme, na, dann ist doch alles geklärt. Nichts ist geklärt. Seufzend legte er den Kopf schief und bemühte sich, ihr nicht seine Ungeduld zu zeigen. Was sollen wir deiner Meinung nach denn klären? Sie schüttelte den Kopf und nahm eine abwehrende Haltung ein. Es war mein völliger Ernst, als ich sagte, dass ich deine Unterstützung verpflichtet, dich zu unterstützen. Immerhin bist du von mir schwanger. Abgesehen davon scheinst du meine Unterstützung mehr als alles andere zu gebrauchen. Er deutete auf ihre niedergestreckte Person. Ich komme auch ohne dich klar, murmelte sie. Seine Stimme klang ein wenig abfällig, wie er selbst bemerkte, natürlich. Aber du willst das Baby nicht, wie sie ihnen auf das Offensichtliche hin. Grant schluckte und erklärte nach einer kleinen Weile, da du schwanger bist, erübrigt sich eine Diskussion darum. Ihre Augen wurden glasig, bevor das Baby einen Vater bekommt, der es nicht leiden kann. Sollte es lieber gar keinen haben. Fluchend beugt er sich über sie, dass ich hier bin und mir Sorgen mache, sollte dir zeigen, dass mich das Baby sehr wohl interessiert. Ja, vielleicht hast du einfach ein schlechtes Gewissen. Damit kam sie der Wahrheit so nah, dass er am liebsten nach Luft geschnappt hätte. Mit ruhiger und beinahe emotionsloser Stimme erklärte er stattdessen, auch wenn ich nicht die Absicht hatte, Vater zu werden, bekommst du ein Baby von mir, um das ich mich kümmern werde. Mit du klingst vielleicht begeistert, murmelte sie ironisch. Soll ich etwa jubeln? Mit einem verletzten Gesichtsausdruck ließ sie seine Hand wieder los und legte ihre zurück auf ihren Bauch. Ich will nicht, dass das Kind erfährt, dass du es nicht haben wolltest. Kannst du dich ihm gegenüber zusammenreißen oder muss ich damit rechnen, dass du dich bei ihm auch so gefühlskalt benimmst? Grant presste die Zähne zusammen. Momentan muss ich mich lediglich zusammenreißen, dich nicht zu erdrosseln. Er starrte sie finster an, doch das schien sie nicht im mindesten einzuschüchtern, da sie ihr Kinn nach vorn reckte. Na, jetzt sag du mir nicht, dass du begeistert darüber bist, von einem Mann schwanger zu sein, den du nicht kennst. Dafür kann das Baby nichts, meinte sie tonlos. Er nickte stoisch, nein, dafür kann es nichts. Auch Claire schien wieder ruhiger zu werden, wobei Grant nicht wusste, ob dies nicht an ihrer momentanen Erschöpfung lag. Könntst du mir versprechen, dass du es das Baby nie spüren hältst du mich eigentlich? Für einen Babyhasser? Seufzend reichte er ihr einen Eiswürfel, den sie zögernd nahm und mit einer unbehaglichen Miene an den Mund führte. Das anschließende Schweigen zerrte an seinen Nerven. Er saß auf dem Rand des Sofas und beobachtete, wie sie mit abgewandter Miene an einem Eiswürfel lutschte und noch immer furchtbar blass war. Natürlich hatte sie recht, dass Grant alles andere als begeistert über diese Situation war und es störte ihn unheimlich, dass er nicht in der Lage war, seine Gefühle für sich zu behalten. Auf Konflikte mit der Mutter seines Kindes hatte er keine Lust. Ehrlicherweise hatte er überhaupt keine Lust darauf, sich damit auseinander zu setzen, dass eine Frau, die er kaum kannte, ein Kind von ihm bekam. Er hatte gar kein Kind bekommen wollen. Nicht mit Erna und erst recht nicht mit einer Frau, der er in einer Bar begegnet war. Dennoch konnte er sich nicht einfach von der Tatsache abwenden, dass er nun einmal Vater wurde. Während sie an ihrem Eiswürfel lutschte und Gedanken verloren vor sich hin starrte, seufzte er auf. Dir ist es unangenehm, dass du ein Kind von jemandem bekommst, den du nicht kennst. wir das ändern müssen. Fragend schaute sie ihn wieder an. Ändern? Grant nickte schwach, genau. Was schlägst du vor? Auch wenn er sich geschworen hatte, seinen Widerwillen gegenüber dieser Situation zu verbergen, verfinsterte sich dennoch seine Miene. Nun, wir haben ein paar Monate, bevor das Baby geboren wird. In dieser Zeit sollten wir uns kennenlernen, damit wir in Zukunft wenigstens vernünftig miteinander umgehen können. Intensiv musterte sie ihn und ließ sich einige Zeit, um ihm zu antworten. Wie soll das ablaufen? Ich weiß nicht, erwiderte er knapp. Schlägst du etwa Dates vor? Oh Gott, nein! Inbrünstig schüttelte er den Kopf und wurde mit einem eisigen Blick aus ihren dunkelblauen Augen belohnt. Angesichts ihrer beleidigten Reaktion stieß sie ein tiefes Stöhnen aus. Claire, jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Oh, es ist schon okay. Glaub mir, an Dates mit dir bin ich auch nicht interessiert, erwiderte sie mit scharfer Stimme und erklärte kategorisch, von mir aus kannst du mit mir Babymöbel einkaufen gehen und mich zum Schwangerschaftskurs begleiten. Gut, gut! Er war kein Idiot und wusste, dass sie wütend auf ihn war. Verdammt, was erwartete sie denn von ihm? Auch wenn sie ein Kind von ihm bekam, hieß das noch lange nicht, dass er mit ihr zusammen sein oder ihr einen Antrag machen musste. Um nicht länger dieser angespannten Atmosphäre ausgeliefert zu sein, erhob er sich. Ich fahre in die Praxis und komme gleich wieder. Pass auf, dass meine Katze nicht wegläuft, wenn du die Wohnung verlässt. Mit einem abweisenden Gesichtsausdruck rollte sie sich zusammen und drehte ihm den Rücken zu. Mai Claire hatte verdammt gute Laune und lächelte vor sich hin, während sie an ihrem Schreibtisch saß, an einer Skizze arbeitete und beim Anblick des schmackhaften Sandwiches neben ihr keinen Wirgereiz verspürte. Das Leben konnte schön sein, wenn man endlich wieder an Essen denken konnte, ohne gleich alles von sich zu geben. Das Nichtstun der letzten Zeit hatte endlich ein Ende gefunden, was sie mit Erleichterung zur Kenntnis nahm. Die Auszeit, zu der sie gezwungen gewesen war, weil sie ständig über der Toilette gehangen oder auf dem Sofa flach gelegen hatte, war extrem nervig gewesen. Die meisten Arbeitnehmer träumten von freien Tagen, an denen man Faulenzen und stundenlang Shopping-Sendungen im Fernsehen schauen konnte. Doch Claire hatte nach drei Wochen die Faxen dicke gehabt und sich zurück ins Büro gesehnt. Abgesehen davon hatte sie sich große Sorgen gemacht, dass etwas nicht mit dem Baby stimmte, weil sie sich rund um die Uhr grauen voll gefühlt hatte. Ein paar Infusionen und magenschonende Gerichte, die plötzlich drinnen geblieben waren später, hatte die Welt schon wieder anders ausgesehen. Mit der Morgenübelkeit hatte sie viel besser umgehen können als mit dem ständigen Erbrechen, das einfach nicht hatte aufhören wollen. Sobald das Erbrechen aufgehört hatte, war sie wieder zur Arbeit gegangen, auch wenn ihr noch zwei Wochen lang morgens übel gewesen war. Natürlich war das Arbeiten nicht besonders angenehm gewesen, wenn man immer wieder merkte, dass der Kreislauf absackte oder wenn einem bei morgendlichen Meetings im Büro schienen. Immerhin hatte sie kurz vor ihrer Schwangerschaft einen der größten Aufträge der letzten Jahre bekommen, den sie um keinen Preis abgeben wollte. Ihre Kollegen warteten nur darauf, sich auf diese Möglichkeit zu stürzen und ihr den Auftrag unter der Nase weg zu schnappen. Daher nahm Claire ein bisschen Übelkeit in Kauf. Heute war der erste Tag, an dem sie ohne Übelkeit und Schwindelgefühl wach geworden war, weshalb sie in bester Laune war und ihre Mittagspause genoss, indem sie ihre Bürotür geschlossen, die Fenster geöffnet und sich ein Sandwich gekauft hatte, das sie genussvoll verspeiste. Gleichzeitig feilte sie in ihrer Skizze herum und schaute gut gelaunt auf das Paket, das gerade geliefert worden war. Zuhause müsste sie es lediglich in pinkes Geschenkpapier wickeln und hatte dann das perfekte Geschenk für Livs Geburtstagsfeier, die heute Abend stattfand. Ihre gute Laune hatte nicht nur mit ihrer blendenden Verfassung, mit dem schönen Wetter, ihrem großartigen Job oder mit Livs heutigen Geburtstag zu tun, sondern mit der Tatsache, dass sie zuzunehmen schien. Nachdem sie in ihren ersten Schwangerschaftswochen rapide abgenommen hatte, merkte sie nun im dritten Monat, dass ihre Röcke langsam spannten und dass ihre Kostümjacken nicht mehr passten, weil ihre Oberweite explosionsartig zugenommen hatte. Für sie war es das erste Zeichen, dass es ihrem Baby wirklich gut ging. Claire konnte gar nicht sagen, wie groß ihre Erleichterung war. Erleichtert hatte sie auch zur Kenntnis genommen, dass ihr Boss mit der Schwangerschaft seiner Angestellten, die immerhin einen der wichtigsten Aufträge betreute, kein Problem zu haben schien. Mr. Morris war ein älterer und konventioneller Mann, der keine onkelhaften Bemerkungen zu ihrer ledigen Schwangerschaft gemacht, sondern ihr formvollendet gratuliert und anschließend geschäftsmäßig über den Fortgang des Projekts gesprochen hatte. Natürlich tuschelten ihre Kolleginnen darüber, dass sie keinen Freund hatte und trotzdem schwanger war, aber wenigstens hielten sie vor ihr die Klappe. Auch ihrer Mutter hatte Claire mittlerweile reinen Wein eingeschenkt, auch wenn sie die Art der Zeugung des Babys so gut wie möglich unter den Tisch hatte fallen lassen. Glücklicherweise war ihre Mutter viel zu aufgeregt gewesen, um ihr irgendwelche peinlichen Fragen zu stellen. Als ihr Telefon anklingelte, warf sie den Stift beiseite und bemerkte Livs Nummer auf dem Display. Hallo Geburtstagskind! Oh, ich hoffe, du zwingst mich nicht, dir am Telefon ein Ständchen zu bringen. Entspannt lehnte sie sich zurück und schaute sich in ihrem friedlichen Büro um. Nach ihrer Beförderung vor zwei Jahren war sie aus dem Großraumbüro in ihr eigenes Reich umgezogen und genoss seitdem eine himmlische Agentur passierte, aber meistens zog sie sowieso die Jalousien zu, damit sie ungestört arbeiten konnte. Claire mochte das Gefühl, beobachtet zu werden einfach nicht und war froh, wenn sie in aller Abgeschiedenheit über ihrem Projekt sitzen konnte, ohne dass jemand sie durch die riesigen Fenster anstarrte. Bevor Liv ihre Elternzeit angetreten hatte, hatten sie in aneinander angrenzenden Büros gearbeitet, was ziemlich cool gewesen war. Es hatte etwas für sich, mit der besten Freundin zu arbeiten, auch wenn das bedeutet hatte, dass andere Kolleginnen zickig geworden waren, da Claire und Liv meistens die interessantesten Aufträge zugeteilt worden waren. Mittlerweile wusste Claire auch, weshalb sie lieber mit ihren männlichen Kollegen zusammenarbeitete. Männer konnten zwar auch neidisch werden, wenn man erfolgreicher war als sie, aber Frauen kämpften mit völlig anderen Mitteln und wurden teilweise richtig biestig. Brianna singt mir schon den ganzen Tag Happy Birthday vor. Ich denke, ich kann vorerst darauf verzichten, dass du mit dem Singen anfängst. Oh gut, dann warte ich auf heute Abend. Sie wurde etwas ernster. Hey, alles Liebe, Liv. Du hast es dir redlich verdient. Das ist lieb, erklang Livs Stimme augenblicklich aus dem Hörer. Störe ich dich bei der Arbeit? Nö, ich bin gerade in meiner Mittagspause, erwiderte Claire fröhlich. Hoppla, so fröhlich. Hast du eine Gehaltserhöhung bekommen, von der ich noch nichts weiß? Besser, lachte Claire. Ich habe Müsli zum Frühstück gegessen und mir gerade ein Truth-Hahn-Sandwich gekauft, das fabelhaft schmeckt. Nicht eine Sekunde war mir übel. Oh Gott sei Dank, erklang Livs inbrünstige Stimme. Das Zeit, hm? Dann kannst heute Abend die Snacks richtig genießen. Ich stehe schon den ganzen Tag in der Küche. Claire konnte gegen das vergnügte Prusten nichts tun. Nee, so gut geht's mir auch wieder nicht, Liv. Vielen Dank, ächzte ihre Freundin. Den Wink mit dem Zaunfall habe ich schon verstanden. Gut, dass ich ein paar Pizzen bestelle. Sei nicht so knauserig. Immerhin habt ihr ein ganzes Football-Team zu Gast. Ich kenne sonst keine Menschen, die so gefräßig sind. Keine Sorge, stöhnte Liv. Manchmal weiß ich gar nicht, weshalb ich mir die Mühe mache, für alle zu kochen, wenn sie sich sowieso auf die Pizzen stürzen und meinem Essen keine Beachtung schenken. Claire hielt wohlweislich die Klappe. Ähm, was hast du von Julian zum Geburtstag geschenkt bekommen? Eine Karaoke Box. Ihre Stimme klang gleichzeitig nach einem Lachen und einem Seufzen. Den ganzen Tag trällert er mit Brianna in die Mikrofone. Anfangs war es echt süß. Aber mittlerweile befürchte ich, dass die Nachbarn noch die Polizei rufen, weil sie glauben, dass wir hier irgendwelche Tieropfer darbringen. Das musikalische Talent hat das arme Kind von uns beiden geerbt. Mach dir keine Sorgen. Wenn du willst, kümmere ich mich um ihre musikalische Erziehung. Oh, ich fürchte, dass da Hopfen und Malz verloren ist. Oh je, oh Gott, lachte Claire, als sie im Hintergrund einen kreischenden Gesang und einen dröhnenden Bass hörte, der nur von Livs Göttergatten stammen konnte. Kann Karaokebox gekauft hat? Wenn ich bedenke, dass vor uns früher keine Karaokebar sicher war und er mir beim Karaoke singen seinen ersten Heiratsantrag gemacht hat, fand ich das Geschenk sogar richtig süß. Claire grinste vor sich hin. Dann habt ihr beide etwas von seinem Geschenk. Oh, apropos, mein Geschenk könnt ihr beide auch gebrauchen. Eine neue Brotbackmaschine? Och Mann, seufzte Claire gespielt enttäuscht. Du errätst aber auch immer, was ich dir schenken will. Na toll. Also doch keine Brotbackmaschine? Meine Lippen sind versiegelt. Claire strich sich wie zufällig über die Seidenbluse, die normalerweise sehr locker fiel, nun jedoch beinahe durch ihre Brüste gesprengt wurde. Oh, ich brauche neue BHs. Hä, wie kommen wir von einer Brotbackmaschine zu BHs? Sie schnitt eine Grimasse. Ehrlich, Liv, momentan könnte ich Pamela Andersen den Rang ablaufen. Dabei waren sie vorher auch nicht gerade klein. Das ist völlig normal. Eigentlich wollte ich heute Abend mein grünes Kleid von Michael Kors tragen, aber das ist sowieso schon sehr tief ausgeschnitten. Oh, bloß nicht, seufzte Liv laut auf. Ich habe ein Football-Team im Haus, das voll von Testosteron kalt lässt. Mördermöpse? Oh, ja. Zieh dir lieber einen Rollkragenpulli an. Darauf kannst du lange warten, antwortete Claire fröhlich. Ich meine es total ernst. Liv klang, als hätte sie sich in der Küche versteckt, da das Gekreische im Hintergrund deutlich leiser geworden war. Blake ist sowieso schon angefressen, weil Julians Agentin mit ihrem neuen Freund aufschlagen wird. Oh, wenn er danach noch trinkt. Warte mal, was haben meine Mördermöpse denn mit Blake zu tun? Sie verdrehte die Augen. Außerdem verstehe ich seine vernahrte Heit und Julians Sportagentin nicht. So viel ich weiß, hat er in der letzten Woche eine der Cheerleader abgeschleppt. Allzu schlimm kann sein Liebeskummer also nicht sein. Woher weißt du denn, dass er etwas mit wir haben vor zwei Tagen telefoniert. Liv seufzte. Die Jungs ziehen ihn ständig mit seiner Fanatheit zu Bobby auf. Dann weiß ich ja schon jetzt, dass der Abend interessant wird. Apropos interessant. Liv klang mit einem Mal zuckersüß. Ich möchte, dass du Grant in meinem Namen ebenfalls einlädst. Claire klappte die Kinnlade hinunter und nach einem Moment des Schreckens erklärte sie kategorisch Nein, das werde ich nicht tun. Ach komm, jetzt hab dich nicht so, erwiderte Liv gutmütig. Ich möchte ihn kennenlernen. Schließlich ist er der Vater meines zukünftigen Patenkindes. Julian kennt ihn auch schon. Julian hat ihn für ungefähr eine Minute gesehen, widersprach Claire scharf. Es kann keine Rede davon sein, dass er Grant kennt. Na, wie auch immer. Ich möchte mir ein Bild von ihm machen. Oh, dann google ihn. Ich bin mir sicher, dass es irgendwo im Internet ein Foto von ihm gibt. Sehr komisch, schnaubte Liv in den Hörer. Du weißt genau, was ich meine, Claire. Bring ihn mit, damit wir ihn kennenlernen können. Wir? Misstrauisch kniff sie die Augen zusammen. Wen genau meinst du mit wir? Deine Freunde natürlich. Brian und Teddy haben mich erst gestern gefragt, wie Grant so ist. Und selbst Hannah hat mich mit Fragen gelöchert. Als deine beste Freundin sollte ich den Vater deines Kindes wirklich kennen, Claire. Oh, scheiße. Claire nagte unweigerlich auf ihrer Unterlippe herum. Na, wunderbar. Genau das wollte ich vermeiden. Da sie sich als ledige Schwangere ein wenig armselig inmitten der glücklichen Paare vorkam, wäre es ihr lieb gewesen, wenn Grant kein Thema geworden wäre. Sie wollte nicht erklären müssen, wieso der Vater ihres Kindes und sie sich nicht verstanden und nur miteinander sprachen, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Sie fand, dass er sich ihr gegenüber extrem unterkühlt benahm, was sie wiederum ziemlich feindselig werden ließ. Claire ging seine arrogante Art gegen den Strich und sie war froh, wenn sie so wenig Kontakt wie möglich zu ihm hatte. In den vergangenen drei Wochen waren sie sich nur zweimal begegnet, was Claire schon gereicht hatte. Einmal hatten sie sich in seiner Praxis getroffen, weil sie einen Termin bei seiner Kollegin wahrgenommen hatte und ihm anschließend über den Weg gelaufen war. Sie hatten nur wenige Worte miteinander gewechselt, die sich ausschließlich um ihren Gesundheitszustand gedreht hatten, bevor Claire wieder verschwunden war. Beim zweiten Mal war er an einem Donnerstagabend vorbeigekommen, um ihr ein paar Schwangerschaftsvitamine vorbeizubringen, damit sie nicht extra in die Praxis kommen musste, um diese abzuholen. Das war sehr umsichtig gewesen, und Claire hätte womöglich beginnen können, ihn in einem positiveren Licht zu sehen, wenn er nicht wieder so furchtbar herablassend gewesen wäre. Glücklicherweise war er nach zehn Minuten wieder so viel zu seinem großartigen Plan, dass sie sich kennenlernen sollten, bevor das Baby geboren wurde. Zwar rief er alle paar Tage an, um sich zu erkundigen, wie es ihr ging, aber Claire nahm ihm das geheuchelte Interesse nicht ab. Der Mann zeigte ihr ziemlich deutlich, was er davon hielt, dass sie ein Baby von ihm bekam. Sie hatte sich vorgenommen, sich den ganzen Spuk noch ein nicht mehr blicken ließ. Angesichts ihres liebevollen Vaters und der Football-Spieler um sie herum, die total vernarrt in ihren Nachwuchs waren, wollte Claire nicht, dass ihr Kind einen gleichgültigen und emotionslosen Dad bekam. Der Mann ist der Vater deines Kindes, Claire. Hast du wirklich erwartet, dass du ihn von deinem Leben ausschließen kannst? Ach, du stellst dir das alles viel zu romantisch vor. Mit einem Knoten im Magen war völlig lässig. Grant und ich können uns nicht mal leiden. Immerhin hattet ihr Sex miteinander? Was völlig überbewertet wird. Willst du damit sagen, dass der Sex schlecht war? Pure Neugier quoll aus Livs Frage heraus. Ich würde lieber das Thema wechseln. Aha. Liv klang zufrieden. Wenn es dir peinlich ist, kann das nur heißen, dass ihr extrem versauten Sex hattet. Jetzt will ich ihn erst recht kennenlernen. Du bist eine Plage, zischte Claire und war einfach nur froh, dass Liv ihr nicht gegenüber saß, da ihre Wangen brannten. Darf ich dich daran erinnern, wie du Julian und mich manipuliert hast, damit wir wieder zusammen fanden? Das war etwas völlig anderes, empörte sie sich und setzte sich stocksteif in ihren Sessel. Wieso habe ich das Gefühl, dass du meinst, Grant und mich verkuppeln zu können? Lass dir gesagt sein, dass wir beide keinerlei Gefühle füreinander empfinden. Ehrlich gesagt, wäre mir wohler, wenn er sich bei mir nicht mehr melden würde. Was? Liv klang schockiert. Ich dachte, du wärst total erleichtert gewesen, als du ihn wieder getroffen hast. Schließlich wolltest du keine alleinerziehende Mutter sein. Claire schluckte gegen den Kloßen ihrem Hals an. Er will doch gar kein Kind haben. Sobald ich mit ihm spreche, merke ich, dass er diese Situation verabscheut und die Tatsache bedauert, dass ich ein Baby von ihm bekomme. Bist du dir sicher? Sie lachte trocken auf. Zwar sagte er es mir nicht ins Gesicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich für eine Schlampe erhält. Nun schnappte Liv erst recht nach Luft. Was? Hat er zu dir denn so etwas gesagt? Natürlich nicht. Ja, wie kommst du dann darauf? Seufzend verdrehte Claire die Augen. Ich habe es einfach im Gefühl. Das bildest du dir bestimmt nur ein, erwiderte tolle Frau. Das wird auch ihm aufgefallen sein. Liv war eine absolute Romantikerin, der sie nicht sagen konnte, dass Grant ein Arschloch war, deshalb ließ sie es lieber sein. Wir beide passen nicht zueinander, Liv. Er ist ein arroganter Eisblock und will mit mir nicht viel zu tun haben, was bei mir auf Gegenliebe stößt. Kann es nicht einfach sein, dass ihr einen schlechten Start hattet? Oh, wir sollten gar keinen Start haben, murmelte Claire. Wäre die Schwangerschaft nicht dazwischen gekommen, hätten wir uns nicht wieder gesehen. Ach, es ist alles etwas kompliziert. Ja, das denke ich auch. Ihr solltet miteinander reden. Liv, da gibt es nichts zu bereden. Oh, und ob, erwiderte sie fest. Da ich heute Geburtstag habe, wünsche ich mir, dass du ihn mitbringst. Du bekommst schon deine Brotbackmaschine, ächzte Claire voller Unlust. Ach, das ist doch die perfekte Gelegenheit, ihn näher kennen zu lernen, ohne dass ihr dabei so verkrampft seid. Außerdem erlebt er dich dann zusammen mit deinen Freunden. Claire seufzte gottergeben, ich sehe schon, du lässt dich von der Idee nicht abbringen. Genau, lachte ihre Freundin in den Hörer, wir sehen uns dann heute Abend. Vielleicht hat er gar keine Zeit, protestierte Claire schnell, bestimmt hat er schon was vor. Naja, netter Versuch. Liv, bis später, Schätzchen. Als es in der Leitung klickte, legte Claire den Hörer in ihren Schoß und runzelte die Stirn. Sie hatte sich auf Claires Geburtstag gefreut und merkte nun, dass sie einen absoluten Widerwillen verspürte, dort mit Grant aufzukreuzen. Da wäre es ihr sogar lieber, sich den Fragen ihrer Freunde über den Vater ihres Babys zu stellen, ohne dass sie ihnen einen Namen sagen könnte. Dennoch nahm sie ihr Handy und wählte seine Nummer. Als sie nach kurzer Wartezeit seine Stimme hörte, meldete sich wieder der Knoten in ihrem Magen, der ihr schon zur Gewohnheit geworden war. Hallo Grant, ich bin's, Claire. Er klang weder genervt noch erfreut über ihren Anruf. Wie immer wirkte er völlig gleichgültig. Hallo Claire, ist bei dir alles okay? Alles bestens. Hör mal, sie suchte nach den richtigen Worten. Ich weiß, es ist kurzfristig, aber hättest du heute Abend Zeit? Meine beste Freundin feiert ihren Geburtstag und hat mich soeben gefragt, ob du nicht auch mitkommen möchtest. Bitte sag nein, flehte sie innerlich, bitte sag einfach nein. Doch Grant erwiderte erst einmal gar nichts, bevor er emotionslos wissen wollte, deine beste Freundin? Ja, genau. Liv. Sie fühlte sich verpflichtet, ihm zu erklären, sie hat sich in den Kopf gesetzt, dich kennenlernen zu müssen. Aha. Es gab kaum etwas Nervenderes, als sich mit ihm zu unterhalten. Claire knirschte mit den Zähnen. Sie wollte um keinen Preis, dass er davon ausging, dass sie ihn unbedingt dabei haben wollte, also meinte sie möglichst gleichgültig, na ja, es war eine spontane Idee und ist kein Problem, wenn du nicht mitkommst. Sobald sie ihren Satz beendet hatte und schon auflegen wollte, fragte Grant seufzend, wann soll ich dich abholen? Herr was? Wann soll ich dich abholen? Mit gerunzelter Stirn fragte sie, möchtest du wirklich mitkommen? Ich möchte wissen, wann ich dich abholen soll, wiederholte er ruhig. sie stockte du, du musst mich nicht abholen, wir können uns auch dort treffen. Ein Schnauben war die Antwort. Ich hole dich ab und wir fahren zusammen zu dem Geburtstag deiner Freundin. Okay, murmelte sie, sei um acht bei mir. Gut, er legte einfach auf. Claire hätte ihr Handy am liebsten gegen die Wand geworfen. So viel zu ihrem wundervollen Tag. Als es um Punkt acht Uhr an ihrer Tür klingelte, zuckte Claire zusammen und verteilte den Mascara, mit dem sie gerade ihre Wimpern tuschte, großzügig über ihr geschminktes Augenlid. Fluchend nahm sie ein Kleenex und tupfte die größte Sauerei weg, bevor sie mit wehendem Morgenmantel und nackten Füßen durch den Flur lief. Schnell knotete sie den hauchdünnen Stoff zusammen und schaute durch den Türspion. Augenblicklich zogen sich ihre Mundwinkel nach unten. Sie wusste selbst nicht, weshalb sie schlechte Laune bekam, wenn sie auf Grant traf. An seinem Äußeren konnte es wirklich nicht liegen. Immerhin war er ein verdammt gut aussehender Mann. Sie hatte nicht umsonst mit ihm geschlafen. Wenn er ihr nicht vom ersten Moment an ins Auge gestochen wäre, hätte sie ihn sicherlich nicht aus sein Hotelzimmer begleitet. Ein äußerlich Männer mit ausgeprägten Gesichtszügen und kräftigen Körper nun einmal mochte. Sie hatte eine Vorliebe für großgewachsene Männer und konnte mit jungenhaften Typen nicht viel anfangen. Grant fiel genau in die Kategorie Mann, die sie anziehend fand. Leider benahm er sich wie ein unterkühltes Arschloch, was Claire wiederum wenig anziehend fand. Seufzend öffnete sie die Wohnungstür. Hallo, komm rein. Anstatt einer Begrüßung zog er lediglich seine Augenbrauen in die Höhe und musterte ihren geblümten Morgenmantel. Bist du noch nicht fertig? Prompt presste Claire ihre Lippen aufeinander und umklammerte den Morgenmantel unter ihrem Kinn. Sie hatte nicht erwartet, dass er ihr seine Aufmerksamkeit schenken oder ihr sagen würde, wie hübsch sie aussah. Aber das völlige Fehlen jeglichen Interesses verletzte sie ein klein wenig. Nach wochenlanger Übelkeit und Leichenblässe sah sie endlich wieder aus wie sie selbst, hatte ihre Haare in lockere Wellen gelegt und ein zartes Make-up aufgelegt, das ihr Gesicht erstrahlen ließ. Doch alles, was ihm einfiel, war ein ungeduldiger Spruch. Sie maß seinen grauen Anzug und das schwarze Hemd, das er am Kragen geöffnet trug. Angesichts des kräftigen, gebräunten Halses erinnerte sie sich schlagartig an die Nacht vor drei Monaten. Schnell schob sie diese Erinnerung in den tiefsten Winkel ihres Gehirns. Ihr Ton triefte vor Spott. Dir auch einen schönen Abend. Er schloss die Tür und runzelte gleichzeitig die Stirn. Hattest du nicht acht Uhr gesagt? Mach's dir bequem, Claire lächelte knapp. Ich muss mich noch anziehen. Sein Seufzen ignorierte Füßen über den Flur zurück ins Badezimmer. Dort beseitigte sie das Malheur mit der Wimperntusche und trug dezenten Lipgloss auf, bevor sie in ihrem Schlafzimmer verschwand und den Mann in ihrem Flur, der sich die Fotografien an ihren Wänden ansah, keines Blickes würdigte. Da sie wusste, dass Mia keine fremden Männer in der Wohnung mochte, lehnte sie ihre Tür nur an, damit die Katze jederzeit zu ihr ins Schlafzimmer schleichen konnte, bevor sie aus ihrem Morgenmantel schlüpfte und den Kleiderschrank öffnete. Eigentlich hatte sie ein graues Spitzenkleid anziehen wollen. Da Grant jedoch einen grauen Anzug trug, verwarf sie sofort ihre Idee. Schließlich hatte sie keine Lust, mit ihm im Partner Look auf Lüffs Party aufzukreuzen. Gerade als sie ein hochgeschlossenes Etui-Kleid in einem gedeckten Türkis aus ihrem Schrank zog, erklang Grants gedämpfte Stimme durch die Tür. Mag deine Freundin Weißwein? Verwirrt runzelte Claire die Stirn und schlüpfte in das Kleid. Frustriert merkte sie, dass sie den Stoff nicht über ihrer Brust ziehen konnte. Claire? Mist, fluchte sie und schob den Stoff wieder über ihren Kopf. Ist alles okay? Ich passe in mein Kleid nicht hinein, seufzte sie und warf das wunderschöne Stück auf das Bett. Dann zieh ein anderes an, schlug er ungeduldig vor. Was denkst du, was ich vorhabe? Böse starrte sie auf ihre weiße Mansardentür, hinter der sich Grant und griff nach einem ärmellosen Kleid, das sie so gerne trug, weil die altrosa Farbe ihren Teint schmeichelte und das Kleid obenrum ziemlich locker fiel. Glücklicherweise saß es im Bereich ihrer Oberweite wie angegossen, doch der unnachgiebige Stoff wollte nicht über ihre Hüften rutschen. Claire? Ja, doch! Brauchst du Hilfe? Täuschte sie sich oder machte er sich über sie lustig? Mit schraften Schrei befreite sie sich aus dem Ungetüm und ließ es einfach zu Boden fallen. Ich brauche eine neue Garderobe! Du bist erst im dritten Monat, erwiderte er tonlos. Ja, danke, das weiß ich auch, fuhr sie ihn an und strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Sag das mal meinen Brüsten! Da stand sie in ihrer hautfarbenen Unterwäsche und beäugte ihren Schrank verzweifelt, während die Ungeduld in Person vor ihrem Schlafzimmer Wache hielt und sie beinahe wahnsinnig machte. Was ist mit deinen Brüsten? Seine amüsierte Stimme ging ihr noch mehr auf den Keks als seine unterkühlte Tonlage, die er normalerweise an den Tag legte. Boah, du bist Arzt, Grant! Ich muss dir sicherlich nicht sagen, was mit meinen Brüsten los ist! Während du über deine Brüste nachdenkst, könntest du mir bitte trotzdem sagen, ob deine Freundin gerne Weißwein trinkt? Sie liebt ihn! ächzte sie und streifte sich aus lauter Verzweiflung ein schwarzes Bustierkleid über, das glücklicherweise perfekt passte. Lächelnd drehte sie sich ihrem Spiegel zu und erstarrte. Um keinen Preis würde sie dieses Kleid anziehen. Sie sah aus, als wäre sie einem Porno entsprungen und würde nur darauf warten, dass ihre Brüste den schwarzen Stoff sprengten. Ganz sicher wollte sie sich so nirgends blicken lassen. Hektisch fummelte sie am seitlichen Reißverschluss herum und zog sich dieses unanständige Kleid wieder über den Kopf. So hast du's langsam? Ich weiß nicht, was ich anziehen soll, jammerte sie und öffnete die linke Schranktür, hinter der sich ihre Röcke befanden. Sein Stöhnen klang gequält. Hast du dir nicht vorher überlegt, was du anziehst? Claire ignorierte ihn und fasste nach einem dunkelblauen Rock, den sie nachdenklich an ihren Körper hielt. Wenn sie diesen Rock anzöge, müsste sie eine weiße Bluse dazu tragen, doch alle weißen Blusen, die sie besaß, saßen sowieso schon ziemlich eng. Claire Nerv mich nicht, zischte sie ihm zu. Ich wollte ein Kleid anziehen. Dann zieh um Himmels Willen ein Wenn ich einen Rock anziehe, brauche ich das passende Top dazu. Und? Sie rümpfte die Nase. Das ist nicht so einfach. Meine Blusen sind zu eng geworden. Dann zieh eine Hose an. Was? Ungläubig starrte sie auf die Tür. Es ist eine Party, da zieh ich keine Hose an. Wenn das so weitergeht, ist die Party sowieso vorbei. Na schön. Er bußt griff sie nach ihrem langärmeligen grauen spitzen Kleid mit dem runden Halsausschnitt und zog es über den Kopf. Da es wunderbar elastisch war, passte es glücklicherweise auch obenrum. Zufrieden sah sich Claire einen Moment lang im Spiegel an und fuhr über ihren Bauch, der hoffentlich bald wachsen würde. Sie konnte es kaum erwarten, rund zu werden. Claire drang Grants grantige Stimme durch die Tür und zerstörte ihren wundervollen Gedanken. Auf nackten Sohlen lief sie zur Tür und riss dieser auf. Komm schon rein! Sie drehte ihm den Rücken zu und hob die Kleider vom Boden auf, um sie eilig aufs Bett zu werfen, auf das Mia mit einem beleidigten Maunzen hüpfte und es sich auf Claire's Kopfkissen bequem machte. Willst du mir allen Ernstes sagen, dass du nichts zum Anziehen hast? Über die Schulter musterte sie ihn kurz und folgte seinem entsetzten Blick in ihren vollen Kleiderschrank, während sie sich ein paar Perlenohrringe ansteckte. Claire zuckte lediglich mit der Schulter und ging zwei Schritte rückwärts auf ihn zu. Kannst du bitte die Knöpfe schließen? Allein schaffe ich das nicht. Ohne etwas zu sagen, schloss er die Reihe von Knöpfen und strich unabsichtlich über ihren Nacken, als er den letzten Verschluss in Angriff nahm. Danke, murmelte sie, als er fertig war und ignorierte die kribbelnde Gänsehaut, die seine federleichte Berührung bei ihr ausgelöst hatte. Es war einfach merkwürdig, ihn in ihrem Schlafzimmer zu haben und beobachtet zu werden, während sie sich für Livs Party fertig machte. Sie atmete tief durch und trat an ihren Schuhschrank, um ein paar schwarzer Lederstilettos herauszunehmen, sie sich auf ihre Bettkante setzte. Grant stand währenddessen mitten im Raum und verfolgte jede ihrer Bewegungen. Hast du schon einmal gezählt, wie viele Schuhe du besetzt? Während sie die Riemchen um ihre Knöchel schloss, warf sie ihm von unten einen spöttischen Blick zu und blinzelte durch einen Schwall roter Haare. Wart erst mal ab, bis du meine Taschensammlung gesehen hast. Grant hatte keine Ahnung, was er auf sie sollte. Aber er sagte sich, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Schließlich war Claire die Mutter seines Kindes, also sollte er sie etwas besser kennenlernen. Dazu zählten sicherlich auch ihre Freunde. Bisher hatte er keine Ahnung, wer sie wirklich war. Was zu großen Teilen auch seine Schuld war. In den vergangenen Wochen hatte er ein eklatantes Desinteresse an ihr gezeigt, sodass sogar seine Kollegin Stephanie mehr als nur einmal die Stirn gerunzelt hatte. Stephanie war seit seiner Studienzeit eine gute Freundin, die über seine Zeit in Boston Bescheid wusste und als einzige Person Verständnis für seine Situation gezeigt hatte. Er rechnete es ihr hoch an, dass sie ihm eine Partnerschaft in ihrer Praxis angeboten hatte, wenn man bedachte, welche Katastrophe er hinter sich gelassen hatte. Außerdem wusste Stephanie darüber Bescheid, dass Claire ein Kind von ihm bekommen würde. Schließlich hatte er sie an Stephanie überwiesen. Es passte zu ihrem Charakter, dass sie die Klappe hielt und ihn nicht mit unzähligen Fragen löcherte. Doch ihr erwartungsvoller Blick, wenn er keine Antwort auf ihre Frage, wie es Claire erging, gewusst hatte, war eindeutig genug gewesen. Da Grant sehr wohl wusste, dass er sich mehr Mühe geben und Claire eine Chance geben musste, seinen ersten Eindruck von ihr zu revidieren, hatte er zugesagt, sie zur Geburtstagsparty ihrer besten Freundin zu begleiten. Zwar hatte er keine Ahnung, welche Art von Party ihn erwartete, aber er hatte sich für alles gewappnet. Wenn er wenigstens eine Ahnung davon gehabt hätte, welcher Mensch hinter Claires hübscher Fassade steckte, wäre er nun nicht völlig ahnungslos in Bezug auf ihre Freunde gewesen. Aber leider wusste er wirklich nichts über die Frau, die in einem halben Jahr sein Kind auf die Welt bringen sollte. Er konnte nur sagen, dass sie ungeniert mit fremden Männern in Bars flirtete. Keine Probleme mit One-Night-Stands zu haben schien, viel zu schön für eine einzige Frau war, anscheinend ein wahres Vermögen für Kleidung ausgab und wunderbar zarte Haut im Nacken hatte. Jedenfalls war ihm dies sofort aufgefallen, als er dabei behilflich gewesen war, ihr Kleid zu schließen. Apropos Kleid. Als er sie vor drei Wochen leichenblass und mager in einem verwaschenen Pyjama auf ihrer Couch gefunden hatte, hätte er niemals gedacht, dass sie kurze Zeit später wie das blühende Leben in einem kurzen Spitzenkleid und hohen Schuhen für Furore sorgen würde. Immerhin war sie schwanger. Dass sie für Furore sorgte, war nicht zu übersehen. Kaum hatten sie ein wunderschönes Backsteinhaus betreten, konnte Grant miterleben, wie Dutzende männliche Augenpaare in ihre Richtung starrten und Claire von oben bis unten musterten. Er konnte es nachvollziehen, schließlich war es ihm nicht anders ergangen, als sie heute Abend vor ihm gestanden hatte. Trotzdem gefielen ihm die abschätzenden Blicke der anderen Männer überhaupt nicht. Obwohl er nicht behaupten konnte, dass er für Claire irgendwelche Gefühle hatte, stieg das ätzende Gefühl von Eifersucht in ihm hoch. Sein Blick wurde finster, während er die Kiefer aufeinander presste. Da seid ihr ja endlich! Automatisch sah er nach oben und beobachtete, wie eine lächelnde Frau die Treppen hinunter kam. Im Gegensatz zu Claire war sie salopp gekleidet und trug sehr wohl ein paar Hosen zu einer Party. Sobald sie die letzte Treppenstufe erklommen hatte, streckte sie ihm die Hand hin. Hallo, du musst Grant sein. Ich bin Liv. Schön, dass Claire dich zum Mitkommen überreden konnte. Lächelnd erwiderte er den Händedruck der Brünetten und war froh, dass er von den irritierenden Eifersuchtsgedanken abgelenkt wurde. Ja, vielen Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ihr ehrliches Lächeln gefiel ihm. Danke und freu dich nicht zu früh. Alle sind gespannt, dich kennenzulernen. Claire neben ihm zischte ihrer Freundin aufgebracht zu. Liv, lass das. Doch ihre Freundin lachte nur und wandte sich wieder ihm zu. Bestimmt hat sie ewig im Bad gebraucht, oder? Als Antwort lächelte er schwach. Dazu sag ich lieber nichts. Vielen Dank auch, Liv, ließ sich Claire vernehmen. Er fand es ziemlich amüsant, mitzuerleben, dass Claire endlich mal zur Abwechslung nicht ihn mit bösen Blicken strafte, sondern eine andere Person wütend ansah. Liv jedoch schien sich darum keine Gedanken zu machen, sondern plauderte aus dem Nähkästchen. Ach, ich habe mir schon angewöhnt, ihr grundsätzlich eine falsche Uhrzeit zu sagen, damit sie halbwegs pünktlich kommt. Wenn die Party um neun Uhr beginnt, sage ich ihr, dass sie um acht Uhr da sein soll. Oh, du dreiste Lügnerin, lachte Claire nun los und schien ihrer Freundin nicht mehr mindestens böse zu sein. Grant fand Claire's tiefes Lachen ziemlich erfrischend und merkte, wie erstaunt er darauf reagierte. Nein, ich lüge nicht. Liv schüttelte zufrieden den Kopf. Obwohl du eine Stunde Vorsprung hattest, schaffst du es dennoch als letzte zu erscheinen. Hier, Claire drückte ihr ein pinkes Geschenkpapier eingewickeltes Paket in die Hände. Dein Geschenk, auch wenn du es nicht verdient hast. Das Geburtstagskind hielt es abwägend in den Händen. Für eine Brotbackmaschine ist es verdächtig leicht. Claire schlüpfte aus ihrer Jacke und warf diese schwungvoll über das Geländer. Ich habe nicht gesagt, dass du eine Brotbackmaschine von mir bekommst. Julian würde mich köpfen, wenn ich dir etwas schenke, das dich dazu bringt, noch mehr Zeit in der Küche zu verbringen. Mit ihren dunkelblauen Augen fixierte sie seinen Blick und erklärte trocken, sie ist eine grauenvolle Köchin. Falls du Hunger haben solltest, halte dich lieber an die Pizza. Hey, das war gar nicht nett, beschwerte sich Liv seufzend. Ich habe exzellente Spinatröllchen gemacht. Claire stieß ein Würgen aus und schüttelte panisch den Kopf, als wollte sie ihm unbedingt klar machen, dass er die Finger von besagten Spinatröllchen lassen solle. Mühsam beherrscht er sich, seine Gastgeberin nicht durch ein Lächeln vor den Kopf zu stoßen. Julien mag mein Essen, protestierte das Geburtstagskind empört. Julien ist nicht blöd und will sich die Chance auf Sex mit dir nicht verderben. Amüsiert verfolgte Grant den Schlagabtausch der beiden Frauen und unterbrach ihn nach weiteren Wortgefechten, indem er Liv eine Flasche Wein überreichte. Ich hoffe, dass er dir schmeckt. Ach, das war doch nicht nötig. Vielen Dank. Gerne. Claire, die neben ihm stand, fuhr sich durchs Haar und deutete auf das weitläufige Wohnzimmer, in dem sich eine Vielzahl bulliger Riesen tummelte. Obwohl Grant bei einigen das Gefühl hatte, dass sie ihm bekannt vorkamen, konnte er sie zum Verrecken nicht einordnen und runzelte die Stirn. Eigentlich braucht Liv nach Partys in diesem Haus etwas Stärkeres als Weißwein. Wieso? Interessiert schaute er ihr ins Gesicht und entdeckte den Anschein eines Lächelns in ihren Mundwinkeln. Du wirst es noch früh genug erleben. Claire, du machst ihm Angst, seufzte Liv und fügte erklärend hinzu. Die Kollegen meines Mannes sind manchmal etwas ungestüm. Zum Glück nehmen sie mittlerweile Rücksicht auf unsere Kinder, die oben schlafen. Tja, ließ sich Claire vernehmen. Brianna und Levi würden problemlos in der Umkleide der Jungs ihren Mittagsschlaf halten. So sehr sind sie an den Krach bereits gewöhnt. Und seit wann nehmen die Jungs denn bitte Rücksicht? Liv schaut ihnen entschuldigend an. So schlimm sind sie gar nicht. Sie sind Football Spieler, Liv, schnaubte Claire. Sie werden dafür bezahlt, sich zu prügeln. Quatsch, das zeigt nur, dass du einen völlig falschen Eindruck von dieser Sportart hast. Footballspieler? Grant hob erstaunt beide Augenbrauen in die Höhe. Ja, hat Claire dir das nicht erzählt? Liv verschränkte die Arme vor der Brust. Julian ist der Wide Receiver bei den New York Titans. Die meisten seiner Teamkollegen sind auch da. Natürlich hatte Claire ihm nichts davon erzählt, dass er auf der Party ein Profi-Football-Team treffen würde. Er konnte nicht von sich behaupten, dass er ein großer Football-Fan war, doch selbst er hatte im letzten Jahr mitbekommen, dass die New York Titans den Superbowl geholt hatten. Er fragte sich, auf was für einer Party er gelandet war, wenn er es mit Football-Spielern zu tun hatte. Dies war für ihn eine Premiere, da er jahrelang dem Ruderteam seiner Uni fragte er mit einem scherzhaften Ton. Ach, natürlich nicht, protestierte Liv, sie sind völlig harmlos. Claire schüttelte den Kopf, lass dir von Liv nichts vormachen, bisher gab es keine Party ohne Ärger. Claire, maulte Liv, wie stellst du uns bloß dar? Siehst du den stiernackigen Typen mit dem viel zu engen Shirt? Claire beugte sich zu ihm und deutete mit einer Hand in Richtung Sofa. Irgendwie schaffte sie es, dass ihn eine ihrer weichen Haarsträhnen am Kinn kitzelte, während ein blumiger Duft in seine Nase stieg. Sein Name ist Blake. Erst vor ein paar Monaten wurde ihm hier im Wohnzimmer die Nase gebrochen. Ach, er senkte den Kopf, um ihr ins Gesicht schauen zu können. Oh, keine Sorge, schmunzelte sie und sah ihn mit funkelnden Augen an. Er hatte es verdient. Wer hat ihm die Nase gebrochen? fragte er belustigt. Mit einem Lachen erklärte sie sein bester Freund. Echt? Echt? Claire nickte einem riesigen Kerl zu, der neben dem Kamin stand und einen massiven Arm um die zierliche Schulter einer absolut harmlos wirkenden Blondine gelegt hatte. Leider war es nicht sein erster Nasenbruch, seufzte Liv und meinte vorsichtig, Blake hat so eine Art, sich unbewusst mit Menschen anzulegen. Unbewusst? Interessiert musterte er Claire's Gesicht. Anscheinend hatte sie kein Problem damit, Tacheles zu reden und zuckte mit der Schulter. Er ist ein Idiot und schwer von Begriff. Es klingt nach einem lustigen Abend. Grant wandte Liv wieder das Gesicht zu. Danke, dass ihr mich vorgewarnt habt. Auf der Uni habe ich mich mit anderen Ruderern geprügelt, aber Football-Spieler waren bislang nicht dabei. Da siehst du, was du angestellt hast. Liv sah Claire tadelnd an. Jetzt denkt ihr, dass hier Mord und Totschlag herrscht. Claire jedoch ignorierte ihre Freundin, verschränkte die Arme vor der Brust und blickte ihn fragend an. Du bist gerudert? Grant zuckte mit der Schulter. Ja, auf der Uni. Das ist schon ewig her. Ach komm, bist du etwa einer dieser elitären Yale-Fuzzis, die mit ihren Rudermannschaften an irgendwelchen versnobbten Wettbewerben teilnehmen? Fassungslos riss sie ihre dunkelblauen Augen auf. Oh Gott, nein, erwiderte er inbrünstig, ich bin kein Yale-Fuzzi. Erleichtert legte sie den Kopf schief. Zum Glück. Das hätte mir noch gefehlt, wenn du einer dieser superreichen Yale-Fuzzis gewesen wärst, der aus Plymouth stammen und meinen, dass ihre Vorfahren mit der Mayflower nach Amerika gekommen wären. Wirk. Grant räusperte sich und erklärte gespielt ernst, die Yale-Fuzzis stecken wir aus Harvard regelmäßig in die Tasche. Harvard. Er nickte und ignorierte ihr Entsetzen. Abgesehen davon behaupten die Typen aus Yale nur, dass ihre Vorfahren auf der Mayflower waren, können es aber nicht beweisen. Meine Familie dagegen ist seit ihrer Gründung Mitglied der Mayflower Gesellschaft, lebt aber schon seit Ewigkeiten in Boston. Was? Liv verschluckte sich an einem Lachen und schielte ihn an. Wie war noch einmal dein Nachname, Grant? Montgomery, erwiderte er vergnügt. Aha, sie schien sich auf die Lippen zu beißen. Gibt es in Boston nicht eine Orbit Montgomery Gallery und ein William Avery Montgomery Hospital? Genau. Mit einem schwachen Lächeln zuckte er mit der Schulter. Und noch so einige Straßenzüge, die irgendetwas mit Montgomery heißen. Harbit war mein Großonkel und William mein Urgroßvater. Und in Harbit bist du gerudert? Ja, im Achter. Bescheiden erklärte er, gegen Yale haben wir nie verloren, aber gegen Oxford. Claire hat es die Sprache verschlagen und sie sah ihn mit schreckgeweiteten Augen an. Ihre Freundin dagegen gluckste belustigt auf. Bist du als Arzt das der Reihe gefallen? Überhaupt nicht. Mein Dad ist auch Arzt, genau wie sein Vater und dessen Vater. Nur mein Großonkel Orbit war etwas speziell, als er sein Medizinstudium schmiss und stattdessen Künstler wurde. Das Haus meiner Eltern ist voll von Bildern und Skulpturen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Penissen besitzen. Ach, ja, meine Mom ist der Meinung, dass Orbit schwul war, aber mein Vater hält das für unmöglich. Schließlich war Orbit dreimal verheiratet und bekam vier Kinder. Liv lachte. Die vielen Bilder haben dir vermutlich den Aufklärungsunterricht erspart, Na ja, ich bin zwar kein Urologe, aber dennoch vermute ich, dass in der freien Wildbahn keine blau gepunkteten Penisse existieren. Auch wenn Liv mit seiner Anekdote amüsierte, bemerkte er, dass Claire ziemlich still geworden war und gar nicht belustigt wirkte. Alles okay? Sie runzelte die Stirn. Du warst in Harvard und bist gerudert. Na ja, hast du damit ein Problem? Schnaubend rümpfte sie die Nase. Du bist also doch ein Fuzzi. Grant verschränkte die Arme vor der Brust. Nur weil ich gerudert bin und in Harvard war, bin ich noch lange kein Fuzzi. Oh ja, jetzt begreife ich auch, warum du wie ein Snob wirkst. Sie schüttelte den Kopf. Claire, ich bin kein Snob, presste er durch die Zähne hindurch. So, bevor ihr euch in die Haare bekommt, solltet ihr euch erst einmal etwas zu trinken holen. Liv klopfte ihm auf den Rücken und scheuchte die beiden ins Wohnzimmer. Du wirst heute genügend Leute kennenlernen, die dich ausfragen wollen, also gönn dir etwas Hochprozentiges. Sobald Liv außer Hörweite war, sagt Grant Claire finster an, was sollte das denn bitte? Was, ich bin nur etwas geschockt, dass ich das Baby eines Mayflower-Abkömmlings bekomme, erwiderte sie wenig begeistert. Müssen wir ihm irgendeinen hochtrabenden Vornamen geben, wenn es ein Junge wird? Nenn ihn, wie du willst. Er hatte keine Ahnung, warum sie plötzlich derart schlechte Laune hatte und merkte, wie auch seine Stimmung absackte. Ah, heißt das, dass du nicht willst, dass das Baby deinen Namen bekommt? Claire, zischte er ihr zu, das Baby ist gerade so groß wie ein Wachtelei. Findest du es nicht, ein wenig früh sich über Namen Gedanken zu machen? Na wunderbar. Ihre Augen blitzten ihn an. Dein Interesse an deinem Kind ist wirklich herzerwärmend. Die laute Stimme eines Mannes unterbrach sie. Hey, Claire, hast du deinen neuen Freund mitgebracht? Ein Grüppchen hatte sie beide entdeckt und winkte ihnen zu. Grant biss die Zähne zusammen, auch wenn er Claire gerne geschüttelt hätte. So blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Augen zu verengen und sich mit ihr ein Blickduell zu liefern. Er wusste einfach nicht, welche Laus ihr schon wieder über die Leber gelaufen war und hätte sie am liebsten stehen gelassen. Da wollte er sich Mühe geben und sie zur Party ihrer Freundin begleiten und dennoch zickte sie ihn an. Er hatte sie nicht absichtlich in diese beschissene Situation gebracht und konnte nichts daran ändern, dass sie ein Kind erwartete, das er nicht geplant hatte. Was erwartete sie denn von ihm? Sollte er ihr ewige Liebe schwören und ihr einen Antrag machen, weil sie von ihm schwanger war? Der böse Blick blieb auf ihrem Gesicht haften, als sie den Urheber des letzten Ausrufs ansah. Halt deine Klappe, Brian. Grant presste die Lippen zusammen und atmete tief durch, um sich zu beruhigen, bevor er sich der Gruppe zuwandte und ein annähernd freundliches Gesicht aufsetzte. Der schwarzhaarige Mann fragte verdutzt, »Wieso bist du so zickig?« »Ich bin nicht zickig!« Sondern genervt fuhr sie ihn an. Die blonde Frau neben dem Schwarzhaarigen verdrehte die Augen. »Du musst ihn entschuldigen, Claire. Brian ist zum ersten Mal seit drei Monaten abends weg und muss sich erst noch an diese Freiheit gewöhnen.« Der Mann namens Brian empörte sich mit einem Stirnrunzeln. »Was soll das denn heißen, Teddy?« »Wer soll heißen, dass du ausnahmsweise deine Klappe halten sollst?« seufzte die Frau mit den kurzen Haaren neben ihm und reichte gleich darauf Grant eine Hand. »Sie müssen Grant sein.« »Ich bin Teddy.« »Und das hier ist mein vorlauter Mann, Brian.« Mit einem schwachen Lächeln nickte er. »Machen Sie sich keine Sorgen. Ich wurde schon vorgewarnt.« Die Frau mit dem erschreckend jungen Gesicht lachte perlend auf. »Oh, das ist auch besser so.« Als sich ein weiterer Football-Spieler zu ihnen gesellte, der die schmeichelhafte Botschaft »Fuck me, I am famous« auf seinem T-Shirt trug und den Grant als denjenigen identifizierte, der sich laut seiner Gastgeberin gerne mit anderen anlegte, bemerkte er, wie sich neben ihm Claire versteifte. Innerlich stöhnte er auf. »Was geht ab, Leute?« Claire erklärte mit belegter Stimme, »Wir holen uns etwas zu trinken.« »Oh, Unsinn!« Der blonde Ehemann ihrer besten Freundin, den er schon vor einiger Zeit bei ihr zu Hause kennengelernt hatte, schüttelte prompt den Kopf. »Ihr bleibt hier und unterhaltet euch.« »Was kann ich euch bringen?« »Irgendeinen Saft.« Claire verschringte unsicher die Arme vor der Brust und erweckte den Eindruck, dass sie sich gar nicht wohlfühlte. »Mhm, was kann ich dir bringen, Grant?« Er deutete auf die Bierflasche, die sein Gastgeber in seiner Rechten hielt. »Ein Bier wär super.« »Kommt sofort!«, erwiderte dieser gut gelaunt und lief an ihnen vorbei ins Esszimmer. »Seit wann trinkst du Saft, Süße?« Der Football-Spieler Blake grinste Claire breit an. »Ich hatte mich schon darauf gefreut, dass du dir wieder die Kante gibst und ordentlich abgehst.« »Du weißt schon.« Er schenkte ihr einen eindeutigen Blick, den Claire mit einem wütenden Schnauben erwiderte. »Wovon zum Teufel redest du?« »Hey, ruhig Blut, Blake.« Der schwarzhaarige Brian setzte nun ebenfalls sein finsteres Gesicht auf. Grant beobachtete interessiert, wie Blake, der auf ihn einen eher harmlosen Eindruck machte, verwirrt in die Runde schaute. »Was denn los, Rabbit? Bei Livs letzten Geburtstag war sie sturzbetrunken und... Aua!« Er wurde unterbrochen, als die deutlich kleinere und schmalere Teddy ihn gegen den Arm boxte. »Was soll das denn?« »Du weißt nie, wann du einfach mal ruhig sein solltest.« Claire schien neben ihm vor Wut zu kochen. Ein Blick in ihr Gesicht zeigte ihm, dass ihr die Situation ziemlich peinlich war. Ihr Gesicht brannte jedenfalls lichterloh. »Hier, ihr beiden.« Julian drückte ihnen die Getränke in die Hände und stellte sich neben Claire. »Warum geht's?« »Oh, Teddy fühlt sich wie Mini-Rocky auf, weil ich es komisch finde, dass Claire keinen Alkohol trinkt.« beschwerte sich der Footballspieler namens Blake. »Mini-Rocky kann dir den Arsch aufreißen,« meinte der schwarzhaarige Ehemann trocken. »Dagegen waren Toms und DePrees Schläger wie ein Kindergeburtstag.« »Oh, Mann!« Blake verzog das Gesicht. »Warum seid ihr denn so aggro?« »Wir sind nicht aggro, sondern genervt von deinen dämlichen Sprüchen,« ächzte Claire und nippte an einer Apfelsaftschorle. »Außerdem trinke ich keinen Alkohol, weil ich schwanger bin, du Idiot.« »Was?« Mit aufgerissenen Augen starrte er sie ungläubig an. »Echt jetzt?« »Ja«, gab sie unhöflich von sich. Anscheinend war Blake dickfälliger als normale Menschen, da er anerkennend nickte. »Trasse Scheiße.« »Oh, aber es ist nicht von diesem Tony aus dem Marketing, oder?« »Äh, nein, ist es nicht«, blaffte sie ihn an. »Hast du dich doch mit Mitch getroffen.« »Nein?« Auch Julian schüttelte nun den Kopf. »Blake, geht's noch?« Grant versenkte eine Hand in seiner Hosentasche und setzte die Bierflasche an die Lippen an. Währenddessen verfolgte er das Gespräch zwischen Claire und einem relativ unterbelichtet wirkenden Footballspieler, der kurz davor zu sein schien, sie in einen Amoklauf zu treiben. Grant fand die Situation ziemlich interessant, zumal die anderen Anwesenden ebenfalls peinlich berührt waren, als Blake Claires Liebesleben völlig skrupellos vor ihm ausbreitete. »Blake, könntest du bitte aufhören, so einen Scheiß zu erzählen? Ich habe mit keinem Footballspieler geschlafen.« »Ja, außer hier mit Brian.« Anscheinend arglos nickte er dem schwarzhaarigen Brian zu. »Mit dem hast du geschlafen.« Dieser stieß ein tiefes Seufzen aus. »Danke für die Info, Blake.« »Oh, nichts zu danken,« erwiderte sein Teamkollege unbekümmert und schien nicht zu merken, dass Brian der Sarkasmus in Person war. »Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass Claire jemanden mitgebracht hat?« Julian sah den dunkelhaarigen Blake mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Könntest du dich zur Abwechslung mal nicht so benehmen, als hätte dich eine Truppe bekiffter Clowns aufgezogen?« Blake schaute prompt Grant an, dem er lässig zunickte. »Oh, was geht?« »So einiges,« erwiderte er ruhig. »Sind Sie ein Arbeitskollege von Claire?« Er machte eine wirsche Handbewegung. Claire schüttelte prompt den Kopf. »Ist er nicht.« »Nein.« Er legte den Kopf ein wenig schief und sagte sich, dass er bei Gelegenheit nachfragen sollte, was Claire beruflich machte. Bislang hatte er keine Ahnung, womit sie ihre Brötchen verdiente. Angesichts ihrer unberechenbaren Launen hatte er momentan jedoch wenig Lust, sie danach zu fragen. »Ich bin Arzt.« »Cool.« »Sportarzt?« »Nein.« Er rang sich ein schwaches Lächeln ab. »Frauenarzt.« Blake fielen beinahe die Augen aus dem Kopf, als er ihn wie die Ausgeburt des Messias ansah. Grant waren blöde Kommentare gewöhnt, aber Blake übertraf alles, was er bislang gehört hatte. »Ein Muschiologe?« »Wie geil ist das denn?« Vor lauter Schreck verschluckte er sich beinahe an seinem Bier ein. »Was?« »Ein Muschiologe.« Wiederholte Blake fasziniert und erntete einige gequälte Seufzer seiner Freunde. »Du weißt schon.« »Muschiologe?« »Doktor Muschi?« Teddy runzelte böse die Stirn. »Danke, Blake. Wir haben es schon beim ersten Mal kapiert.« Blake kam aus dem Schwärmen nicht heraus. »Der Job muss klasse sein.« »Den ganzen Tag kannst du dir Muschis anschauen und wirst dafür noch bezahlt.« »Blake!« Claire schien kurz vor einer Explosion zu stehen. »Scheiße, warum habe ich nicht besser in der Schule aufgepasst?« »Doktor Muschi!« Er betrachtete Grant mit einem anerkennenden Blick. »Hast du Claire so kennengelernt?« »Nein, hat er nicht.« Sie schaute Julian an. »Boah, kannst du ihn nicht rauswerfen?« »Wieso? Er ist doch ganz unterhaltsam.« witzelte Julian herum. Aufgeregt fragte Blake nach. »Also eins wollte ich schon immer wissen. Ihr habt doch diese perversen Stühle. Komm, Claire, lass uns lieber abhauen.« Teddy verdrehte die Augen und unterbrach Blake. »Ich habe keinen Bock auf ausführliche Details zu Blakes abartigen Vorlieben.« »Hey, ich bin nicht abartig.« Nun erklang auch ein abfälliges Schnauben aus Brians Mund. »Ja, da muss ich dir widersprechen.« »Immerhin gab es da diese Geschichte mit der Verkäuferin des Souvenirladens und dem Gummipenis.« »Oh, halt deine Klappe, Rabbit!« Komischerweise lief Blake rot an und gab seinem Teamkollegen irgendwelche mystischen Zeichen. »Was?« »Unschuldig rümpfte Brian die Nase. Soll ich etwa nicht erzählen, wie wir dich in deinem Hotelzimmer fanden?« »Nackt und oh Gott!« stöhnte Teddy auf. »Nicht diese Geschichte!« »Bitte nicht!« »Ich hatte tagelang Albträume.« »Du kennst die Geschichte?« röchelte Blake entsetzt. »Na klar.« Sie zuckte mit der Schulter. »Brian hat sie mir mal im Supermarkt erzählt, als wir vor dem Zucchini-Regal standen.« Sie grinste breit. »Du perversling!« »Ich hol mir ein Bier!« rief Blake laut aus und verschwand eilig. »Wieso ladet ihr ihn immer ein?« Claire sah Julian empört an. Dieser zuckte mit der Schulter. »Blake gehört zur Familie, Claire.« »Er ist ein toller Typ. Weiß manchmal nur nicht, wann er einfach ruhig sein sollte.« »Abgesehen davon, dass ich noch nie Dr. Muschi genannt wurde,« warf Grant neugierig ein, »würde ich echt gerne wissen, wie das mit der Zucchini war.« »Tch, das sollte niemand erfahren.« Teddy schüttelte entsetzt den Kopf. »Da tun sich Abgründe auf.« Grant trank einen Schluck Bier und unterdrückte ein Glucksen, bevor er bemüht ernst zugab. »Ja, mit Abgründen kenne ich mich aus. Ich war in einer Studentenverbindung.« »So gehört sich das für Muschiologen.« Brian stieß mit seiner Bierflasche gegen Grant, bevor er mit ernster Stimme erklärte. »Unsere Claire bekommt also ein Baby von dir?« Claire holte tief Luft. »Brian!« »Wir sind weg.« Teddy ergriff Claires Arm. »Das tun wir uns nicht an.« »Aber«, wollte Claire protestieren, »das gibt bestimmt einen Pisswettbewerb,« grüllte Teddy und hakte Claire unter. »Ich für meinen Teil muss das nicht mit ansehen.« Grant sah beiden hinterher und fing Claires unsicheren Blick ein, mit dem sie ihn und die anderen Männer bedachte. »Arme Claire, sie hat sicherlich Schiss, was wir dir über sie erzählen könnten.« Er zwang sich dazu, seinen Blick von Claire zu lösen, die sich mit Teddy aufs Sofa gesetzt hatte, und Julian anzusehen, der ein entschuldigendes Lächeln aufgesetzt hatte. »Ja, was könntet ihr mir denn erzählen?« »Oh, nichts für ungut.« Brian schnitt eine Grimasse. Claire und ich waren vor ewigen Zeiten ein Paar. Blake hat leider die Begabung, alles schmutzig klingen zu lassen. »Das habe ich auch schon gemerkt.« Grant betrachtete die beiden Männer, von denen er sich vorstellen konnte, dass sie echt umgängliche Typen waren, und dachte daran, wie peinlich es Claire gewesen war, als Blake andere Männer vor ihm erwähnt hatte. Er war kein Idiot und ging auch nicht davon aus, dass sie keine Beziehungen geführt hatte. Immerhin war sie Mitte 30. Dennoch musste er zugeben, dass er neugierig war. Er hatte sie nicht einmal eine halbe Stunde gekannt, als sie miteinander im Bett gelandet waren. Daher hatte ihn der Gedanke nicht losgelassen, dass sie zu den Frauen gehörte, die symptomatisch Männer in Bars aufgabelten. Immerhin wurde sie Mutter seines Kindes. Claire ist eine tolle Frau. Julian sah ihn eindringlich an. »Unsere Tochter ist ganz vernarrt in sie.« »Bestimmt wird sie eine großartige Mutter.« »Ja, du musst nur aufpassen, wenn sie keine Schokolade mehr hat,« riet ihm auch Brian. »Dann kann sie ziemlich zickig werden.« »Ansonsten ist sie total umgänglich. Oh, und sie macht ein großartiges Frühstück.« »Danke.« Er verzog kurz den Mund. »Aber wir sind kein Paar. Wir kriegen zwar ein Kind miteinander, aber wir führen keine Beziehung.« Er konnte den beiden anderen Männern ansehen, dass sie noch irgendetwas sagen wollten, doch glücklicherweise hielten sie die Klappe und stellten ihm die typischen Fragen, um ihn abzuchecken, was Grant gar nicht so schlimm fand. Denn irgendwie war es sogar tröstlich, dass Claire so gute Freunde zu haben schien. Wenig später gesellten sie sich wieder zu den Frauen auf die Couch, wobei Grant sich neben Claire setzte und die übrigen Teammitglieder samt ihren Partnerinnen kennen. Er hatte nie gedacht, dass ein Abend mit Footballspielern so witzig und angenehm werden könnte. Im Gegensatz zu den gängigen Klischees waren sie alles andere als unterbelichtete Idioten mit anabolikermissbrauch und latenter Aggression, sondern zeigten, dass sie ziemlich angenehme Gesprächspartner waren. Zwar glänzte der Footballspieler Blake immer wieder durch wenig schmeichelhafte Bemerkungen zum vermeintlichen Traumberuf eines Frauenarztes, aber das konnte Grant nicht schocken. Er war viel zu vertieft, Claire bei ihren Gesprächen zuzuhören und sie eingehend zu mustern. Da sie ihn nicht länger böse anblickte, sondern eher resigniert wirkte, beugte er sich zu ihr und fragte so leise, dass nur sie es verstehen konnte, habe ich irgendetwas falsch gemacht. Sie schüttelte den Kopf und wich seinen Blick aus. Ah, ah, alles okay. Claire, ist schon gut. Ich wollte dich nicht so anzicken. Sie fuhr sich über die Lippen und murmelte tonlos. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich weiß, dass du das nicht hättest tun müssen. Oh, keine große Sache, erwiderte er nüchtern. Immerhin sollten wir uns wirklich besser kennenlernen. Ja, das stimmt. Claire nickte emotionslos und schwieg. Ich finde ihn verdammt heiß. Claire nippte an einem Glas Cranberry-Saft und warf Aaron Peacock einen fragenden Blick zu. Du findest wen heiß? Aaron verdrehte die Augen und deutete in Richtung Esszimmer. Grant. Wen starrst du denn sonst seit Minuten wie ein hypnotisiertes Erdmännchen an? Das tue ich nicht, widersprach sie und verteidigte sich mit lahmer Zunge. Ich denke gerade an mein aktuelles Projekt. Aber sicher, prustete Aaron vergnügt und zog eine Augenbraue in die Höhe. Ja, ich finde auch, dass Grant richtig klasse aussieht, ließ sich Liv vernehmen, die Kaffee aufsetzte und verzückt seufzte. Er ist total heiß. Nachdenklich lehnte Claire den Kopf nach vorne und sah durch die geöffnete Tür ins Esszimmer, in dem Grant mit einigen ihrer Freunde stand und sich unterhielt. Sie schluckte kurz und maß ihn ausgiebig. Wenn sie nicht gewusst hätte, dass er kein Football-Spieler war, wäre ihr kein Unterschied zu den Profisportlern aufgefallen, die sich im Haus ihrer besten Freundin tummelten. Der einzige Unterschied war, dass Grant einen Anzug anstatt eines T-Shirts mit der Aufschrift Fuck me, I'm famous trug und nicht damit prallte, die Hälfte aller Cheerleader nördlich des Mississippi genagelt zu haben. Im Gegensatz zu einem gewissen Running Back, der besonders heute durch sein widerwärtiges Verhalten auffiel, benahm sich Grant formvollendet und wirkte ziemlich würdevoll. Ansonsten konnte Claire wirklich keinen Unterschied zu den Football-Spielern erkennen. Auch Grant war hochgewachsen und besaß einen kräftigen Körper, der, wie sie heute erfahren hatte, von unzähligen Rudereinheiten stammen musste. Na wunderbar. Der Vater ihres Babys war auf einer Elite-Universität gewesen, hatte einem Ruderteam angehört und schien Mitglied einer alteingesessenen Familie zu sein, der Halbborsten gehörte. Versnobbter ging es eigentlich gar nicht. Schon den ganzen Abend musste sie daran denken, wie sehr sie sich an die Geschichte mit Lance erinnert fühlte. Ja, das hatte ihr noch gefehlt. Jetzt verstand sie auch, weshalb Grant keine Begeisterung dafür empfand, dass er ein Kind von ihr bekam. Die Upper Class blieb lieber für sich. Das war sie ja schon gewohnt. Wer ist heiß? Teddy betrat die Küche und lehnte sich gegen den Kühlschrank. Claire ist neuer Freund, erwiderte Aaron fröhlich. Er ist nicht mein neuer Freund, protestierte Claire sofort und blickte die drei anderen Frauen finster an. Außerdem ist er nicht so heiß, schränkte sie sofort ein. Na, du musst es ja wissen. Immerhin hattest du extrem versauten Sex mit ihm. Ich hatte keinen extrem versauten Sex mit ihm, widersprach sie Liv, die vergnügt mit einer Zitrone in ihrer Hand spielte. Wir hatten Sex, normalen Sex. Das ist alles. Natürlich verpufften ihre Worte angesichts ihrer brennenden Wangen, was ihre Freundinnen dazu animierte, vergnügt zu prusten und zu kichern. Boah, jetzt hört schon auf. Wenn ich mal meinen Senf dazugeben darf, er ließ sich Teddy vernehmen, die zufrieden nickte. Ich finde ihn auch richtig scharf. Hast du dir mal seine Augen angesehen? Du kannst froh sein, wenn das Baby seine Augen bekommt. Liv täuschte ein zufriedenes Zittern vor. Ich habe eine Schwäche für Männer mit braunen Augen. Er macht mich wahnsinnig. Claire drehte dem lachenden Mann im Esszimmer den Rücken zu und verschränkte die Arme vor der Brust, während sie die anderen Frauen strafend ansah. Grant und ich sind nicht zusammen. Basta. An deiner Stelle würde ich heute Nacht extrem versauten Sex mit ihm haben. Liv schenkte ihr ein verdorbenes Lächeln. Erin begutachtete ihre Nägel und merkte tonlos an, du hast das große losgezogen, Claire. Immerhin sollte sich Grant allein berufsbedingt wirklich gut mit der weiblichen Anatomie auskennen. Oh Gott, stöhnte Claire genervt und sank auf einen Küchenstuhl, während ihre angeblichen Freundinnen wie and kicherten. Ihr seid noch schlimmer als die Jungs. Naja, wir finden Grant einfach klasse. Claire schluckte hart und sah sie seufzend an. Er ist nicht so toll, wie er meint. Oh, was ich von ihm sehe, gefällt mir schon ziemlich gut. Teddy wackelte mit beiden Augenbrauen. Wäre es nicht ausgleichende Gerechtigkeit, wenn ich mit ihm schlafen würde? Was? Irritiert blinzelte sie der vergnügten Teddy zu. Diese zuckte mit der Schulter. Naja, du hast schließlich auch mit Brian geschlafen. Fassungslos starrte sie Teddy an. Ich habe mit ihm geschlafen, bevor er dich kannte. Spielverderberin. Die junge Mutter gluckste amüsiert. Neugierig wollte Liv wissen, Kann es sein, dass du momentan wenig Sex hast, Teddy? Die Zwillinge sind drei Monate alt. Sie rümpfte die Nase. Ich habe gar keinen Sex, wenn du es wissen willst. Na nun, was ist denn mit Brian los? Teddy verdrehte die Augen. Was soll mit ihm los sein? Ich bin froh, wenn ich es abends schaffe, mir die Zähne zu putzen, bevor ich ins Bett falle. Brian geht's nicht anders. Unsere nächtliche Kommunikation im Bett beschränkt sich darauf, wer damit dran ist, aufzustehen und nach den Babys zu schauen. Lass deine Mom auf die beiden aufpassen und macht euch eine schöne Nacht, schlug nun Erin vor. Was denkst du, wie bei Tom und mir die Post abgeht, wenn Zoe bei John übernachtet und wir die Wohnung für uns allein haben? Ich will's mir lieber nicht bildlich vorstellen, murmelte Claire und verzog den Mund. Ja, das ist eine schöne Idee. Aber wenn die Zwillinge über Nacht nicht bei mir wären, würde ich durchdrehen. Kategorisch schüttelte Teddy den Kopf. Ich starre ja jetzt schon alle fünf Minuten auf mein Handy und Brian geht's nicht anders. Wenn das anhält, werde ich erst wieder Sex haben, wenn die Zwillinge aufs College gehen. Mach dir nichts draus, meinte Liv weich. Das vergeht bald. Ich hoffe es, murmelte Teddy und seufzte auf. So, zurück zu Grant. Oh nein, widersprach Claire, Grant ist kein Thema. Erin legte den Kopf schief. Warum wehrst du dich so gegen ihn? Wir sind kein Paar, Erin. Aber er ist ein toller Kerl. Ja, und außerdem trägt er keine Altlasten mit sich herum, betonte Liv. Bitte was? Liv spitzte die Lippen. Er war noch nie verheiratet. Erschrocken sah sie ihre beste Freundin an. Woher weißt du das denn? Von ihm? Ich hab ihn gefragt. Liv schüttelte enttäuscht den Kopf. Du hättest ihn doch einfach fragen können. Claire presste die Lippen zusammen und seufzte innerlich. Natürlich hätte sie ihn fragen können. Doch da ihre Gespräche meistens nur wenige Minuten gedauert und unerfreulich geendet hatten, war nicht viel Platz oder gar Zeit für ein privates Schwätzchen geblieben. Ihr würdet ein hübsches Paar abgeben. Sie verdrehte die Augen. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, aber eine Beziehung ist sowieso keine Option. Wieso das denn nicht? Vielleicht, weil er mich überhaupt nicht leiden kann? Sie rümpfte die Nase, hob vorsichtig beide Hände hoch und erntete prompt drei missbilligende Blicke. Liebste Claire, das bildest du dir nur ein. Erin verschränkte beide Arme vor der Brust. Ich hab keine Ahnung, was da zwischen euch läuft, aber Grant wirkt nicht wie ein Mann, der eine Frau in einem echt heißen Outfit wie deines nicht leiden würde. Ja, ich denke auch, dass du übertreibst. Liv setzte noch einen drauf, indem sie mit gespielt unbeteiligter Tonlage fragte, Also heißt das, dass du dir eine Beziehung zu ihm vorstellen könntest? Nein, das kann ich nicht, betonte nun Claire und klang dabei bissiger, als sie es eigentlich beabsichtigt hatte. Ich habe keine Lust, mit einem Mann zusammenzukommen, der mich für eine Schlampe hält. Teddy runzelte die Stirn und fragte skeptisch, Wie kommst du denn auf diese Idee? Hast du nicht seinen Blick gesehen, als Blake eine blöde Bemerkung zu Brian und mir gemacht hat? Oh, niemand nimmt Blake ernst, Liv schüttelte vehement den Kopf. Blake nennt ihn Dr. Muschi, empörte sich Claire. Was denkt ihr, was das für einen Eindruck auf Grant macht? Aaron kicherte wie verrückt. Ich denke, dass Blake furchtbar neidisch auf deinen Dr. Muschi ist. Für ihn scheint Grant ein wahrer Held zu sein. Grant ist kein Idiot und wird wissen, was er von Blakes dämlichen Bemerkungen halten soll, versuchte nun auch Liv, sie zu beruhigen. Es geht überhaupt nicht um Blake, Liv. Sie schüttelte den Kopf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Grant mich für jemanden hält, der ständig One-Night-Stands hat. Dass er jetzt auch noch mitbekommen hat, dass Brian und ich zusammen waren, bestätigt seine Meinung doch nur. Mit einem tadelnden Blick auf Aaron ergänzte sie, außerdem ist er nicht mein Dr. Muschi. Oh, an deiner Stelle würde ich mir um solche Dinge keinen Kopf machen. Genau. Liv zuckte mit der Schulter. Du bist 33 Jahre alt, Claire. Niemand würde erwarten, dass du bislang keine Beziehung geführt hast. Wie es schien, waren ihre Freundinnen der einhelligen Meinung, dass Grant ein toller Fang war und würden von ihrer Meinung nicht abrücken, egal was Claire ihnen erzählte. Es war ziemlich frustrierend, dass keine der drei ihren Standpunkt nachvollziehen konnte, denn Claire hatte sehr wohl bemerkt, wie abweisend er auf sie reagierte. Anscheinend hatte er den Verdacht, dass sie sich durch die Betten aller anwesenden Football-Spieler geschlafen hatte und das tat irgendwie weh. Sie war keine Schlampe und fand den Gedanken, dass der Vater ihres Babys sie dafür hielt, sehr verletzend. Als Dupree dann auch noch darauf bestand, dass Liv ihre Geschenke auspacken sollte, wandte sich Claire innerlich und schimpfte sich eine Idiotin, weil sie ihrer Freundin nicht einfach diese blöde Brotbackmaschine gekauft hatte. Mit einem angeklebten Lächeln stand sie hinter dem Sofa und beobachtete, wie Liv unter lautem Getöse die verschiedenen Pakete in Angriff nahm. Der Bücherfan Dupree schenkte ihr mit seiner Freundin Sarah einen E-Book-Reader, obwohl er grummelte, dass dieser kein Ersatz für ein richtiges Buch sei, während Sarah mit einem amüsierten Zwinkern zu verstehen gab, dass er selbst einen besaß und ihn sogar mit in die Badewanne nahm. Von Teddy und Brian bekam Liv die DVD-Sammlung ihrer Lieblingsfilmserie Rambo, die bisher unveröffentlichte Szenen beinhaltete, und Tom und Erin schenkten ihr einen wunderschönen Bildband zur New Yorker Architektur. »Ah, jetzt kommt die Brotbackmaschine dran!« Liv grinste ihr über die Schulter zu. »Aha«, murmelte sie und trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Das Papier raschelte unentwegt und verursachte ein Geräusch, das an Clares Nerven zerrte, bis Liv verschrocken nach Luft schnappte und Julian in dröhnendes Gelächter ausbrach. »Claire, ich schätze, ich sollte dir danken!« »Keine Ursache«, sie stieß ein tiefes Seufzen aus. »Ich habe nur an dein Wohl gedacht, Julian.« Liv dagegen beäugte ihr Geschenk mit nachdenklicher Miene und meinte trocken, »Das kann ich nicht einmal zu Halloween anziehen.« »Oh nein, mein Schatz«, Julian beugte sich über sie und küsste sie auf die Stirn, »Das ziehst du nur in unserem Schlafzimmer an, damit du mich gebührend anfeuern kannst.« »Ja, du scheinst es echt nötig zu haben, hm?« murmelte sie ihrem Mann zu. »Ich kann es auch umtauschen, wenn es dir nicht gefällt«, ergänzte Claire trocken. Brian warf ihr einen ironischen Blick zu. »Echt? Du willst es umtauschen?« »Gegen was denn? Gegen etwas Batteriebetriebenes oder gegen Plüschhandschellen?« Claire presste die Lippen aufeinander, ignorierte Grant, der sie ausgiebig musterte und erwiderte aufgebracht, »Es ist ein Scherzgeschenk!« »Mich hörst du nicht jammern.« Julian nahm seiner Frau die Verpackung ab und beschrachtete die nackte Frau auf dem Cover, die nur wenige Fetzen am Leib trug. Auf großen, roten Lettern stand dort »Sexy Cheerleader« und zeigte ein Kostüm, wenn man es denn so nennen konnte, das einem Trikot für Cheerleader nachempfunden war. Kniestrümpfe, Strapse, schrittoffene Hotpants sowie ein winziger BH, der vorne aus blau-weißen Pompons bestand, gehörten zu dem Kostüm, das Claire in einem Internetshop bestellt hatte. Wenn sie gewusst hätte, dass Grant dabei zusehen würde, wie Liv dieses Geschenk auspackte, hätte sie ganz sicher etwas anderes ausgewählt. Den restlichen Abend hörte sie sich gutmütig die spöttischen Kommentare zu ihrem Geschenk an und war froh, als Grant und sie irgendwann verschwanden. Irgendwie war der Abend nicht so verlaufen, wie sie sich ihn vorgestellt hatte. Ihre Nerven lagen blank, als Grant sie zu ihrer Wohnung begleitete. Um einen gleichgültigen Tonfall bemüht, fragte sie ihn, als sie ihre Wohnungstür aufschließen wollte, »Willst du noch einen Kaffee?« »Kaffee.« »Ja,« Ihr Tonfall bekam wieder einen scharfen Klang, »ein Kaffee, heiß, koffeinhaltig, schwarz, Claire.« Sein Seufzen klang überheblich in ihren Ohren, also drehte sie sich mit schmalen Augen zu ihm um und lehnte sich gegen ihre Haustür. »Was hast du denn gedacht? Dass ich mit Kaffee Sex meine?« Grant verschränkte die Arme vor der Brust und schaute sie unergründlich aus seinen hellbraunen Augen an. Liv und Teddy hatten recht. Seine Augen waren wirklich wunderschön. »Wieso interpretierst du in eine winzige Frage solche Unterstellungen hinein?« »Weil du mich für eine Schlampe hältst!« Zu seiner Ehrenrettung musste Claire bekennen, dass er sie ungläubig ansah und den Kopf schüttelte. »Wie kommst du denn darauf?« Auch Claire verschränkte nun die Arme vor der Brust. »Ich bin doch nicht blöd. Weil wir einen One-Night-Stand hatten, gehst du davon aus, dass ich ständig mit fremden Männern schlafe.« »Habe ich jemals so etwas gesagt?« »Das musst du nicht.« Sie runzelte die Stirn. »In deiner Praxis hast du mir nicht widersprochen, als ich dir sagte, dass du mich bestimmt für eine Schlampe hieltest. Außerdem merke ich, wie sehr es dir widerstrebt, dass ich ein Kind von dir bekomme.« Claire betonte er mit ruhiger Stimme. »Dass ich kein Kind haben möchte, liegt nicht an dir.« »Vielleicht war ich nicht ganz fair zu dir und habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob das Kind von mir ist. Aber ich bin kein solcher Arsch, dass ich dich verurteilen würde, weil du mit Männern Sex hast.« »Du willst kein Kind.« Das war eine Feststellung und keine Frage, wie Claire merkte, als ich ein Eisklumpen in ihrem Magen bildete. »Claire, das ist meine Sache.« »Was?« Am liebsten hätte sie meine verpasst. »Dass du kein Kind haben möchtest, ist auch sehr wohl meine Sache, da ich ein Kind von dir erwarte.« »Ja, genau«, fuhr er sie an. »Du bekommst ein Kind. Also ist es müßig, darüber zu reden, wofür ich mich entschieden hatte.« »Keine Sorge, ich werde dem Kind ein guter Vater sein und nie davon anfangen, wie wir uns kennengelernt haben.« Das war nicht wirklich das, was sie hören wollte. Vor allem nicht, wenn sie im Flur ihres Wohnhauses standen. Claire war sich sicher, dass sie sich niemals zuvor niedergeschlagener gefühlt hatte. Sie fragte sich ernsthaft, wie Grant bloß so gefühlskalt sein konnte. »Na, dann ist doch alles gut«, erwiderte sie tonlos. »Danke, dass du mitgekommen bist.« »Da wäre noch eine Sache«, unterbrach er sie. Seufzend ließ sie den Schlüssel wieder sinken. »Welche Sache?« Seine Mundwinkel zogen sich nach unten. »Ich will nicht wie ein Arschloch klingen, aber denken deine Freunde, dass wir ein Paar sind?« »Oh, wenn du wissen willst, ob ich irgendjemandem erzählt habe, dass wir zusammen sind, kann ich dir gerne sagen, dass dem nicht so ist.« »Wieso wirst du denn schon wieder so zickig?« Er fuhr sich aufgebracht durch sein Haar. »Ich wollte doch nur klarstellen, dass du und ich kein Paar sind.« »Ja.« »Oh, vielen Dank, Grant«, sie nickte ernsthaft und hauchte mit süßlicher Stimme. »Dank deiner charmanten Art und deinem Süßholzraspeln, es sich beinahe vergessen, wie es um uns steht.« Erschöpft schloss sie die Tür auf und ignorierte ihn vollkommen. »Man sieht sich.« Juni Grant wachte schweißgebadet auf. Mit klopfendem Herzen und rasendem Atem öffnete er die Augen und starrte an die dunkle Zimmerdecke über sich. Er wusste sofort, wovon er geträumt hatte, auch ohne den Eisklumpen in seinem Magen zu spüren. Nur ein Traum hinterließ bei ihm Verzweiflung und ein leeres Gefühl in der Brust. Seit anderthalb Jahren machte ihm dieser Albtraum zu schaffen und überfiel ihn immer dann, wenn er am wenigsten mit ihm rechnete. Vor allem in der ersten Zeit hatte er fast jede Nacht diesen Traum gehabt und war Nacht für Nacht schweißgebadet aufgewacht. Diese Zeit hatte ihn beinahe in den Wahnsinn getrieben. Nicht nur, weil er immer wieder erleben musste, was an jenem einen Tag passiert war, sondern weil Anna von seinen Albträumen ebenfalls geweckt worden war und darauf beharrt hatte, mit ihm darüber zu reden. Anfangs hatte sie akzeptiert, dass er stumm geblieben war und sich geweigert hatte, mit ihr darüber zu sprechen. Doch irgendwann war sie ungeduldig geworden und von ihrem Verständnis war nichts mehr zu spüren gewesen. Seine Verschlossenheit hatte sie geärgert, was Grant sogar nachvollziehen konnte, auch wenn er einfach nicht aus seiner Haut konnte. Doch Anna schien mit seiner emotionalen Distanz nicht umgehen zu können. Mit einem Mal hatte sie begonnen, ihm seine Fehler vor Augen zu halten und ihn der Gefühlslosigkeit zu bezichtigen. Dabei war sie es gewesen, die in ihrer Beziehung kaum Gefühle zugelassen hatte. Vielleicht war sie es auch gewöhnt gewesen, eine solche Distanz zu ihren Patienten aufzubauen, dass sie es im normalen Leben nicht geschafft hatte, emotional zu werden und ihrem Partner mehr als nur professionelles Verständnis entgegenzubringen. Ihr Patentrezept war immer ein Besuch bei einem Psychologen gewesen, aber Grant hatte davon nichts wissen wollen. Er hatte sich eine Partnerin gewünscht, die ihm Verständnis entgegengebracht hätte, die für ihn da gewesen und die seinem Problem nicht mit Vorwürfen begegnet wäre, so wie es Anna getan hatte. Sehr schnell war ihm klar geworden, dass sie sein Problem nicht ernst genommen hatte, sondern der Meinung gewesen war, dass er es einfach abhaken und zur Tagesordnung zurückkehren sollte. Schließlich sei er Arzt und müsse mit solchen Vorfällen rechnen. Doch Grant hat es nicht einfach abhaken können und ganz sicher war der Tod zweier Menschen nicht einfach ein Vorfall gewesen. Natürlich war er Arzt, aber das hieß noch lange nicht, dass er ein Roboter war. Als er gemerkt hatte, wie gefühlskalt Anna in Wahrheit war und dass er kein Interesse mehr an ihrem Verständnis oder gar ihrem Trost hatte, war ihre Beziehung längst den Bach heruntergegangen. Die Trennung war schmerzvoll gewesen und hatte ihn nichtsdestotrotz erleichtert. Auch waren seine Albträume seltener geworden, bis jetzt. Seit dem letzten Albtraum waren bestimmt vier Monate vergangen. Und eigentlich war er davon ausgegangen, dass mit seinem Neuanfang in New York nicht nur sein altes Leben hinter ihm liegen würde, sondern dass sich auch dieser Albtraum verabschiedet hätte. Stöhnen setzte er sich auf und fuhr sich mit beiden Händen über das Gesicht. Er konnte sich denken, warum er ausgerechnet in dieser Nacht den Albtraum hatte haben müssen. Claire käme morgen in die Praxis, um ihren nächsten Ultraschalltermin wahrzunehmen, wie ihm Stephanie gestern mitgeteilt hatte. Seine Kollegin war ziemlich sauer, dass er keinerlei Interesse an Claires Schwangerschaft zeigte und sie fand deutliche Worte, um ihm zu sagen, was sie davon hielt. Grant war sich im Klaren, dass er langsam anfangen sollte, Claire mehr Beachtung zu schenken und sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass das Baby in wenigen Monaten zur Welt kommen sollte. Bislang hatte er alle Gedanken an das Kind von sich geschoben und diese Gedankenlosigkeit damit begründet, dass er noch genügend Zeit hätte. Doch er konnte sich nicht mehr selbst anlügen. Das Baby wurde von Tag zu Tag realer. Vor fünf Tagen war er Claire auf der Straße vor der Praxis begegnet, als er seine Mittagspause beendet und gesehen hatte, wie sie das Gebäude verließ. Wegen der sommerlichen Temperaturen hatte sie ein luftiges Kleid getragen, das sich an den bereits erkennbaren Babybauch geschmiegt hatte. Nachdem er sie zum letzten Mal am Abend von Livs Geburtstagsparty gesehen hatte, war die Veränderung ihres Bauchumfangs nicht zu übersehen gewesen. Verdammt, er war Frauenarzt! Er sah täglich runde Babybäuche und dennoch hatte Claires Anblick ihm einen Schock versetzt. Es war wie ein Schlag in den Magen gewesen. Natürlich hatte er in den vergangenen vier Wochen mit ihr telefoniert, aber gesehen hatten sie sich nicht. Sie plötzlich mit einem schwangeren Bauch zu sehen, hatte ihn umgehauen. Vielleicht hatte er da zum ersten Mal wirklich realisiert, dass sie von ihm schwanger war. Einen kurzen Augenblick lang hatte ihn der Anblick ihres Bauches berührt. Aber so schnell wie das Gefühl in ihm aufgestiegen war, war es auch wieder verschwunden. Er hat es ernst gemeint, dass er kein Kind haben wollte. Früher. Ja, früher hatte er sich gut vorstellen können, einmal Vater zu werden. Aber mittlerweile wusste er, dass er dafür nicht geschaffen war. Seit gestern quälte ihn der Gedanke an das Baby, weil er nicht sagen konnte, wie er sich dem Kind gegenüber später einmal verhalten würde. So ein eigener Vater war streng und dennoch liebevoll gewesen. Grant hatte in seiner Kindheit niemals das Gefühl gehabt, dass er ungewollt gewesen wäre. Was würde geschehen, wenn er dem Kind gegenüber keine Liebe empfand? Anna war nicht die einzige Person, die ihm vorgeworfen hatte, dass er gefühlskalt sei. Auch Claire hatte ihm dies an den Kopf geworfen. Egal, was passierte. Er wollte einfach nicht ein Arschloch von Vater sein. Grant schaute auf die Digitalanzeige seines Weckers und warf die Bettdecke von sich. Es war erst drei Uhr nachts. Dennoch wusste er, dass jetzt nicht mehr an Schlaf zu denken war. Also griff er nach dem iPod auf seinem Nachttisch und erhob sich. Auf nackten Füßen und lediglich mit Boxershorts bekleidet, tapste er im Dunkeln in das angrenzende Zimmer und machte dort Licht, bevor er sich auf sein Rudergerät setzte. Vielleicht half kräftezehrender Sport ja, um auf andere Gedanken zu kommen. Dass kräftezehrender Sport extrem anstrengend war, aber nicht bei der Lösung seines Problems half, merkte Grant einige Stunden später, als er übernächtigt an seinem Schreibtisch saß und ein paar Patientenakten auf Vordermann brachte, die in der letzten Woche liegen geblieben waren. Als es in seiner Tür klopfte, blickte er auf und konnte beobachten, wie Stephanie den Kopf hineinsteckte. Hast du fünf Minuten? Grant warf den Stift beiseite und lehnte sich zurück. Klar, was gibt's? Seine Kollegin schloss die Tür hinter sich und schenkte ihm einen auffordernden Blick. Claire ist da und wartet auf ihren Ultraschall. Sofort verschloss sich sein Gesicht und er atmete tief durch. Gut. Gut. Stephanie schnitt eine Grimasse. Sie hätte dich sicher gerne dabei. Heute will ich sehen, ob ich das Geschlecht bestimmen kann. Schnauben schüttelte er den Kopf. Sie will mich ganz sicher nicht dabei haben. Wenn du dich so abweisend benimmst, kann ich das sogar nachvollziehen. Sie seufzte auf. Ich verstehe dich besser als jeder andere, Grant. Aber dennoch muss ich dir sagen, dass du dich wie ein Arsch benimmst. Mit einem frustrierten Laut hob er beide Hände. Was soll ich denn tun? Claire kann mich nicht besonders gut leiden, weil ich ihrer Meinung nach nicht erfreut genug auf ihre Schwangerschaft reagiert habe. Wenn wir aufeinandertreffen, fliegen die Fetzen. Daher halte ich es für besser, wenn ich beim Ultraschall nicht dabei bin. Darum geht es nicht. Und das weißt du. Stephanie kam ein paar Schritte auf den Schreibtisch zu und umfasste das Ende der Rückenlehne des Gästestuhls mit beiden Händen, während sie sich ein wenig vorbeugte. Er hatte das Bedürfnis, sich zu verteidigen, und erklärte gepresst, wir sind kein Paar. Und wenn schon, unterbrach sie ihn und runzelte die Stirn. Sie bekommt ein Baby und könnte etwas Unterstützung gut gebrauchen. Wieso? Erschrocken sei er auf. Hast du etwas festgestellt? Nein. Damit wollte ich nur sagen, dass Claire die ganze Schwangerschaft allein durchmacht. Und vor allem in nächster Zeit deine Hilfe bräuchte. Kannst du nicht über deinen Schatten springen? Es ist schließlich auch dein Kind, Grant. Ja, das weiß ich selbst. Da ihm das Gespräch mit Stephanie unangenehm war und er nicht die Absicht hatte, weiterhin mit ihr über sein Leben zu diskutieren, stand er eher widerwillig auf und zog sich seinen Kittel aus. Von mir aus begleite ich dich zum Ultraschall. Aber du musst nicht glauben, dass Claire begeistert sein wird, mich zu sehen. Stephanie erwiderte nichts, sondern schenkte ihm einen dieser Blicke, unter denen er sich wie der letzte Vollidiot vorkam. Eigentlich kam er sich selbst wie ein Vollidiot vor. Und er wusste auch, dass Außenstehende nicht begriffen, weshalb er sich dagegen wehrte, Vater zu werden. Doch er hatte seine Gründe und kämpfte nun seit einigen Wochen mit sich selbst, wie er sich Claire und dem Baby gegenüber verhalten sollte. Als er hinter Stephanie ein Untersuchungszimmer betrat, konnte er sehen, dass Claire bereits auf einer Pritsche lag. Sie drehte den Kopf in Richtung Tür und lächelte Stephanie erfreut zu. Oh, hi! Hallo, Claire. Ich habe Ihnen jemanden mitgebracht. Obwohl sie sich zu bemühen schien, sich vor Stephanie keine Blöße zu geben, wirkte ihr Lächeln schlagartig angestrengt. Hallo, Grant. Da er befürchten musste, dass Stephanie ihm einen Tritt verpasste, wenn er weiter schwieg, gab er eine tonlose Begrüßung von sich und zog sich einen Hocke heran, um sich neben Claire an das Kopfende der Pritsche zu gesellen. Macht es dir etwas aus, wenn ich dabei bin? Sie schüttelte den Kopf und schaute ihn einen Moment unsicher an. Wenn er sie betrachtete, wie verletzlich und zerbrechlich sie wirkte, unterschied sie sich völlig von der rassigen Frau, die er vor ein paar Monaten in einer Bar kennengelernt hatte. Damals war sie aufgedonnert gewesen, doch heute trug sie einen sommerlichen Rock und eine verspielte Bluse, mit der sie richtiggehend niedlich wirkte. Zusätzlich hatte sie ihr auffälliges rotes Haar zu einer mädchenhaften Flechtfrisur gekämmt und trug überhaupt kein Make-up. Dennoch konnte er guten Gewissens behaupten, dass er keine andere Frau kannte, die dermaßen liebreizend aussah. Grant musste zugeben, dass er Claire faszinierend fand. Sie war nun einmal eine wunderschöne Frau und besaß zudem eine ausgeprägte Persönlichkeit. Irgendwie war es schade, dass sie sich nicht anders kennengelernt hatten. Als sein Blick auf ihren leicht gewölbten Bauch fiel, stieg ein schlechtes Gewissen in ihm hoch. Er hätte sie öfter anrufen sollen. Außerdem müsste er viel mehr von ihr wissen. Stephanie hatte recht. Er benahm sich momentan wie ein Arschloch. Da sie sich noch immer ansahen, häusperte er sich und wandte den Blick langsam ab. Er konnte den Arzt in sich nicht abstellen und griff nach Claires Akte, die neben ihm auf einem zweiten Hocker lag. Er beflog Stephanies Notizen und runzelte die Stirn. Hast du einen Antikörpertest durchgeführt? Jawohl, Herr Doktor, bereits den zweiten, erwiderte Stephanie amüsiert, bevor sie Claire mit einem Lächeln bedachte. Geht es Ihnen gut, Claire? Oh, alles wunderbar, entgegnete diese. In den letzten Tagen war ich etwas kurzatmig, aber eine Freundin meinte, dass es ihr genauso ging. Das stimmt. Stephanie tätschelte ihr die Hand, kein Grund zur Sorge. Aus dem Augenwinkel sah er, wie sich Claire auf der Pritsche hin und her wandt, bevor sie mit besorgter Stimme fragte, bisher hat sich das Baby noch nicht bewegt. Ist das normal? Grant hob den Kopf, es bewegt sich bereits. Nun nimmst du es noch nicht wahr. Wirklich? Claire schien ihm nicht zu glauben, da ihr Blick sofort zu Stephanie glitt, die vergnügt nickte. Grant hat völlig recht. In ein paar Wochen sind die Bewegungen schon deutlich kräftiger. Alles ist völlig in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen. Auffordernd deutete er auf die Akte, wie war der Eiweißwert ihres heutigen Urintests. Oh, Grant, Claire legte den Kopf zurück und klang peinlich berührt, musst du über meinen Urin reden? Claire, ich bin Arzt. Stephanie nahm ihm die Akte ab, aber du bist nicht ihr Arzt. Er krempelte die Ärmel seines blauen Hemdes in die Höhe. Hast du eine Amniozentese angeordnet? Nein, das habe ich nicht. Dazu besteht kein Grund, erläuterte Stephanie geduldig und setzte sich auf einen weiteren Hocker, bevor sie das Ultraschallgerät einschaltete. Alle Tests lieferten bislang sehr erfreuliche Resultate. Wie sieht es mit der Resus-Verträglichkeit aus? Ich bin keine Anfängerin, Grant. Mit den Blutgruppen der beiden ist alles in Ordnung. Zwar bezweifelte er nicht, dass sie einen guten Job machte, dennoch fiel es ihm schwer, Claires Schwangerschaft sozusagen nicht aus erster Hand zu erfahren. Und ihre Trans-Ami-Nasen? Stephanie rutschte näher an das Ultraschallgerät und nahm das Gel in die Hand. Sie tat, als wäre er gar nicht vorhanden und lächelte Claire an. Benimmt er sich sonst auch so? Claire war verdächtig ruhig und schaute zwischen beiden hin und her. Stimmt etwas nicht mit dem Baby? Mit dem Baby ist alles in Ordnung. Lass mich noch mal ihren Blutdruck sehen. Er wollte nach ihrer Akte greifen, aber Stephanie schüttelte autoritär den Kopf. Nichts da! Sie deutete auf seinen Platz. Du machst meine Patientin noch ganz kirre durch deine ständigen Fragen. Es liegt kein Bluthochdruck vor und mit ihren Leberwerten ist alles in bester Ordnung. Also musst du dir keinen Kopf um eine Präeklampsie machen. Jetzt benimm dich wie ein werdender Vater und halte die Klappe! Grant runzelte die Stirn und fügte sich widerwillig, indem er auf seinem Hocker ein Stück zurückrollte und wieder neben Claires Kopf Platz nahm. Claire, Stephanie atmete gespielt erleichtert auf, könnten sie ihre Bluse öffnen? Natürlich, murmelte sie und hob ihren Kopf ein wenig, während sie die Reihe kleiner Knöpfe öffnete, bevor sie beide Seiten aufschlug und sich zurücklegte. Er unabsichtlich streifte seinen Blick ihren Oberkörper und blieb an der sanften Erhebung ihres Bauches hängen, bevor er den zartgrünen BH musterte, der eine üppige Oberweite verbarg. Aus seiner Position hatte er eine fabelhafte Sicht auf ihr Dekolleté und den seidig glatten Bauch darunter. Berufsbedingt kannte er viele schwangere Bäuche, doch niemals zuvor hatte er einen schöneren Babybauch gesehen als Claires perfekte Rundung, die unter cremeweißer, makelloser Haut verborgen war. Das könnte jetzt etwas kalt werden, erklärte Stephanie, bevor sie das Gel auf Claires Bauch verteilte. Claires amüsiertes Quietschen ließ seine Mundwinkel nach oben wandern. Gespannt wartete er, dass Stephanie das Licht ausschaltete und mit dem Ultraschallkopf über Claires Bauch fuhr. Unabsichtlich beugte er sich näher zu Claire und starrte zusammen mit ihr auf den Monitor, der an der gegenüberliegenden Wand hing. Sobald sich das Bild aufgebaut hatte, erkannte er den winzigen Kopf des Babys, seine Wirbelsäule sowie die Arme und Beine. Ein merkwürdiges Gefühl breitete sich in seiner Brust aus. Natürlich hatte er in seiner Laufbahn als Arzt mehr Ultraschallbilder gesehen, als er hätte zählen können, doch dieses Mal war es etwas anderes. Oh Gott, hauchte Claire gerührt. Man kann ja schon ein richtiges Baby erkennen. Ja, ein sehr aktives Baby, urteilt Stephanie amüsiert und maß an dem Gerät die aktuelle Größe des Kindes. Alles ist perfekt. Wirklich? Claires Stimme klang belegt, als würde sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Natürlich, beruhigte Stephanie sie. Es ist ungefähr 18 Zentimeter groß und hat einen Kopfdurchmesser von 40 Millimetern. Ist das gut? Grant häusperte sich sehr gut. Wieder begegneten sich ihre Augen, als sie den Kopf zurücklegte und ihn ansah. Seit langer Zeit schenkte sie ihm ein Lächeln und wirkte extrem erleichtert. Grant gab das Lächeln zurück und betrachtete noch einen Moment ihren Scheitel, als sie sich wieder dem Monitor zuwandte. Sie war völlig verzückt sowie gerührt und schaute fasziniert auf den Monitor, auf dem das Baby in verschiedenen Positionen zu sehen war. Grant betrachtete seinerseits die Bilder seines Kindes und hasste den Konflikt in seinem Inneren. Er wollte sich über die ersten Fotos seines Kindes freuen, wollte genauso wie Claire die Augen nicht von dem am Daumen daumennutschenden Baby nehmen können und wollte sich ein Ultraschallfoto ins Portemonnaie stecken. Doch ständig schlichen sich andere Bilder und Erinnerungsfetzen in sein Gehirn. Stefanies Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Sehen Sie das? Er hält seine Nabelschnur fest. Er? Claire drehte den Kopf in seine Richtung und fragte ihn atemlos. Ein Junge? Unabsichtlich presste er die Lippen aufeinander und nickte schroff. Augenblicklich bemerkte er, dass er einen Fehler begangen hatte, da sie unmerklich erschrak und eine verletzte Miene aufsetzte. Oh Scheiße, das hatte er nicht beabsichtigt. Bevor er seine Hand ausstrecken konnte, um ihre zu nehmen und sich zu entschuldigen, hatte sie den Kopf schon wieder abgewandt und die Hand zur Faust geballt. Der feuchte Schimmer in ihren Augen, den Grant kurzer Spät hatte, drückte seine Stimmung nach unten. Dieses Kind kommt ganz nach dir, Grant, postete Stephanie und vergrößerte die aktuelle Aufnahme. Sehen Sie das, Claire? Der Kleine scheint zu wissen, dass er beobachtet wird. Wirklich? erklang Claire's Flüstern. Oh ja. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, dass er seinen Penis in Szene setzt. Anscheinend entwickelt er bereits jetzt ein gesundes Maß an Selbstvertrauen. Stephanie blinzelte ihm zu. Ganz der Vater. Na, vielen Dank, ächzte er und bemühte sich darum, völlig normal zu erscheinen. In den nächsten Minuten untersuchte Stephanie ausgiebig das Baby anhand des Ultraschalles, war dabei extrem bemüht und gründlich, plauderte vor sich hin und beruhigte Claire, die immer wieder ängstliche Fragen stellte. Als sie das Gerät abschaltete, verkündete sie fröhlich, das Baby ist kerngesund und entwickelt sich prächtig. Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen. Und sie sind sich sicher, dass es ein Junge wird? Sehr sicher. Lachend reichte sie Claire ein paar Tücher, mit denen sie das verschmierte Gel wegwischen konnte und drückte ihr die Hand. In ein paar Wochen möchte ich sie gerne wiedersehen. Bis dahin nehmen sie die Vitamine und achten sie auf eine gesunde Ernährung. Aber ich bin äußerst zufrieden mit ihnen. Genau so kann es jetzt in den nächsten Wochen weitergehen. Ich bemühe mich, erwiderte Claire mit einem kleinen Lächeln, bevor sie sich langsam aufsetzte und die Beine nach unten baumeln ließ. Stephanie schaltete wieder das Licht ein und erhob sich gut gelaunt. Von der angespannten Stimmung zwischen ihm und Claire schien sie nichts mitzubekommen. Dann lasse ich euch beide allein. Kathy wird ihnen vorne den nächsten Termin geben, Claire. Vielen Dank, murmelte sie und verabschiedete sie mit einem dankbaren Blick. Grant beobachtete, wie Stephanie das Untersuchungszimmer verließ und schob seinen Hocker direkt vor Claire, als sie beide alleine waren. Doch wie es schien, hatte sich Claire dazu entschieden, ihn zu ignorieren, da sie bedächtig das Gel von ihrem Bauch wischte und den Blick gesenkt hielt. Claire, er stieß einen tiefen Seufzer aus, so war das gar nicht gemeint. Ist schon gut? Ihre hohe Stimme klang verzerrt und Tränen unterdrückt. Wir müssen uns nichts vormachen. Mist, fluchte er und rückte so nah an sie heran, dass er beinahe zwischen ihren Beinen saß. Zwar saß sie auf der Liege und nahm dadurch eine höhere Sitzposition ein als er, doch da er um einiges größer war als sie, befanden sie sich auf gleicher Höhe. Grant wartete so lang, bis sie endlich den Kopf hub und ihn anschaute. Ihr unglücklicher Blick versetzte ihm einen Stich im Herzen. Vorsichtig erklärte er, mir gehen momentan einige Dinge durch den Kopf. Mein schroffer Ton hatte nichts mit dem Baby zu tun. Und das soll ich glauben? Anstatt aufzubrausen, wirkte sie geknickt und sehr nachdenklich. In angespannte Haltung schloss sie die Knöpfe ihrer Bluse. Manchmal kann ich einfach nicht aus meiner Haut. Bitte sei ehrlich, flüsterte sie. Das Baby ist dir völlig egal. Nein, das stimmt nicht. Sie schien jeden Moment in Tränen auszubrechen. Das ist schon ist schon okay. Ich hab's mittlerweile begriffen. Was hast du begriffen? Er wollte nach ihrer Hand greifen, aber Claire entzog sie ihm. Ich darf nicht erwarten, dass dir das Baby etwas bedeutet. Grant stieß einen tiefen Seufzer aus. Das ist Unsinn. Grant. Ihre Hände legten sich auf die Kante der Liege. Ich bin mittlerweile in der 18. Schwangerschaftswoche. und trotzdem war ich noch nie in deiner Wohnung. Wir telefonieren höchstens einmal in der Woche für fünf Minuten und sehen uns einmal im Monat. Wenn überhaupt. Du musst mir nichts vormachen. Ich bin dir egal. Das Baby ist dir egal. Wenn sie ihn angebrüllt hätte, wäre ihm wohler gewesen. Aber die Verletzlichkeit in ihrer Stimme hinterließ ein unangenehmes Gefühl in jeder Zelle seines Körpers. Wie soll es denn werden, wenn das Baby erst einmal da ist? Claire, schließ mich nicht aus. Ihre dunkelblauen Augen senkten sich in seine, als sie sehr leise und sehr traurig erwiderte, das tue ich nicht. Du schließt dich selbst aus. Okay, Grant holte tief Luft. Was muss ich tun? Gar nichts. Ihre Schultern sackten hinab. Du musst nichts tun, wenn du es nicht willst. Ich zwinge dich zu nichts. Du weißt, was ich meine. Selbst er bemerkte, wie ärgerlich seine Stimme klang, weshalb er am einen neutrales Gesicht bemüht war. Claire jedoch schien darauf nicht einmal zu achten. Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Zwar sagst du, dass du dich dem Baby gegenüber verpflichtet fühlst, aber so wirkst du nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass du jeden Augenblick bereust, den du mit mir verbringst. Finster zogen sich seine Augenbrauen zusammen. Du willst mich nicht dabei haben. Doch, ihr offener Blick besagte, dass sie es tatsächlich so meinte. Denkst du allen Ernstes, dass ich mir keinen Vater für das Baby wünsche? Ich möchte ihm eine möglichst normale Kindheit mit einem Vater bieten. Es wird ein Junge. Jungen sollten Väter haben, die mit ihnen diesen ganzen Jungenkram machen. Jungenkram? Sie machte eine unwirsche Handbewegung. Ach, du weißt schon, Basketball spielen, Autos rumschrauben und so weiter. Das werde ich ihm allein nicht bieten können. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht für das Kind da sein werde. Ja, das mag schon sein. Aber du hast mir nie gezeigt, wie ernst dir das war. Zügernd gab ihr zu, es stimmt, ich hätte dir mehr Aufmerksamkeit schenken können. Aber das musst du gar nicht. Ihre Mundwinkel hoben sich einen traurigen Millimeter nach oben. Ich möchte wirklich nicht, dass du dich dazu verpflichtet fühlst, obwohl du es nicht willst. Im Gegensatz zu mir hast du dir nun einmal kein Kind gewünscht. Nachdenklich betrachtete er sie und musste urplötzlich an die Ultraschallaufnahme seines daumen lutschenden Kindes denken. Okay, ich verspreche dir, dass ich mir mehr Mühe geben werde. Ihre Augen bekamen wieder einen feuchten Schimmer. Vielleicht ist es besser, wenn wir uns nicht mehr sehen. Erschrocken öffnete er den Mund. Wie bitte? Sie nickte und begann zu weinen. Seit Wochen hoffe ich, dass alles gut wird. Dass das Baby einen Vater haben wird. Aber so wie es jetzt ist, Claire, es ist schon gut. Unterbrach sie ihn und wischte sich mit zitternder Hand über die Augen, bevor sie mit bebender Stimme fortfuhr. Normalerweise würde ich die Praxis wechseln, damit wir uns nicht mehr sehen müssen. Aber Stephanie Was willst du damit sagen? Unglücklich schaute sie ihm ins Gesicht. Ein Kind muss sich geliebt fühlen. Kannst du mir versichern, dass du das Baby lieben wirst? Er schwieg und reichte ihr ein Taschentuch, das sie ebenfalls schweigend entgegen nahm und sich damit die Nase putzte. Stockend erklärte er nach einer Weile, mein Verhalten hat nichts mit dem Baby zu tun, Claire. Du warst schockiert, als du gesehen hast, dass es ein Junge wird. Nein, vehement schüttelte er den Kopf, das ist nicht wahr. Wirklich? Ihr Kind zitterte. Liegt es nicht daran, dass du ihm nicht deinen Namen geben willst? Was? Verwirrt verengte er seine Augen. Das verstehe ich nicht. Was hat denn mein Name damit zu tun, dass das Baby ein Kind deutete sie auf ihn und anschließend auf sich. Deine Familie, dein Name, du schämst dich, dass ich dein Kind bekomme. Das war so absurd, dass er am liebsten gelacht hätte, doch er entschied sich, ihre Hand zu nehmen und festzuhalten. Er konnte nicht sagen, woran es lag, aber das Gefühl, ihre weiche Hand in seiner zu spüren, beruhigte ihn sofort und ließ sein Claire. Mit leichter Belustigung in der Stimme erwiderte er, was soll meine Familie mit einer Schwangerschaft zu tun haben? Sie war auf der Mayflower. Aufgebracht presste sie ihre Lippen zusammen, bevor es als sie heraus sprudelte, meine Vorfahren waren irische Kartoffelbauern. Schallend lachte er und merkte, dass er zum ersten Mal seit ziemlich langer Zeit wieder richtig frei lachen konnte. Das ist nicht komisch, Grant. Du warst in Harvard. Irgendwelche Gebäude und Krankenhäuser tragen deinen Namen. Den Namen meiner Familie, verbesserte er sie gut gelaunt. Eben. Ihre Augen funkelten aufgeregt, während sie wild mit einer Hand gestikulierte. Damit kann ich nicht mithalten. Ich stamm aus einem kleinen Kaffee in Ohio. Mein Vater war Musiker und meine Mutter ist Sekretärin. Das College musste ich mir hart erarbeiten, Claire. Er beugte sich zu ihr und wurde ernster. Wovon sprichst du überhaupt? Sie atmete tief durch. Wir kommen aus völlig verschiedenen Welten. Männer wie du bekommen keine Kinder von Frauen wie mir. Frauen wie du? Mit einem vehementen Nicken wollte sie ihm die Hand entziehen, aber Grant hielt sie eisern fest. Grant Claire. Frauen wie ich und Männer wie du passen nicht zusammen. Und ganz sicher bekommen sie keine Kinder miteinander. Ich muss dich mal ganz ernst auf tragen, was du dir unter Männern wie mir vorstellst. Glücklicherweise bemerkte er, dass ihre Miene wieder finsterer wurde. Ihm war es lieber, wenn sie böse auf ihn war, als dass sie zu weinen anfing. Gegen ihre Tränen war er nicht gefeit und spürte, dass sie ihn in seinem Inneren berührten. Du kommst aus der Oberschicht. Oberschicht? Beinahe hätte er sich an dem Wort verschluckt. Wir leben doch nicht im London des 18. Jahrhunderts. Mit ihrer freien Hand zählte sie Punkt für Punkt auf. Ha! Du bist privilegiert aufgewachsen. Harvard, Rudermannschaft, Studentenverbindung, ja, außerdem eine staatliche Highschool, schlecht bezahlte Ferienjobs und ein grauenvolles Wohnheim. Er schnaubte, wenn du meinst, dass ich privilegiert aufgewachsen bin, solltest du wissen, dass ich meinen Dreck immer selbst wegräumen musste und sehr wenig Taschengeld bekommen habe. Ich meine es ernst. Oh, ich auch. Er rümpfte die Nase. Wie kommst du auf den Unsinn, dass ich das Kind nicht annehmen würde, weil ich aus der sogenannten Oberschicht stamme und du aus Ohio kommst. Das Zittern ihrer Hand verriet ihm, wie sehr sie das Gespräch mitnahm. Du wärst nicht der erste Mann, der so denkt. Auf dem College war ich mit jemandem zusammen, der genau aus dem Grund mit mir Schluss gemacht hat. Grant stieß den Atem aus. Puh, Arschloch. Schweigend starrte sie auf ihre Hand, die mit seiner verschlungen war. Die Stille des Untersuchungszimmers wirkte beruhigend, wie Grant bemerkte. Nach einer Weile drückte er ihre Hand. Du warst auf dem College. Natürlich, flüsterte sie und warf ihm einen törichten Blick zu. Grant schluckte den Kloß im Hals hinunter. Ein beschämendes Gefühl brach sich in ihm Bahn. Sie bekam ein Baby von ihm und dennoch hatte er keine Ahnung, wer sie überhaupt war. Das hätte ich dich schon viel früher fragen sollen, Claire. Was bist du eigentlich von Beruf? Architektin. Oh. Überrascht? fragte sie mit einem beinahe unmerklichen Lächeln. Das war er in der Tat. Natürlich konnte er ihr nicht sagen, dass er nicht damit gerechnet hatte, dass sie einen dermaßen verantwortungsvollen Job hatte. Als er sie zum ersten Mal gesehen hatte, war er davon ausgegangen, dass sie sich von Männern aushalten ließ. Ihr Aussehen, ihr aufgedonnertes Outfit und ihr Verhalten hatten darauf schließen lassen, dass sie auf der Suche nach einem Mann war, der ihr Leben finanzierte. Momentan arbeite ich an einem Entwurf für ein Bürogebäude in Midtown. Grant schämte sich in Grund und Boden für seine Gedanken. Claire? Mhm. Darf ich dich morgen Abend zum Essen einladen? Sie schwieg einige Augenblicke und nickte vorsichtig. Okay. Claire war ein wenig gestresst, als es an ihrer Wohnungstür klingelte. Ein Grund dafür stand in ihrer Küche und beschlagnahmte den Herd, um einen Thunfischauflauf zu kochen, während sich der andere Grund in ihrem Schlafzimmer befand und alle Kleider anprobierte, die ihr momentan sowieso nicht passten. Insgeheim schwor sie sich, Sabrina einen Kopf kürzer zu machen, wenn diese sich an ihrem Chiffonkleid von Sackposen vergreifen würde, für das Claire beinahe ein Jahr gespart hatte. Das kleine Biest war schon seit zwei Jahren ganz scharf darauf, ihr das azurblaue Sommerkleid abzuschwatzen, aber bisher war Claire immer standhaft geblieben. Seit ihre Mom und ihre kleine Schwester am Morgen bei ihr eingefallen waren, wusste Claire nicht, wo ihr der Kopf stand. Nicht einmal zehn Minuten, nachdem beide auf ihrer Matte gestanden hatten, war ihre Wohnung in Feindeshand übergegangen. Sabrina hatte den Inhalt ihres Koffers in Windeseile in der ganzen Wohnung verteilt, vor lauter Schusslichkeit Claires Lieblingsparfum im Bad umgeworfen, nacheinander alle Nagellackfarben, die Claire besaß, ausprobiert und ein heilloses Durcheinander im Gästezimmer verursacht. Ihre Mom dagegen hatte prompt damit begonnen, Claires Wohnung auf Vordermann zu bringen. Alle fünf Minuten hatte sie ihrer Mutter irgendwelche Putzutensilien bringen müssen, weil ihre Mom jede Ecke der Wohnung auf Hochglanz bringen wollte. Das Ergebnis war nun, dass das Badezimmer penetrant nach einer Mischung aus Sandelholz, Jasmin und Nagellackentferner roch, die Claire Kopfschmerzen verursachte. Und dass sie sich selbst auf der polierten Fläche des Kühlschrankes betrachten konnte, weil ihre Mutter nicht geruht hatte, bis jedes Staubkorn gründlich entfernt worden war. Selbst Mia, deren Leibspeise Thunfisch in jeder Art war und die nicht einmal von einem an Tollwut erkranken Kampfhund aus der Küche vertrieben worden wäre, solange die Chance auf einen Happen dieser Delikatesse bestand, hatte sich unter die Couch verkrümelt, weil es ihr mit drei Frauen einfach zu chaotisch war. Claire konnte es ihr gut nachempfinden. Sie liebte ihre Mom und ihre Schwester, aber sie wäre sehr gerne vorgewarnt worden, dass die beiden beschlossen hatten, ihr einen Besuch abzustatten. Sie hoffte nur, dass die beiden nicht zu lange blieben, denn momentan war sie bestimmt keine gute Gastgeberin, dafür war sie einfach zu müde und ausgelaugt. Außerdem befürchtete sie, dass sie in der restlichen Schwangerschaft nicht mehr das Bad betreten könnte, so sehr stank es darin. »Machst du die Tür auf, Schatz? Und wo hast du die Zwiebeln?« »Im Kühlschrank«, erwiderte sie und hoffte, dass man ihren genervten Ton nicht hören konnte. »Im Kühlschrank? Das ist kein guter Aufbewahrungsort, Schatz. Zwiebeln sollten in einem Tongefäß aufbewahrt werden. Claire!« Sabrinas Stimme schallte durch die ganze Wohnung. »Wo ist denn dein Bügeleisen?« »Bügeleisen?« Clares Kopf zuckte nach oben. »Bügeleisen?« »Wozu brauchst du ein Bügeleisen?« »Dein Seidentop hat Knitterfeiten. Und welches Seidentop?« Erschrocken wollte sie den Flur entlanglaufen, als es zum zweiten Mal an ihrer Wohnungstür klingelte. »Lass deine Finger vom Bügeleisen, Sabrina!« »Oder besser gesagt, lass deine Finger von meinen Sachen!« Sabrina maulte beleidigt auf und steckte ihren Kopf in den Flur. »Du kannst sie doch eh nicht mehr tragen. Deine Möpse sind riesig!« Claire griff nach der Klinke, drückte sie hinunter und rief gleichzeitig den Flur hinunter. »Meine Möpse gehen dich gar nichts an!« Ein belustigtes Räuspern ließ sie den Kopf zur Wohnungstür drehen. Prompt merkte sie, dass sich ihre Wangen wie auf Kommando röteten. »Grant, was tust du denn hier?« Eine dunkle Augenbraue wanderte in die Höhe. »Wir waren verabredet?« »Oh, scheiße!« entfuhr es ihr. Glücklicherweise schien Grant nicht beleidigt zu sein, da er ein heiseres Lachen ausstieß. »Ich freue mich auch, dich zu sehen, Claire.« Claire stellte sich in den Türrahmen und nagte an ihrer Unterlippe herum. Sie konnte es nicht fassen, dass sie ihr Abendessen mit ihm vergessen hatte. Aber bei dem Trubel, den der unangekündigte Besuch ihrer Mutter und Sabrina verursacht hatte, war das auch kein Wunder. »Entschuldige. Ich habe unser Essen völlig vergessen.« »Kein Problem.« Seine Augen wanderten über ihre Gestalt. Automatisch verbarg sich Claire hinter ihrer Tür. Sie musste furchtbar aussehen. Immerhin trug sie schwarze Leggings und ein überdimensionales Shirt, auf dem Meister Yoda in pinker Unterwäsche abgedruckt war. Leider ließ ihre Garderobe zu wünschen übrig, wenn sie ihre Wohnung putzte. »Möchtest du dir vielleicht noch etwas anderes anziehen, bevor wir gehen?« »Claire!« brüllte Sabrina genau in diesem Moment los. »Hey, kann ich mir dein rotes Nuttenkleid leihen?« »Wirst du nicht allein?« Neugierig schaute er in die Wohnung. »Oh, meine Mom und meine Schwester sind zu einem Überraschungsbesuch hergekommen,« seufzte sie und verteidigte sich hastig. »Außerdem habe ich keine Nuttenkleider.« »Nein, das hätte ich auch nicht vermutet.« »Claire!« Kurz vor einer Explosion drehte sie den Kopf zur Seite und brüllte »Nein!« »Oh«, bemerkte Grant. Claire fuhr sich kurz ins Haar, das sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, und betrachtete Grant währenddessen. Ihr gestriges Gespräch hatte sie aufgewühlt und ziemlich fertig gemacht, da sie seit Wochen darüber nachdachte, ob es nicht besser sei, Grant einfach aus dem Leben des Babys auszuschließen. Bisher hatte er nicht den Hauch von Interesse an ihrer Schwangerschaft gezeigt. Aber nach ihrem gestrigen Gespräch wollte sie noch einmal von vorne beginnen. Das Baby hatte ein Recht darauf, seinen Vater kennenzulernen und Zeit mit ihm zu verbringen. Deshalb musste sie sich darum bemühen, mit Grant gut auszukommen. Ihr heutiges Abendessen wäre vielleicht der erste Schritt in die richtige Richtung gewesen, doch leider musste sie dies nun verschieben, auch wenn es ihr widerstrebte. »Können wir unser Essen auf einen anderen Tag verschieben?« »Und wir können auch zu viert essen gehen.« Überrascht schaute sie ihn an. »Ist das dein Ernst?« »Du willst meine Mutter und meine Schwester kennenlernen?« »Hatten wir nicht abgemacht, uns besser kennenzulernen?« wollte er mit ruhiger Stimme wissen. »Das schon.« Sie stockte und warf einen kurzen Blick in den Flur, um sicherzugehen, dass sie nicht belauscht wurden. »Aber ist es nicht etwas früh, meine Familie zu treffen?« »Wieso?« »Weil wir einander nicht einmal richtig kennen«, führte sie geduldig aus. Grant deutete auf die Tür. »Lass mich doch erst einmal reinkommen.« Sie war hin- und hergerissen und befürchtete, dass der Abend eine Katastrophe werden könnte. Immerhin hatte sie ihrer Mutter bislang kein Wort über den Erzeuger des Babys gesagt. Dass nun Grant plötzlich bei ihr auftauchte, würde zwangsläufig zu einigen Fragen führen. Unsicher trat Claire einen Schritt zur Seite und ließ ihn hinein. »Okay.« »Aber halte mir später nicht vor, dass ich dich nicht gewarnt hätte.« »Claire, ich habe eine Geburtstagsparty mit einem Footballspieler überlebt, der mich Dr. Muschi genannt hat.« »Aber ich glaube nicht, dass er das als Beleidigung gemeint hat.« Claire schob ihn ein Stück beiseite, damit sie die Wohnungstür schließen konnte, bevor sie an dem furchtbaren Shirt, das ihr nicht gerade schmeichelte, herumzerrte. »Wo ist deine Katze?« »Mia hat sich irgendwo versteckt.« Claire fuhr sich über die Lippen. »Macht es dir wirklich nichts aus?« »Überhaupt nicht.« Zwar schien er es ehrlich zu meinen, immerhin zuckte er mit keiner Wimper. Dennoch musste sich Claire erst einmal daran gewöhnen, dass Grant plötzlich Interessania zeigte. Sie wollte nicht davon ausgehen, dass er mit einem Mal kein Problem mehr mit ihrer Schwangerschaft hatte, um dann doch enttäuscht zu werden. »Mom«, rief sie in Richtung Küche, »wir haben Besuch.« Sie sah Grant an und deutete auf das dunkelblaue Jackett, das er trug. »Kann ich dir das abnehmen?« »Danke.« Er schlüpfte aus der vermutlich sauteuren Anzugjacke und gab sie ihr mit einem Lächeln. Darunter trug er ein weißes Hemd, das sich von seinem gebräunten Hals abhob. Ja, eines musste man ihm lassen, gestand sie sich seufzend ein. Er hatte einen exzellenten Geschmack. Claire nahm die Jacke an und hängte sie an die Garderobe neben der Tür, wobei sie den herben Geruch wahrnahm, der schwach in ihre Nase stieg. Sie wollte nicht ausgerechnet jetzt darüber nachdenken, wie gut Grant roch und schloss für einen Moment die Augen. Eigentlich konnte sie ihn nicht leiden. Nun, das hieß, sie war bis gestern davon ausgegangen, dass sie ihn nicht leiden konnte, weshalb sie es ziemlich bedenklich fand, dass sie nun daran dachte, wie gut er aussah, wie gut er roch und wie gut er im Bett gewesen war. Ach, verdammt! Sie hatte Besuch ihrer Mutter und ihrer Schwester. Außerdem war sie schwanger und sollte sich auf andere Dinge konzentrieren, als auf solche, die damit endeten, dass sie sich nackt mit Grant auf ihrer Matratze wälzte. Du hast Besuch, Schatz? Ihre Mom kam aus der Küche und wischte sich die Hände an einem Handtuch ab. Ja. Sie lächelte unverbindlich, schob alle unanständigen Gedanken in den hintersten Winkel ihres Gehirns und ging drei Schritte auf ihre Mom zu, bis sie direkt neben ihr stand. Mom, das ist Grant. Hallo, Grant. Ihre Mutter war einen halben Kopf kleiner als Claire und musste den Kopf zurücklegen, um ihm ins Gesicht sehen zu können. Guten Tag, Mrs. Harris. Mit einem höflichen Nicken ging er einen großen Schritt auf sie zu und reichte ihr die Hand. Sehr erfreut, sie kennenzulernen. Hoffentlich störe ich sie nicht. Ach, Unsinn! Nennen Sie mich bitte Evelyn. Ihre Mutter war gerade einmal 55 Jahre alt und schien für den Charme eines großgewachsenen, dunkelhaarigen Mannes mit hellbraunen Augen und einem gewinnenden Lächeln sehr empfänglich zu sein. Jedenfalls strahlte sie ihn an und fuhr sich mit der linken Hand kurz durch das rote Haar, das Claire von ihr geerbt hatte und das sie zur flotten Kurzhaarfrisur trug. Sehr gerne. Ähm, Mom, Grant wollte eigentlich mit uns essen gehen, aber ich habe Thunfischauflauf im Ofen, protestierte ihre Mutter sofort. In 20 Minuten können wir essen. Obwohl der Auflauf ihrer Mutter wirklich fabelhaft schmeckte, bezweifelte sie, dass er die richtige Wahl für ein Abendessen mit Grant war. Sie wollte gerade ansetzen, ihrer Mutter den Gedanken auszutreiben, als Grant das Wort ergriff. Ich liebe Thunfischauflauf, Evelyn. Kann ich Ihnen bei irgendetwas helfen? Ihre Mom strahlte ihn an und legte eine Hand auf seinen Unterarm. Och, Sie sind ein Schatz. Ja, sehr gerne können Sie mir beim Salat helfen, Grant. Salat ist meine Spezialität. Er lächelte charmant. Claires Augenbrauen wanderten augenblicklich nach oben. Seit wann akzeptierte ihre Mutter Hilfe beim Kochen? Normalerweise scheuchte sie jeden, der sich ihrem Refugium auch nur auf Hörweite näherte, gnadenlos weg und machte keine Ausnahmen. Und was zum Teufel war mit Grant los? So charmant und freundlich hatte sie ihn noch nie erlebt. Liebling? Ihre Mom lächelte ihr verschwörerisch zu. Warum deckst du nicht schon mal den Tisch, während Grant und ich uns um das Essen kümmern? Claire kniff die Augen zusammen und musterte das ungleiche Paar, das plaudernd in der Küche verschwand. Sie hatte ein ungutes Gefühl und war sich sicher, dass sie vor Anspannung keinen Bissen hinunter bekäme, doch für den Augenblick blieb ihr nichts anderes übrig, als in ihrem Wohnzimmer zu verschwinden und den Esstisch zu decken. Natürlich stellte sie dort die Musikanlage ab und lauschte mit gespitzten Ohren, ob sie verstehen konnte, was die beiden miteinander beredeten. Doch abgesehen von kichernden Lauten ihrer Mutter war nichts zu verstehen. Frustriert legte sie das Besteck neben die Teller und schlenderte anschließend wieder in Richtung Küche. Als sie den Kopf hineinsteckte, konnte sie sehen, dass ihre Mom und Grant nebeneinander standen und sich fabelhaft zu verstehen schienen. Er hatte die Hemdsärmel hochgekrempelt und schnitt gerade Tomaten klein, während ihre Mom über etwas lachte, was er gesagt haben musste, und dabei die Salatblätter in kleine Teile zupfte. In der Küche schienen sie ein eingespültes Team zu sein. Sobald ihre Mom sah, dass sie im Türrahmen stand und sie beide beobachtete, lächelte sie erfreut und sagte gespielt, vorwurfsvoll, Also wirklich, Schatz, warum hast du mir nicht erzählt, dass der Vater deines Babys so ein netter Mann ist? Aber fassungslos öffnete sie den Mund und schaute Grant an. Er zuckte mit der Schulter an. Ja, deine Mom hat mich gefragt, woher ich dich kenne. Ich hatte ja schon gedacht, dass du zu einer Samenbank gegangen wärst. Mom! Schockiert und peinlich berührt zugleich, verschränkte sie die Arme vor der Brust. Brennende Röte stieg in ihr Gesicht. Ihr flatternder Blick suchte Grants Gesicht, das nicht viel außer Amüsement verriet. Am liebsten hätte sie ihn gefragt, was zum Teufel er ihrer Mutter innerhalb von lausigen fünf Minuten erzählt hatte. Doch das ging nicht, zumal Sabrina plötzlich hinter ihr auftauchte. Thunfischauflauf, Geilo! Oh, hey! Sie hatte Grant entdeckt und wirkte verwirrt. Hallo? Hallo? Begrüßte Grant sie glucksend. Ihre Mom nahm die Vorstellung in die Hand. Das ist Grant, mein Schatz. Er ist der Vater des Babys. Claire schnappte nach Luft und fragte sich, ob denn alle verrückt geworden waren. Mom! Als Sabrina kicherte, drehte Claire den Kopf zu ihrer kleinen Schwester und holte scharf Luft, sobald sie sah, in welchem Kleid sie vor ihr stand. Sabrina! Bitte, bitte, bitte! Bettelte diese und spitzte die Lippen zu einem Schmollmund. Du bist die beste Schwester der Welt! Ihr, das mag schon sein, knirschte sie mit den Zähnen. Aber dennoch ziehst du dieses Kleid wieder aus und hängst es zurück in meinen Schrank. Ihre kleine Schwester gab nicht so schnell auf, wie Claire aus Erfahrung wusste. Mit einem schmeichelhaften Lächeln legte sie ihren roten Haarschopf auf Claires Schulter. Oh, du weißt, wie lieb ich dich hab, oder? Claire war sich im Klaren, dass Grant sie interessiert beobachtete, während ihre Mom das Geschehen mit amüsierter Miene ignorierte. Schließlich war dies nicht das erste Mal, dass ihre jüngste Tochter sich bei Claire einschmeichelte, um ihr irgendetwas abzuschwatzen. Da sie nicht anders konnte, gab Claire ihrer Schwester einen Kuss auf die Stirn und erklärte freundlich, aber bestimmt, das weiß ich, dennoch ziehst du das Kleid wieder aus. Sabrinas sonnigem Gemüt tat dies keinen Abbruch. Sie begann zu feilschen. Gehen wir von dem Offensichtlichen aus. Du kannst das Kleid momentan sowieso nicht tragen. Also, geschäftsmäßig hob sie beide Hände. Gibst du es mir zur Verwahrung, damit ich darauf aufpassen kann? Aufpassen? Ja, genau. Nun musste Claire glucksen. So, wie du auf meine Jimmy Chus aufgepasst hast? Täusche ich mich, oder hatte der linke Schuh keinen Absatz mehr? Naja, das war ein bedauernswerter Unfall. Sabrina lächelte breit und fuhr mit beiden Händen über den schimmernden Stoff des engen Cocktailkleides, das ihr wie angegossen passte, wenn man davon absah, dass ihre Oberweite das Kleid nicht ganz ausfüllen konnte. Claire warf Grant einen verstohlenen Blick zu. Die meisten Männer konnten ein Kleid nicht von einem Hosenanzug unterscheiden, daher war sie sich nicht sicher, ob er sich daran erinnern konnte, dass sie dieses Kleid am Valentinstag getragen hatte, als sie sich in der Bar kennengelernt hatten. Doch sein funkelnder Blick sagte ihr, dass er sich nur zu gut an das Kleid erinnern konnte. Sabrina seufzte begeistert auf. Kann ich deine schwarzen Plateau-Santeletten dazu anziehen? Nein. Claire runzelte die Stirn. Ich kann mich nicht erinnern, dir erlaubt zu haben, das Kleid anzuziehen. Und ganz sicher leih ich dir nicht meine Schuhe, nachdem du mein Lieblingspaar bei einem Rockkonzert zerstört hast. Aber Claire, Liebling, mischte sich nun auch ihre Mom ein. Wir wollen gleich essen. Zieh dich bitte um, ja? Okay, falschte Sabrina weiter, ich ziehe es jetzt aus. Aber wenn ich heute Abend weggehe, darf ich es anziehen, ja? Oh, kommt gar nicht in Frage. Claire schüttelte vehement den Kopf und spürte, wie ihr Beschützerdrang erwachte. Ihre kleine, 22-jährige Schwester sollte ganz bestimmt nicht in diesem Kleid durch New York laufen. Sabrina war wie sie in Ohio aufgewachsen und ging nun auf die Ann Arbor in Michigan. Zwar war sie sehr selbstständig und nicht unbedingt der Prototyp eines Landeis. Dennoch hatte Claire Bedenken, Sabrina einfach auf das New Yorker Nachtleben loszulassen, indem sich, wie sie aus Erfahrung wusste, die verrücktesten und gestörtesten Freaks des Landes tummelten. Wenn Sabrina dann auch noch Claires heißeste Outfits trug, sah sie schon kommen, dass sie morgen einen Anruf bekäme, weil sich Claire auf der Südamerika-Tournee irgendeiner Rockband befand. Aber warum denn nicht? Weil, weil, weil ich es sage, erwiderte sie, da ihr einfach nichts Besseres einfiel. Schließlich konnte sie schlecht damit argumentieren, dass das Kleid zu sexy für Sabrina war, wenn sie es selbst getragen hatte. Oh, komm schon, lachte Sabrina los. Mom, sag doch auch etwas. Es ist ein sehr schönes Kleid. Ihre Mutter rümpfte gutmütig die Nase und versuchte, zwischen beiden Schwestern zu vermitteln. Vielleicht ist es etwas zu schick für dich, Liebling. Boah, wir haben Freitagabend. Was soll ich denn sonst anziehen? Gummistiefel und Holzfällerhemden? Sie schaute Grant auffordernd an. Das Kleid ist cool, oder? Sehr cool, bestätigte er. Ha, siehst du? Triumphierend nickte sie Claire zu und hob die rechte Hand, damit Grant einschlagen konnte, was er gleich darauf tat. Natürlich ist das Kleid cool, erwiderte ihre Mom. Trotzdem wirkt es etwas offenherzig. Claire hat es auch getragen. Claire ist auch 33 Jahre alt und nicht erst 22, betonte Claire und verschränkte die Arme vor der Brust. Boah, sei nicht so spießig, Schwesterherz. Wieder sah sie Grant an. Finden Sie nicht auch? Hm, Claire ist alles andere als spießig. Er legte den Kopf schief und blickte Claire eindringlich an. Mir gefällt das Kleid. Immerhin habe ich dich daran kennengelernt. Ja, eben darum soll sie es nicht anziehen, platzte es aus ihr heraus, bevor sie darüber nachdachte, was sie gerade von sich gegeben hatte. Sabrina bekam einen Lachanfall. Oh, scheiße, Claire! Bist du in dem Kleid etwa angebufft worden? Schockiert klappte ihre Kinnlade herunter Sabrina. Angebufft? fragte ihre Mom verwirrt. Hahaha! Das kleine Ars lachte sich schlapp. Mom, Claire ist in diesem Kleid geschwängert worden. Das bin ich nicht, rief sie mit feuerrotem Kopf und bemerkte, dass Grant nur mühsam ein breites Lachen unterdrücken konnte. Das war ja wirklich wunderbar. Wochenlang spielte er ihr eine humorlose Frostbeule vor und nun amüsierte er sich auf ihre Kosten. Nun, wenn das so ist, solltest du das Kleid vielleicht doch lieber ausziehen. Der Ton ihrer Mom war in Trockenheit nicht zu überbieten. Ein kleiner Schreihals in der Familie reicht. Sabrina drückte Claire einen Kuss auf die Wange. Dann ziehe ich dein weißes Sommerkleid an, da passen deine Möpse eh nicht mehr rein. Ihre Augen verengten sich wütend, als sie Sabrina hinterher sah, die fröhlich pfeifend den Flur entlang lief und anschließend in Claires Schlafzimmer verschwand. Ich hab's dir schon einmal gesagt. Meine Möpse gehen dich gar nichts an. Hinter sich hörte sie, wie sich ihre Mutter räusperte und trocken erklärte. Keine Sorge, Grant, wir bleiben nur über das Wochenende. Oh, bleiben Sie, solange Sie wollen, versicherte Grant amüsiert. Da Claires Kleiderschrank riesig ist, wird dies bestimmt nicht die letzte Modeauseinandersetzung gewesen sein. Claire drehte sich leicht gereizt zu beiden um. Können wir jetzt bitte essen? Kurz darauf saßen sie an Claires Esstisch und genossen den Thunfischauflauf ihrer Mutter. Sabrina hatte sich wieder zu ihnen gesellt und trug ein ausgebeultes Shirt, das Claire ihr gekauft hatte, als sie zusammen in Disneyland gewesen waren. Das war zwar mindestens acht Jahre her, aber irgendwie hat es etwas Tröstendes, dass ihre kleine Schwester, die unbedingt so erwachsen wirken wollte, noch immer das Shirt mit der lachenden Mickey-Maus besaß. Ihre Mom konzentrierte sich voll auf Grant, der mit großem Appetit aß und seine sonstige Schweigsamkeit über Bord geworfen haben musste, da er sich als höflicher und gesprächiger Tischnachbar entpuppte. Mit einem misstrauischen Stirnrunzeln beobachtete Claire, wie die beiden sich unterhielten und gängige Informationen austauschten. Stumm saß sie dabei, zog mit ihrer Gabel kleine Quadrate in die Thunfischsoße und spießte immer wieder unschuldige Macaroni auf, wenn ihre Mom peinliche Anekdoten aus ihrer Kindheit preisgab. Sabrina schien von dem Spektakel kaum etwas mitzubekommen, da sie einerseits einen riesigen Bergauflauf verputzte und andererseits fleißig ihre Handyrechnung in astronomische Höhen katapultierte, indem sie pausenlos irgendwelche Nachrichten in das Handy eingab, das Claire ihr zu Weihnachten geschenkt hatte. Es ist sehr beruhigend, dass sie Arzt sind, Grant. Dann weiß ich, dass Claire in guten Händen ist. Es ist ziemlich schwer für mich, dass Claire hier in New York lebt und ich nicht mal eben vorbeischauen kann. Wenn das Baby erst einmal da ist, dann, Mom, unterbrach Claire sie geduldig, mir geht es gut. Du musst dir keine Sorgen machen. Aber du wirst Unterstützung brauchen, wenn das Baby auf der Welt ist, erwiderte ihre Mutter erregt. Kleine Babys können ganz schön anstrengend sein. Du kannst doch immer zu Besuch kommen, ergänzte Claire mit einem ehrlichen Lächeln. Oh, das weiß ich, Liebling. Ihre Mom seufzte auf. Trotzdem bin ich erleichtert, dass Grant hier ist. Sie ignorierte seinen Blick und biss die Zähne zusammen, damit ihr einfältiges Lächeln, das sie für ihre Mutter aufgesetzt hatte, nicht in sich zusammenfiel. Claire ist bei meiner Kollegin in Behandlung. Er nickte beruhigend. Dort ist sie in den besten Händen. Ja, das stimmt, Mom. Meine Ärztin hat erst gestern versichert, dass das Baby kerngesund sei. Hastig stimmte sie ihm zu, um das Gespräch in andere Bahnen zu lenken. Sie hatte wirklich kein Interesse daran, dass ihre Mutter über ihre Beziehung zu Grant sprach. So wie sie ihn kannte, würde er vermutlich völlig unverhohlen davon anfangen, dass sie kein Paar waren und sich nur wegen des Babys trafen. Zwar stimmte das, dennoch wollte sie es ihrer Mom nicht auf die Nase binden und riskieren, dass sie deshalb nachts nicht mehr schlafen konnte. Schließlich kannte sie ihre Mom. Ein Gespräch über ihr ungeborenes Enkelkind würde sie sicherlich ablenken. Und deine Ärztin ist sich sicher, dass es ein Junge wird? Claire nickte und schaute Grant an. Du bist dir auch sicher, oder? Sehr sicher. Er schob seinen Teller von sich und griff nach seinem Wasserglas, während er ausführte. Auf dem Ultraschall konnte man es sehr deutlich sehen. Manchmal liegen die Föten in einer ungünstigen Position, aber das war gestern nicht der Fall. Habt ihr schon einen Namen? Verdutzt begegnete Claire Grants Blick. Tatsächlich hatte sie keine Ahnung, ob er über einen Namen für das Baby nachgedacht hatte. Nein, also das heißt, wir haben noch nicht darüber geredet. Wie wäre es denn mit dem Namen deines Dads? Ihre Mom erklärte Grant mit einem traurigen Lächeln, Clares und Sabrinas Dad starb bei einem Autounfall, als Claire 14 Jahre alt war. Bedauerlich legte er den Kopf schief und begegnete ihrem Blick über den Tisch hinweg. Oh, das tut mir leid zu hören. Wie hieß denn dein Dad? Sabrina sah angelegentlich auf ihr Handy und klingte sich mit vollem Mund ein. Du willst, dass mein armer Neffe Alfie heißen soll? Mom, mit so einem Namen steht er wie ein Trottel da und wird bestimmt ständig verprügelt. Ihre Mom schnappte nach Luft. Ach, wenn das dein Vater hören würde. Claire grenzte Sabrinas Profil zu. Wenn Dad wüsste, dass ich seinen Enkel Alfie nennen könnte, würde es hier in der Wohnung bald spuken. Alfie ist ein alter irischer Name, ihr beide. Sabrina lachte und schmatzte gleichzeitig. Mom, Alfie ist der Name für einen Dorftrottel. Ja, warum hat sich Dad wohl Al genannt und jedem verschwiegen, dass er eigentlich Alfie heißt? Na dann wenigstens als Zweitnamen. Ergeben hob ihre Mom die Hände in die Höhe und fragte Grant, Wie heißt ihr Dad, Grant? Ich fände es sehr schön, wenn der Kleine nach den Großvätern benannt würde. Mein Dad heißt Harrison. Sabrina verschluckte sich prompt. Harrison, Alfie, Harris? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Bevor ihr das Kind so nennt, verschleppe ich es nach Kanada. Verwirrt schaute ihre Mom zwischen ihr und Grant hin und her. Harris? Wieso bekommt er nicht Grants Nachnamen? Ähm, Mom, wir haben gestern erst erfahren, dass es ein Junge wird. Bis zur Geburt dauert es noch ein wenig. Ihre Mom schien mit der Antwort nicht wirklich zufrieden zu sein, weil sie mit gerunzelter Stirn auf ihren Teller starrte und schwieg. Das hatte Claire jetzt noch gefehlt. Unbehaglich dachte sie daran, dass weder ihr Vater noch ihre Mutter besonders konservativ gewesen waren, als Claire aufgewachsen war. Aber manchmal merkte man ihre Mom einfach an, dass sie aus einer katholischen Familie stammte. Hilflos schaute sie zu Grant und riss ihre Augen bedeutungsvoll auf. Es war seine Idee gewesen, zusammen mit ihnen zu Abend zu essen, also konnte er sich seine belustigte Miene gerne verkneifen und etwas tun, um ihre Mom aufzumuntern. Natürlich wird er mal einen Nachnamen bekommen. Er tätschelte die Hand ihrer Mom. Bisher haben wir einfach noch nicht an solche Einzelheiten gedacht. Ja, genau, Mom. Anscheinend hatte Grant es geschafft, ihre Mom um den kleinen Finger zu wickeln, da sie ihn mit heldenhafter Verehrung ansah und ihm wie einem braven Lateinschüler die Wange tätschelte. Claire fing Sabrinas Blick auf und bemerkte, dass sie nicht die Einzige am Tisch war, die angesichts der Verliebtheit ihrer Mom mit den Augen rollte. Als ihre Mom endlich den Blick von ihrem Traumschwiegersohn nahm und Claires volles Salatschächen ansah, fragte sie besorgt, Schatz, warum isst du denn keinen Salat? Claire zog die Nase kraus. Kein Problem, Mom. Momentan vertrage ich den Geruch von Essig einfach nicht. Oh, soll ich dir etwas Mayonnaise holen? Sabrina schnaubte verächtlich. Ich gebe Mayonnaise. Die Konsistenz erinnert mich immer an Sperma. Grant lachte schallend auf, während ihre Mom tadelnd die Stirn runzelte. Sabrina. Mein Gott, Mom, ich bin auf dem College. Wo du studieren und dich nicht mit mit Sperma beschäftigen sollst. Ihre Mom war so aufgebracht, dass sich hektische Flecken auf ihrem Gesicht bildeten. Weißt du überhaupt, welchen Eindruck du auf Grant machst? Die 22-Jährige lehnte sich zurück, zog ein Bein an ihren Körper und schnitt eine übertriebene Grimasse. So viel ich mitbekommen habe, ist Grant Frauenarzt. Nichts, was ich sage, könnte ihn schockieren. Oder? Er kluckste auf. Damit hast du leider recht. Und da Claire in vier Monaten ein Baby bekommt, sollte sie sich wohl am allerbesten mit Sperma auskennen. Eigentlich hätte Claire ihre Schwester gerne einen Kopf kürzer gemacht. Och, Sabrinas Liebesgesicht schaffte es immer wieder, dass sie einfach nicht böse auf sie sein konnte. Stattdessen lachte sie ebenfalls auf. Naja, wie auch immer, stöhnte ihre Mom auf. Jetzt hast du's geschafft und ich mache mir Sorgen, was du genau auf dem College treibst. Dumm gelaufen, flüsterte Claire ein wenig schadenfroh. Vielen Dank, Schwesterherz, ächzte ihre kleine Schwester, bevor sie ihre Mom beschwichtigte. Du musst dir keine Sorgen machen, Mom. Claire hat mir schon mit 15 Jahren gezeigt, wie man mit Kondomen umgehen muss. Mit Stielaugen schwenkte ihre Mom sofort den Kopf in ihre Richtung. Ihre Stimme klang vorwurfsvoll und schockiert. Claire! Gerne hätte sich Claire verteidigt und gesagt, dass Sabrina damals mit einem 18-jährigen Motocrossfahrer ausgegangen war, dem die syphilitische Dummheit aus dem Gesicht gesprungen war. Stattdessen blinzelte sie Grant zu, der vergnügt auf seinem Stuhl saß und den Spaß seines Lebens zu haben schien. Das findest du witzig, oder? Total. Er nickte Sabrina zu. Hey, wenn du dir ihre Klamotten ausleihen willst, solltest du sie jetzt fragen. Echt? Ja, gluckste er. Jetzt ist sie mundtot. Sabrina sprang glückselig auf und fragte mit liebenswerter Stimme, Claire, darf ich? Claire lehnte sich erschöpft zurück und legte eine Hand auf ihren Bauch. Bedien dich. Super, vielen Dank! Wie ein Wirbelwind sprang sie von ihrem Stuhl auf und fiel ihr um den Hals. An Grant's Gewand maulte Claire los. Wenn sie meine Schuhe ruiniert, schuldest du mir ein neues Paar. Das werde ich nicht, lachte Sabrina und fegte aus dem Wohnzimmer, um sich vermutlich kopfüber in Claire's Kleiderschrank zu stürzen. Mit einem mulmigen Gefühl blieb Claire sitzen und musste eine halbe Stunde später zusehen, wie ihre kleine Schwester nach einer Reihe Ermahnungen von ihrer Seite in ihrem liebsten Sommerkleid das Weite suchte und sich netterweise auch noch Claires niegelnagelneue Ledertasche geborgt hatte. Sobald sich die Wohnungstür hinter ihr geschlossen hatte, seufzte ihre Mom auf. Sie ist nicht glücklich auf dem College, Claire. Claire schloss beide Hände um ihre dampfende Teetasse und fuhr sich über die Lippen. Ja, sie weiß nicht, was sie will. Genau. Deshalb habe ich eine Bitte an dich. Oho. Sie rümpfte die Nase und warf Grant einen Blick zu, der ihr gegenüber entspannt auf seinem Stuhl saß und genau wie ihre Mom einen schwarzen Kaffee trank. Worum geht's, Mom? Ich habe Sabrina gesagt, dass sie in den nächsten drei Wochen nicht zum College muss, wenn sie es nicht möchte. Stattdessen möchte sie etwas Zeit bei dir verbringen. Natürlich weiß ich, dass du gerade jetzt viel zu tun hast, aber vielleicht hilft es ihr, wenn sie den Kopf etwas frei bekommt. Claire war sich sicher, dass Sabrina in den kommenden drei Wochen nicht darüber nachdenken würde, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte, sondern dass sie eher daran dachte, welche Partys sie besuchen konnte. Bereits zweimal war sie für ein langes Wochenende beziehungsweise für eine knappe Woche zu Besuch gekommen und jedes Mal hatte Claire nicht viel von ihrer Schwester gesehen. Dennoch wollte sie ihrer Mom keinen Korb geben, zumal sie hoffte, Sabrina dazu zu bewegen, sich gründliche Gedanken um ihr Studium zu machen. Ja, vielleicht hilft es ihr tatsächlich. Sie zuckte mit der Schulter. Gut, von mir aus kann sie hierbleiben. Du weißt doch, dass ich sie gerne um mich habe. Als müsste sie Grant in die Unterhaltung integrieren, deutete ihre Mom auf sie und erklärte ihm stolz, Claire wusste immer, dass sie Architektin werden wollte. Ja, schon als kleines Mädchen baute sie mit Holzklötzen Häuser und Türme. Sie bekam ein Stipendium und hat ihr Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von wem sie das hat. Schließlich war ihr Vater Musiker und ich bin Sekretärin. Oh, meine Mom übertreibt. Sie warf ihm einen entschuldigenden Blick zu. Deine Mom hat allen Grund dazu, stolz auf dich zu sein. Das bin ich auch, bekräftigte ihre Mutter. Claire konnte ihr anmerken, mit welcher glückseligen Miene sie zwischen Grant und ihr hin und her sah. Es tat ihr leid, dass ihre Mom davon ausging, dass sie beide ein Paar waren. Aber noch weniger wollte sie den Besuch ihrer Mutter zerstören, indem sie ihr klarmachte, dass sie beide nichts gemeinsam hatten, außer ihrer Schwangerschaft. Und sie, Grant, wie sind Sie darauf gekommen, Arzt zu werden? Angelegentlich legte er den Kopf schief und schob seinen Kaffeebecher hin und her. Irgendwie bekam Claire den Eindruck, dass ihm die Frage unangenehm war. Ja, das ist Familientradition. Mein Vater ist Arzt, mein Großvater war Arzt und so weiter. Er hob den Kopf und lächelte trocken. Ist ihr Vater auch Frauenarzt? Nein. Er hob den Becher an die Lippen. Er ist Gefäßchirurg. Oh. Ihre Mutter klang erstaunt. Das ist ein schweres Fachgebiet, nicht wahr? Claire stieß ein Prusten aus. Meine Mom liebt Krankenhausserien. Aber sie hat recht. Nach einem Schluck Kaffee stellte er seinen Becher wieder hin und fuhr sich durch sein dunkles Haar. Da es draußen etwas bewölkt war und die Sonne langsam unterging, beleuchtete die Wohnzimmerlampe sein Haar und zauberte hellere Reflexe in die seidigen Strähnen, während sich ein leichter Bartschatten auf seinen schmalen Wangen bemerkbar machte. Seit langer Zeit musterte Claire ihn wieder eingehender und stellte fest, dass er wirklich verdammt gutaussehend war. Grant hatte absolut ebenmäßige Züge, ohne dabei verweichlich zu wirken. Ganz im Gegenteil. Seine kantigen Gesichtszüge täuschten nicht darüber hinweg, dass der Mann, der immer einen perfekt sitzenden Anzug trug, kein harmloser Haarwett-Fuzzi war. Es war kein Wunder, dass ihre Mam völlig aus dem Häuschen war. Der Vater ihres Enkelsohns war Arzt, sah sehr gut aus und lobte ihren Thunfischauflauf. Mehr konnte sie sich wirklich nicht wünschen. Wollten sie nicht auch Gefäßchirurg werden? Er stieß einen kleinen Seufzer aus, bevor er unbehaglich erklärte, ich habe einige Jahre als Chirurg gearbeitet. Ach, mit vorgeschobenem Kinn nickte er, mhm, als Neonatalchirurg. Aber hier in New York arbeite ich nur in meiner Praxis. Das hatte Claire nicht gewusst. Zwar hatte sie keine Ahnung, was ein Neonatalchirurg war, aber es klang, als wäre es ein kompliziertes Fachgebiet. Sie war überrascht und starrte ihn verwundert an, was er zu bemerken schien, da er ihr einen offenen Blick schenkte. Bevor die Stimmung kippen konnte, machte sich ihre Mutter daran, neuen Kaffee aufzusetzen und verschwand in der Küche. Claire hatte bemerkt, dass ihm das Thema unangenehm war und räusperte sich. Danke, dass du deinen ganzen Abend mit uns verbracht hast. Mit lächelnden Augen senkte er den Kopf. Es war der schönste Abend, den ich seit langer Zeit hatte. Der Thunfischauflauf ist ne Wucht. Ich denke, dass dir meine Mom gerade den Rest einpackt. Sie rümpfte fröhlich die Nase. Deine Mom ist toll. Und deine Schwester ist... Als er stockte und breit grinste, musste sie lachen. Meine Schwester ist ne coole Sau. Jedenfalls würde sie das so sagen. Nicht nur sie. Ich finde nämlich auch, dass sie ziemlich cool ist. Irgendwie kann ich mir gut vorstellen, dass du in dem Alter genauso warst. Hey! Empört deutete sie auf sich. Hast du nicht gehört, was meine Mom gesagt hat? Ich war fleißig, ehrgeizig und habe mit Auszeichnung abgeschlossen. Claire! Er gluckste. Das bestreite ich auch nicht. Trotzdem glaube ich, dass du nicht so unschuldig warst, wie du mich glauben lassen willst. Wer weiß, wer weiß. Kryptisch nippte sie an ihrem Tee und warf ihm über den Rand der Tasse einen ausgiebigen Blick zu. Es war ein schöner Abend. Claire schwieg und seufzte tief, bevor sie lächelnd nickte. Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir das bald wiederholen? Allein? Sie meinte es ehrlich, als sie erwiderte, das fände ich sehr schön. Juli Grant beobachtete, wie Claire mit verzückter Miene durch die Säuglingsabteilung eines Kaufhauses schlenderte und sich interessiert jeden verfügbaren Strampelanzug anschaute, den man hier erwerben konnte. Eigentlich wollten sie sich nach einem Kinderzimmer umsehen. Aber sobald sie die Etage betreten hatten, war Claire wie paralysiert erschienen und hangelte sich nun von Auslage zu Auslage. Eigentlich wäre sein erster Impuls der gewesen, sie von den unzähligen hellblauen Kleidungsstücken wegzuziehen, um sie so schnell wie möglich zu den Möbelstücken zu buxieren. Aber ihre ehrliche Freude zu sehen, war irgendwie ansteckend. Amüsiert trat er neben sie und warf einen verstohlenen Blick auf den immer runderen Bauch, der unter einem schlichten T-Shirt verborgen war. Von Mal zu Mal schien er zu wachsen und zeigte ihm allzu deutlich, was ihn in wenigen Monaten erwartete. Auch wenn er sich freuen wollte, dass er bald Vater sein würde, sagte er sich immer wieder, dass das nicht in Ordnung war. Gerade er sollte kein Vater werden. Vor allem er sollte sich nicht auf seinen Sohn freuen dürfen und jedes Mal ein aufgeregtes Pochen in seiner Brust fühlen, wenn er das Ultraschallbild betrachtete, das er aus Claires Akte gemobst hatte. Vom Verstand her wusste Grant, dass er keinen Grund hatte, sich Vorwürfe zu machen und sich zu geißeln, indem er sich selbst seiner Familie versagte. Aber sein Verstand kam einfach nicht gegen den Horror an, den sein fataler Fehler in ihm ausgelöst hatte. Wenn er einfach besser aufgepasst hätte. Grant! Claire stupste ihn von der Seite an und hielt ein Säuglingshemd in die Höhe, auf dem Superbowl-Sieger 2040 stand. Oh mein Gott, ist das süß! Weißt du, welche Größe fünf Monate alte Babys haben? Ich muss die einfach für George und Scott kaufen. Froh, dass er von seinen Gedanken abgelenkt wurde, räusperte er sich. Wer sind George und Scott? Oh, das sind die Zwillinge von Teddy und Brian. Mit einem Strahlen drehte sie den Kopf in seine Richtung. Die beiden sind einfach zuckersüß. An der Nasenspitze konnte er ihr ansehen, wie fröhlich sie war, als sie ihm anvertraute Scott wurde nach Julian benannt und George nach Teddys Vater. Die Zwillinge sind zum Anbeißen. Als er nicht antwortete, sondern sie weiter betrachtete, schwenkte sie auffordernd mit dem Hemd vor seiner Nase herum. Na, was sagst du? Also, diese Größe passt eher einem Neugeborenen. Aha! Sie deutete auf ihren Bauch. Grant nahm ihr das winzige Hemd ab und ignorierte den Kloß in seinem Hals. Möglichst unbeschwert hielt er den Babyblauen Stoff über ihre Rundung. Na, noch ist es für den Kleinen etwas zu groß, würde ich schätzen. Sie lächelte ihn an und wirkte so losgelöst, wie er sie selten gesehen hatte. In den vergangenen vier Wochen hatte er Claire Stück für Stück besser kennengelernt und mochte sie. Ja, er mochte sie wirklich und fand, dass sie eine tolle Frau war, die sicherlich eine großartige Mutter sein würde. Auch wenn er sie anfangs für ziemlich oberflächlich gehalten hatte, wusste er mittlerweile, dass das absoluter Unsinn gewesen war. Claire war vieles, aber Oberflächlichkeit gehörte bestimmt nicht zu ihren Charaktereigenschaften. Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass ihr einmal Football spielt. Sie legte das Hemd wieder beiseite und zog ihr Shirt zurecht. Das Spiel ist ja schon ziemlich brutal. Grant nahm das winzige Hemd, das sie gerade beiseite gelegt hatte, wieder an sich. Ja, dennoch ist es sehr witzig. Ich kaufe es. Wirklich? Mit großen Augen sah sie ihn an und errötete ein wenig. Natürlich, erwiderte er ruhig. Sicherlich kann er damit bei deinen Freunden punkten. Oh, ganz sicher. Sie leckte sich unsicher über die Lippen. Gestern habe ich mit meiner Mom telefoniert. Aha. Er widerstand dem Bedürfnis, auf ihren vollen Mund zu starren und fragte stattdessen, möglichst unbefangen, wie geht es ihr? Oh, ihr geht's gut. Natürlich macht sie sich Sorgen um Sabrina, aber ich konnte sie ein wenig beruhigen. Hast du deiner Mom nicht gesagt, dass deine kleine Schwester von einer Party auf die nächste hüpft? Sie verdrehte ihre dunkelblauen Augen und stöhnte ironisch. Das würde sie ganz sicher beruhigen. Nein. Nein. Sie schluckte und hob unschlüssig eine Hand in die Höhe. Ich habe ihr versprochen, mit Sabrina in aller Ruhe zu reden. Na, hoffentlich bringt es etwas. Ja, das hoffe ich auch. Claire legte den Kopf schief und musterte sein Gesicht kurz. Sie hat mich mal wieder nach einem Namen für das Baby gefragt, Grant. Aha. Ja. Ihre Stimme klang ein wenig genervt. Grant buxierte sie von dem Tisch mit der Babykleidung weg, indem er ihr eine Hand auf den Rücken legte und so den Bereich mit den Kindermöbeln ansteuerte. Ich habe ihr gesagt, dass es noch etwas dauert, bis das Baby geboren wird, aber sie fragt mich immer wieder. Okay. Gutmütig fuhr er sich durch sein Haar. Ich bin für alle Vorschläge offen. Es geht doch nicht allein um den Namen, seufzte sie leise. Wir müssen noch so viele Dinge klären. In Ordnung. Er blieb stehen und sah sie an. Was kann ich tun? Was sind so viele Dinge? Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen sollen. Amüsiert zogen sich seine Mundwinkel in die Höhe. Was ist denn im Moment aktuell? Ihr schien es schwer zu fallen, mit ihm zu reden, da sie immer wieder auf ihrer vollen Unterlippe herumnagte. Nach wenigen Augenblicken holte sie Tiefluft. Ich habe mich für einen Geburtsvorbereitungskurs angemeldet. Und du möchtest, dass ich mitkomme? Ja. Sie strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Es klingt blöd, aber ich möchte nicht allein dorthin gehen. Das klingt überhaupt nicht blöd, widersprach er. Natürlich komme ich mit. Auch wenn seine Gefühle zurzeit chaotisch waren und Grant nicht wusste, was er überhaupt wollte, schenkte er ihr ein beruhigendes Lächeln. In den ersten Monaten ihrer Schwangerschaft hat er sich richtig mies verhalten und sich geschworen, während der restlichen Schwangerschaft mehr Interesse an ihr und dem Baby zu zeigen. Und dazu gehörte auch ein Geburtsvorbereitungskurs. Bislang funktionierte ihr Kennenlernen sehr gut und erfreundete sich mit der Tatsache an, dass sie ein Baby von ihm bekamen. Das einzige Problem war, dass sich Grant beinahe zu wohl in ihrer Nähe fühlte und sich mehr und mehr an sie gewöhnte. Danke, antwortete sie leise und senkte den Blick. Außerdem habe ich in einem Online-Forum Ratschläge zu unserer Situation gelesen. Unsere Situation? Verdutzt starrte er auf ihren Scheitel. Claire nickte. Ja, anscheinend sind wir keine Ausnahme. Du weißt schon, Eltern bekommen ein Baby und sind dennoch kein Paar. In diesem Forum stand, dass man früh genug Absprachen treffen sollte. Und mit Absprachen, meinst du? Seufzend sah sie ihm in die Augen und murmelte, sorgerecht, umgangsrecht, wer hat wann das Baby, naja, solche Dinge einfach. Grant fasste sich an die Stirn. Ich hab's noch nicht einmal meinen Eltern gesagt. Sobald er den Satz ausgesprochen hatte, bemerkte er, wie sich ihr Körper versteifte. Ach, verdammt. In den letzten Wochen waren sie ohne Streitereien ausgekommen. Er wollte nicht, dass die Stimmung wieder absackte und Claire böse auf ihn war. Claire, seine Hände legten sich auf ihre Schultern und zogen sie an sich. Es tut mir leid. So war das nicht gemeint. Ehrlich? Ihr Blick erschien ihm verwundbar, also nickte er hart. Ja. Seine rechte Hand verirrte sich in ihrer Haarpracht, die sich unglaublich seidig unter seinen Fingern anfühlte. Auch wenn du es nicht glauben magst, aber ich freue mich auf das Baby. Du musst ehrlich sein, Grant, flüsterte sie. Das bin ich. Und es war er tatsächlich. Mit einem tiefen Seufzer beugte er sich näher zu ihr und kämpfte den Drang nieder, ihr einfach alles zu erzählen. Er wollte ihr sagen, warum er sich zu einem wortkargen Mann gewandelt hatte, der zwar kleine Babys auf die Welt brachte, aber Schiss davor hatte, sein eigenes Kind im Arm zu halten. Vielleicht hätte Claire verstanden, warum er borsten den Rücken gekehrt und seinen Job als Neonatologen an den Nagel gehangen hatte. Aber vielleicht hätte sie auch ihm die Schuld an der Misere gegeben und sich von ihm distanziert. Eigentlich glaubte er nicht, dass Claire das tun würde. Aber Grant wollte nicht, dass er vor ihr in einem anderen, einem armseligen Bild stand. Gerne hätte er ihr gesagt, dass er sich in ihrer Gegenwart wohlfühlte und sich schon längst Gedanken um einen Namen für das Baby gemacht hatte. Oder dass er Stephanie ständig nervte und sie ermahnte, besonders gründlich zu sein, damit es ihr und seinem Sohn gut ging. Stattdessen hielt er die Klappe und benutzte seine Familie als Ausrede. Ich habe meinen Eltern noch nichts gesagt, weil wir uns nicht besonders gut verstehen. Oh. Wenigstens log er nicht. Mein Dad vertritt eine völlig unterschiedliche Meinung zum Berufsstand des Arztes als ich. Ja, wir haben uns darüber mehr als einmal gestritten. Ich weiß, dass ich es ihm nicht recht machen konnte und wollte mit ihm darüber nicht mehr diskutieren. Bist du deshalb aus Boston weggezogen? Ihr ehrliches Interesse hätte ihn erfreut, wenn ihm das Thema nicht so unangenehm gewesen wäre. Ja, unter anderem. Stephanie hat mir eine Teilhaberschaft angeboten, also zog ich nach New York. Sie wirkte erleichtert. Das heißt, dass es nicht an mir liegt, oder? Nein. Mit Ernst der Miene schüttelte er den Kopf. Zwar verloren ihre Schultern an Anspannung, dennoch wirkte sie immer noch verzagt. Ich hatte Angst, dass du… Du… Dass ich was? Claire stieß ein heiseres Flüstern aus. Ich hatte Angst, dass ich in deinen Augen nicht gut genug als Mutter deines Kindes sein könnte. Grant war entgeistert. Wie kommst du denn darauf? Ungelenk legte sie den Kopf etwas zur Seite. Na ja, du hast Harvard und die Mayflower erwähnt. Dein Vater ist Gefäßchirurg. Während mein Dad aus einer irischen Arbeiterfamilie stammte und Musiker war. Gott, Claire. Seine Augen forschten in ihren. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und haben einen afroamerikanischen Präsidenten. Wie kommst du auf solche Gedanken? Als sie nach Worten suchte, bemerkte Grant, dass die coole und durchsetzungsfähige Claire verschwunden war. Sie wirkte eher wie eine verschüchterte Frau, die Angst davor hatte, sich lächerlich zu machen. Um sie zu beruhigen, streichelte er ihre schmalen Schultern. Mein Exfreund hat mir gesagt, dass meine Familie nicht gut genug wäre. Dass ich nicht gut genug für ihn wäre. Haben wir nicht schon einmal darüber geredet, dass er ein Arschloch gewesen sein muss, wenn er so einen Unsinn von sich gibt? Mit bebender Stimme erwiderte sie ja, aber dennoch hat es wehgetan. Claire. Er presste einen Kuss auf ihre Stirn und zog sie an sich. Lass dich nicht so klein machen. Deine Mom ist eine tolle Frau. Natürlich ist sie das, schniefte sie. Aber wenn man ein 14-jähriger Teenager ist, der gebrauchte Kleidung aus der Kleiderkammer der Kirche trägt und deswegen in der Schule gemobbt wird, ist das trotzdem ein beschissenes Gefühl. Da konnte Grant nicht mitreden. Aber er konnte sich vorstellen, wie erniedrigend die Schulzeit für Claire gewesen sein musste. Dabei vergisst du etwas, murmelte er. Du bist nicht mehr auf der Highschool. Und du arbeitest mittlerweile als Architektin in New York. Wenn du es nicht geschafft hast, wer denn dann? Das Zucken ihrer Mundwinkel verriet sie. Außerdem würde ich jede Kleiderkammer angesichts deines Kleiderschrankes vor Neid erblassen. Grant. Nein, ehrlich. Grinsend lehnte er sich wieder zurück und sah ihr ins Gesicht. Was denkst du, weshalb Sabrina immer noch in deiner Wohnung herumlungert, hm? Seufzend fuhr sie sich durch ihr Haar und schien glücklicherweise alle Gedanken um die Mayflower oder rudernde Harvard-Fuzzis vergessen zu haben. Boah, erinnere mich nicht daran. Sollen Geschwister nicht heilen? Vermutlich werde ich sowieso nie wieder in meine Kleider passen. Sie wandte sich aus seiner Umarmung und stellte sich seitlich zu ihm, um demonstrativ über ihren wachsenden Bauch zu streichen. Neugierig richtete sie ihre Augen auf ihn. Ich habe schon fünf Kilo zugenommen. Da sie darüber nicht im Mindesten traurig zu sein schien, verschränkte er lachend die Arme vor der Brust. Das sieht so aus, als bräuchtest du eine neue Garderobe. Grant redete sich ein, dass es rein medizinisches Interesse an ihrem körperlichen Befinden war, das ihn ihre Beine betrachten ließ. Seine Augen wanderten über ihre nackten Beine, den luftigen Sommerrock und das geringelte Shirt bis zu ihrem schönen Gesicht, das sich fragend verzog. Schaust du etwa auf meine Beine? Unter anderem? Er nickte. Gut, dass wir keine Tochter bekommen. Was? Überrascht hustete sie auf. Wie meinst du das denn? Vergiss es. Er wedelte mit der Hand vor seinem Gesicht herum und runzelte die Stirn, da Claire wissend eine Augenbraue hochzog. Ich hole eine Verkäuferin wegen der Kindermöbel. Mach das. Claire war noch nie in Grants Wohnung gewesen. Neugierig sah sie sich um und entdeckte als erstes einen wunderschönen Steinway, der mitten in seinem riesigen Wohnzimmer stand, an das sich eine offene Küche anschloss. Von außen hatte Claire befürchtet, dass eine Wohnung den typischen Industrie-Charme besaß, der aus Stahl und Glas bestand, doch nun war sie positiv überrascht. Anstatt Stahl und Glas sah sie alte Holzfußböden, eine rustikale Steinwand und erdige Töne an den Wänden der Loftwohnung. Große Fenster ließen genügend Licht hinein, um die gerahnten Lithographien an den Wänden erkennen zu können, und der Kamin hinter einem riesigen Sofa verströmte eine absolute Gemütlichkeit. Claire gab zu, dass seine Wohnung eine große Überraschung für sie war. Eigentlich hatte sie Grant anders eingeschätzt. Bisher hatte sie ihn als schweigsamen und eher introvertierten Mann kennengelernt, der vermutlich sogar dann einen Anzug trug, wenn er ein paar Brötchen kaufte. Doch die bodenständige und gemütlich eingerichtete Wohnung sprach eine ganz andere Sprache. Auch sein heutiges Outfit hatte sie überrascht, da er in lässigen Jeans und einem blauen Poloshirt zu ihrer gemeinsamen Shoppingtour erschienen war. Generell war er viel lockerer gewesen. Natürlich hatte sie in den vergangenen Wochen bemerkt, dass er ihr gegenüber aufmerksamer, aufgeschlossener und sehr viel freundlicher war. Immerhin schien es ihr nicht mehr übel zu nehmen, dass sie ein Baby von ihm erwartete. Manchmal hatte sie sogar den Eindruck, dass er sie mochte. Und die Zuneigung zum Baby konnte er nur sehr schwer verbergen. Claire sah in seinem Blick, dass er nicht so gefühlskalt war, wie er sie glauben machen wollte. Aber sie verstand nicht, warum er nicht einfach zugeben konnte, dass er sich auf das Baby genauso sehr freute wie sie. Heute hatte er dies zum ersten Mal zugegeben. Und Claire glaubte ihm. Auch wenn er sich noch oft wortkarg und zurückhaltend gab, war ihr klar geworden, dass Grant im Grunde ein witziger, netter Kerl war, mit dem man problemlos seine Zeit verbringen konnte. Sie konnten miteinander lachen. Und manchmal bemerkte Claire eine Spannung zwischen ihnen, die jedoch nichts mit Ärger oder Misstrauen, sondern mit gegenseitiger Anziehung zu tun hatte. Für sie gestaltete es sich ziemlich schwierig, Grant als Freund zu betrachten, wenn immer wieder ihr Herz raste, ein Kribbeln in ihrem Bauch einsetzte und sich trotz sommerlicher Temperaturen eine Gänsehaut über ihren ganzen Körper ausbreitete. Du spielst Klavier? Sie drehte sich zu ihm um und beobachtete ihn, wie er die Haustür schloß und seinen Schlüssel bunt in eine Schale aus Permut legte, die auf einem gebeizten Schränkchen stand. Oh, ganz passabel. Meine Großmutter mütterlicherseits war Pianistin und hat es mir beigebracht. Oh, mir hat mein Dad das Klavierspiel beigebracht. Ich dachte, dass du Cello spielen würdest. Irgendwie war es schön zu wissen, dass er das Cello in ihrer Wohnung bemerkt haben musste. Mein Dad hat viele Instrumente gespielt. Darunter Klavier, Gitarre, Trompete und Cello. Für Gitarre und Trompete konnte ich mich nie begeistern. Er nahm mir die Tasche ab und hängte sie über die Garderobe. Er muss ein wahres Multitalent gewesen sein. Natürlich vermisste sie ihren Vater, aber mittlerweile konnte sie über ihn reden, ohne dabei traurig zu sein, also lächelte sie weich. Oh, das war er. Er spielte in einem klassischen Orchester und hatte nebenbei noch eine Band. Sie probten in unserer Garage und spielten in Kneipen oder Chassclubs. Während der Proben durfte ich mich immer in einen Gartenstuhl setzen und zuhören. Mein Dad meinte, dass ich später in der Band singen sollte, aber davon wollte meine Mom nichts hören. Kannst du singen? Überrascht senkte er den Kopf. Oh ja, vergnügt nickte sie. Wie ein Reibeisen. Sein breites Lachen, das zwei Reihen weißer Zähne entblößte, ließ ihr Herz wie verrückt schlagen. Rasch wandte sie den Kopf ab und sah sich weiter in seiner Wohnung um. Wie gefällt dir die Wohnung? Oh, sie ist wunderschön, antwortete Claire ehrlich und trat mitten in den Raum, um mit ihrer Hand über den unebenen Esstisch zu fahren, der an der Fensterfront stand. Wow, wo hast du diesen Tisch her? Ja, ein solches Stück hab ich noch nie gesehen. Das ist ein Unikat. Er stellte sich neben sie und nahm ihre Hand in seine, um sie über die Rillen in der Tischplatte gleiten zu lassen. Atemlos spürte sie seinen warmen Körper an ihrem und unterdrückte ein Stöhnen, während Grant völlig vertieft in seine Erklärungen zu sein schien. Ich hab ihn selbst aus alten Bootsplanken angefertigt. Wirklich? fragte Claire mit belegter Stimme. Mhm. Sein Atem streifte ihr Gesicht. Die meisten meiner Möbel hab ich aufgearbeitet oder restauriert. Dadurch wird die Wohnung viel persönlicher und gemütlicher. Ich wusste gar nicht, dass du so etwas kannst. Weißt du, was ich noch besonders gut kann? Er ließ ihre Hand los. Schinken-Sandwiches. Du musst halb verhungert sein. Ach, ein Schinken-Sandwich wär super, erklärte sie ehrlich, dass sie einen Mordshunger hatte. Stundenlang hatten sie sich Kindermöbel angeschaut, nach ergonomisch geformten Trageschalen, sicheren Wickeltischen und schadstoffarmen Bezügen geschaut. Nun war Claire am Ende ihrer Kräfte und merkte, dass ein riesiges Loch in ihrem Magen klaffte. Setz dich ruhig hin und ruh dich aus. Er öffnete den obersten Kragen seines Polo-Shirts. Ich geh schnell in die Küche und mach die Sandwiches. Dankbar sah sie ihm nach und schlenderte anschließend durch sein Wohnzimmer, um sich die Bücherregale und Bilder an den Wänden anzusehen. Die meisten seiner Bücher waren medizinische Fachschinken, aber sie entdeckte auch Krimis und Kunstbände, was sie erfreut bemerkte. Zwar hätte sie es sich gerne auf dem Sofa bequem gemacht, aber der Steinway lockte sie zu sehr. Also setzte sie sich auf den Klavierhocker und betrachtete ehrfürchtig den schwarz lackierten Flügel, der ein Vermögen kosten musste. Ihr Dad hatte ein altes Klavier besessen, das überall Schrammen und Macken gehabt hatte. Dennoch erinnerte sich Claire sehr gerne an die Zeit, als sie neben ihrem Dad auf einem wackeligen Stuhl gesessen und mit ihm zusammen ein Lied gespielt hatte. Nachdem er umgekommen war, hatte ihre Mom das Klavier verkaufen müssen. Damals hatte Claire tagelang in ihre Kissen geweint und ihre Mom angebettelt, nicht das Klavier zu verkaufen. Doch leider war es ein paar Tage später abgeholt worden. Vorsichtig klappte sie den Deckel auf und glitt mit ihren Fingern über die strahlend weißen Tasten, die sich kühl und glatt anfühlten. Ein Blick auf die Noten verriet ihr, dass Grant sich gerade an Debussy versuchte. Ihr ging das Herz auf, weil das Stück Claire de Lune aufgeschlagen vor ihr lag, ihr Lieblingsstück. Es war während ihrer gesamten Kindheit ihre Schlafmelodie gewesen, und ihr Dad hatte ihr erzählt, dass sie nach diesem Stück benannt worden sei. Claire de Lune, das Mondlicht. Claire spreizte die Finger und legte sie langsam auf die Tasten, bevor sie die ersten Noten anschlug. Auch wenn sie aus der Übung war, konnte sie dieses Stück im Schlaf spielen. Sobald sie die ersten Noten gespielt hatte, war es, als hätte sie es erst gestern auf einem Klavier gespielt. Nach einigen Akkorden bemerkte sie Grant, der hinter ihr stand. Sofort nahm sie ihre Hände von den Tasten und schaute entschuldigend nach oben. Entschuldige, ich wollte nicht ... Darf ich? Er deutete auf den Hocker. Sie nickte und rutschte ein Stück zur Seite, damit er sich neben sie setzen konnte. Er berührte ihren linken Oberarm mit seinem. Du spielst Debussy? fragte sie leise, als wolle sie die angenehme Stimmung zwischen ihnen nicht verderben. Wenn ich das Mondlicht höre, kann ich sogar vergessen, dass auf der Straße unter mir ein Verkehrschaos herrscht, erwiderte Grant ebenfalls leise. Sie fragte sich manchmal, was er sonst noch vergessen wollte. Stattdessen legte sie ihre Fingerspitzen auf die Tasten. Ich habe lange kein Klavier mehr gespielt. Ich habe lange kein Duett gespielt. Wieder berührte sein Oberarm ihren, als er nah an sie heranrückte. Möchtest du? Claire drehte ihm das Gesicht zu und schaute wie gebannt in seine hellbraunen Augen. Sie wusste nicht, was mit ihr los war, denn eigentlich war sie für Mondlicht, Klaviermusik und tiefe Blicke unempfänglich. Doch gerade jetzt raste ihr Herz wie verrückt. Ja, flüsterte sie und musste sich dazu zwingen, den Blick von seinem Gesicht abzuwenden. Fang du an, erklärte er mit heiserer Stimme. Ich setze im dritten Takt ein. Sie straffte die Schulter, entspannte die Finger und begann die ersten Noten zu spielen, um gleich daraus aus den Augenwinkeln zu bemerken, wie Grant sich ebenfalls über die Tasten beugte und zu spielen begann. Passabel. Oh, er hatte gelogen. Denn sein Klavierspiel war nicht passabel, sondern erstklassig. Die leichte Melodie drang durch den stillen Raum und erfüllte Claire mit absoluter Ruhe, Zufriedenheit und Rührung. Sie musste kein Wort mit Grant wechseln, sondern saß schweigend neben ihm, spielte mit ihm auf seinem Flügel und bewunderte die Harmonie, mit der sie beide ihr Lieblingsstück erklingen ließen. So nah hatte sie sich noch niemandem gefühlt. Beinahe wären ihr die Tränen gekommen, wenn nicht genau in diesem Moment das Baby gegen ihre Bauchdecke getreten hätte. Erprobt zog sie ihre Hände von den Klaviertasten und hob den Kopf. Claire? Auch er zog seine Hände weg und drehte sich zu ihr. Ist alles okay? Hier. Fühl mal. Sie ergriff seine rechte Hand und legte sie auf ihren Bauch. Das Baby hat getreten. Und wie? Seine Mine wirkte ebenfalls überrascht und für einen kurzen Moment sah sie unverfälschte Freude in seinem Gesicht. Wirklich? Ich spüre nichts. Oh. Gerührt lachte sie auf und presste seine Hand gegen ihre pralle Rundung. Spürst du ihn? Bisher hat er sich nur ganz vorsichtig bewegt. Das war der erste kräftige Tritt. Unglaublich. Flüsterte er und senkte seine Augen auf ihren Bauch. Claire hätte am liebsten vor Freude geweint. Vor ein paar Monaten hätte sie nicht gedacht, dass sie es jemals erleben würde, dass ihr Baby in ihrem Bauch um sich treten würde. Abends spiele ich ihm schon seit ein paar Wochen auf dem Cello vor. Sie schluckte und musste sich beherrschen, nicht in Tränen auszubrechen. Vielleicht gefällt ihm das? Bestimmt. Langsam zog er seine Hand beiseite. Meine Eltern haben mir Claire de Lune mal zum Einschlafen vorgespielt. Claire bemerkte gar nicht, dass sich Grant von ihr distanzierte und ihre Begeisterung nicht teilte. Ich glaube, das Baby mag es genauso gerne. Als er sich abrupt erhob, flackerten ihre Augen verstört auf. Grant? Die Sandwiches, erwiderte er schlicht und lief mit großen Schritten zurück in die Küche. Ratlos sah Claire ihm hinterher und wollte nicht zulassen, dass sich ein Kloß in ihrer Kehle bildete, also schluckte sie ihre Verunsicherung hinunter, bedauerte, dass der schöne Moment zerstört war, und steuerte mit langsamen Schritten die Küche an. Als sie im Türrahmen stand und seine hochgewachsene Gestalt betrachtete, die gerade Brot butterte und zwei Sandwiches zubereitete, merkte sie, wie sehr sie sich wünschte, dass er ebenfalls etwas für sie empfinden würde. Es wäre einfach perfekt, wenn aus ihrem One-Night-Stand und ihrer unerwarteten Schwangerschaft nicht nur eine Freundschaft, sondern sogar mehr entstehen würde. Sie wollte, dass Grant für sie mehr war als nur der Vater ihres Babys. Grant? Ist alles okay? Ja. Er seufzte und hatte ihr noch immer den Rücken zugedreht. Es ist nur... Ich bin nicht gut in solchen Dingen. Sie lehnte ihren Kopf gegen den Türrahmen und erwiderte weich, es ist schön, dass du es versuchst. Ja, ich versuche es wirklich. Seine Stimme klang gepresst. Claire legte eine Hand auf ihren Bauch und musterte seine verkrampfte Haltung. Weißt du, dass ich sehr froh darüber bin, wie gut wir uns mittlerweile verstehen? Ja, das bin ich auch. Und ich bin sehr glücklich, dass du dich auf das Baby freust, Grant. Endlich drehte er sich zu ihr um, Claire. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich der Vater sein werde, den du dir vorstellst. Aber ich werde mir alle Mühe geben. Mit einem Kloß im Hals nickte sie. Sein Versprechen war mehr, als sie sich erhofft hatte. Dennoch wünschte sie sich, dass er ihr eine Antwort gegeben hätte. Ja. August Siehst du das? Ja, das tue ich. Oh, mir gefällt es nicht. Liv verkniff sich ein Lächeln. An deiner Stelle würde es mir auch nicht gefallen, Claire. Sie ist 22, Liv. Einerseits ist sie zu alt, dass ich ihr Vorschriften machen kann, aber andererseits ist sie zu jung, als dass ich einfach mit ansehen kann, wie sie großen Unsinn macht. Mit einem Footballspieler zu reden ist kein großer Unsinn. Claire lehnte sich seufzend auf der Gartenliege zurück und beobachtete gleichzeitig misstrauisch das Geschehen am anderen Ende des Gartens ihrer besten Freundin. Du willst doch nicht sagen, dass du es gutheißen würdest, wenn deine kleine Schwester mit einem Typen wie Blake plaudert. Deine Schwester ist ziemlich klug und gewitzt. Du musst dir keine Sorgen machen. Boah, ich weiß. Sie stieß ein tiefes Stöhnen aus und kreuzt ihre Knöchel übereinander. Vielleicht sind das auch die Hormone, die aus mir eine solche Glucke machen. Du warst schon vor deiner Schwangerschaft ziemlich besorgt um Sabrina. Wenn sie wenigstens eine Andeutung gemacht hätte, was sie nach dem College machen will, würde ich mir nicht solche Sorgen machen. Seit Wochen wohnt sie bei mir, ist ständig unterwegs und lebt in den Tag hinein. Wie du schon gesagt hast, sie ist 22. Er lasst ihr etwas Zeit. Blake soll bloß seine Flossen von meiner Schwester lassen. Sie warf dem lachenden Running Back einen unerbittlichen Blick zu und schob sich ihre Sonnenbrille nach oben. Eigentlich hatte sie geplant, nach der Arbeit kurz bei Liv vorbeizuschauen, doch dann war Sabrina bei ihrem Büro aufgetaucht und hatte sie zu Liv begleitet, wo unverhofft Blake und Eddie bereits im Garten gesessen und ein Bier gezischt hatten, während Julian am Grill gestanden und sich Liv um die beiden Kinder gekümmert hatte. Sabrina, die die kleine Brianna vergötterte, hatte mit ihr geschaukelt und stand nur neben Blake, der sich gespielt unauffällig an ihre kleine Schwester herangemacht hatte. Oh, ich schwöre dir, wenn er... Hey, Ladies! Julian stellte sich vor die beiden Liegen, auf denen Liv und sie lagen, und grinste breit. Darf ich euch ein Steak servieren? Das wär toll. Liv reichte ihrem Mann den dösenden Levi. Nimmst du ihn? Liv, ich grille gerade und kann nicht auf ihn aufpassen. Nichtsdestotrotz klemmte er sich seinen Sohn unter den Arm. So, und jetzt? Eddie nimmt ihn bestimmt gerne. Lächelnd deutete sie auf den finster blickenden Eddie, der neben dem Grill stand und an seiner Bierflasche nuckelte. Claire entschied sich dazu, den flirtenden Blake zu vergessen, und sah Julian stattdessen an. Missbrauchst du deine Teamkollegen wieder als Kindermädchen? Na klar. Immerhin kommen sie ständig vorbei und trinken mein ganzes Bier aus. Er hob Levi nun auf seinen Arm und küsste ihn auf den braunen Lockenschopf. Und dir geht's gut? Was macht das Baby? Oh, ihm geht es fabelhaft. Lächelnd legte sie eine Hand auf ihren Bauch. Natürlich erzählte sie ihm nicht, dass ihr das heiße Sommerwetter zu schaffen machte, oder dass sie ständig müde war und unter Schwangerschaftsvergesslichkeit litt, sondern strahlte ihn zufrieden an. Weil sie nun einmal zufrieden war. Ja, sie war glücklich und konnte es kaum erwarten, das Baby im Arm zu halten. Von Tag zu Tag wurde es realer, bewegte sich und wurde größer. Mittlerweile passte sie in kein einziges Kleidungsstück mehr hinein und trug voller Freude Umstandsmoder. Das freut mich. Wie geht es Grant? Du solltest ihn mal wieder mitbringen. Na, damit ihn Blake Dr. Moschi nennen kann? Hey. Julian verlagerte das Gewicht seines schlafenden Sohnes auf seinen Arm. Grant besitzt Humor. Er hat darüber gelacht. Weil er höflich sein wollte, schränkte sie mit zuckersüßer Stimme ein. Julian neigte den Kopf und zwinkerte ihr zu. Möchtest du auch was essen? Nein, danke. Sie warf ihm eine Kusshand zu. Ich hab gleich noch was vor. Oh, ein heißes Date. Claire verdrehte die Augen und deutete auf ihren Bauch. Das willst du nicht wirklich wissen, oder? Boah, manche Typen. Liebling, die Steaks brennen gleich an, unterbrach ihn Liv, wobei sich Claire ziemlich sicher war, dass sie ihn einfach nur davon abhalten wollte, ihr weiterhin Fragen stellen zu können. Na, wie auch immer, er zwinkerte Claire zu. Bestell deinem Dr. Moschi schöne Grüße. Wenn er Lust hat, soll er ruhig auf ein Bier vorbeikommen. Das mach ich. Sobald Julian am Grill verschwunden war und er die den sabbernden Levi in den Arm gedrückt hatte, wandte Claire den Kopf nach rechts und betrachtete Liv, die entspannt in der Sonne lag und die Augen geschlossen hielt. Sag mir bitte nicht, dass Grant bei den Jungs nur Dr. Moschi genannt wird. Nö, Liv gehnte fröhlich. Meistens heißt er nur Claire's Dr. Moschi. Aber das wird sich sowieso nach einer Zeit gelegt haben. Na, da bin ich ja erleichtert, ächzte sie und lehnte sich zögernd wieder zurück. Wie läuft es eigentlich zwischen dir und Grant? Claire blinzelte in die Sonne. Na, vorgestern waren wir in der Klinik, in der ich entbinden möchte, und haben uns den Kreißsaal angeschaut. Zwar haben wir noch ein wenig Zeit bis zur Geburt, aber eigentlich wollte ich wissen, wie es zwischen euch läuft, Claire. Gespielt gleichgültig, murmelte sie. Och, alles ist okay. Ihre beste Freundin schnaubte. So viel Zeit, wie du in den letzten Wochen mit Grant verbracht hast, hatte ich eigentlich gehofft, dass da mehr sein könnte. Liv, wir bekommen ein Baby zusammen. Grant ist kein Flirt, er ist der Vater meines Kindes. Und außerdem ist er ein ziemlich heißer Typ. Ja, das musst du mir nicht sagen, seufzte sie und erntete prompt ein amüsiertes Lachen. Ich hab's dir schon auf meinem Geburtstag gesagt. Grant und du, gib dein tolles Paar ab. Und schlüssig rieb sie ihre Lippen gegeneinander. Darf ich ehrlich sein? Natürlich. Claire seufzte frustriert auf. Ich mag ihn, Liv. Ich mag ihn wirklich. Und fühl mich sehr wohl bei ihm. Aber... Aber? Aber ich weiß nicht, was ich ihm gegenüber fühle. Liv setzte sich ein wenig auf und sah sie nachdenklich an. Ja, Claire, auch wenn du dich bei ihm wohlfühlst, heißt das noch lange nicht, dass du verliebt in ihn bist. Wie du schon gesagt hast, bekommst du sein Baby. Vielleicht möchtest du ja einfach nur in ihn verliebt sein. Claire konnte ihr schlecht sagen, dass sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben bei einem Mann richtig wohlfühlte und nicht das Bedürfnis hatte, sich zu verstellen. Grant mochte zurückhaltend sein und nicht viel von sich preisgeben. Aber wenn er sie anlächelte, wusste sie wenigstens, dass er es auch so meinte. Grant ist völlig anders als die Männer, mit denen ich sonst ausgegangen bin. Anders im positiven oder negativen Sinn. Claire rieb ihre Lippen aufeinander. Anfangs habe ich ihn für einen kompletten Idioten gehalten. Mittlerweile bin ich sehr gerne mit ihm zusammen. Hür ich da wieder ein Aber heraus? Naja, manchmal verstehe ich ihn nicht. Frustriert fuhr sie sich über die Stirn. Er ist schon sehr viel offener geworden und verhält sich nicht mehr wie ein Eisklotz. Aber oft kommt es vor, dass er sich von jetzt auf gleich von mir zurückzieht. Was meinst du damit? Naja, wenn es persönlicher wird und ich ihn auf seinen Job oder auf seine Familie anspreche, blockt er sofort ab. Ich würde gerne mehr über ihn erfahren, aber Grant distanziert sich immer sofort. Was weißt du denn über ihn? Er hat meiner Mom erzählt, dass er in Boston als Neonatologe gearbeitet hat. Neonatologe? Ist das sowas wie ein Kinderarzt? Unsicher hob Claire ihre Hände in die Höhe. Ich habe im Internet recherchiert und gelesen, dass Neonatologen auf die Behandlung von Säuglingen spezialisiert sind. Grant meinte, dass er als Chirurg gearbeitet hätte. Und warum arbeitet er nun als Frauenarzt? Genau diese Fragen stellte sich Claire seit Wochen. Doch sie wollte ihn nicht darauf ansprechen, weil ihm das Thema sehr unangenehm zu sein schien. Das weiß ich nicht. Warum fragst du ihn nicht einfach? Seufzend schüttelte sie den Kopf. Ich glaube, er möchte nicht darüber reden, Liv. Liv schwieg eine Weile, bevor sie mit ruhiger Stimme zu bedenken gab. Ich will nicht die Klugscheißerin raushängen lassen, Claire, aber wie habt ihr eure Beziehung eigentlich definiert? Definiert? Claire stieß einen übertriebenen Grunzlaut aus. Meinst du, dass ich ihm einen Zettel zugesteckt habe, auf den er ankreuzen sollte, ob er mit mir gehen will? Naja, ihr müsst doch darüber geredet haben, wie ihr zueinander steht. Liv schüttelte den Kopf. Oder worüber unterhaltet ihr euch die ganze Zeit? Naja, wir reden über alles Mögliche. Über meinen Job, über Musik. Blake, du solltest dich wirklich einmal mit ihm zusammensetzen, Claire. Wenn du Gefühle für ihn hast, solltest du es ihm sagen. Das ist nicht so einfach, murmelte sie. Was ist nicht so einfach? Sabrina tauchte neben den beiden Liegen auf und setzte sich prompt zu Claire, die sie zur Seite schubste. Dankbar für die Ablenkung, verzog Claire abschätzig den Mund. Was hast du mit Blake besprochen? Oh, Blake gibt heute Abend eine Party, zu der er mich eingeladen hat. Augenblicklich verengte Claire die Augen. Sabrina? Ja, Mama? Scherzhaft verdrehte sie die Augen und schmiegte sich anschließend an Claire, um eine Hand auf den prallen Babybauch ihrer Schwester zu legen. Gott, bin ich froh, wenn mein Neffe endlich auf der Welt ist. Dann hast du ein anderes Opfer, das du bemuttern kannst. Opfer? Sie rutschte hin und her, um eine bequemere Position einzunehmen, während ihre Schwester wie ein Klammeräffchen an ihr hing. Nichtsdestotrotz fand sie es schön, dass sie sich mit ihrer Schwester so gut verstand. Sabrina mochte eine dreiste Klamottendiebin sein, aber das Zusammenleben mit ihr gestaltete sich ziemlich angenehm. Du nennst dich ein Opfer? Darf ich dich daran erinnern, dass ich deine Windeln gewechselt habe? Sabrina schnaubte und tätschelte den Bauch ihrer Schwester. Ich bin mir sicher, dass viele dich für eine Teenie-Mam gehalten haben, wenn du mich im Kinderwagen durch die Gegend geschoben hast. Damals war ich zwölf, empörte sich Claire. Und du bist erst 22. Sie deutete auf Blake. Oh Gott! Sabrina stieß einen übertriebenen Würge laut aus. Denkst du wirklich, dass ich mich von Blake anbuffen lassen würde? Naja, ich mach mir Sorgen, verteidigte sich Claire. Mmhm, Blake ist ein ziemlicher Frauenheld. Mischte sich nun auch Liv ein. Sabrina setzte sich auf und öffnete ihr Haar, um es gleich darauf wieder zu einem Pferdeschwanz zu binden. Davon ist er jedenfalls überzeugt. Mich müsst ihr nicht vorwarnen. Haha, keine Sorge. Erleichtert hob Claire ihre Augenbrauen in die Höhe. Ach. Ja, natürlich ist er irgendwie süß, wenn man auf den Terminator-Verschnitt steht. Aber mein Typ ist er nicht. Lächelnd beugte sie sich zu Claire und gab ihr einen Wangenkuss. Keine Sorge, Schwesterherz. Du bist und bleibst die Einzige in der Familie, die sich hat anbuffen lassen. Du weißt, dass ich diesen Ausdruck nicht mag. Liv unterbrach die beiden. Gehst du zu Blakes Party, Sabrina? Diese schüttelte den Kopf. Nein, ich bleib zu Hause und pack mein Zeug. Verwirrt blinzelte Claire ihre kleine Schwester an und hielt sich eine Hand über die Augen, um diese von der Sonne abzuschirmen. Du packst dein Zeug? Ja, ich hab heute Morgen schon mit Mom telefoniert. Du brauchst den Platz, um daraus das Babyzimmer zu machen. Und ich kann es nicht mehr mit ansehen, wie Grant und Du umeinander herumschleicht. Claire bemerkte nur am Rande, wie Liv in vergnügtes Pusten ausbrach. Stattdessen fixierte sie ihre Schwester. Wieso willst du denn von heute auf morgen wieder zurück zum College? Abgesehen davon, dass ihr mir wirklich auf die Nerven feilt, muss ich einige Dinge am College klären. Zwar weiß ich noch nicht, was ich machen möchte, aber ich kann nicht ewig in deinem Gästezimmer schlafen und zusehen, wie du Grant mit Blicken verfolgst. Sabrina, das ist überhaupt nicht komisch. Ja, das finde ich auch. Sie starrte Liv frustriert an. Weißt du, dass ich die beiden noch nicht habe knutschen sehen? Außerdem ist er noch nie über Nacht geblieben. Sabrina. Claire, ich hab dich wirklich lieb, erklärte ihre Schwester ernst. Aber du solltest doch längst über dieses Teenie-Gehabe hinweg sein. Ich wüsste nicht, was dich mein Leben anginge. Dito. Sie grinste. Du mischst dich ja auch ständig in meins ein. Deine kleine Schwester ist ganz schön clever. Liv tätschelte ihr Knie. Anscheinend ist auch sie der Meinung, dass du mal Tacheles mit ihm reden solltest. Und Sex sollte sie auch mit ihm haben. Der Mann sieht echt gut aus und ist wahnsinnig nett. Bevor das Baby da ist und nächtelang herumbrüllt, sollte sie die Gunst der Stunde nutzen und es krachen lassen. Liv nickte. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ihr beiden seid mir keine große Hilfe, beschwerte sich Claire. Grant und ich bemühen uns um eine freundschaftliche Basis, damit das Baby nichts missen muss. Mit ihm zu schlafen würde alles nur komplizierter machen. Oh, das Baby wird mit zwei sexuell frustrierten Elternteilen, die sich gegenseitig am liebsten bespringen würden, sicher nicht glücklicher sein, als wenn ihr es jetzt mal ordentlich treibt. Ärgerlich runzelte Claire die Stirn. Ich bin schwanger und ich bin single, Sabrina. Grant und ich sind nicht zusammen. Oh, immer diese Ausreden. Das Biest grinste wissend. Wenn du bemerken würdest, wie er dich anstarrt, sobald du wegsiehst, dann wüsstest du, dass der arme Mann sexuell frustriert ist. Sie dachte einen winzigen Augenblick darüber nach, bevor sie unwirsch fauchte. Themenwechsel. Es ist ein Wunder, dass ihr beiden es geschafft habt, ein Baby zu zeugen, so verklemmt wie ihr seid. Sabrina schüttelte den Kopf. Oh, ich glaube, du irrst dich, gluckste Liv. Liv. Immerhin hatte Claire extrem versauten Sex mit Grant. Aufgebracht schnappte sie nach Luft. Liv! Interessant. Oh, gut, dass ich morgen wieder zum College fahre. Dann hat Claire hoffentlich die Chance auf eine Wiederholung des Ganzen. Claire schwieg und wünschte sich manchmal, ein Einzelkind zu sein. Einige Stunden später musste Claire immer wieder an die Worte ihrer Schwester und ihrer besten Freundin denken. Der Abend mit Grant hätte sehr entspannend und gemütlich sein können, wenn sie nicht ständig an extrem versauten Sex denken würde. Sie kam sich ein wenig albern vor, dass sie wie ein verliebter Teenager neben Grant herlief und sich wünschte, dass er ihre Hand nahm oder seinen Arm um sie legte. Immerhin war sie eine erwachsene Frau, die in der Lage war, ihre Wünsche auszusprechen und die auch nicht vor heiklen Themen zurückschreckte. Wenn ihr jemand im Job in die Quere kam, hatte sie keine Skrupel, sich durchzusetzen. Aber bei Grant war es etwas anderes. Sie wollte, dass er sie gern hatte und einfach nach ihrer Hand griff. Allein der Gedanke daran ließ sie er zittern und wie ein Schulmädchen errüten. Claire hoffte, dass nur ihre Hormone ihr einen Streich spielten, denn dies war wirklich kein Zustand. Angesichts der Tatsache, dass sie Grant monatelang nicht hatte leiden können, war es lächerlich, wie sehr sie sich jetzt nach ihm sehnte. Täglich starrte sie auf ihr Handy und hoffte, dass er ihr eine Nachricht schicken würde. Seine Anrufe nahm sie immer sofort entgegen und schämte sich kein bisschen, dass ihre Kolleginnen sie schon mit ihrer Verliebtheit aufzogen. Wenn sie mit ihm zusammen war, war sie glücklich. Doch sobald sie daran dachte, dass sie keine Ahnung hatte, was er fühlte, verschwand dieses Glücksgefühl und machte einer unsagbaren Verwirrtheit Platz. Sie fände es furchtbar, wenn er in ihr nicht mehr sah, als die Frau, mit der er einen One-Night-Stand gehabt hatte und die nun sein Kind auf die Welt bringen würde. Andere werdende Eltern mussten sich nicht mit den Gedanken über ihren Beziehungsstatus herumschlagen, sondern konnten sich ganz einfach auf ihr Baby konzentrieren. Das wollte Claire auch. Sie dachte darüber nach, wie es mit ihr und Grant weitergehen sollte, während sie neben ihm durch das abendliche New York schlenderte und spürte, wie die Sommerhitze des Tages langsam verschwand. Heute hatten sie ein Klavierkonzert im Central Park besucht und anschließend Pizza gegessen, bevor er ihr ein Eis gekauft hatte, das sie nun verspeiste. Ich wusste gar nicht, dass es im Central Park so tolle Veranstaltungen gibt. Claire schluckte den sahnigen Geschmack nach Venet ihr hinunter. Oh, die Konzerte dort sind großartig. Vor allem im Sommer lassen sich die Veranstalter besonders viel einfallen. Es ist bei weitem schöner als in einer Konzerthalle, stimmte er ihr zu. Schmeckt's? Oh, großartig. Sie hielt ihm ihr Eis hin und fragte, willst du mal probieren? Zu ihrer Überraschung senkte er tatsächlich den Kopf und leckte von ihrem Eis ab. Über seiner Oberlippe klebte ein winziger Tropfen Eis, den er prompt mit seiner Zunge wegleckte. Während sie seinen Mund wie hypnotisiert anstarrte, strampelte das Baby und lenkte Claires Aufmerksamkeit sofort wieder von seinen hübschen Lippen und Erinnerungen an heiße Küsse vor über sechs Monaten ab. Automatisch fuhr ihre Hand über ihren Bauch, den sie heute unter einer luftigen Tunika verbarg. Sie räusperte sich. Und? Sehr lecker. Grant hob wieder den Kopf und schluckte das Eis hinunter, wobei sich sein Adamsapfel hob. Na, ich hätte mir auch eins holen sollen. Großzügig bot sie ihm an. Wir können teilen. Sofort schüttelte er den Kopf. Nein, du brauchst es nötiger. Vielen Dank, lachte Claire, aber ich sollte aufpassen, dass ich nicht zu viel zunehme. Meine Tabelle sagt, dass ich in der nächsten Zeit nicht mehr viel zunehmen darf. Was für eine Tabelle? Vergnügt schlägte sie an ihrem Eis. Ich habe mir eine Babyzeitschrift gekauft, in der eine Tabelle abgedruckt ist. Dort steht für jede Schwangerschaftswoche eine Gewichtsangabe, nach der man sich richten sollte. Claire Belustigt umfasste er ihren Ellbogen und löste eine Vielzahl von kribbelnden Gefühlen in ihr aus. Du bist nicht zu dick. Oh, ich weiß. Überrascht sah sie in seine hellbraunen Augen, aber ich möchte nicht zu viel zunehmen. Das ist nicht gut für das Baby. Dem Baby könnte es nicht besser gehen. In der Zeitschrift stand das Hey. Er stellte sich vor sie und senkte den Kopf. Du bist perfekt. Mit klopfendem Herzen starrte sie in seine Augen und hoffte, dass er sie küssen würde. Atemlos verfolgte sie, wie er sie anlächelte und immer näher kam. Doch statt seine Lippen auf ihre zu pressen, nahm er noch einen Bissen von ihrem Eis. Frustriert hätte sie ihn am liebsten geschlagen, doch sie beherrschte sich und entzog ihm mit einem gequälten Lächeln das Eis. Du wolltest nicht teilen. Ich weiß. Wieder leckte er sich die Eisspuren von seinen Lippen, aber das Eis war einfach zu verführerisch. Najan, murmelte sie, um auf deine Gewichtstabelle zurückzukommen. Als Arzt kann ich dir versichern, dass solche Tabellen humbug sind. Jede Frau hat einen eigenen Rhythmus und schadet dem Baby nicht, wenn sie mal an Eis isst. Okay, Herr Doktor. Sie hatte plötzlich keinen Appetit mehr und reichte ihm das Eis. Isst du auf, ich kann nicht mehr. Anstandslos übernahm er ihre Portion, die er schweigend verschweiste. Claire widerstand dem Drang, ihn zu mustern und ignorierte die Stimme in ihrem Kopf, die ihr zuflüsterte, wie gerne sie ihn in Jeans und T-Shirts sah. Geht es dir nicht gut? Du bist schon den ganzen Abend so schweigsam. Mir gehen nur viele Dinge durch den Kopf. Mit einem kleinen Lächeln sah sie zu, wie er die leere Eistüte in den Abfalleimer warf. Welche Dinge? Peinlich berührt zuckte sie mit der Schulter. Das Baby kommt in weniger als drei Monaten. Ist da eines noch so viel zu tun? Anders als noch vor einigen Wochen versteinerte er nicht sofort, wenn sie von dem Baby sprach, sondern schaute auf ihren runden Bauch. Das kriegen wir alles hin. Mach dir keine Sorgen. Ich mache mir aber Sorgen. Ihre Stimme wackelte gefährlich. Aufmunternd verzog er den Mund. Du weißt doch, dass ich dir helfen werde. Es ist doch mein Kind. Claire senkte die Augenlider und gestand heiser. Du kannst das nicht verstehen, aber... Aber ich möchte keine alleinerziehende Mutter sein. Ich denke darüber nach, dass das Baby und ich allein sein werden und... Das macht mir Angst, Grant. Einige Momente erwiderte er nichts, sondern stand regungslos vor ihr. Claire war den Tränen nahe und schimpfte sich eine Idiotin, weil er jetzt wissen musste, was sie empfand. Als er ihre Hand nahm, stand sie kurz vor einem Tränenausbruch. Du denkst über uns nach, flüsterte er. Ja. Das tue ich. Claire. Seine Hand fuhr in ihr Haar. Ich denke auch viel über uns nach. Sie wusste nicht, ob sie das hören wollte und spannte sich automatisch an. Grant, ich möchte dich nicht anlügen, Claire. Dann tu es nicht. Beinahe erstickte sie an den Tränen, die in letzter Zeit so locker saßen und wünschte sich, dass sie nicht damit angefangen hätte. Grant war zu nichts verpflichtet, während sie ihn schon wieder drängte. Sie wusste doch, dass er immer dicht machte, wenn er sich bedrängt fühlte. Er stieß einen tiefen Seufzer aus. Leider bin ich ziemlich verkorkst und weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich würde dir gerne sagen, dass ich ein guter Vater sein werde, aber ich weiß nicht, ob ich das sein werde. Kraftlos stieß sie ein kurzes Schluchzen aus. Bringst du mich bitte nach Hause? Sie wollte nicht mitten auf der Straße einen Weinkrampf bekommen und sich vor ihm blamieren, also hoffte sie, dass sie es die wenigen Blocks bis zu ihrer Wohnung schaffte, bis sie sich nicht länger zusammenreißen konnte. Seine Hände umfassten ihre Oberarme und zogen sie an seinen Körper. Warte einen Moment. Grant, bitte. Langsam senkte er seinen Kopf und presste seine Stirn gegen ihre. Vielleicht kann ich dir noch nicht das sagen, was du gerne hören möchtest, Claire. Aber ich weiß, dass ich gerne mit dir zusammen bin. Mit einem Kloß im Hals sah sie langsam auf und begegnete seinem durchdringenden Blick. Manchmal kann ich nicht zeigen, was in mir vorgeht. Fühlte er mit rauer Stimme aus, aber du sollst wissen, dass ich dich mag. Sogar sehr. Und ich freue mich auf das Baby. Wirklich? Grant nickte, ja. Anfangs habe ich mich völlig falsch verhalten und das tut mir leid. Claire lächelte zittrig. Ist schon gut. Das ist nicht schlimm. Seine Finger streichelten federleicht über ihre Oberarme, was in Claire ein heißes Kribbeln auslöste. Lange Zeit sagte er kein Wort, bis er mit abwesender Miene ein tiefes Stöhnen ausstieß. Claire, es gibt ein paar Dinge, die du nicht von mir weißt. Abwartend schaute sie ihn an und hatte Mitleid, als er sie gequält ansah. Sie schüttelte den Kopf und erklärte weich, du musst mir nicht sagen, was du nicht willst. Ich möchte es dir erzählen. Vielleicht ein anderes Mal, hm? Claire hob eine Hand und strich ihm eine verirrte Strähne aus der Stirn. Er entschloss ihre Hand mit seiner und presste seine Lippen auf ihre Fingerspitzen. Danke für dein Verständnis. Claire schluckte die letzten Tränen hinunter und schmiegte sich langsam an ihn. Als er seinen Arm um sie legte, verbarg sie lächelnd das Gesicht an seinem Hals. Genau das hatte sie sich den ganzen Abend lang gewünscht. Komm, ich bring dich nach Hause, murmelte er in ihr Haar. Mein Sohn braucht seinen Schlaf. Amüsiert schlang sie einen Arm um seine Taille und schaute von unten zu ihm auf. Ich sollte dich vorwarnen, Grant, denn ich werde dich nicht auf einen Kaffee nach oben bitten. Seine Mundwinkel kräuselten sich, na, dann muss ich mir wohl schon jetzt einen Gute-Nacht-Kuss nehmen. Scheint so, flüsterte sie atemlos. Als er endlich den Kopf senkte und ihr einen unbeschreiblich zärtlichen Kuss gab, bei dem ihr Herz zu explodieren schien, hatte Claire das Gefühl, dass alles gut werden würde. September Dein Vater ist noch im Krankenhaus, Grant. Er wird sich freuen, wenn er hört, dass du angerufen hast. Grant gab einen undefinierbaren Laut von sich und goss sich ein Glas Wasser ein, während er mit seiner Mom telefonierte. Er hatte nicht umsonst am frühen Nachmittag in Boston angerufen, schließlich konnte er davon ausgehen, dass zu der Zeit entweder eine OP oder eine Visite anstand. Für ihn hieß dies, dass sein Dad nicht zu Hause war und nicht mit ihm sprechen konnte. Es war nicht so, dass er sich mit seinem Vater nicht verstand. Im Gegenteil, es hatte keinen besseren Lehrer gegeben als ihn. Schon während seiner Studienzeit hatte er mit seinem Vater stundenlang über Diagnostikverfahren, seltene Eingriffe oder minimalinvasive Methoden gesprochen. Er war es auch gewesen, der Grants Leidenschaft für die Medizin geweckt hatte, als dieser noch ein kleiner Junge gewesen war und seinen Dad bei der Arbeit hatte besuchen dürfen. Sein Vater war ein hoch angesehener Gefäßchirurg, der über jahrzehntelange Erfahrung verfügte, die Grant zunutze gekommen war, als er das erste Mal selbst im OP gestanden hatte. Für ihn war schon sehr früh klar gewesen, dass er der Familientradition folgen und auch Chirurg werden wollte. Doch anders als sein Dad hatte er sich für ein anderes Fachgebiet entschieden. Noch während seiner Ausbildung hatte er Dienst auf der Neugeborenenstation gehabt und ein Frühchen begleitet, das mit einer Notoperation vor einer Bauchfellentzündung gerettet wurde. Der Anblick des winzigen Babys, das einige Monate später wohlgenährt und kerngesund entlassen werden konnte, hatte ihn dazu bewogen, kein Gefäßchirurg zu werden, sondern sich auf kleine Babys zu spezialisieren. Seine Eltern waren stolz gewesen, als er sich zusätzlich der Pränatalmedizin gewidmet hatte und nach seiner Ausbildung die erste Operation an dem Krankenhaus durchgeführt hatte, bei der das Baby im Mutterleib operiert wurde. Weniger stolz waren sie gewesen, als er nach einer tragischen OP den Job an den Nagel gehangen hatte, um sich als Gynäkologe in einer Praxis niederzulassen. Seine Mom hatte sich noch zurückgehalten, aber sein Dad hatte mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten, dass sich Grant unprofessionell verhielt und lernen musste, mit solchen tragischen Kunstfehlern zu leben. Genau diese Kaltherzigkeit hatte ihn an dem Berufsstand eines Chirurgen gestört. Chirurgen waren nur dann glücklich, wenn sie schneiden konnten. Mit dem Patienten an sich beschäftigten sie sich weniger. Bis dahin war Grant davon ausgegangen, dass er als Neonatologe kein gewöhnlicher Chirurg war, sondern seinen Patienten, das Baby, über alles stellte. Schließlich war es ein Baby gewesen, das ihn dazu bewogen hatte, diese Fachrichtung einzuschlagen. Grant hatte nicht lernen wollen, tragische Kunstfehler emotionslos hinzunehmen und zur Tagesordnung überzugehen, sobald er das Skalpell beiseite legte und sich seine Handschuhe auszog. Das alles war ihm zuwider gewesen und hatte ihn abgestoßen. Die einzig richtige Schlussfolgerung war gewesen, den Patienten wieder in den Mittelpunkt zu rücken und der Chirurgie den Rücken zu kehren. Dass er damit niemanden glücklich machen konnte, war ihm klar gewesen. Als er die gut gemeinten Ratschläge und Erfahrungsberichte seines Vaters nicht mehr hören konnte, Ernas Vorwürfe nicht mehr ertragen wollte und die mitleidigen Blicke seiner Mutter nur noch nervig fand, hatte er auch dort einen Schlussstrich gezogen. Sein Umzug nach New York war die Konsequenz gewesen. Seither litt die Beziehung zu seinen Eltern, da sie nur selten telefonierten und er alle Versuche seiner Mutter ihn zu einem Besuch in Boston zu überreden rigoros abblockte. Vielleicht nahm er es ihnen auch einfach noch übel, dass sie sich auf Ernas Seite gestellt hatten, anstatt sich seine Version anzuhören. Du solltest dich öfter bei ihm melden, Grant. Dein Vater vermisst die Gespräche mit dir. Na, vielleicht hast du recht. Er legte eine Hand auf die Arbeitsfläche seiner Küche und schaute seufzend auf, wobei sein Blick auf den Flügel fiel, auf dem erst gestern Abend Claire ein Stück von Bach vorgespielt hatte, während sie auf seinem Sofa gelegen und mit geschlossenen Augen gelauscht hatte. Claire war auch der Grund, weshalb er mit seinen Eltern sprechen musste. In zwei Monaten sollte das Baby geboren werden, aber seine Eltern wussten noch immer nichts von dem Umstand, dass er sie bald so Großeltern machen würde. Warum kommst du uns nicht besuchen? Dein Vater hat bald Geburtstag und würde sich freuen, wenn sein einziger Sohn dabei wäre. Er wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen und seiner Mom sagen, dass er im November nicht nach Boston fahren könnte, weil zu der Zeit sein Sohn geboren werden sollte, also seufzte er auf. Warum kommt ihr mich nicht hier besuchen? Ich habe euch viel zu zeigen. Natürlich war seine Mutter gerührt. Ach, Grant, das wäre wirklich wunderbar. Du fehlst uns sehr. Wir würden dich sehr gerne besuchen. Dann sprich doch mit , damit wir ein Datum ausmachen können. Er verzog den Mund und lehnte sich gegen die Kochinsel. Ich habe ein Gästezimmer, also müsst ihr euch um kein Hotel bemühen. Das klingt toll, erwiderte seine Mom aufgeregt. Ja, ich glaube, dass dein Dad in ein paar Wochen ein Symposium in New York hat. Er wollte dich sowieso deswegen anrufen, damit ihr euch hätte treffen können. Vielleicht richten wir es Hör mal, ich muss dir noch etwas erzählen. Warte kurz. Sie klang völlig aufgekratzt. Ich wollte dir etwas sagen, bevor ich es vergesse. Vorgestern habe ich mit Anna telefoniert. Sie hat mich nach dir gefragt. Warum rufst du sie nicht an, Grant? Ich glaube, sie möchte sich mit dir versöhnen. Er starrte vor sich hin und bemerkte, dass er keinerlei Interesse daran hatte, sich mit Anna zu versöhnen. Mittlerweile kam es äußerst selten vor, dass er überhaupt an sie dachte, und das gab ihm zu denken. Immerhin waren sie fünf Jahre ein Paar gewesen. Mom, ich werde Anna nicht anrufen. Ach, aber warum denn nicht? Ihr wart so ein schönes Paar. Beinahe hätte er sich hinreißen lassen, seiner Mutter zu sagen, dass Anna eine gefühlskalte Zicke sein konnte, die glaubte, alle Menschen um sich herum analysieren zu müssen und ihnen ihre Fehler vorhalten zu dürfen. Stattdessen erklärte er mit ruhiger Stimme, Anna hat sich von mir getrennt, Mom. Für mich ist die Geschichte damit abgeschlossen. Dass sie sich jetzt mit mir versöhnen will, ändert für mich nichts daran. Grant, auch seine Mutter seufzte auf, fünf Jahre sind eine lange Zeit. Anna kennt dich in- und auswendig und weiß, wer du bist. Ist nicht wenigstens das ein Grund, noch einmal über eure Trennung nachzudenken? Nur weil wir fünf Jahre zusammen waren, heißt das nicht, dass sie mich kennt. Er stellte sein Glas in die Spüle und verließ die Küche, um sein Schlafzimmer anzusteuern. Währenddessen hörte er die Stimme seiner Mom durch den Telefonhörer. Ach, Grant, denkst du nicht, dass die Zeit nach dem Zwischenfall auch für Anna schwierig war. Du warst so verschlossen und barfuß lief er über den flauschigen Teppich, der vor seinem Bett lag und öffnete den Kleiderschrank, in dem er die Schiebetüren zur Seite schob. Eigentlich möchte ich nicht über Anna reden. Lass dir Zeit, erwiderte seine Mutter in aufmunterndem Ton. Vielleicht könntet ihr zu Anfang ja ab und zu telefonieren. Das denke ich nicht. Mit Blick auf sein Schrank Inneres trat er einen Schritt zurück. Wenn Dad und du nach New York kommt, möchte ich euch jemanden vorstellen. Am anderen Ende der Leitung herrschte Totenstille, bevor sich seine Mam kurz räusperte. Hast du eine Frau kennengelernt, Grant? Ja. Er schluckte kurz und erwiderte mit leiser Stimme, ihr Name ist Claire. Sie ist Architektin. Oh. Seine Mam klang etwas verstört, bevor sie bemüht fröhlich meinte, das freut mich Grant. Er kaufte es ihr nicht wirklich ab, schließlich hielt sie Anna für die perfekte Schwiegertochter, dennoch erkannte er an, dass sie sich wenigstens die Mühe gab, erfreut zu klingen. Claire ist toll, Mom. Ich fühle mich sehr wohl bei ihr. Sie versteht mich. Das... Das ist gut. Er konnte hören, wie sie tief ausatmete, bevor sie wissen wollte, ist es etwas Ernstes? Ja, das ist es. Okay. Grant, verstehe mich bitte nicht falsch. Ich freue mich, wenn du glücklich bist, aber du hast einiges durchgemacht. Wäre es dann nicht besser, wenn du jemanden an deiner Seite hättest, der dich wirklich kennt? Er setzte sich auf die Bettkante und fragte sich, ob seine Mom tatsächlich glaubte, dass Anna und er ein passendes Paar abgegeben hatten. Obwohl Claire und er keine herkömmliche Beziehung führten, bemerkte er immer, wie harmonisch und unterhaltsam sich ihr Zusammensein gestaltete. Bei ihm und Anna war es völlig anders gewesen. Erst mit etwas Abstand und dem direkten Vergleich zu Claire merkte Grant wie unterkühlt und lieblos seine Beziehung zu Anna gewesen war. Auch hatte er nie den Drang verspürt, sie zum Lachen zu bringen oder einfach nur bei ihr zu sitzen oder einfach ihre Hand zu halten. Es war mit Anna nie so schön gewesen, wie es war, wenn er mit Claire zusammen war. Wenn er mit Claire zusammen war, stürmten tausend Gedanken gleichzeitig durch seinen Kopf, während sich ein heißes Gefühl in seinem Inneren ausbreitete. Vielleicht lag es auch daran, dass er sie in den vergangenen Monaten als Freundin kennengelernt und geschätzt hatte. Mittlerweile waren sie über das Freundschaftliche weit hinaus und er hoffte, dass sie es schafften, eine Familie zu werden. Grant war verliebt und hatte unglaublichen Schiss, dass er es vermasselte. Außerdem gab es da auch noch das Baby. Ich meine nur, dass du sie noch nicht lange kennen kannst, Grant. Da er nicht mit seiner Mutter über seine Gefühle zu Claire reden wollte, erklärte er schlicht, Mam, ich kenne sie sehr gut. Und sie kennt mich. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass sie mich besser versteht als die meisten Menschen. Du weißt, wie gern ich das höre. Sie klang resigniert. Ich habe nur die Sorge, dass du dich in etwas hineinstürzt, Grant. Er lachte trocken. Mam, ich sollte dir vielleicht noch etwas erzählen. Ich habe meine Mom heute angerufen und ihr von dem Baby erzählt. Claire schaute ihm mit großen Augen an. Wirklich? Naja, es wurde langsam Zeit, bestätigte er und nahm ihr den Haustürschlüssel ab, um ihre Wohnungstür aufzuschließen. Du weißt schon, dass ich die Tür selbst aufschließen kann? Das weiß ich. Nichtsdestotrotz betrat er ihre Wohnung zuerst, machte Licht und hielt ihr die Tür auf. Grant konnte ihr ansehen, dass sein Verhalten sie belustigte, aber das machte ihm nichts aus. Möchtest du etwas trinken? Sie schlüpfte aus ihrer Jacke und bemerkte, wie Mia um sie beide herumschlich, bevor sie ihren Kopf an Grants Bein schmiegte. Na, was ist denn mit deiner Katze los? Erstaunt blickte er an sich hinab. Sonst verkriecht sie sich doch immer, wenn ich zu Besuch komme. Naja, sie scheint dich zu mögen. Außerdem fühlt sie sich etwas zurückgesetzt, schließlich darf sie nicht mehr ins Kinderzimmer. Er bückte sich und nahm die plötzlich so zutrauliche Katze auf den Arm. Eigentlich war er ein Hundetyp. Schließlich war er mit einem Neufundländer aufgewachsen und hatte Katzen für zickige Tiere gehalten, die schnell die Krallen ausfuhren. Doch Klairs Katze hatte bislang immer einen schüchternden Eindruck auf ihn gemacht. Sobald er sie auf dem Arm hatte, schnurrte sie und kuschelte sich an ihn. Claire lachte entzückt auf. Jetzt wirst du sie nicht mehr los. Mit einem Zwinkern schaute er von der Katze auf. Ich habe einfach etwas an mir, weibliche Wesen anzieht. Oh ja, sie verdrehte die Augen. Grant beobachtete, wie sie an ihm vorbei in die Küche lief und folgte ihr langsam mit der Katze auf dem Arm. Es war ein tröstliches Gefühl, den warmen Körper in seiner Armbeuge zu spüren und ihr leises Schnurren zu hören. Noch tröstlicher war Clares Anblick in Umstandskleidung, wie sie in der Küche stand und einen Tee aufsetzte. Mittlerweile war sie im siebten Monat und trug schon eine ziemliche Kugel vor sich her, in der sich ein äußerst aktives Baby verbarg. Beim Geburtsvorbereitungskurs, den sie heute gemeinsam besucht hatten, hatte er immer wieder gefühlt, wie sein Sohn gegen ihre Bauchdecke getreten und gehabt und wäre am liebsten weggerannt. Der Gedanke an ein Baby erschreckte ihn noch immer. Gleichzeitig hatte er seine Augen und Hände nicht von der prallen Kugel nehmen können. Während Claire vor ihm gesessen und sich an seine Brust geschmiegt hatte, hatten seine Hände auf ihrem Bauch geruht und Grant war klar gewesen, dass er gar nicht wegrennen wollte. Er war zufrieden gewesen. Bei jeder Bewegung des Babys hatte er ein heißes Glücksgefühl verspürt. Auch wenn er Angst vor der Situation und immer noch Zweifel an sich als Vater hatte, konnte er es kaum erwarten, das Baby endlich zu sehen. Mit einem warmen Gefühl in der Brust musterte er Claires Profil. Vor ein paar Monaten hätte er es nicht für möglich gehalten, dass er sich wieder in jemanden verlieben könnte. Und ganz sicher hätte er jedem widersprochen, der ihm prophezeit hätte, dass er sich wie ein unsicherer Teenager fühlte, wenn er die Frau ansah, die von ihm ein Kind bekam, und dass er keine Ahnung hatte, wie er ihr klar machen sollte, was er für sie empfand. Seit ein paar Tagen scheuche ich sie immer wieder aus dem Kinderzimmer und schließe die Tür, damit Mia nicht hineinschlüpfen kann. Ich glaube, das verstört sie ein wenig. Seufzend beendete er seine Gedanken und fuhr sich über die Lippen. Lass sie ruhig ins Kinderzimmer, Claire. Solange du aufpasst, dass sie nicht im Kinderbett schläft, kann sie ruhig auch ins Kinderzimmer. Überrascht fuhr sie herum. Ich dachte, ich müsste wegen der Katzenhaare aufpassen, damit das Baby keine Allergien bekommt. Er schüttelte den Kopf und ließ Mia wieder hinunter. Wenn die Katze gesund und kein Freiläufer ist, schadet sie dem Baby nicht. Man muss nur aufpassen, dass sie nicht ins Babybett verschwindet, aber ansonsten starkt es sogar die Abwehrkräfte, wenn Babys und Kinder in Berührung mit Tieren kommen. Ich finde es völlig unproblematisch. Da bin ich beruhigt. Erleichtert atmete sie auf. Mia ist als winziges Katzenbiby zu mir gekommen. Daher würde ich es einfach nicht übers Herz bringen, mich von ihr zu trennen. Das musst du auch gar nicht. Er stellte sich neben sie und nahm mir die Arbeit ab, das heiße Wasser in die Teekanne zu gießen. Mia bleibt ein Familienmitglied. Das hast du schön gesagt, flüsterte sie und lehnte ihren Kopf gegen seinen Oberarm. Grant stellte den Wasserkocher auf die Arbeitsfläche und drehte das Gesicht zur Seite, um sie auf die Stirn zu küssen. Zu seiner absoluten Freude legte sie den Kopf in den Nacken, schaute ihn aus unergründlichen dunkelblauen Augen an und stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn auf den Mund zu küssen. Zärtlich presste er seine Lippen auf Ehre und wurde mit einem kleinen Seufzer belohnt, der ihm durch den ganzen Körper fuhr, bevor er seinen Arm um ihren Rücken schlang und sie an sich zog. Ihre Lippen waren weich, anschmiegsam und schmeckten nach einer Mischung aus Frau und Zitronenbonbons, die sie gerade gegessen hatte. Im Gegensatz zu ihrer Nacht im Februar hatte er nicht das Bedürfnis, leidenschaftlich über ihren Mund herzufallen, sondern genoss den süßesten Kuss seines Lebens. Als sie ihren Mund von seinem löste und ihren Scheitel unter sein Kinn schmiegte, streichelte er über ihren unteren Rücken und fühlte eine absolute Ruhe in sich aufsteigen. Was hat deine Mann zu dem Baby gesagt? flüsterte sie in die Stille des Raumes hinein. Grant schluckte einen Moment, bevor er erwiderte, sie war überrascht. Beruhigend streichelte er ihren Rücken. Sie möchte dich kennenlernen und ist ziemlich aufgeregt, dass sie bald ein Enkelkind bekommt. Claire legte den Kopf ein wenig zurück und forschte in seinen Augen. Ich weiß so wenig über deine Familie. Das wird sich ja bald ändern. Er verzog den Mund zu einem kleinen Lächeln. Du wirst sie alle kennenlernen. Meinst du das ernst? fragte sie unsicher. Ja? Er beugte sich wieder über sie und gab ihr einen kurzen Kuss auf den Mund. Es ist mir wichtig, dass du sie kennenlernst. Warum? Weil du mir wichtig bist. Ihr Gesicht leuchtete auf, Grant. Du weißt nicht, was mir das bedeutet. Als sie ihn küsste, erwiderte er den Kuss und wusste, dass er Claire nicht länger am unklaren lassen durfte. Sie verdiente es, dass er offen und ehrlich mit ihr war. Er merkte, wie sich ein Eisklumpen in seinem Magen bildete. Claire, da gibt es etwas, über das ich mit dir reden möchte. Ich wollte es dir schon länger erzählen, aber ich wusste nicht, ob du mich verstehen würdest. Das heißt, dass ich es noch immer nicht weiß. Grant. Ihre Hand legte sich auf seine Wange. Wenn es dir unangenehm ist, musst du es mir nicht erzählen. Das ist es ja. Er seufzte schwer. Du bist die einzige Person, der ich es erzählen will. Ihre Miene war wie ein offenes Buch für ihn. Sie schien nicht zu wissen, was sie sagen sollte, aber nichts desto trotz war sie gerührt. Das verrieten ihre großen Augen, die an seinen hingen. Zögernd nahm er ihre Hand in seine und erzählte mit stockender Stimme, ich möchte unser Baby haben, Claire. Das möchte ich wirklich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich es nicht haben Er schüttelte knapp den Kopf. Nein, du weißt nicht, warum ich mich in der ersten Zeit deiner Schwangerschaft so mies benommen habe. Sie drückte seine Hand. Das ist schon okay. Wir kannten uns nicht und waren beide von der Nachricht geschockt. Sie lächelte weich. Ich mache dir keine Vorwürfe, dass du anfangs nicht begeistert warst, Grant. Du wolltest nun einmal kein Baby wie mit einer fremden Frau bekommen. Kurz schloss er die Augen. Darum ging es gar nicht, Claire. Ich wollte überhaupt kein Kind bekommen. Weil ich... Vertrauensvoll lehnte sie sich an ihn und schwieg. Grant stieß den Atem aus und öffnete wieder die Augen. Ich habe einen Fehler gemacht. Bei einer Operation. Meine Patientin und ihr Baby sind gestorben, weil ich zu nachlässig war. Er musste sich dazu zwingen, ihrem Blick zu begegnen, der zu seiner Erleichterung absolut verständnisvoll war. Ihre Hand streichelte über seine Wange, während sie flüsterte, das muss schrecklich für dich gewesen sein. Mit einem Frosch im Hals kriechtste er schrecklich war es für den Mann meiner Patientin. Ich hatte ihm versprochen, dass nichts passieren würde. Weil er den Blick abgewendet hatte, drehte sie seinen Kopf wieder zu sich. Er sahen ein paar ernster, dunkelblaue Augen, die ihn mitleidig musterten. Wenn es für dich nicht schrecklich gewesen wäre, dann hättest du bestimmt nicht deinen Beruf an den Nagel gehangen. Ohne zu antworten schaute er sie an und merkte, dass eine Zentnerlast von seiner Brust fiel, als sie ihn traurig anlächelte. Und wenn es dir nichts ausmachen würde, Grant, dann wärst du nicht so überzeugt davon, dass du kein Kind haben solltest, oder? Auch auf die Gefahr hin, dass sie ihn für ein emotionales Wrack halten könnte, flüsterte er unglücklich, das Kind könnte in ein paar Monaten seinen zweiten Geburtstag feiern, wenn ich nicht die Gestose und die Blutung übersehen hätte. Der Mann hätte nicht seine Frau und sein Kind beerdigen müssen. Grant, sie unterbrach ihn, indem sie die Arme um seinen Hals schlang. An deiner Stelle würde ich mir auch Vorwürfe machen, aber du bist nicht schuld. Er schluckte hart. Es sollte ein ganz normaler Kaiserschnitt sein. Ich kannte die Patientin überhaupt nicht und war in Gedanken bei meinem Feierabend, Claire. Du wirst deshalb nicht nachlässig oder achtlos gearbeitet haben, widersprach sie. Nein, gab er zu, aber meine Routine hat mich getäuscht. Ich hätte mit allem rechnen müssen, dann wäre es zu diesem Vorfall nicht gekommen. Niemand wird dir die Schuld daran geben. Mit einem tiefen Seufzer gestand er, aber ich gebe mir die Schuld. Claire erwiderte erst einmal nichts, bevor sie mit trauriger Stimme flüsterte, ich weiß, es ist kein Trost, wenn ich dir sage, dass solche Dinge passieren können. Aber es tut mir weh, dass du dir solche Vorwürfe machst, Grant. Seine Hand streichelte ihr Haar. Mein Dad ist der Meinung, dass ich mir den Tod meiner Patientin und ihres Kindes zu sehr zu Herzen nehme und zur Tagesordnung zurückkehren soll, aber das kann ich nicht. Ich habe ein meinen Eltern entfremdet habe. Und deshalb arbeitest du nicht mehr als Chirurg, vermutete sie. Genau. Seine Stimme klang selbst in seinen Ohren rau. Ich bin nach New York gezogen, weil ich in Boston einfach nicht bleiben konnte. Ich verstehe dich. Diese drei Worte und eine einfache Umarmung bewirkten, dass er sich besser fühlte. Erleichtert erwiderte er die Umarmung und zog ihren Geruch in sich auf, während er sich unbeschreiblich getröstet fühlte. Claire schmiegte sich an ihn und dachte darüber nach, dass sie endlich begriff, weshalb er meistens schweigsam, wortkarg und verschlossen gewirkt hatte. Und sie merkte, wie glücklich sie war, weil er sich ihr geöffnet hatte. Vorsichtig lehnte sie sich zurück und sah in sein kantiges Gesicht. Ich möchte heute Nacht nicht allein sein. Bleibst du bei mir? Als er nickte, ging ihr Herz auf. Sie ließ den Tee stehen und nahm seine Hand, um ihn ins Schlafzimmer zu führen. Dort angekommen, schlüpfte sie aus ihren Schuhen und ihrer Strickjacke, bevor sie die Decke zurückschlug und sich ins Bett legte. Sobald Grant sich neben sie legte, platzierte um ihn zu küssen. Zu ihrer großen Freude erwiderte er ihre Küsse und streichelte gleichzeitig über ihren Bauch. Minutenlang lagen sie beieinander, küßten sich und genossen die herrliche Ruhe. Pures Glück und ein heißes Kribbeln pulsierte durch Claires ganzen Körper, als sie seine große Gestalt an ihrer spürte, seine Lippen auf ihren Föte und bemerkte, wie zärtlich er ihren Bauch liebkoste. Als seine warme Hand unter ihr Hemd schlüpfte und ihre nackte Babykugel streichelte, entzog sie ihm unsicher die Lippen. Beruhigend rieb er sein Gesicht an ihrem. Ich bin im siebten Monat, wisperte sie verzagt. Seit Februar habe ich mich verändert. Claire konnte sein Beinahe auf ihrem Gesicht spüren. Willst du von mir Komplimente hören? Er küsste ihre Nasenspitze. Du bist wunderschön. Langsam öffnete sie die Augen und strich ihm mit zitternder Hand eine dunkle Haarsträhne aus der Stirn. Und was ist mit dem Baby? Mit einem heiseren Lachen flüsterte er an ihren Lippen, das Baby wird sicherlich nichts dagegen einzuwenden haben. Auch wenn sie hätte protestieren wollen, ließ Grant dies nicht zu, da er sie auf den Rücken drehte, ihren Mund gefangen nahm und damit eine heiße Welle der Erregung durch ihren Körper schickte. Sie war wie paralysiert und erschauderte als er ihr Einkleidungsstück nach dem nächsten auszog, jede Stelle ihres Körpers küßte und mit seinen Fingern über ihre bloße Haut fuhr. Sie schämte sich nicht für ihren Körper oder für ihre vergrößerten Brüste und für ihren prallen Bauch, dennoch zuckte sie zurück, als sie völlig nackt vor ihm lag. Der Valentinstag war lange her. Seit damals hatte sie sich sehr verändert. Doch Grant schien das nicht zu stören. Im Gegenteil. Mit dunklen Augen betrachtete er ihren nackten Körper und konnte seine Hände nicht von ihr lassen. Er lehnte sich über sie, küßte sie und ließ seine Hand über ihren Bauch direkt zwischen ihre Beine wandern. Augenblicklich schrie Claire auf und griff nach seinen Schultern. Sie merkte, wie erregt sie war und hätte vor lauter Frustration, dass er immer noch angezogen war, beinahe geschrien. Stattdessen schloss sie die Augen, bohrte ihre Finger an seine Schultern und küßte ihn leidenschaftlich, während seine Finger in ihr weiches Fleisch andrangen und es lieb kusten. Ihr Herz schlug schnell und hektisch in ihrer Brust, während ihr ganzer Körper zitterte und sie seinen Mund verschlang. Beinahe glaubte sie, in der nächsten Sekunde ohnmächtig zu werden. Claire konnte sich nicht erinnern, jemals nach so kurzer Zeit so erregt gewesen zu sein. Grant stöhnte sie. Bitte. Er lachte heiser und erhob sich, um aus seiner Kleidung zu schlüpfen. Claire sah ihm dabei zu und stützte sich mit dem Ellbogen auf ihrem weichen Bett ab. Als er endlich nackt war, verschlang sie jeden Zoll seines Körpers und gerne erwidert, stattdessen fiel sie kraftlos zurück auf das Laken, als er seinen Kopf zwischen ihre Schenkel schob und sie mit dem Mund liebte. Sterne explodierten vor ihren Augen und sie schrie heiser auf, als die Erregung in ihrem Körper zu viel wurde. In Rekordgeschwindigkeit krampfte sie zusammen und löste sich in tausend Splitter auf, als ein phänomenaler Orgasmus über sie hinweg schwappte. Keuchend lag sie in den Kissen, sah verschwommen die Zimmerdecke über sich und bemerkte eine Gänsehaut, die sich über ihren ganzen Körper zog. Kraftlos ließ sie sich auf die Seite drehen und spürte mit einem Flimmern vor den Augen, wie sich Grant an ihren Rücken schmiegte, sein Gesicht in ihren Nacken presste und langsam in sie eindrang. Es war einfach zu viel. Sofort baute sich eine erneute intensiven Gefühlen in ihr auf und nahm ihr den Atem. So etwas hatte sie nie zuvor erlebt. Langsam stieß er in sie, küßte ihren Hals und liebkuste mit einer Hand ihre Brust. Ist alles okay? Seine schwere Stimme und sein heiserer Atem lösten einen Schwarm von Millionen Schmetterlingen in ihrem Bauch aus. Sie griff nach seiner Hand und hielt sie fest, während sie ihren Po gegen seinen Unterleib presste und sich um ihn zusammen zog. In ihrem Kopf drehte sich alles, während er sich langsam in ihr bewegte und sanfte Küsse auf ihre nackte Haut regnen ließ. Das heiße Glücksgefühl, das in ihr aufstieg, während er Liebkosungen in ihr Ohr flüsterte, sagte ihr, dass dies etwas ganz Besonderes war. Nie zuvor hatte sie sich so glücklich gefühlt. Nie zuvor hatte sie sich so geliebt gefühlt. Er stöhnte in ihr Ohr und drückte ihre Hand, während er sich schneller in ihr bewegte und sich hart an sie presste. Glühende Hitze in jeder Zelle ihres Körpers nahm ihr den Atem. Sie krümmte sich ihm entgegen und erschauerte bei den rauen Lauten, die aus seinem Mund kamen. Claire ließ den Kopf nach hinten fallen und schrie auf, als ein zweiter Orgasmus sie packte. Nur am Rande nahm sie wahr, dass auch Grant zum Höhepunkt kam und seinen schweren Arm über ihre Hüfte legte, während sein rasselnder Atem gegen ihre Wange strömte. Das Einzige, was sie wirklich bis in ihr Herz wahrnahm, war ein Gefühl der Verbundenheit und Zärtlichkeit, das sie bislang noch nie verspürt hatte. Ihr lag auf der Zunge, ihm zu sagen, was er ihr bedeutete. Doch das Baby kam ihr zuvor, weil es sich bewegte und wie wild strampelte. Erschrocken keuchte sie los und griff alarmiert nach seiner Hand. Grant, das Baby. Heiser lachte er auf und drückte einen feuchten Kuss auf ihren Oberarm. Wie es scheint, ist er jetzt in Party Laune. Mit gerunzelter Stirn sah sie über die Schulter und begegnete seinem warmen Blick. Alle scheltenden Worte blieben in ihrer Kehle stecken. Stattdessen wurde ihr Blick weich und sie lächelte ihm zu. Darf ich bleiben, Claire? Bitte bleib, flüsterte sie und nahm seine Hand in Ehre. Bleib bei uns. Oktober Claire lächelte angestrengt und beobachtete verstohlen, wie Grant mit seinem Vater beisammen stand, eine Flasche Bier in der Hand hielt und ein ziemlich entspanntes Gesicht machte. Sie wünschte sich, dass sie genauso entspannt sein könnte. Stattdessen saß sie wie auf heißen Kohlen und zupfte immer wieder am Kragen ihres Blusenkleides herum, weil sie extrem nervös war. Um seine Eltern zu beeindrucken, hatte sie sich ein sehr biederes Umstandskleid gekauft und ihre Haare zu einer ordentlichen Flechtfrisur gekämmt, schließlich wollte sie, dass seine Eltern sie mochten. Außerdem hatte sie Grant aufgetragen, seine Wohnung blitzblank zu putzen. Lieber hätte sie es selbst übernommen, aber sie war mittlerweile dermaßen behäbig, dass sie sich nicht mehr bücken konnte, um seinen Boden zu putzen oder seine Bücherregale abzustauben. Sie hatte sich sogar über das Fachgebiet seines Vaters schlau gemacht, um ein Gesprächsthema zu haben, wenn sie auf ihn traf. Von Grands Mutter wusste sie, dass sie Vorsitzende eines Literaturclubs war, weshalb sie in den vergangenen Tagen die ersten Bücher der Bestsellerlisten durchgeblättert hatte. Grant hatte das ziemlich komisch gefunden, wie sie bemerkt hatte, als sie mit ihrer Lesebrille im Bett neben ihm gelegen und ihn ignoriert hatte. Dass er immer wieder gegluckst und den Kopf geschüttelt hatte, war gar nicht komisch gewesen. Immerhin hatte sie sich diese ganze Mühe nur wegen ihm gegeben. Er musste doch wissen, dass sie sich sehnlichst wünschte, dass seine Eltern sie gerne hatten. Ihr Besuch machte sie schon nervös genug. Gestern Abend waren sie zusammen essen gegangen, wobei sie vor Aufregung kaum einen Bissen hinunterbekommen hatte, obwohl sie in letzter Zeit zu einem wahren Vielfraß mutiert war. Auch heute hatte sie ihr Frühstück kaum angerührt, obwohl Grant Pfannkuchen mit Beeren zubereitet hatte, die sie so gerne aß. Vielleicht wäre sie nicht so nervös gewesen, wenn sich in Grants Wohnung nicht zusätzlich ein halbes Team Football-Spieler mit deren Frauen befunden hätten. Liv hatte eine Baby-Party geplant, zu der sie alle Frauen der Titans-Spieler eingeladen hatte, aber da sich Grants Eltern für das Wochenende angesagt hatten, war aus der Baby-Party spontan eine Feier geworden, zu der auch die Männer eingeladen wurden. Und genau das war der Grund, weshalb sie nun auf heißen Kohlen saß. Die Spieler der New York Titans waren tolle Typen, die sie alle mochte und gern hatte, aber manchen von ihnen rutschten ab und zu Kommentare oder Wörter heraus, die ein Bosner Gefäßchirurg und seine intellektuelle Ehefrau bestimmt nicht gewohnt waren. Zum Glück war Blake nicht hier, der Grant noch immer Dr. Muschi nannte. Nicht auszudenken, dass Grants Eltern sie für asozial hielten. Und zwar versicherte er ihr seit Tagen, dass sie überhaupt keinen Grund habe, wegen seiner Eltern nervös zu werden und dass diese sie zweifellos mögen würden. Aber Claire machte sich dennoch Gedanken. Sie wünschte sich, dass ihre Mom hier sein könnte, aber leider musste sie ausgerechnet an diesem Wochenende Überstunden machen und konnte nicht nach New York kommen. Claire tröstete sich, dass sie sich zur Geburt in drei Wochen angesagt hatte. Auch Sabrina wollte kommen und sich ein paar Tage von ihrem Praktikum in einem Werbebüro freinehmen, wenn ihr Neffe geboren wurde, was Claire mit Freude gehört hatte. Wirklich tröstend war im Moment die kleine Zoe, die neben sie auf die Couch krabbelte und mit großen Augen ihren Bauch betrachtete, der unter dem scheußlichen babyblauen Blusenkleid geradezu gewaltig aussah. Am liebsten hätte sich Claire selbst geohrfeigt, da sie extrem schöne und sehr geschmackvolle Umstandsmode gekauft hatte, die sogar richtig sexy aussah. Stattdessen hatte sie sich in dieses unförmige Zelt gepackt. Da ihre Hormone verrückt spielten, wäre sie beinahe in Tränen ausgebrochen, als Grant sie heute Morgen beim Anziehen schräg angeschaut hatte. Zoe war ein zuckersüßes Mädchen mit blonden Zöpfen, das einen theatralischen Seufzer ausstieß. Ich möchte auch ein Baby haben. Sie konnte gar nicht anders und schenkte dem Mädchen ein verständnisvolles Lächeln. Wirklich? Bist du dafür nicht etwas zu jung, Mäuschen? Duprees Freundin Sarah saß rechts von Claire und beugte sich ein wenig vor, um ihr Glas auf den Couchtisch zu stellen. Nicht ich will ein Baby bekommen, antwortete die Fünfjährige ernsthaft und deutete auf ihre Stiefmutter, die gerade mit einem Tablett Muffins aus der Küche kam. Ich möchte, dass Aaron und Daddy ein Baby bekommen. Das klingt nach einer schönen Idee, versicherte Sarah und unterdrückte ein Grinsen. Zoe nickte vehement. Ich weiß, aber Daddy und Aaron sagen, dass ich noch warten muss. Bestimmt bekommst du bald ein Geschwisterchen. Tröstend legte Claire eine Hand auf den schmalen Kinderrücken und streichelte das Mädchen. Ich hoffe es, flüsterte sie. Es ist blöd, allein zu sein. Alle haben einen Bruder oder eine Schwester, nur ich nicht. Brianna hat Levi, Jillian hat Sean, George und Scott sind auch Brüder und selbst Papi und Pippa sind nicht allein, ergänzte sie und spielte auf die beiden französischen Bulldoggen des Tackles Dupree an. Für eine Fünfjährige besaß Zoe extrem viel Einfühlungsvermögen, bemerkte Claire, als die Kleine blinzelnd nach oben sah und ihr einen fragenden Blick schenkte. Wenn dein Baby da ist, darf ich da mit ihm spielen? Dann sind wir beide nicht allein. Aber natürlich, sie war zu Tränen gerührt und fuhr dem Mädchen über den Kopf. Anscheinend wurde es der Kleinen bald zu langweilig, weil sie wieder von der Couch sprang, Claire und Sarah einen liebenswerten Blick zuwarf und zurück zu ihrem Dad sauste, der mit Julian und Brian am anderen Ende des Raumes stand und sich unterhielt. Puh, das Mädchen ist ein absoluter Schatz. Wenn ich mal Kinder habe, hoffe ich, dass sie nur halb so toll werden wie Zoe, seufzte Sarah neben ihr. Claire räusperte sich und lehnte sich zurück, um Sarah ins Gesicht sehen zu können. Sie wollte sich ein wenig ablenken und fragte die zierliche Blondine mit einem Zwinkern, ist die Frage denn aktuell? Wie von Sarah nicht anders zu erwarten gewesen war, errötete sie prompt. Überrascht hob Claire beide Augenbrauen in die Höhe. Bist du etwa? Nein! Sie wurde feuerrot und verstummte, als sich Liv zu ihnen gesellte und sich auf einen Sessel setzte. Puh! Worüber redet ihr? Claire verstummte, da sie Sarah unter keinen Umständen in eine peinliche Situation bringen wollte. Die winzige Freundin des riesigen Tackles, der mit Grants Mutter vor dem Kamin stand und plauderte, war einfach zu nett, als dass man auf ihre Kosten irgendwelche Witze reißen wollte. Außerdem legte Dupree einen ausgeprägten Beschützerdrang an den Tag, was seine Angebetete betraf. Sie kniff die Augen zusammen und deutete unauffällig auf das ungleiche Paar, das sich intensiv miteinander unterhielt. Tatsächlich waren Dupree und Grants Mutter grundverschieden. Er war ein riesiger Football-Spieler, dessen Haut nicht dunkler hätte sein können. Außerdem trug er Turnschuhe, Jeans und ein kariertes Hemd, während Grants Mutter eine vornehme Frau mit grau-meliertem Haar war und ein konservatives Kostüm trug. Habt ihr eine Ahnung, worüber die beiden sich seit Minuten unterhalten? Dupree ist ein Bücherwurm, Sarah zuckte mit der Schulter. Als er gehört hat, dass sie etwas mit Literatur zu tun hat, hat er die Gunst der Stunde ergriffen. Er sollte sich ein wenig zurückhalten. Immerhin möchte Claire ihre Schwiegermutter in Spieh kennenlernen. Prompt errötete Claire und warf Liv einen schüchternen Blick zu, als sie mit belegter Stimme widersprach. Ach, sie ist nicht meine Schwiegermutter in Spieh, Liv. Wollt ihr beide heiraten? Hannah Brennan trat freudestrahlend an die Sitzecke und lehnte sich gegen die Lehne von Livs Sessel. Ach, das freut mich sehr, Claire. Grant scheint ein toller Mann zu sein. Schwach wedelte sie mit der Hand vor ihrem Gesicht herum und verfluchte ihre beste Freundin sowie deren loses Mundwerk. Niemand sprach von einer Hochzeit. Nein, Grant und ich haben keine Hochzeit geplant. Oh. Die Frau des Football-Trainers, der bei Grant und dessen Vater stand, wirkte geknickt. Ihr beide passt hervorragend zueinander. Ja, euer Baby wird ein wahrer Herzensbrecher, bestätigte Sarah. Automatisch legte sie eine Hand auf ihren Bauch. Hoffentlich bekommt er nicht meine roten Haare. Hey, deine Haare sind toll, Liv lächelte. Außerdem gehe ich davon aus, dass die Hochzeit nicht in weiter Ferne liegt. Liv, seufzte sie. Weder Grant noch ich planen etwas in dieser Richtung. Wir bekommen in drei Wochen ein Baby. Das reicht fürs Erste. Natürlich verschwieg sie, dass sie sich insgeheim wünschte, eine verheiratete Mutter zu sein. Zu gerne hatte sie von Grant einen Heiratsantrag bekommen. Aber sie wusste auch, dass es dafür noch zu früh war. Er hatte sich erst vor kurzem geöffnet und bekannte sich tagtäglich zu ihr. Da durfte sie nicht gierig werden und von ihm erwarten, dass er sie bat, seine Frau zu werden. Claire war Realistin. Schön und gut, sie waren ein Paar und bekamen ein Baby. Momentan wohnten sie sogar zusammen, da Claire in den letzten Schwangerschaftswochen Unterstützung brauchte. Vorgestern hatte er ihr tatsächlich die Zehennägel lackiert, auch wenn er vorher vehement protestiert hatte. Und wann immer sie seine Hilfe brauchte, um sich die Schuhe zu binden oder sich umzuziehen, war er zur Stelle. Sie waren ein gutes Team. Aber Claire wusste nicht, wie es nach der Geburt weitergehen sollte. Noch hatte jeder von ihnen seine eigene Wohnung und das fertige Kinderzimmer befand sich bei ihr. Ihre Beziehung war zu frisch, um jetzt schon abzusehen, was aus ihnen werden sollte. Der Mann ist über beide Ohren in dich verliebt. Das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, schnaubte Liv. Natürlich freute sie sich über eine solche Bemerkung, dennoch wiegelte sie ab. Grant und ich sind noch nicht lange ein Paar. Wir müssen uns erst näher kennenlernen und eine längerfristige Beziehung führen, bevor wir an eine Hochzeit denken können. Lass dich nicht stressen. Hannah lächelte ihr zu. Ihr beide schafft das schon. Konzentriert euch erst einmal auf das Baby. Auch Liv lächelte ihr zu. Du weißt, wie sehr ich mich freue, dass du und Grant ein Paar geworden seid. Es wäre nur schön, endlich mal wieder auf eine Hochzeit gehen zu können. Hannah räusperte sich und schaute demonstrativ zu Sarah, deren Gesicht die Farbe eines Feuerlöschers annahm. Hast du nicht den Brautstrauß auf Toms und Aarons Hochzeit gefangen? Gefangen? Liv tätschelte Sarah das Knie. Ihr wurde der Brautstrauß von Dupree höchstpersönlich überreicht. Das ist genau ein Jahr her. Oho. Na ja, die zuckersüße Blondine lächelte heimlich. Dupree ist ein Traditionalist und will erst meinen Datum sein Einverständnis bitten. Nun musste auch Claire lachen, weil es ziemlich abstrus war, dass Dupree Williams, der vor seiner Beziehung mit Sarah Zahnverblendungen aus Brillanten und Anirokisen-Schnitt getragen hatte, als Traditionalist bezeichnet wurde. Das ist wirklich süß, seufzte Hannah. Dupree ist ein richtiger Schatz. Sag das nicht zu laut, raunte Liv. Er mag es überhaupt nicht, wenn er süß genannt wird. Ich zittere schon vor Angst, antwortete Hannah lachend. Nur wenige Minuten später hatte Claire das Gefühl, vor Angst zittern zu müssen, als sich Grants Mutter neben sie auf das Sofa setzte und sich ihre Freundinnen unter fadenscheinigen Ausreden aus dem Staub machten. Das Resultat war, dass Claire allein neben der Mutter ihres Freundes saß und verzweifelt nach einem passenden Gesprächsthema suchte. Grant sah von seinem Platz am Bücherregal zu ihnen rüber und verzog den Mund zu einem amüsierten Grinsen, das Claire beinahe zu einem Zähnefletschen hinreißen ließ. Ihr habt sehr nette Freunde. Oh, vielen Dank, Mrs. Montgomery. Du sollst mich doch Lunette nennen, erinnerte sie Claire freundlich. Und Grants Vater nennst du bitte Harrison, Claire. Wieder zupfte sie in ihrer Bluse herum. Ja, das mache ich sehr gerne. Sehr schön. Die ältere Frau, die ihr Augenpaar ihrem Sohn vererbt hatte, tätschelte ihr kurz die Hand. Ich finde es schade, dass wir nur so kurz hier in New York sind. Das gibt uns nicht viel Zeit, uns kennenzulernen. Claire war erleichtert über die nette Aussage der Frau, die die Großmutter ihres Sohnes werden würde. Ja, das stimmt. Ich hätte auch gerne mehr Zeit mit euch verbracht. Aber ihr könnt ja wiederkommen, wenn das Baby da ist. Oh, das werden wir ganz sicher tun. Und ihr könnt nach Boston kommen, um uns zu besuchen. Lächelnd nickte Claire und gestand ehrlich. Vor unserem gestrigen Treffen hatte ich ein wenig Angst. Warum das denn? Verwundert schaute Lynette Montgomery ihr ins Gesicht. Unsicher zuckte sie mit der Schulter. Da Grant und ich noch nicht lange ein Paar sind, dachte ich, dass das vielleicht keinen guten Eindruck auf euch machen würde. Immerhin bin ich hochschwanger. Grants Mutter legte den Kopf schief. Unser Sohn ist alt genug, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Natürlich war ich anfangs ein wenig vor den Kopf gestoßen, dass er uns erst so spät von dir und dem Baby erzählt hat. Aber angesichts der Ereignisse in den letzten zwei Jahren war es nicht verwunderlich. Sie lächelte und versicherte ihr, mach dir bitte keine Sorgen, Claire. Grants Vater und ich finden, dass du eine nette, aufgeschlossene Frau bist. Und Grant scheint endlich wieder zu alter Form zu gelangen. Claire senkte ein wenig den Kopf und murmelte zurückhaltend. Das hoffe ich. Als ich ihn kennengelernt habe, war er ziemlich verschlossen. Lynette rutschte zu ihr und lächelte traurig. Ich weiß, dass Grant denkt, wir hätten kein Verständnis für seine Situation gehabt. Aber das stimmt nicht. Er tat mir unsagbar leid. Und ich hätte so gerne etwas getan oder gesagt, das ihm geholfen hätte. Aber er kapselte sich immer mehr ab. Auch sein Dad konnte ihm aus dieser Situation nicht helfen. Und selbst Anna drang nicht zu ihm durch. Anna? Oh. Die Wangen der älteren Frau röteten sich. Hat dir Grant nie von Anna erzählt? Nein? Verwirrt runzelte Claire die Stirn. Das hat er nicht? Oh, es ist doch gar nicht so wichtig. Aufmunternd legte sie ihre Hand über Claires. Anna war seine langjährige Freundin. Aber sie haben sich getrennt, als Grant sich entschied, keine Kinder zu bekommen. Anscheinend bemerkte Lynette Montgomery nicht, welchen Schock sie mit ihren Worten bei Claire verursachte. Gleich nach der Trennung ist Grant nach New York gezogen. Daher habe ich mir in den letzten Monaten große Sorgen um ihn gemacht. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, ihn endlich wieder glücklich zu sehen. Das freut mich, murmelte Claire mit einem beklemmenden Gefühl in der Brust. Sie wusste nicht, warum sie sich nun völlig vor den Kopf gestoßen fühlte. Immerhin war Grant Mitte 30 und musste schon einige Beziehungen hinter sich haben. Aber dass er ihr nicht erzählt hatte, dass er sich von seiner Freundin, seiner langjährigen Freundin, getrennt hatte, weil er keine Kinder hatte bekommen wollen, verletzte Claire. Und machte ja auch irgendwie Angst. Vertraute er ihr nicht? Und deshalb muss ich dir danken. Lynettes Augen strahlten ihr entgegen. Wofür? Verwirrt schaute sie auf. Nur dafür, dass Grant endlich wieder er selbst ist und nicht mehr so gequält wirkt. Und ganz besonders für das Baby. Oh, ich bin mir sicher, dass er es irgendwann bereut hätte, wenn er an seiner Weigerung festgehalten hätte, kein Kind in die Welt zu setzen. Claire blieb nichts anderes übrig, als mit Lynette Montgomery weiterhin auf dem Sofa zu sitzen und sich mit ihr zu unterhalten. Auch wenn sie das Gespräch, so wie die Party, die Liv in mühevoller Arbeit so liebevoll organisiert hatte, nicht mehr genießen konnte. Dafür beschäftigten sie die Worte von Grants Mutter viel zu sehr. Sie bedauerte es, dass sie sich nicht auf Lynette konzentrieren konnte, die von ihr mehr über ihren Job und ihre Familie wissen wollte. Eigentlich war die liebenswürdige Frau ein absoluter Glücksgriff, da sie Claire wirklich zu mögen schien und nicht ein böses Wort fallen ließ. Mit einem angekleisterten Lächeln überstand sie die Party, öffnete die zauberhaften Geschenke ihrer Gäste und schluckte die aufsteigenden Tränen hinunter. Als sich Grants Eltern in den frühen Abendstunden verabschiedeten, um zum Flughafen zu fahren, konnte sie sich zwei Tränen nicht verkneifen und fand es ausgesprochen nett, dass sie so herzlich von seiner Mutter umarmt wurde. Ja, alles hätte so schön sein können. Es dauerte ewig, bis die letzten Gäste gingen. Claire war erschöpft und unglücklich, während Grant bester Laune zu sein schien. Er schickte Liv, die ihnen beim Aufräumen helfen wollte, nach Hause und bat sie, nach Mia zu schauen. Sobald sich Liv verabschiedet hatte, war Claire am Ende ihrer Kräfte. Hey, warum gehst du nicht schon ins Bett? Er legte seine Arme um sie und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Du siehst total erledigt aus. Ich sammle alle Gläser ein und komme gleich, okay? Sie nickte und wankte in sein Schlafzimmer, in dem sie sich auszog und in einem überdimensionalen T-Shirt zu Bett ging. Gerne hätte sie noch geduscht, doch dafür war sie einfach zugeschafft. Eigentlich hätte sie sofort einschlafen müssen, so müde war sie. Trotzdem fand sie keinen Schlaf und war noch wach, als Grant eine halbe Stunde später ins Schlafzimmer schlich. Als er sah, dass das Licht noch brannte und Claire gegen das Kopfteil des Bettes lehnte, blinzelte er verwirrt. Schläfst du noch nicht? Claire schüttelte den Kopf. Nein. Während er sich auszog, beobachtete sie ihn und fragte sich, warum ein paar Bemerkungen seiner Mutter sie so runterzogen. In den letzten Wochen war sie zum ersten Mal in ihrem Leben richtig glücklich. Sie erwartete ein gesundes Baby, hatte Freunde und war verliebt. Zum ersten Mal in ihrem Leben liebte sie einen Mann und war bis gerade davon ausgegangen, dass er auch sie liebte. Claire war sich sicher gewesen, dass Grant genauso sehr wie sie dieses Baby bekommen und mit ihr zusammen sein wollte. Doch nun zweifelte sie an ihrem Glück, weil seine Mutter erwähnt hatte, dass er sich dazu entschieden hatte, mit seiner langjährigen Freundin keine Kinder zu bekommen. Wenn er mit dieser Frau jahrelang eine Beziehung geführt hatte und dennoch keine Kinder mit ihr kriegen wollte, hieß das für Claire, dass er sich lediglich mit ihrer Schwangerschaft arrangiert hatte. Er hatte überhaupt keine Wahl gehabt, ob er Vater werden wollte oder nicht. Ihre Schwangerschaft hatte ihm diese Entscheidung abgenommen. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass er ihr nur etwas vorgespielt haben könnte. Ihre Blicke folgten ihm, als er nur mit Boxershorts bekleidet ins Badezimmer schlenderte, um sich die Zähne zu putzen. Sie betrachtete seinen breiten Rücken und dachte an die vergangenen Wochen, in denen sie so glücklich gewesen war. Auch er war sehr glücklich erschienen. Ich wurde heute ständig danach gefragt, ob wir schon einen Namen für das Baby haben, erklärte er, als er aus dem Badezimmer kam und dort das Licht ausscheitete. Vielleicht sollten wir wirklich damit anfangen, uns über einen Namen Gedanken zu machen. Bis zur Geburt haben wir noch drei Wochen, erwiderte sie niedergeschlagen. Claire, fehlt dir etwas? Besorgt trat er an ihre Seite und setzte sich auf die Bettkante. Sie schüttelte den Kopf und nahm allen Mut zusammen. Warum hast du nie von Anna gesprochen? Von Anna? Sein völliges Desinteresse ließ sie Mut schöpfen, also nickte sie nachdrücklich. Ja, deine Mom hat mir von Anna erzählt. Sie hat mir gesagt, dass ihr jahrelang eine Beziehung geführt hättet. Und sie meinte, dass du keine Kinder mit Anna bekommen wolltest. Vielleicht täuschte sie sich auch. Doch sie konnte sehen, dass sich seine Mundwinkel kräuselten. Findest du das etwa witzig? Überhaupt nicht. Er nahm ihre Hand, die in ihrem Schoß gelegen hatte, und drückte einen Kuss darauf. Du musst nicht eifersüchtig sein. Ich bin nicht eifersüchtig, widersprach sie leise. Ich bin nur verwirrt über das, was deine Mom erzählt hat. Meine Mom, erklärte er besonnen, hat leider keine Ahnung, wie meine Beziehung zu Anna aussah. Sie hatte eine rosarote Brille auf und denkt noch heute, dass wir ein gutes Paar abgegeben haben, aber dem war nicht so. Möchtest du mir davon erzählen? Ich möchte nur, dass du dir keine Gedanken machst, Claire. Seine andere Hand legte sich auf ihre heiße Wange. Mit ihr wolltest du keine Kinder bekommen. Sie holte tief Luft. Dabei hast du sie so lange gekannt. Mich kennst du erst seit ein paar Monaten. Und der Unterschied ist, flüsterte er, dass du mich wirklich kennst, Claire. Das war bei Anna nicht der Fall. Bei dir kann ich so sein, wie ich bin. Du willst mich nicht therapieren, sondern akzeptierst, wenn ich über gewisse Dinge nicht reden möchte. Ein kleines Glücksgefühl stieg in ihr auf. Ehrlich? Ehrlich, erwiderte er ernst. Du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Ich habe einfach nie über Anna gesprochen, weil es nicht wichtig war. Nicht so wichtig wie du. Atemlos schaute sie ihn an. Nicht so wichtig wie ich? Oh, bei weitem nicht. Deine Mom war zauberhaft. Claire lächelte ihm zu. Sie hatte es nicht böse gemeint. Oh, meine Mom mag dich, Claire. Auch mein Dad mochte dich gerne. Du hast keinen Grund der Welt, dir wegen Anna Gedanken zu machen. Für mich ist das schon lange abgeschlossen. Okay, murmelte sie und küsste seine Handinnenfläche. Zärtlich fragte er, können wir uns jetzt Gedanken um einen Namen machen? Claire drückte seine Hand. Sollten Frauen nicht den Namen entscheiden dürfen, wenn das Baby ein Junge ist? Es kommt darauf an, welche Vorschläge die Frau macht. Keine Sorge, den Namen Alfie habe ich nicht auf meiner Liste stehen. Okay, murmelte er, du darfst jetzt aussuchen. Aber beim nächsten Baby bin ich dran. Er hätte ihr nichts Schöneres sagen können. Natürlich ruinierte er die Stimmung, indem er auflachte, als sie vor Rührung zu weinen anfing. Er hatte sofort bemerkt, dass etwas nicht stimmte. Claire war die ganze Nacht extrem unruhig gewesen, hatte sich von einer Seite auf die andere gewälzt und im Schlaf gestöhnt. Als es draußen noch dunkel gewesen war, war sie schließlich aufgewacht und hatte über starke Schmerzen im unteren Bauchbereich geklagt. Grant hatte ein miserables Gefühl gehabt, das sich verstärkte, als sie plötzlich blutete und ihr Kreislauf absackte. Er rief sofort einen Krankenwagen und beruhigte Claire, die nicht verstand, weshalb sie die wenigen Blocks zum Krankenhaus nicht mit seinem Auto oder einem Taxi fahren konnten. Um sie nicht in Panik ausbrechen zu lassen, verheimlichte er, dass er von einem vorzeitigen Blasensprung ausging und sie liegen transportieren wollte, damit es nicht zu einem Nabelschnurvorfall kam. Also hielte er ihre Hand und munterte sie auf, während sie mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren wurde. Angesichts ihrer plötzlichen Kreislaufschwäche, ihres akuten Herzrasens und der starken Blutung befürchtete er eine Plazentalösung, weshalb er selbst vor Angst ganz starr wurde. Er kannte die Sterblichkeitsrate von Säuglingen, bei denen sich der Mutterkuchen vorzeitig gelöst hatte und die nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt wurden. Manche Babys starben noch im Mutterleib, bevor die Diagnose gestellt wurde und ein Kaiserschnitt eingeleitet werden konnte. Auch bei den Müttern konnte es zu Komplikationen kommen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als Claire nicht zu zeigen, wie besorgt er war und welche Angst er um sie und das Baby ausstand, während er ihre Hand hielt und betete, dass sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus kamen. Dort angekommen, nahm er die behandelnde Ärztin sofort zur Seite und nannte ihr seine Vermutung, woraufhin ein CTG und Ultraschall veranlasst wurden. Claire war mittlerweile panisch und leichenblass, als sie die Hektik um sie herum bemerkte. Da Grant wusste, wie sie sich fühlte und wie sehr sie Nadeln hasste, nahm er der jungen Schwesternschülerin, die ihr einen Zugang legen sollte, den Venenkatheter ab und machte es selbst. Claire lag aufgelöst auf dem Krankenhausbett und starrte ihn mit zitterndem Kinn sowie mit panisch aufgerissenen Augen an. Schon gut, mein Liebling, tröstete er sie und war froh, dass seine Hände beschäftigt waren, weil er selbst kurz vorm Durchdrehen war und innerlich wie Espenlaub zitterte. Geht es dem Baby nicht gut? Krächzte sie mit ängstlicher Stimme. Er wollte sie nicht anlügen. Aber wenn er ihr die Wahrheit gesagt hätte, wäre sie erst recht in Panik ausgebrochen. Also legte er ihr mit ruhigen Bewegungen den Zugang und erklärte gleichzeitig mit leichter Stimme, das Baby kommt drei Wochen zu früh auf die Welt. Aber das ist kein Grund zur Besorgnis. Beim letzten Ultraschall war doch alles perfekt. Mach dir keine Sorgen. Er lächelte und beendete seine Arbeit, bevor er die gebrauchten Kanülen in die Nierenschale warf und sich auf Claires Bettkante setzte. Es ist völlig normal, dass manche Babys etwas früher zur Welt kommen. Ihr Gesicht war furchtbar blass und vor Angst wie gelähmt, sodass Grant eine Hand auf ihren harten Bauch legte und ihr ermunternd zulächelte. Du musst keine Angst haben. Bitte bleib bei mir, flüsterte sie. Ich habe solche Angst. Natürlich bleibe ich bei dir. Er streichelte ihren Bauch und ignorierte die eigene Angst in seiner Brust. Gerade als er sie so weit hatte, dass sie sich etwas beruhigte, kam die Ärztin mit zwei Krankenschwestern hereingepoltert und hatte ein CTG sowie ein Ultraschallgerät im Schlepptau. Er trat neben das Kopfteil des Bettes, hielt Claires Hand und beobachtete mit Argus Augen, wie die Ärztin die beiden Sonden auf Claires Bauch anbrachte und das Gerät anstellte. Bereits die ersten Kurven auf dem Ausdruck zeigten Grant, dass mit dem Baby etwas nicht stimmte. Die Herzfrequenz seines Sohnes sank zu schnell ab, als dass eine ausreichende Sauerstoffversorgung gewährleistet werden konnte. Er begegnete dem besorgten Blick der Ärztin, die sofort Anweisungen an die beiden Krankenschwestern erteilte, die daraufhin mit großer Eile aus dem Zimmer stürzten. »Was? Was ist los? Grant?« Aus den Augenwinkeln sah er, wie die Ärztin die CTG-Sonden entfernte und das Gerät hastig zur Seite schob, bevor sie sich an Claire wandte. »Wir müssen einen Kaiserschnitt durchführen, Claire. Ihr Mann und ich befürchten eine Plazenta-Lösung.« »Das... das Baby...« stotterte sie ängstlich. »Geht's dem Baby nicht gut?« »Das Baby muss sofort auf die Welt geholt werden.« Er widerte die Ärztin und löste im gleichen Moment die Bremsen des Bettes. Grant schüttelte sich kurz und hatte das Gefühl, jeden Moment in Ohnmacht zu fallen. Da er als Arzt die Lage einschätzen konnte, bekam er es als Vater gerade mit der Angst zu tun. Er schaute in Claire's panisches Gesicht, hörte ihr schluchzen und dachte daran, wie sehr er sich anfangs gegen sie und gegen das Baby gesträubt hatte. Keinen von beiden hatte er gewollt. Beide hatte er aus seinem Leben ausschließen wollen. Jetzt ertrug er den Gedanken nicht, sie zu verlieren. Er wollte sowohl Claire als auch das Baby bei sich haben. »Grant, bitte rede mit mir«, schluchzte Claire auf, als sein Pfleger ins Zimmer eilte und ihr Bett nach draußen schob. Seine Zunge klebte ihm am Gaumen, als er nach Worten suchte und wie paralysiert neben ihr herlief. »Grant«, wiederholte sie panisch und zerquetschte beinahe seine Hand. Zitternd holte er Luft. »Es wird alles gut, mein Liebling.« »Versprich es mir«, weinte sie. Auch wenn er sich geschworen hatte, nie wieder einer Patientin ein solches Versprechen zu geben, nickte er Claire zu. »Ich verspreche es.« Claire lag auf dem OP-Tisch und zitterte vor Kälte und vor Angst. Dass selbst Grants Hand eiskalt war und seine Augen über dem blauen Mundschutz weit aufgerissen waren, zeigte ihr, wie besorgniserregend der Zustand des Babys war. Sie wollte nicht darüber nachdenken, was gerade mit ihr passierte und dass sie nackt auf einem Tisch lag, nur mit blauen Tüchern bedeckt, während eine Vielzahl fremder Menschen, die sie in ihrer OP-Kleidung nicht einmal erkennen konnte, um den Tisch herumstanden und geschäftlich an ihr herumhantierten. Es war ihr egal, was mit ihr passierte, solange es dem Baby gut ging. Sie dachte nur an ihr Baby und betete zu Gott, dass ihm nichts passiert war. Angesichts der starken Schmerzen und der Blutlache, in der sie aufgewacht war, ging sie von dem Schlimmsten aus. Auch Grants versteinerte Miene und das aufgebrachte Getuschel des OP-Teams verstärkten ihre Befürchtungen. Sie konnte kaum noch atmen und merkte, wie heiße Tränen aus ihren Augenwinkeln schossen und über ihre Wangen liefen. Schwerfällig drehte sie den Kopf zur Seite und spürte, wie schwindelig ihr war. »Grant?« Er beugte sich vor und legte eine Hand auf ihren Kopf, über den ihr jemand ein OP-Häubchen gestülpt hatte. Durch den Mundschutz hörte sie seine Stimme nur gedämpft, zumal ein Rauschen in ihren Ohren eingesetzt hatte. »Bleib ganz ruhig, Liebling.« Ihr blieb sowieso nichts anderes übrig, da sie unterhalb ihrer Brust nichts spürte und eine merkwürdige Taubheit in ihrem Oberkörper eingesetzt hatte. Neben ihr piepte eine Maschine ohrenbetäubend auf, so sie konnte sehen, wie Grants seinen Kopf nach oben riss. »Was ist mit dem Blutdruck?« »Dr. Lee!« schrie jemand auf. »Der Blutdruck sackt rapide ab!« Claire schloss für einen Moment ihr Augen und öffnete diese anschließend mühevoll. Sie nahm einen grauen Schleier wahr, durch den sie nichts erkennen konnte. Langsam blinzelte sie dagegen an. »Grant!« Selbst in ihren Ohren klang ihre Stimme grauenvoll. Undeutlich hörte sie aufgeregte Stimmen, die immer wieder etwas von einem Blutdruck faselten, bevor Grants Gesicht vor ihren Augen auftauchte. »Claire, atme einfach weiter. Alles wird gut.« »Was ist mit dem Baby?« Sein Kopf drehte sich zur Seite, bevor er sie wieder ansah und stockend erklärte, dass »Das Baby ist da!« »Warum schreit er nicht?« Sie schnappte nach Luft und versuchte, den Kopf zu heben. »Warum schreit er nicht?« »Sie kümmern sich um ihn.« Er drückte ihre Hand und murmelte ängstlich. »Du machst mir gerade mehr Sorgen, Claire.« »Du blutest stark.« Sie schluchzte auf und ließ seine Hand los. »Schau nach dem Baby, Grant. Schau bitte nach ihm.« Anscheinend sagte er etwas zu ihr, aber sie verstand kein Wort. Panisch bewegten sich ihre Lippen, doch nichts war zu hören. Mit fahrigen Bewegungen wollte sie wieder nach seiner Hand greifen, als alles schwarz um sie herum wurde. Epilog Sie hatte es noch nie gemocht, von grellen Sonnenstrahlen geweckt zu werden, die ihr in den Augen wehtaten. Als Claire wach wurde, war ihr erster Gedanke, dass sie vergessen haben musste, die Jalousien zu schließen, bevor sie ins Bett gefallen war. Doch dann blinzelte sie gegen das grelle Sonnenlicht an und sah eine aprikotgetünchte Wand vor sich, an der Babyfotografien hingen. Das war nicht ihr Schlafzimmer, in dem sie sich gerade befand. Verwirrt griff sie sich mit einer Hand an die Stirn und zuckte dabei zusammen, weil ihre Hand wehtat. Blinzelnd sah sie einen Venenzugang und folgte dem Schlauch zu einer Infusion, die über ihrem Bett hing. Kraftlos ließ sie den Kopf zurück auf das Kissen sinken und fuhr sich mit der Zunge über ihre trockenen Lippen. Mühevoll schluckte sie gegen ihren Durst an und atmete tief durch. Sie fühlte sich unglaublich schwach und konnte kaum einen Muskel rühren, zumal ihr ganzer Körper schmerzte. Beinahe wäre sie wieder eingeschlafen, als sie ihre Hand wie gewohnt auf ihren Bauch legte und feststellen musste, dass er sich merkwürdig schwammig anfühlte, als sei die scheinbar harte Schale, in der sich ihr Baby befunden hatte, nicht mehr da. Augenblicklich erinnerte sie sich an den Kaiserschnitt und war hellwach. Unter Schmerzen setzte sie sich auf und kämpfte gegen das Schwindelgefühl an, während ihre Augen das Zimmer absuchten und an dem Babybett hängen blieben, das nur wenige Schritte von ihr entfernt stand. Claire presste ihre Hand gegen den Mund und spürte heiße Tränen, die ihr über das Gesicht liefen, als sie einen winzigen Haarschopf zwischen den babyblauen Decken erkennen konnte. Ein übermächtiger Drang aufzustehen und ihr Kind in den Arm zu nehmen, stieg in ihr auf, doch allein das Aufsitzen hatte sie vor Schwäche zittern lassen. Gerade als sie mit sich kämpfte, es mit dem Aufstehen nicht einfach zu versuchen, ging die Tür leise auf und Grant betrat das Zimmer. Er sah so grauenvoll aus, wie sie sich fühlte. Das dunkle Haar stand ihm zu Berge. Seinen Pullover hatte er gegen ein blaues OP-Shirt ausgetauscht und abgesehen von dem dunklen Bartschatten und den tiefen Augenringen war sein Gesicht kreidebleich. Überrascht blinzelte er sie an und stellte den Kaffeebecher, den er in der rechten Hand hielt, sofort auf den kleinen Tisch, auf dem sich fünf riesige Blumensträuße tummelten. Seine Stimme klang wie raues Sandpapier, als er ans Bett trat und sich auf die Bettkante setzte. Claire. Sie war überrascht, wie erleichtert er stöhnte und mit welcher Behutsamkeit er sie in den Armen nahm. Geht's dir gut? Claire nickte und preßte ihren Kopf gegen seinen Hals. Ja, mir geht's gut. Bitte tu so etwas nie wieder, Liebling. Du hast mir die größte Angst meines Lebens eingeflößt. Bei seinem undeutlichen Gemurmel zog sich ein angenehmes Kribbeln über ihren Körper. Zitternd holte sie Luft und schluckte die aufsteigenden Tränen hinunter. Wie geht's dem Baby? Er hat nicht geschrien. Ihm geht es gut. Beruhigend strich er über ihre Schulter, er brauchte nur ein bisschen Starthilfe beim Atmen. Sofort schluchzte sie auf, aber er ist okay, oder? Oh, er ist mehr als okay. Er ist perfekt. Erleichtert weinte Claire los. Ich hatte solche Angst um ihn. Grant umschloss ihre Schultern und lehnte sich etwas zurück, um ihr ins Gesicht schauen zu können. Und ich hatte solche Angst um dich. Mit großen Augen sah sie ihn an. Was ist denn passiert? Kopfschüttelnd rang er nach Worten. Beinahe hätte ich dich verloren, Claire. Das will ich nie wieder erleben. Ihre Lippen bebten, als sie in sein dunkles Gesicht sah. Du hattest Angst um mich? Todesangst. Seine hellbraunen Augen waren verdächtig feucht, als seine Hand ihre Wange streichelte. Ich liebe dich und möchte nie wieder ohne dich sein. Bevor sie etwas erwidern konnte, beugte er sich vor und küßte sie zärtlich auf den Mund. Und nun solltest du unseren Sohn kennenlernen. Gebannt verfolgte sie, wie Grant sich erhob und die kurze Strecke zum Babybett zurücklegte, um dort seine großen Hände vorsichtig unter ein winziges Bündel zu schieben und dieses behutsam hochzunehmen. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen, als sie das dunkelhaarige Paar betrachtete, das auf sie zukam. Grant drückte einen Kuss auf das dunkle Haar des Babys und lächelte breit, als er ihr vorsichtig das warme Bündel in den Arm legte. Mit einem überwältigenden Glücksgefühl in der Brust schaute Claire auf ihren schlafenden Sohn hinab und war zwischen einem Weinen und einem Lachen hin- und hergerissen. Grant hatte recht, er war perfekt. Vorsichtig streichelte sie über die kleinen Fingerchen und beobachtete fasziniert, wie er sein pausbäckiges Gesicht verzog, gehnte und den winzigen Mund dabei bewegte. Claire senkte den Kopf und küsste ihn auf die Stirn, wobei sie den lieblichsten Geruch in sich aufnahm, den sie je gerochen hatte. Grant legte seine Hand über der Bettdecke auf ihr Knie. Er ist kerngesund. Die Kinderärztin hat ihn untersucht und ist höchst zufrieden. Ihm fehlt nichts. Lächelnd sah sie ihn an. Bis auf einen Namen? Ja, das stimmt. Grant streichelte gedankenverloren ihr Knie und forscht in ihren Augen. In den letzten Stunden habe ich intensiv darüber nachgedacht und habe ein paar Vorschläge. Möchtest du sie hören? Unbedingt. Fröhlich presste sie ihren schlafenden Sohn an die Brust und spürte, wie eine tiefe Zufriedenheit sie erfüllte. Der Moment war einfach perfekt. Das warme Gewicht ihres Babys und Grants Hand, die sie liebevoll streichelte, machten sie unsagbar glücklich. Nichts hätte diesen Augenblick schöner machen können. Vor ein paar Tagen habe ich deine Namensliste gefunden. Ach, ach komm, jetzt tu nicht so überrascht, witzelte er, wenn sie mitten auf dem Küchentisch liegt, kann ich sie schlecht übersehen. Claire unterdrückte ein breites Lächeln. Und? Mit dem Namen Jamie kann ich mich sehr gut anfreunden. Nur haben wir dann ein Problem. Oh. Verwirrt rümpfte sie die Nase. Das da wäre? Jamie ist die Abkürzung von James. James Montgomery Harris klingt großartig, Grant. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und was ist dann das Problem? Er deutete auf das schlafende Baby. Wir sind nun eine Familie, Claire. Familien sollten zusammen wohnen. Und ich finde, dass Familienmitglieder dieselben Nachnamen haben sollten. Ernst nickte er. Deshalb haben Jamie und ich uns überlegt, dass wir Mia nehmen, sein Kinderzimmer in deiner Wohnung abmontieren und alles in meine Wohnung bringen, damit wir alle zusammen dort wohnen können. Als eine Familie. Sein Ton wurde eine Spur heiserer. Außerdem möchte ich dich bitten, meine Frau zu werden, Claire. Sie holte zitternd Luft und flüsterte. Was? Grant rutschte näher und streichelte über den Kopf des Babys. Es war mein Ernst. Ich möchte nie wieder ohne dich sein, Claire. Eine participating Network, �데 ich habe Pech-All-Dest. Es war kein Mensch. Und die hierher geschlossen hat, Und ich whether in dieiaranz Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Motor-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero-Aero ok », diyor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020